Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Das Geheimnis der vier Briefe. Ein neuer Fall für Hercule Poirot. Von Sophie Henner, basierend auf den Figuren von Agatha Christie. Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini. Gelesen von Vanya Müs. Das erste Viertel. Erstes Kapitel. Poirot wird beschuldigt. Hercule Poirot lächelte in sich hinein, als sein Chauffeur das Automobil mit erfreulicher Akkurates zum Stehen brachte. Als Liebhaber von Ordnung und Präzision wusste Poirot solch eine perfekte Ausrichtung nach der Eingangstür von Whitehaven Mansions, wo er seine Wohnung hatte, zu schätzen. Man hätte vom Mittelpunkt des Fahrzeugs zur Berührungslinie der Zweitürflügel eine Senkrechte ziehen können. Der Lunch, von dem er gerade zurückkehrte, war très bon divertissement gewesen. Vorzügliches Essen und eine ebensolche Tischgesellschaft. Poirot stieg aus, bedachte seinen Chauffeur mit einem herzlichen Dank und war eben im Begriff, das Gebäude zu betreten, als er das eigentümliche Gefühl verspürte, etwas hinter ihm, so beschrieb er sich die Empfindung selbst, bedürfe seiner Aufmerksamkeit. Als er sich umwandte, rechnete er dennoch nicht damit, etwas Ungewöhnliches wahrzunehmen. Für Februar war es zwar ein milder Tag, aber vielleicht hatte er eine leichte Brise die Luft um ihn in Bewegung versetzt. Bald jedoch erkannte Poirot, dass die Unruhe nicht vom Wetter verursacht worden war, wenn gleich die gut gekleidete Frau, die mit hohem Tempo herannahte, trotz ihres modischen hellblauen Mantels und Hutes in der Tat einer Naturgewalt ähnelte. »Sie ist ein orkanischer Wirbelwind«, murmelte Poirot bei sich. Der Hut missfiel ihm. In der Stadt hatte er Frauen schon ähnliche tragen sehen, minimalistisch, schmucklos, den Kopf wie Badekappen umschließend. Ein Hut sollte eine Krempe oder irgendeine andere Verzierung besitzen, fand Poirot. Zumindest sollte er etwas mehr leisten, als lediglich den Kopf zu bedecken. Zweifellos würde er sich an diese modernen Hüte bald gewöhnen, und kaum wäre es ihm gelungen, würde die Mode wechseln, wie sie das immer tat. Die Lippen der Blaugekleideten zuckten und schürzten sich, ohne dass etwas zu hören gewesen wäre. Es schien, als probte die Frau, was sie sagen würde, wenn sie Poirot endlich erreicht hätte. Denn dass er ihr Ziel war, stand außer Zweifel. Sie sah fest entschlossen aus ihm, sobald als möglich etwas Unerfreuliches anzutun. Er wich einen Schritt zurück, während sie wie eine Stampede, er hätte es nicht anders bezeichnen können, auf ihn zumarschierte. Eine Stampede, die aus nichts und niemandem außer ihr selbst bestand. Sie hatte dunkelbraunes, glänzendes Haar. Als sie direkt vor ihm abrupt Halt machte, erkannte Poirot, dass sie nicht so jung war, wie sie von weitem ausgesehen hatte. Nein, diese Frau hatte die fünfzig schon hinter sich. Sie mochte um die sechzig sein. Eine Dame mittleren Alters, die die Kunst beherrschte, die Fältchen in ihrem Gesicht zu verbergen. Ihre Augen waren von einem erstaunlichen, weder hellen noch dunklen Blau. Sie sind Hercule Poirot, richtig? sagte sie im lautestmöglichen Flüsterton. Poirot begriff, dass sie Zorn zum Ausdruck zu bringen wünschte, ohne von Dritten gehört zu werden, obwohl niemand in der Nähe war. Oui, Madame, der bin ich. Wie können Sie es wagen? Wie können Sie es wagen, mir einen solchen Brief zu schreiben? Verzeihen Sie, Madame, aber ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Spielen Sie mir nicht den Unschuldigen. Ich bin Sylvia Reagan, wie Sie sehr wohl wissen. Jetzt weiß ich es, weil Sie es mir gesagt haben. Noch vor einem Moment wusste ich es nicht. Sie erwähnten einen Brief. Wollen Sie mich zwingen, Ihre Verleumdungen an einem öffentlichen Ort zu wiederholen? Also schön, wie Sie wollen. Heute Morgen erhielt ich einen Brief. Einen äußerst widerwärtigen und anstößigen Brief, unterschrieben von Ihnen. Sie durchstieß die Luft mit einem Zeigefinger. Der Poirot, wäre er ihm nicht mit einem Ausfallhopser ausgewichen, mitten in die Brust getroffen hätte. Non, Madame, begann er zu beteuern, doch sein Versuch zu leugnen wurde im Nu hinweggefegt. In diesem Spottbild eines Briefes beschuldigen Sie mich des Mordes. Des Mordes, mich, Sylvia Reagan. Sie behaupten, meine Schuld beweisen zu können und empfehlen mir, mich sofort zur Polizei zu begeben und meine Tat zu gestehen. Wie können Sie es wagen? Sie können mir überhaupt nichts nachweisen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich unschuldig bin. Ich habe niemanden ermordet. Ich bin der am wenigsten zu Gewalt neigende Mensch, dem ich jemals begegnet bin. Und von einem Barnabas-Pandy habe ich noch nie etwas gehört. Einem Barnabas, dass Sie ausgerechnet mich beschuldigen, ist ungeheuerlich. Schlicht ungeheuerlich. Ich hätte gute Lust, mich damit an meinen Rechtsanwalt zu wenden. Wäre es mir nicht zuwider, dass er erfährt, wie schändlich ich verleumdet worden bin. Vielleicht sollte ich wirklich zur Polizei gehen. Die Schmach, die ich erlitten habe, die Beleidigung. Eine Frau in meiner gesellschaftlichen Stellung. Sylvia Reagan schimpfte eine Zeit lang so weiter. Ihr entrüstetes Flüstern war von vielerlei Gezisch und Gespritze durchsetzt. Sie erinnerte Poirot an die lauten, tosenden Wasserfälle, die er auf seinen Reisen gesehen hatte. Eindrucksvoll zu betrachten, aber bedrohlich, vor allem aufgrund ihrer Unerschöpflichkeit. Der Strom riss niemals ab. Sobald er sich Gehör verschaffen konnte, sagte er, »Madame, gestatten Sie mir, Ihnen zu versichern, dass ich keinen solchen Brief geschrieben habe. Falls Sie einen erhalten haben, wurde er nicht von mir gesandt. Auch ich habe von Barnabas Pondy noch nie etwas gehört. Das ist der Name des Mannes, dessen Ermordung der Verfasser des Briefes, Wer auch immer er sei, Ihnen zur Last legt?« »Der Verfasser sind Sie. Und reizen Sie mich nicht noch weiter, indem Sie das bestreiten. Justus hat Sie dazu angestiftet. Habe ich recht? Sie wissen beide, dass ich niemanden ermordet habe. Dass ich so unbescholten bin, wie ein Mensch nur sein kann. Sie und Justus haben einen Plan ausgeheckt, um mich zum Wahnsinn zu treiben. Das wäre so typisch für ihn. Und anschließend wird er natürlich behaupten, es sei alles nur ein Scherz gewesen. »Ich weiß von keinem. Justus? Madame.« Poirot gab sich weiterhin alle Mühe, obwohl es offensichtlich war, dass nichts, was er sagte, den geringsten Eindruck auf Sylvia Reagan machte. »Er hält sich ja für so gescheit, für den gescheitesten Mann in ganz England mit diesem widerlichen, süffisanten Grinsen, das er ständig zur Schau trägt. Wie viel hat er Ihnen gezahlt? Ich weiß, dass es seine Idee gewesen sein muss, und Sie erledigen die Schmutzarbeit für ihn. Sie, der berühmte Hercule Poirot, dem unsere zuverlässige und tüchtige Polizei so sehr vertraut. Sie sind ein Schwindler. Wie konnten Sie nur? Eine Frau meines untadeligen Charakters verleumden. Justus würde alles tun, um mich zu vernichten. Alles, was auch immer er Ihnen über mich erzählt haben mag, es ist eine Lüge. Wenn Sie die Bereitschaft gezeigt hätte, ihm zuzuhören, hätte Poirot ihr erklären können, dass er schwerlich mit einem Mann kooperieren würde, der sich für den gescheitesten Mann in ganz England hielt, solange er, Hercule Poirot, sein Domizil in London hatte. Bitte, zeigen Sie mir den Brief, den Sie erhalten haben, Madame. Sie glauben doch wohl nicht etwa, ich hätte ihn behalten? Es machte mich krank, ihn auch nur in der Hand zu halten. Ich habe ihn in ein Dutzend Fetzen zerrissen und ins Feuer geworfen. Am liebsten würde ich mit Justus genauso verfahren. Ein Jammer, dass die Erleidtaten gegen das Gesetz verstoßen. Ich kann dazu nur sagen, dass derjenige, der dieses bestimmte Gesetz erlassen hat, Justus unmöglich gekannt haben kann. Wenn Sie mich jemals wieder so verleumden, gehe ich direkt zu Scotland Yard, und zwar nicht, um irgendetwas zu gestehen, denn ich bin gänzlich unschuldig, sondern um Sie anzuzeigen, Monsieur Poirot. Ehe Poirot eine angemessene Entgegnung formulieren konnte, hatte Sylvia Reagan kehrtgemacht und war davonmarschiert. Er rief sie nicht zurück. Er blieb noch ein paar Sekunden lang stehen und schüttelte langsam den Kopf. Während er die Stufen zum Hauseingang hinaufstieg, brummelte er in sich hinein. Wenn Sie der am wenigsten zu Gewalt neigende Mensch ist, möchte ich dem am meisten dazu geneigten nicht begegnen. In seiner geräumigen und gut ausgestatteten Wohnung erwartete ihn sein Kammerdiener George. Sein eher steifes Lächeln verwandelte sich, als er Poirots Mine sah, in einen Ausdruck der Betroffenheit. Ist Ihnen nicht wohl, Sir? Non, mir ist wirr, George. Sagen Sie mir als jemand, der viel weiß über die höheren Kreise der englischen Gesellschaft. Kennen Sie eine Sylvia Reagan? Nur vom Hörensagen, Sir. Sie ist die Witwe des Verstorbenen, Clarence Reagan. Hervorragende Verbindungen. Meines Wissens sitzt sie im Vorstand verschiedener wohltätiger Organisationen. Und was ist mit Barnabas Pondy? George schüttelte den Kopf. Dieser Name ist mir nicht geläufig. Mein Spezialgebiet ist die Londoner Gesellschaft, Sir. Wenn Mr. Pondy andernorts lebt ... Ich weiß nicht, wo er lebt. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt lebt und nicht vielmehr ermordet worden ist. Vraiment. Ich könnte über Barnabas Pondy nicht weniger wissen, als ich derzeit weiß. Das wäre eine Sache der Unmöglichkeit. Aber versuchen Sie nicht, George, das Sylvia Reagan zu erklären, die sich nämlich in den Kopf gesetzt hat, dass ich, au contraire, alles über ihn weiß. Sie glaubt, ich habe ihr einen Brief geschrieben, in dem ich sie seiner Ermordung bezichtige. Einen Brief, den ich hiermit bestreite, geschrieben zu haben. Ich habe den Brief nicht geschrieben. Ich habe, Mrs. Sylvia Reagan, keinerlei Mitteilung gleich welcher Art gemacht. Poirot zog Hut und Mantel mit weniger Behutsamkeit aus als gewöhnlich und übergab beides George. Es ist nicht angenehm, einer Sache beschuldigt zu werden, die man nicht getan hat. Man müsste imstande sein, Unwahrheiten von sich abzuschütteln, aber irgendwie klammern sie sich an das Denken und verursachen eine Art Phantomschuld, wie einen Gespenst im Kopf oder im Gewissen. Irgendjemand ist sicher, dass man eine schreckliche Tat begangen hat und so beginnt man, sich so zu fühlen, als wenn es wirklich so wäre, obwohl man weiß, dass dem nicht so ist. Allmählich begreife ich George, wie Menschen sich irgendwelcher Verbrechen für schuldig bekennen können, die sie gar nicht begangen haben. George setzte eine zweifelnde Miene auf, was er häufig tat. Die englische Diskretion, hatte Poirot oft beobachtet, nahm eine äußere Erscheinung an, die an Zweifel erinnerte. Viele der höflichsten Engländerinnen und Engländer, die er über die Jahre kennengelernt hatte, sahen so aus, als hätte man ihn befohlen, jeder seiner Äußerungen zu misstrauen. Darf ich Ihnen einen Drink bringen, Sir? Einen Sirup de Monde, wenn ich mir einen Vorschlag gestatten darf? Ui, das ist eine hervorragende Idee. Ich sollte außerdem erwähnen, Sir, dass ein Besucher darauf wartet, von Ihnen empfangen zu werden. Soll ich Ihren Drink sofort servieren und den Herrn bitten, sich noch ein wenig zu gedulden? Ein Besucher? Ja, Sir. Wie ist sein Name? Vielleicht Justus? Nein, Sir, es ist ein Mr. John McCrodden. Ah, das ist eine Erleichterung. Kein Justus. Ich kann mich also in der Hoffnung wiegen, dass der Albtraum um Madame Regan und ihren Justus sich verzogen hat und Hercule Poirot nicht wieder heimsuchen wird. Hat Monsieur McCrodden sein Anliegen genannt? Nein, Sir. Ich sollte Sie allerdings warnen. Er wirkte ungehalten. Poirot ließ es zu, dass ein kleiner Seufzer seinen Lippen entwich. Nach dem Meer den befriedigenden Lunch schien sich der Nachmittag eher enttäuschend zu gestalten. Immerhin war es unwahrscheinlich, dass John McCrodden sich als so innervierend wie Sylvia Reagan erweisen würde. Ich werde das Vergnügen des Sirop de Monde verschieben und zuerst Monsieur McCrodden empfangen, sagte Poirot zu George. Er klingt mir vertraut, der Name. Denken Sie möglicherweise an Rechtsanwalt Stanley McCrodden, Sir? Mais oui, bien sûr, Stanley Strang, des Henkers hilfreicher Freund, wenngleich Sie, George, zu höflich sind, um ihn bei seinem so treffenden Sopriquet zu nennen. Der Galgen, nicht Rast noch Ruhe, gönnt ihm Stanley Strang. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass etliche Verbrecher ihrer gerechten Strafe zugeführt wurden, Sir, pflichtete George ihm gewohnt taktvoll bei. Vielleicht ist John McCrodden ja mit ihm verbannt, sagte Poirot. Lassen Sie mir einen Augenblick Zeit, es mir bequem zu machen, und dann mögen Sie ihn hereinführen. Der Aufgabe, John McCrodden hereinzuführen, wurde George indes durch McCroddens Entschlossenheit enthoben, führerlos und unangemeldet hereinzumarschieren. Er schob sich an dem Kammerdiener vorbei und platzierte sich in der Mitte des Teppichs, wo er innehielt und erstarrte, als hätte er die Anweisung, eine Statue zu spielen. Monsieur, s'il vous plaît, so nehmen Sie doch Platz, sagte Poirot mit einem Lächeln. Nein, danke, sagte McCrodden. Sein Ton drückte verächtliche Distanz aus. Er mochte um die 40 sein, schätzte Poirot. Sein Gesicht besaß jene Art von Schönheit, die einem außer in Kunstwerk nur selten begegnete. Seine Züge hätte ein Meistergraveur ziseliert haben können. Es fiel Poirot schwer, das Gesicht mit der Kleidung in Einklang zu bringen, die schäbig und stellenweise mit Erde beschmutzt war. Hatte Mr. McCrodden die Angewohnheit, auf Parkbänken zu nächtigen? Hatte er überhaupt Zugang zu den üblichen häuslichen Annehmlichkeiten? Poirot fragte sich, ob McCrodden bestrebt war, alle Vorzüge, mit denen die Natur ihn bedacht hatte, die großen grünen Augen und das goldblonde Haar, dadurch zu tilgen, dass er sich ansonsten um eine möglichst abstoßende Erscheinung bemühte. McCrodden blickte wütend auf Poirot herab. »Ich habe Ihren Brief erhalten,« sagte er, »er traf heute Morgen ein.« »Zu meinem Leidwesen muss ich Ihnen widersprechen, Monsieur. Ich habe Ihnen keinen Brief geschickt.« Stille trat ein und zog sich unbehaglich in die Länge. Poirot wünschte, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, befürchtete aber zu wissen, in welche Richtung das Gespräch sich weiterentwickeln würde. Aber es konnte nicht sein. Wie wäre das möglich? Nur in Träumen hatte er dieses Gefühl schon erlebt. Die unheilvolle Gewissheit, dass man in einer Situation gefangen ist, die keinerlei Sinn ergibt, noch, was man auch tun mag, jemals ergeben wird. »Was stand darin in diesem Brief, den Sie erhalten haben?« fragte er. »Sie sollten es doch wohl wissen, da Sie ihn geschrieben haben,« sagte John McCrodden. »Sie beschuldigen mich, einen Mann namens Barnabas Pandy ermordet zu haben.« Zweites Kapitel Untragbare Provokation »Ich muss gestehen, ich war ziemlich enttäuscht«, fuhr McCrodden fort. »Der berühmte Hercule Poirot lässt sich zu einem Werkzeug für derlei Frivolitäten machen.« Poirot wartete ein paar Augenblicke ab, bevor er etwas darauf erwiderte. »War es vielleicht seine Wortwahl gewesen, die sich als ungeeignet erwiesen hatte, Sylvia Reagan zum Zuhören zu bewegen, dann würde er sich bei John McCrodden um größere Klarheit und Überzeugungskraft bemühen. »Monsieur, s'il vous plaît, ich glaube Ihnen, dass jemand Ihnen einen Brief geschickt hat und dass Sie darin des Mordes beschuldigt wurden, des Mordes an Barnabas Pandy. Diesen Teil Ihrer Geschichte stelle ich nicht in Abrede, jedoch...« »Das könnten Sie auch nicht,« sagte McCrodden. »Monsieur, bitte, glauben Sie mir, wenn ich Ihnen versichere, dass ich nicht der Verfasser des Briefes bin, den Sie erhalten haben. Für Hercule Poirot hat Mord nichts Frivoles an sich. Ich würde...« »Ach, einen Mord hat es bestimmt gar nicht gegeben.« Und da brach ihn McCrodden erneut, jetzt mit einem bitteren Lachen. »Oder falls doch, hat die Polizei den Verantwortlichen mit Sicherheit schon festgenommen. Das ist wieder nur so ein kindisches Spielchen meines Vaters.« Dann zog er die Brauen zusammen, als wäre ihm ein beunruhigender Gedanke gekommen. »Es sei denn, der alte Domschrat ist ein noch größerer Sadist, als ich dachte, und würde wirklich meinen Hals in einem tatsächlich unaufgeklärten Mordfall aufs Spiel setzen. Möglich wäre es wohl, bei seiner rücksichtslosen Entschlossenheit...« McCrodden verstummte. Dann murmelte er, »Ja, es ist möglich, daran hätte ich denken müssen.« »Ihr Vater ist der Rechtsanwalt Stanley McCrodden?« fragte Poirot. »Das wissen Sie doch.« John McCrodden hatte sich bereits für enttäuscht erklärt und genauso klang er jetzt auch, als ob Poirot mit jedem Wort, das er sprach, nur noch tiefer in seiner Achtung senke. »Ich kenne Ihren Vater nur vom Hörensagen. Persönlich bin ich ihm noch nie begegnet, habe auch noch nie mit ihm gesprochen.« »Sie müssen natürlich die Komödie weiterspielen,« sagte John McCrodden. »Er hat Ihnen zweifellos eine ansehnliche Summe gezahlt, damit Sie seinen Namen heraushalten.« Er blickte sich im Zimmer um, in dem er stand, und schien es zum ersten Mal bewusst wahrzunehmen. Dann nickte er, als bestätigte er sich selbst irgendetwas und sagte, »Die Reichen, die, die Geld am wenigsten nötig haben, wie Sie, wie mein Vater, scheuen vor nichts zurück, um noch mehr davon in die Finger zu bekommen. Deswegen habe ich ihm auch von jeher misstraut. Ich tat recht daran. Sobald man sich an Geld gewöhnt hat, verdirbt es den Charakter. Und Sie, Monsieur Poirot, sind der lebende Beweis dafür.« Poirot konnte sich nicht entsinnen, wann zuletzt jemand etwas so Unerfreuliches, so Unfaires und so persönlich Verletzendes zu ihm gesagt hatte. Er entgegnete leise, »Ich habe mein ganzes Leben dem Kampf für das Gute und der Verteidigung der Unschuldigen und, ja, der zu Unrecht Beschuldigten geweiht. Diese Gruppe schließt Sie ein, Monsieur, und heute schließt Sie auch Hercule Poirot ein. Auch ich werde zu Unrecht beschuldigt. Ich bin ebenso wenig schuldig, den Brief, den Sie erhalten haben, verfasst und versendet zu haben, wie Sie eines Mordes. Auch mir ist kein Barnabas Pondy bekannt, kein toter Barnabas Pondy und auch kein lebender Barnabas Pondy. Doch hier, ah, hier enden die Ähnlichkeiten zwischen uns beiden auch schon, denn wenn Sie beteuern, Sie seien unschuldig, höre ich Ihnen zu. Ich denke bei mir, dieser Mann könnte die Wahrheit sagen, wohingegen, wenn ich... Verschonen Sie mich mit Ihren hochtrabenden Floskeln, fiel ihm McCrodden wieder ins Wort. Wenn Sie sich einbilden, ich würde funkelnder Rhetorik weniger misstrauen, als ich Geld, Ansehen oder sonst einem der Dinge misstraue, den mein Vater wertschätzt, so irren Sie sich gewaltig. Und da Stanley Strang zweifellos von Ihnen erwarten wird, dass Sie ihm meine Reaktion auf seine schmutzige kleine Intrige referieren, sagen Sie ihm bitte Folgendes, ich spiele nicht mit. Ich habe noch nie etwas von einem Barnabas Pondy gehört, ich habe niemanden ermordet, also habe ich auch nichts zu befürchten. Ich habe genügend Zutrauen zum Gesetz dieses Landes, um mir sicher zu sein, dass man mich nicht wegen eines Verbrechens hängen wird, das ich nicht begangen habe. Glauben Sie denn, es ist das, was Ihr Vater will? Ich weiß es nicht, schon möglich. Ich war von jeher der Überzeugung, dass Vater, sollten ihm jemals die Schuldigen ausgehen, die er an den Galgen bringen kann, seine Aufmerksamkeit den Unschuldigen zu wenden und behaupten würde, Sie seien schuldig, und zwar vor Gericht ebenso wie vor sich selbst. Hauptsache, er kann seinen Durst nach dem Blut seiner Mitmenschen stillen. Das ist eine bemerkenswerte Anschuldigung, Monsieur, und nicht die erste, die Sie seit Ihrem Erscheinen erhoben haben. McCrottens knappe, nüchterne Sprechweise ließ Poirot frösteln. Sie verlieh seinen Worten einen Anschein von Objektivität, als ob er lediglich die reinen, unbestreitbaren Fakten referierte. Wer Stanley Strang, von dem Poirot im Laufe der Jahre so viel gehört hatte, war nicht der Mann, den sein Sohn jetzt beschrieb. Er war ein glühender Verfechter der Todesstrafe, ein bisschen zu glühend für Poirots Geschmack, da es oft Umstände gab, die es zu berücksichtigen galt. Aber Poirot vermutete doch, dass McCrottens Senior bei der Vorstellung, ein Unschuldiger könnte gehängt werden, ebenso entsetzt, wie er selbst gewesen wäre. Und wenn der fragliche Angeklagte sogar sein eigener Sohn war, Monsieur, ich bin noch nie in all meinen Jahren nicht einem Vater begegnet, der bestrebt gewesen wäre, seinen Sohn für einen Mord, den er nicht begangen hat, an den Galgen zu bringen. Sind Sie doch, gab John McCrodden sofort zurück. Trotz ihrer anderslautenden Beteuerungen weiß ich, dass Sie meinem Vater begegnet sein müssen, oder zumindest haben Sie mit ihm gesprochen und Sie beide haben sich verschworen, mich zu beschuldigen. Schön, Sie können meinem teuren Papa ausrichten, dass ich ihn nicht mehr hasse. Jetzt, da ich sehe, wie tief er bereit ist zu sinken, tut er mir leid. Er ist nicht besser als ein Mörder. Ebenso wenig wie Sie, Monsieur Poirot, und das Gleiche gilt für jeden, der es für richtig hält, Übeltäter vermittels eines Strangs vom Leben zum Tode zu befördern, wie unser brutales Rechtssystem es vorsieht. Ist das Ihre Überzeugung, Monsieur? Mein Leben lang bin ich für Vater ein Quell der Scham und Enttäuschung gewesen, indem ich mich weigerte, mich zu fügen, das zu tun, was er verlangt, zu denken, was er denkt, den Beruf seiner Wahl zu ergreifen. Er wollte, dass ich Jurist werde. Er hat mir nie verziehen, dass ich nicht er sein wollte. Dürfte ich fragen, was Sie von Beruf sind? Beruf? McCrotton schnaubte. Ich arbeite für meinen Lebensunterhalt. Nichts Besonderes, nichts Großartiges, was etwa beinhaltete, mit dem Leben anderer Leute zu spielen. Ich habe in einem Bergwerk gearbeitet, auf Bauernhöfen, in Fabriken. Ich habe Flitter für Damen gemacht und verkauft. Verkaufen kann ich gut. Momentan habe ich einen Marktstand. Dank ihm habe ich ein Dach über dem Kopf. Aber nichts von all dem ist gut genug für meinen Vater. Und da er Stanley McCrotton ist, wird er sich nicht geschlagen geben. Niemals. Was meinen Sie damit? Ich hatte gehofft, er hätte mich aufgegeben. Jetzt ist mir klar, dass er das niemals tun wird. Er weiß, dass ein des Mordes Beschuldigter sich verteidigen muss. Tatsächlich ist es ziemlich clever von ihm. Er versucht, mich zu provozieren und malt sich, wie ich vermute, genüsslich aus, dass ich darauf bestehen würde, mich in meinem Mordprozess im Old Bailey selbst zu verteidigen. Und dazu müsste ich mich wohl oder übel in die Juristerei vertiefen, nicht wahr? Ganz offensichtlich war Stanley McCrotton für John McCrotton das, was Eustace für Sylvia Reagan war. Sie können ihm von mir ausrichten, dass sein Plan nicht aufgegangen ist. Ich werde nie der Mensch sein, den mein Vater in mir sehen will. Und ich würde es vorziehen, wenn er weitere Versuche unterließe, mit mir in Verbindung zu treten, sei es direkt oder indem er sie oder sonst eine seiner Schranzen als Postillon verwendet. Poirot erhob sich aus seinem Sessel. Bitte warten Sie hier einen Augenblick, sagte er. Er verließ das Zimmer und achtete darauf, dass die Tür hinter ihm weit offen blieb. Als Poirot zurückkam, wurde er von seinem Kammerdiener begleitet. Er lächelte John McCrodden zu und sagte, »George kennen Sie ja bereits. Wie ich hoffe, konnten Sie hören, wie ich ihm erklärte, dass für eine kurze Weile seine Anwesenheit vonnöten sei. Ich habe eigens die Stimme erhoben, damit Sie alles hören konnten, was ich zu ihm sagte. »Ja, ich habe es gehört,« sagte McCrodden mit gelangweilter Stimme. »Wenn ich sonst noch etwas zu George gesagt hätte, so hätten Sie das ebenfalls gehört. Das habe ich nicht. Somit wird das, was er Ihnen gleich sagen wird, Sie, wie ich hoffe, davon überzeugen, dass ich nicht Ihr Feind bin. Bitte, George, sprechen Sie.« George machte ein verdutztes Gesicht. Er war es nicht gewohnt, so unbestimmte Anweisungen zu erhalten. »Von rüber, Sir?« Poirot wandte sich zu John McCrodden. »Sie sehen?« »Er weiß es nicht. Ich habe ihn nicht darauf vorbereitet. George, als ich heute vom Lunch zurückkehrte, erzählte ich Ihnen etwas, was mir gerade widerfahren war, richtig?« »So ist es, Sir.« »Bitte, wiederholen Sie, was ich Ihnen erzählte.« »Sehr wohl, Sir.« Sie wurden von einer Dame angesprochen, die sich als Mrs. Sylvia Reagan vorstellte. Mrs. Reagan war der irrigen Auffassung, Sie hätten ihr einen Brief geschrieben, in dem Sie sie des Mordes bezichtigten.« »Merci, George.« »Und sagen Sie mir, wer war das angebliche Opfer dieses Mordes?« »Ein Mr. Barnabas Pandy, Sir.« »Und was sagte ich Ihnen sonst noch?« »Dass Sie mit einem Mann dieses Namens nicht bekannt seien, Sir. Falls es einen solchen Gentleman gebe, wüssten Sie nicht, ob er lebendig oder tot sei oder ob er ermordet worden sei. Als Sie versuchten, dies Mrs. Reagan klarzumachen, weigerte sie, sich zuzuhören.« Poirot wandte sich triumphierend zu John McRodden. »Monsieur, vielleicht wünscht Ihr Vater also, dass auch Sylvia Reagan sich im Old Bailey selbst verteidigt? Oder sind Sie endlich bereit, einzuräumen, dass Sie Hercule Poirot falsch beurteilt und auf höchst unfaire Weise angefeindet haben?« »Übrigens könnte es für Sie von Interesse sein, dass Madame Reagan mich gleichfalls beschuldigte, mich mit einem Ihrer Widersacher gegen Sie verschworen zu haben. Einem Mann namens Eustace.« »Ich behaupte nach wie vor, dass hinter all dem mein Vater steckt,« sagte John McRodden nach einer kurzen Pause. Er klang entschieden weniger sicher als zuvor. »Er genießt nichts so sehr wie die Auseinandersetzung mit einem anspruchsvollen Rätsel. Offenbar soll ich jetzt auch noch herausfinden, warum Mrs. Reagan den gleichen Brief wie ich erhalten hat.« »Wenn man eine vorherrschende Sorge hat, ihre Befasstheit mit ihrem Vater oder Sylvia Regons besessen sein von diesem Justus, färbt dies auf die Art und Weise ab, wie man die Welt wahrnimmt,« sagte Poirot mit einem Seufzer, »ich vermute, Sie haben den Brief nicht bei sich?« »Nein. Ich habe ihn zerrissen und die Fetzen meinem Vater zugesandt, mit ein paar Begleitzeilen, in denen ich ihm gesagt habe, was ich von ihm halte. Und jetzt sage ich es Ihnen, Monsieur Poirot. Ich lasse mir das nicht bieten. Nicht einmal der große Hercule Poirot kann Unschuldige des Mordes bezichtigen und erwarten, damit ungestraft davonzukommen.« Es war eine beträchtliche Erleichterung, als John McCrodden endlich den Raum verließ. Poirot trat ans Fenster und beobachtete, wie sein Besucher sich vom Gebäude entfernte. »Wäre jetzt Ihr Sirop de Monde genehm, Sir?« fragte George. »Mon Amie, jetzt wäre mir ein ganzer Ozean von Sirop de Monde genehm.« Als er erkannte, dass er möglicherweise eine gewisse Verwirrung verursacht hatte, stellte er klar, »Ein Glas, bitte, George, nur eins.« Poirot kehrte tief beunruhigt zu seinem Sessel zurück. Was konnte man noch für die Gerechtigkeit oder den Frieden in der Welt hoffen, wenn drei Menschen, die eigentlich einen Interessenbund hätten schließen können, drei zu Unrecht beschuldigte, Sylvia Reagan, John McCrodden und Hercule Poirot es nicht fertigbrachten, sich zusammenzusetzen und ein ruhiges, vernünftiges Gespräch zu führen, durch das sie gemeinsam hätten ergründen können, was genau geschehen war. Stattdessen hatte es Wutausbrüche gegeben, die fast fanatische Weigerung, einen anderen Standpunkt als den eigenen einzunehmen und eine unablässige Flut von Verbal-Iniurien. Nicht von Seiten Hercule Poirots allerdings, er hatte sich selbst angesichts einer untragbaren Provokation untadelig verhalten. Als George ihm seinen Zirup brachte, fragte er, Sagen Sie, ist sonst noch jemand da, der mich sprechen möchte? Nein, Sir. Niemand hat angerufen und um einen Termin gebeten? Nein, Sir, erwarten Sie jemanden? Hui, ich erwarte einen wütenden Unbekannten, vielleicht sogar mehrere davon. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Sir. Just in dem Augenblick klingelte das Telefon. Poirot nickte und gestattete sich ein kleines Lächeln. Wenn einer Situation keine weiteren Freuden bot, dachte er, konnte man sich ebenso gut darüber freuen, Recht gehabt zu haben. Das ist er schon, George. Oder Sie. Die dritte Person, die dritte von wer weiß wie vielen, drei, vier, fünf, Jede Zahl wäre möglich. Jede Zahl wovon, Sir? Von Menschen, die einen Brief erhalten haben, der sie des Mordes an Barnabas Pondy beschuldigt und betrügerischerweise unterschrieben ist mit dem Namen Hercule Poirot. Drittes Kapitel Die dritte Person Um drei Uhr des folgenden Tages erhielt Poirot den Besuch einer Miss Annabelle Treadway. Während er darauf wartete, dass George sie hereinführte, merkte er, dass er sich auf die bevorstehende Begegnung freute. Menschen anders gearteten Temperaments hätte es vielleicht bald gelangweilt, von einer Folge von Wildfremden in ihrer Entschlossenheit auf nichts, was man ihnen sagte, zu höheren vereinten Personen ein um das andere Mal mit derselben Beschuldigung konfrontiert zu werden. Nicht so Poirot. Dieses dritte Mal gelobte er sich, würde es ihm gelingen, seine Argumentation zum Abschluss zu bringen. Er würde Miss Annabelle Treadway davon überzeugen, dass er die Wahrheit sagte. Vielleicht würde man dann etwas vorankommen und sich interessanteren Fragen zuwenden können. Dem Rätsel, wie die meisten Leute, selbst intelligente Exemplare, so unlogisch und stur sein konnten, war Poirot bereits in der vergangenen Nacht, während er wach lag, hinlänglich nachgegangen. Jetzt drängte es ihn, seine Aufmerksamkeit Barnabas Pandy selbst zuzuwenden. Vorausgesetzt natürlich Barnabas Pandy besaß überhaupt etwas wie Selbstheit. Es war schließlich möglich, dass er gar nicht existierte, nie existiert hatte und nichts mehr war als ein Hirngespinst des Verfassers dieser Briefe. Die Tür öffnete sich und George ließ eine magere Frau von durchschnittlicher Größe eintreten, mit hellem Haar, dunklen Augen und ebensolcher Kleidung. Poirot erschrak über seine eigene Reaktion auf ihren Anblick. Er hatte das Gefühl, den Kopf neigen und »mein Beileid, Mademoiselle« sagen zu müssen. Da er aber keinen Grund zu der Annahme sah, dass sie einen Verlust erlitten hatte, unterdrückte er diesen Impuls. Ein Brief, der sie des Mordes beschuldigte, mochte bei ihr Ärger oder Besorgnis auslösen, doch er konnte schwerlich als eine Tragödie gewertet werden. Traurig, sagte sich Poirot, würde er einen nicht machen. Doch ebenso unbestreitbar, wie John McCrodden Poirots Zimmer mit kalter Verachtung erfüllt hatte, brachte Annabelle Treadway Kummer mit sich. »Herzeleid«, dachte Poirot. Er spürte es so intensiv, als wäre es sein eigenes. »Merci, Georges«, sagte er, »Bitte, nehmen Sie Platz, Mademoiselle.« Sie eilte zum nächsten Stuhl und nahm darauf eine Sitzposition ein, die unmöglich bequem sein konnte. Poirot stellte fest, dass ihr auffälligstes physiognomisches Merkmal eine tiefe, senkrechte Falte war, die zwischen ihren Augenbrauen entsprang, eine deutliche Furche, die ihre Stirn in zwei exakte Hälften zu teilen schien. Poirot beschloss nicht wieder hinzusehen, damit sie es nicht am Ende bemerkte. »Danke, dass Sie mir gestattet haben, heute zu Ihnen zu kommen,« sagte sie leise. »Ich hatte damit gerechnet, dass Sie ablehnen würden.« Während sie sprach, sah sie Poirot fünf- oder sechsmal an, um jedes Mal rasch wieder wegzuschauen, als wollte sie nicht von ihm dabei ertappt werden, wie sie ihn beobachtete. »Woher kommen Sie, Mademoiselle?« »Ach, der Name würde Ihnen sicher nichts sagen. Er sagt niemandem was, ein Nest auf dem Land.« »Warum hatten Sie damit gerechnet, dass ich Sie nicht empfangen würde?« »Die meisten Menschen würden nichts unversucht lassen, um zu verhindern, dass jemand, den Sie für einen Mörder halten, ihr Heim betritt.« sagte sie. »Monsieur Poirot, was ich Ihnen sagen wollte, ist, na ja, vielleicht glauben Sie mir nicht, aber ich bin unschuldig. Ich könnte keine Menschenseele töten, niemals. Sie können nicht wissen.« Sie brach atemlos ab. »Bitte, fahren Sie fort,« sagte Poirot hoffreundlich. »Was kann ich nicht wissen?« »Ich habe noch nie irgendjemandem Schmerz oder Schaden zugefügt, und ich wäre dazu auch gar nicht fähig. Ich habe Leben gerettet.« »Mademoiselle!« Annabelle Treadway hatte ein Taschentuch hervorgeholt und betupfte sich jetzt damit die Augen. »Bitte verzeihen Sie, wenn ich prahlerisch geklungen haben sollte. Es war nicht meine Absicht, mir besondere Herzensgüte oder besondere Leistungen zuzuschreiben. Aber es stimmt, dass ich ein Menschenleben gerettet habe vor vielen Jahren.« »Ein Menschenleben? Ich hatte Sie so verstanden, dass es mehrere waren.« »Ich meinte damit nur, dass ich, wenn ich wieder die Gelegenheit dazu hätte, jedes Leben retten würde, das ich nur retten kann, selbst wenn ich dazu mein eigenes in Gefahr bringen müsste.« Ihre Stimme zitterte. »Liegt es daran, dass Sie besonders heldenmütig sind oder daran, dass Sie glauben, andere Menschen seien wichtiger als Sie selbst?« fragte Poirot. »Ich weiß nicht genau, was Sie meinen. Für jeden von uns sollten andere Menschen grundsätzlich vorgehen. Ich behaupte nicht, selbstloser als die Mehrheit zu sein, und ich bin alles andere als tapfer. Tatsächlich bin ich ein schrecklicher Feigling. Hierher zu kommen, um Sie zu sprechen, hat meinen ganzen Mut erfordert. Meine Schwester Lenore, Sie ist die Mutige. Sie sind bestimmt auch mutig, Monsieur Poirot. Würden Sie nicht jedes Leben retten, das Sie retten können? Jedes Einzelne?« Poirot runzelte die Stirn. Das war eine eigenartige Frage. Das ganze Gespräch war bislang ungewöhnlich gewesen, selbst für das, was Poirot im Geiste das neue Zeitalter des Barnabas Pandy getauft hatte. »Ich habe viel über Ihre Arbeit gehört, und ich bewundere Sie sehr,« sagte Annabelle Treadway. »Deswegen hat mich Ihr Brief ja auch so verletzt. Monsieur Poirot, Sie gehen völlig fehl in Ihrem Verdacht. Sie sagen, Sie hätten Beweise gegen mich, aber ich begreife nicht, wie das möglich sein könnte. Ich habe kein Verbrechen begangen. »Und ich habe Ihnen keinen Brief geschickt,« entgegnete Poirot. »Ich habe Sie nicht beschuldigt und beschuldige Sie auch jetzt nicht, Barnabas Pandy ermordet zu haben.« Annabelle Treadway blinzelte Poirot erstaunt an. »Aber ich verstehe nicht...« »Der Brief, den Sie erhalten haben, wurde nicht vom wahren Ercule Poirot geschrieben. Auch ich bin unschuldig. Ein Schwindler hat diese Anschuldigungen verschickt, jedes Mal mit meinem Namen unterzeichnet.« »Jedes... jedes Mal?« »Wollen Sie damit sagen...« »Wie. Sie sind die dritte Person in zwei Tagen, die mir genau das sagt, dass ich ihr geschrieben und sie beschuldigt hätte, Barnabas Pandy ermordet zu haben. Gestern waren es Madame Sylvia Regan und Monsieur Jean Mecrodden. Heute sind sie es.« Poirot beobachtete sie aufmerksam, um festzustellen, ob die Namen ihrer Mitangeklagten irgendeine Reaktion bei ihr auslösten. So weit er erkennen konnte, war das nicht der Fall. Dann haben sie also nicht... Ihre Lippen bewegten sich, nachdem sie verstummt war, noch eine Zeit lang weiter. Endlich sagte sie, sie halten mich also nicht für eine Mörderin? »Das ist korrekt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt habe ich keinen Grund zu der Annahme, sie hätten weh noch immer ermordet. Wohlgemerkt, wenn sie die einzige Person wären, die zu mir gekommen wäre und von diesem Anklagebrief erzählt hätte, könnte ich mich schon fragen. Dann aber beschloss Poirot, keinen weiteren Einblick in seine Gedankengänge zu gewähren, lächelte und sagte, es ist ein grausamer Streich, den dieser Gauner, wer auch immer er sei, uns beiden gespielt hat, Mademoiselle. Die Namen Sylvia Regan und John McRodden sind ihnen nicht bekannt? Ich höre beide zum ersten Mal, sagte Annabelle Treadway, und Streiche sollten lustig sein. Dieser ist nicht lustig, er ist entsetzlich. Wer würde nur so etwas machen? Ich selbst bin nicht wichtig, aber so etwas einem Mann ihres Rufes anzutun ist empörend, Monsieur Poirot. Mir sind sie sogar sehr wichtig, versicherte er ihr. Einzig sie, von den drei Personen, die diesen Brief erhalten haben, haben mir zugehört. Einzig sie glauben Hercule Poirot, wenn er sagt, dass er einen solchen Anklagebrief weder geschrieben noch verschickt hat. Sie geben mir nicht das Gefühl, dass ich allmählich den Verstand verliere, so wie es die zwei anderen getan haben. Dafür bin ich ihnen zutiefst dankbar. Noch immer lastete eine beklemmende Trauerstimmung auf dem Zimmer. Wenn es Poirot nur gelänger ein Lächeln auf Annabelle Treadways Gesicht zu zaubern. Doch das war eine gefährliche Denkrichtung. Gestattete man jemandem die eigenen Emotionen zu beeinflussen, litt die Urteilskraft darunter. Immer. Nachdem er sich ins Gedächtnis gerufen hatte, dass Miss Treadway auch, wenn sie hilflos und verloren wirkte, durchaus einen Mann namens Barnabas Pandy ermordet haben konnte, fuhr Poirot weniger überschwänglich fort. Madame Regand, Monsieur McCrodden, sie glauben, sie hörten nicht zu. Sie haben sie doch wohl nicht der Lüge bezichtigt. Bedauerlicherweise doch. Aber sie sind doch Hercule Poirot. Eine unbestreitbare Tatsache, pflichtete Poirot ihr bei. Dörf ich fragen, haben sie den Brief mitgebracht? Nein, ich habe ihn leider sofort vernichtet. Ich konnte seine bloße Existenz nicht ertragen. Dommage, ich hätte ihn mir gern angesehen. Ach, eh bien, Mademoiselle, wenden wir uns dem nächsten Schritt in unserer Ermittlung zu. Wer könnte auf diese bestimmte Weise Unheil anrichten wollen, zu ihrem, zu meinem und zu Madame Regands und Monsieur McCroddens Schaden? Vier Personen, die diesen Barnabas Pondy nicht kennen, falls er überhaupt existiert. Was, soweit wir wissen? Ach, entfuhr es Annabelle Treadway. Was ist mit Ihnen? fragte Poirot. Sagen Sie es mir, haben Sie keine Angst? Sie sah zu Tode erschrocken aus. Es ist nicht wahr, flüsterte sie. Was ist nicht wahr? Er existiert sehr wohl. Monsieur Pondy? Barnabas Pondy? Ja, na ja, er hat existiert. Er ist nämlich tot, aber nicht ermordet worden. Er schlief ein und ich dachte, es war nicht meine Absicht, sie zu täuschen, Monsieur Poirot. Ich hätte es gleich klipp und klar sagen sollen. Ich dachte einfach, ihre Blicke flogen hierhin und dorthin durchs Zimmer. In diesem Moment, spürte Poirot, herrschte in ihrem Geist ein gewaltiges Durcheinander. Sie haben mich nicht getäuscht, beruhigte er sie. Madame Regan und Monsieur Megrodden behaupteten Stein und Bein, niemanden dieses Namens zu kennen, und ich kenne ihn ebenso wenig. Ich zog dem vorschnellen Schluss das gleiche Treffer auch auf sie zu. Jetzt erzählen Sie mir bitte alles, was Sie über Monsieur Pondy wissen. Er ist tot, sagen Sie. Ja, er starb im Dezember letzten Jahres, vor drei Monaten. Und Sie sagen, es war kein Mord? Was bedeutet, Sie wissen, wie er ums Leben kam? Natürlich, ich war ja da, wir lebten zusammen im selben Haus. Sie lebten zusammen? Das hatte Poirot nicht erwartet. Ja, seit meinem achten Lebensjahr, sagte sie, Barnabas Pandy war mein Großvater. Er war für mich eher ein Vater als ein Großvater, erklärte Annabelle Treadway Poirot, sobald er es geschafft hatte, sie zu überzeugen, dass er ihr wirklich nicht vorwarf, ihn in die Irre geführt zu haben. Meine Eltern starben, als ich sieben war, und Grandy, so nannte ich ihn, nahm uns auf, Lenore und mich. Auch Lenore ist mir wie ein Elternteil gewesen, in gewisser Hinsicht. Ich weiß nicht, was ich ohne sie täte. Grandy war furchtbar alt. Natürlich ist es traurig, wenn sie uns verlassen, aber alte Leute starben nun einmal, nicht? Natürlich erst, wenn ihre Zeit gekommen ist. Die Diskrepanz zwischen ihrem sachlichen Ton und der Traurigkeit, die sie ausstrahlte, veranlasste Poirot zu dem Schluss, dass es auf jeden Fall nicht der Tod ihres Großvaters war, der sie so betrübte. Dann änderte sich ihr Verhalten. Etwas blitzte in ihren Augen auf und sie sagte heftig, die Leute nehmen es sich viel weniger zu Herzen, wenn alte Leute sterben und das ist fürchterlich unfair. Er hatte ein ausgefülltes Leben, sagen sie dann, als ob es dadurch erträglicher wäre, während wenn ein Kind stirbt, jeder weiß, dass das eine schreckliche Tragödie ist. Ich glaube, dass jeder Tod eine Tragödie ist. Finden sie das nicht auch unfair, Monsieur Poirot? Das Wort Tragödie schien in der Luft wiederzuhallen. Hätte man Poirot aufgetragen, ein Wort auszuwählen, das die Frau vor ihm am treffendsten definierte, hätte er sich für genau dieses entschieden. Es war fast eine Erleichterung, es laut ausgesprochen zu hören. Als er ihre Frage nicht sofort beantwortete, errötete Annabelle Treadway und sagte, als ich von alten Leuten sprach und davon, dass niemand sich ihren Tod so sehr zu Herzen nehmen würde, wie also ich meine damit nicht, ich habe davon wirklich sehr alten Leuten gesprochen, Grandy war 94, was mit Sicherheit viel älter ist als ich hoffe, ich bin ihnen so signierte Poirot schafften es manche Erklärungen mehr zu beunruhigen als die ursprüngliche Bemerkung, die sie eigentlich entschärfen sollten. Nicht ganz aufrichtig erklärte er Annabelle Treadway, er sei nicht beleidigt. Wie vernichteten sie übrigens den Brief? fragte er sie. Sie richtete den Blick auf ihre Knie. Sie würden es vorziehen, es mir nicht zu sagen? Wenn man des Mordes beschuldigt wird, nicht von ihnen, aber von irgendjemandem doch mit Sicherheit, zögert man ein wenig, überhaupt etwas preiszugeben. Das verstehe ich. Trotzdem würde ich gern wissen, was sie damit gemacht haben. Sie zog die Brauen zusammen. Hallor, dachte Poirot, als sich die Falte über ihrer Nasenwurzel vertiefte. Das Rätsel zumindest war damit gelöst. Sie hatte die Angewohnheit, die Augenbrauen zusammenzuziehen, und zwar schon seit vielen Jahren. Die Furche auf ihrer Stirn war der Beweis. Sie halten mich bestimmt für eine abergläubische Gans, wenn ich es ihnen verrate, sagte sie und hob dabei das Taschentuch bis unter ihre Nase. Sie weinte zwar noch nicht, rechnete aber vielleicht damit, dass es bald passieren würde. Ich habe einen Federhalter genommen und jedes Wort dick durchgestrichen, so dass man überhaupt nichts mehr lesen konnte. Auch ihren Namen, Monsieur Poirot, jedes einzelne Wort, dann habe ich das Blatt zerrissen und die Schnipsel verbrannt. Drei jeweils vollgültige Methoden der Tilgung. Poirot lächelte. Ich bin beeindruckt. Madame Regan und Monsieur McCorden waren nicht so gründlich wie Sie, Mademoiselle. Da wäre noch etwas anderes, was ich Sie fragen möchte. Mein Eindruck täuscht mich doch nicht, dass Sie unglücklich sind und sich möglicherweise fürchten. Zu befürchten habe ich nichts, antwortete sie sofort. Ich sagte Ihnen doch, ich bin unschuldig. Ach, wenn es nur Lenore oder Ivy wären, die mich beschuldigten, dann wüsste ich schon, wie ich Sie überzeugen könnte. Ich würde einfach sagen, ich schwöre es beim Leben von Hoppy und dann wüssten Sie, dass ich die Wahrheit sage. Natürlich wissen Sie schon so, dass ich Grandy nicht getötet habe. Wer ist Hoppy? fragte Poirot. Hopscotch, mein Hund. Er ist mein allerliebster Liebling. Ich würde nie bei seinem Leben schwören und dann lügen. Sie würden ihn lieben, Monsieur Poirot. Es ist unmöglich, ihn nicht zu lieben. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft lächelte Annabelle Treadway und die dicke Schicht Traurigkeit, die die Atmosphäre im Zimmer beschwerte, lichtete sich ein wenig. Jetzt muss ich zu ihm zurück. Sie werden es verrückt von mir finden, aber er fehlt mir entsetzlich. Und ich habe keine Angst, ehrlich. Wenn derjenige, der den Brief geschrieben hat, nicht bereit war, seinen Namen darunter zu setzen, dann ist es keine ernstzunehmende Anschuldigung, oder? Es war ein alberner Streich, mehr steckt nicht dahinter. Und ich bin sehr froh, dass ich sie aufsuchen durfte und die Sache richtig stellen konnte. Jetzt muss ich gehen. Bitte, Mademoiselle, brechen Sie noch nicht auf. Ich würde Ihnen gern weitere Fragen stellen. Aber ich muss zur Hobby zurück, beharrte Annabelle Treadway und stand auch schon auf. Er braucht und keiner von Ihnen kann, wenn ich nicht da bin, ist er, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, wer auch immer Ihnen diese Briefe geschickt hat, wird Ihnen keine weiteren Unannehmlichkeiten bereiten. Danke, dass Sie mich empfangen haben. Guten Tag, Monsieur Poirot. Guten Tag, Mademoiselle, sagte Poirot in die Leere eines Zimmers, das mit einem Mal nichts außer ihm und einem nachklingenden Gefühl von Hoffnungslosigkeit enthielt. Viertes Kapitel Der ausgeschlossene Vierte Der nächste Vormittag fühlte sich für Acule Poirot sonderbar an. Es schlug zehn und noch immer hatte kein Unbekannter angerufen. Keine Menschenseele war in Whitehaven Menschens vorstellig geworden, um ihn zu beschuldigen, sie des Mordes an Barnabas Pandy beschuldigt zu haben. Er wartete noch bis zwanzig vor zwölf. Man konnte nie wissen, wann ein schadhafter Wecker einen Beschuldigten verschlafen ließ und brach dann zu Pleasance Coffeehouse auf ans andere Ende der Stadt. Die inoffizielle Geschäftsführung des Pleasance hatte eine junge Kellnerin namens Jephemia Spring inne. Jedermann nannte sie nur Vieh. Poirot mochte sie maßlos. Sie sagte die überraschendsten Dinge. Ihr fliegendes Haar trotzte der Schwerkraft, indem es sich weigerte, glatt an ihrem Kopf anzuliegen. Ihr Verstand allerdings hatte nichts flatterhaftes oder verfusseltes an sich, sondern war im Gegenteil stets bei der Sache. Sie kochte den besten Kaffee in ganz London und anschließend tat sie ihr Bestes, um Gäste davon abzubringen, welchen zu trinken. Tee, wie sie gern verkündete, sei ein weit edleres Getränk und der Gesundheit zuträglich, wohingegen Kaffee angeblich zu schlaflosen Nächten Ungeachtet von Fies Warnungen und Beschwörungen fuhr Poirot fort, ihren ausgezeichneten Kaffee zu trinken und hatte festgestellt, dass sie zu vielerlei Themen, mit Ausnahme des eben Erwähnten, viel Kluges anzumerken hatte. Eines ihrer Spezialgebiete war Poirots Freund und gelegentlicher Helfer, Inspektor Edward Ketchpool, was auch der Grund für Poirots heutiges Hiersein war. Das Koffeehaus füllte sich langsam. An der Innenseite der Fenster ran Feuchtigkeit herab. Als Poirot hereinkam, bediente Vieh gerade einen Herrn, aber sie winkte ihm mit der Linken zu, eine beräte Geste, die ihm bedeutete, wo genau er sich hinsetzen und auf sie warten sollte. Poirot setzte sich. Er rückte das Besteck, das vor ihm lag, wie er es immer tat, gerade und bemühte sich, die Teekannen Kollektion, die die Deckenhohen Wandregale füllte, nicht anzusehen. Er empfand ihren Anblick als unerträglich, allesamt verschieden und allem Anschein nach planlos ausgerichtet, das entbehrte jeder Logik. Jemand zu sein, dem Teekannen immerhin so viel bedeuteten, dass er sie in solchen Mengen sammelte und dennoch die Notwendigkeit nicht einzusehen, die Tüllen alle in dieselbe Richtung zu drehen. Poirot hatte Vieh seit langem im Verdacht, sich einzig und allein zu dem Zweck ihm Seelenqualen zu bereiten, um eine möglichst undurchdachte Anordnung zu bemühen. Einmal, als die Teekannen noch auf eine konventionellere Manier aufgereiht standen, hatte er angemerkt, dass eine nicht korrekt ausgerichtet sei. Seitdem war, so oft er ins Pleasance kam, keinerlei System mehr zu erkennen gewesen. Auf Kritik sprach Vieh nicht gut an. Sie erschien von der Seite und knallte einen Teller zwischen Gabel und Messer auf den Tisch. Darauf lag ein Stück Kuchen, das Poirot nicht bestellt hatte. Ich brauche gleich Ihre Hilfe, sagte sie, bevor er sie wegen Catchpool fragen konnte. Aber zuerst wird aufgegessen. Es war ihr berühmter Kirchenfenster Kuchen, so genannt, weil jedes einzelne Stück zwei gelbe und zwei rosafarbene Quadrate aufwies, die an die bunten Glasfelder eines Kirchenfensters erinnern sollten. Poirot fand den Namen ärgerlich. Kirchenfenster waren buntfarbig, das schon, aber sie waren auch durchsichtig und aus Glas. Ebenso gut hätte man ihn Schachbrettkuchen nennen können. Daran musste Poirot immer denken, wenn er ihn sah, an ein Schachbrett, wenn gleich ein zu kleines und in den falschen Farben gehalten ist. Ich habe heute Morgen bei Scotland Yard angerufen, erklärte er Vieh. Es heißt, Katschpul mache Urlaub am Meer mit seiner Mutter. Das klingt mir nicht wahrscheinlich. Essen, sagte Vieh. Oui, aber sie wüssten gern, wo Edward ist. Warum? Ist was passiert? Seit einigen Monaten nannte sie Katschpul beim Vornamen, allerdings nie, wie Poirot beobachtet hatte in seiner Anwesenheit. Wissen Sie, wo er ist? fragte Poirot sie. Gut möglich. Vieh grinste. Ich verrate ihm gern alles, was ich weiß, sobald sie versprochen haben, dass sie mir helfen. Jetzt essen sie. Poirot seufzte. Inwiefern ist es Ihnen eine Hilfe, wenn ich ein Stück Ihres Kuchens esse? Vieh setzte sich neben ihn und stemmte beide Ellbogen auf den Tisch. Das ist nicht mein Kuchen, flüsterte sie, als wäre von etwas Peinlichem die Rede. Sieht genauso aus, schmeckt genauso, ist aber nicht von mir. Das ist das Problem. Ich verstehe nicht. Sind Sie hier mal von dem Mädchen bedient worden, was Philippa hieß? Klappadeur, Zähne wie ein Pferd? No, die Beschreibung sagt mir nichts. War nicht lang hier. Ich hab sie mal dabei erwischt, wie sie Essen klaute und musste mit ihr Tacheles reden. Nicht, dass sie nicht was auf den Rippen gebrauchen könnte, aber dass sie sich von den Tellern von Leuten bediente, die wo treu und brav gezahlt hatten, das konnte ich nicht durchgehen lassen. Ich hab zu ihr gesagt, Reste könnt sie gern haben, aber die waren ihr nicht gut genug. Hat ihr nicht gepasst, als Diebin bezeichnet zu werden? Passt Dieben ja nie. Und so hat sie sich nicht wieder blicken lassen. Schön, jetzt serviert sie in dem neuen Coffee House Campbells gleich bei der Weinhandlung auf der Oxford Street. Die können sie herzlich gern behalten und viel Vergnügen dabei, aber dann fangen Gäste an, mir zu erzählen, dass sie meinen Kuchen bäckt. Anfangs habe ich ihnen nicht geglaubt. Woher sollte sie das Rezept kennen? Von meiner Uroma stammt das. Dann kriegte es meine Oma, dann meine Ma und dann ich. Ich täte mir eher die Zunge abbeißen, als das irgendwem von außerhalb der Familie zu verraten und habe ich auch nicht. Keiner Mensch Seele. Ganz bestimmt aber nicht ihr. Ich habe es auch nirgendwo aufgeschrieben. Die einzige Art, wie sie wissen konnte, wer, wenn sie mir heimlich dabei zugeschaut hätte, wie ich den Kuchen am Machen war. Und als ich richtig nachgedacht habe, da habe ich gedacht, ja, das könnte so gewesen sein. Ein einziges Mal hätte schon gereicht, wenn sie richtig aufgepasst hat, und so ganz ausschließen kann ich das nicht. Die viele Zeit, wo wir nebeneinander gestanden hatten, immer in dieser winzigen Küche. Vie streckte einen vorwurfsvollen Finger aus, als wäre die Küche des Pleasants an allem schuld. Ist ja nicht weiter ne Kunst so zu tun, wie wenn sie gerade mit was anderem beschäftigt wäre, und sie war ne richtige kleine Schnüfflerin. Wie auch immer, ich musste da hin und den probieren, oder? Und ich glaub, die haben recht, die wo mir gesagt haben, sie würde meinen Kuchen backen. Ich glaub, die haben so was von recht. Ihre Augen flammten vor Empörung. Was möchten sie, dass ich tue, Mademoiselle? Habe ich das nicht gesagt? Essen sie das, und dann sagen sie mir, ob ich recht oder unrecht habe. Das ist der ihr Kuchen, nicht meiner. Ich hab den in der Manteltasche verschwinden lassen, wie sie gerade nicht hingeguckt hat. Sie hat nicht mal mitgekriegt, dass ich überhaupt in ihrem Koffeehaus war. So sehr habe ich mich vorgesehen. Ich bin verkleidet hin, richtig kostümiert. Poirot hegte keinen Wunsch, ein Stück Kuchen zu essen, das ich in jemandes Tasche befunden hatte. Ich habe ihren Kirchenfensterkuchen seit vielen Monaten nicht gekostet, erklärte er Vieh. Meine Erinnerung daran ist nicht so deutlich, dass ich ein Urteil fällen könnte. Überhaupt erinnert man sich an Geschmäcke nicht so genau, das ist unmöglich. Meinen Sie, das wüsste ich nicht selber, sagte Vieh ungeduldig, gleich danach gebe ich Ihnen ein Stück von meinem, oder? Hol ich direkt. Sie stand auf. Sie beißen ein Stückchen von dem einen ab, dann von dem anderen, dann gleich noch mal von jedem Stück ein bisschen und dann Tue, sagen Sie mir dann, wo Katschpul ist? Nö. Nein? Ich habe gesagt, ich würde Ihnen sagen, wo Edward ist, wenn Sie mir helfen. Und ich habe eingewilligt, den Kuchen zu... Das Probieren ist nicht die Hilfe, sagte Vieh bestimmt. Die kommt danach. Hercule Poirot beugte sich selten einem fremden Willen, aber Vieh Spring zu trotzen war ein fruchtloses Unterfangen. Er wartete, bis sie mit einem weiteren Stück Kirchenfensterkuchen zurückkam, das dem ersten wie ein Ei dem anderen glich und kostete dann folgsam von beiden. Um sicher zu gehen, nahm er jedem Stück jeweils drei Proben. Vieh beobachtete ihn, wachsam wie ein Schießhund. Schließlich konnte sie sich nicht länger beherrschen und fragte Und? Gleich oder nicht gleich? Ich kann keinen Unterschied schmecken. entgegnete Poirot. Nicht den geringsten. Aber ich fürchte, Mademoiselle, es gibt kein Gesetz, das es einem untersagte, exakt den gleichen Kuchen zu backen wie jemand anders, wenn er oder sie mit eigenen Augen beobachtet hat, wie Oh, ich habe nicht vor, gerichtlich gegen sie vorzugehen. Was ich nur wissen will, ist, ob sie selbst glaubt, dass sie den von mir gestohlen hat, oder am ethischen Aspekt des Tatbestands interessiert? Ich möchte, dass sie in Delia Coffeehouse gehen, ihren Kuchen bestellen und sie danach fragen. Fragen sie sie, wo sie das Rezept her hat. Was, wenn sie sagt, es ist das, was Fee Spring in Pleasance verwendet? Dann gehe ich persönlich bei ihr vorbei und verrate ihr, was er nicht wusste, nämlich, dass das Familienrezept von den Springs von keinem anderen nachgebacken werden darf. Wenn es ein Versehen war, ohne böse Absicht werde ich es entsprechend behandeln. Und was wollen sie tun, wenn sie eher ausweichend antwortet? fragte Poirot. Oder wenn sie frech behauptet, sie habe das Rezept für ihren Kuchen aus anderer Quelle und sie glauben ihr nicht. Fee lächelte und machte ihre Augen schmal. Oh, dann sorge ich dafür, dass sie es schon bald bereut, sagte sie, um rasch hinzuzufügen, also nicht so, dass sie bereuen müssten, dass sie mir geholfen haben, dass das klar ist. Das freut mich zu hören, Mademoiselle. Wenn sie Poirot gestatten, ihnen einen weisen Ratschlag zu geben, nach Rache zu streben, ist selten eine gute Idee. Rumsitzen und Däumchen drehen, wenn jemand sich mit einem rechtmäßigen Besitz vom Acker gemacht hat, aber auch nicht, sagte Vieh kategorisch. Was ich von ihnen will, ist die Hilfe, um die ich gebeten habe, nicht Ratschläge, um die ich nicht gebeten habe. Je comprends, sagte Poirot. Gut. Bitte, wo ist Katschpool? Vieh grinste. An der See mit seiner Ma, genau wie die bei Scotland Yard gesagt haben. Poirots Gesicht nahm einen gestrengen Ausdruck an. Ich sehe, ich bin überlistet worden, sagte er. Gar nicht. Sie hatten denen ja nicht geglaubt, wo dies ihnen gesagt haben. Jetzt sage ich ihnen, dass es wahr ist. Also wissen sie's. Da ist er. Great Yarmouth, oben, im Osten. Wie ich schon sagte, das klingt nicht wahrscheinlich. Er wollte auch eigentlich nicht, aber er musste, damit das alte Mädchen endlich Ruhe gibt. Sie hatte schon wieder die perfekte Frau für ihn gefunden. Ketschpools Mutters Ehrgeiz, ihren Sohn mit einer netten jungen Dame verpaart zu sehen, war Poirot wohl bekannt. Und dabei hatte diese spezielle auch noch eine Menge zu bieten. Richtig was fürs Auge, meinte Edward, und aus ordentlicher Sonst Nein zu sagen. Zu seiner Mutter? Oder machte ihm die Jolie Femme selbst den Heiratsantrag? V lachte. Nö, die hatte sich seinem Mahnkopf gesetzt, das war alles. Hat das alte Mädchen richtig fertig gemacht, wie er gesagt hat, er hat kein Interesse. Da hat sie bestimmt gedacht, wenn er sich nicht mal zu dieser bereden lässt. Da hat sich Edward gedacht, dass er Wort. Wir haben Februar, sagte Poirot erbost. Im Februar in einen englischen Badeort zu gehen, heißt, das Unheil herauszufordern. Ist es nicht so? Wie elend muss es Catchpool gerade gehen, dachte er bei sich. Er sollte umgehend nach London zurückkehren, sodass Poirot mit ihm die Sache mit Barnabas Pandy erörtern könnte. Sie entschuldigen Monsieur Poirot? Monsieur Hercule Poirot? Eine zögernde Stimme unterbrach seine Gedanken. Er drehte sich um und sah sich einem elegant gekleideten Mann gegenüber, der ihn so anstrahlte, als wäre er von der lautesten Freude durchdrungen. Hercule Poirot, c'est moi, bestätigte er. Der Mann streckte ihm die Hand entgegen. Welch ein Vergnügen, Sie kennen zu lernen, sagte er. Sie haben einen formidablen Ruf. Es ist schwer zu entscheiden, wie man solch einen großen Mann ansprechen sollte. Ich bin Dockerill, Hugo Dockerill. Fee beäugte den Neuankömmling mit Argwohn. Dann lasse sie mal allein, sagte sie. Vergessen sie nicht, dass sie versprochen haben, mir zu helfen, warnte sie Poirot, bevor sie den Tisch verließ. Er versicherte ihr, dass er es nicht vergessen werde und bat dann, den lächelnden Mann, Platz zu nehmen. Hugo Dockerill war, obwohl nach Poirots Schätzung noch keine fünfzig, fast vollständig kahl. Es tut mir außerordentlich leid, bedauernd. Ihr Diener sagte, ich könnte sie vielleicht hier finden. Er ermutigte mich, einen Termin für den späteren Nachmittag zu vereinbaren, aber es drängt mich schon sehr, das Missverständnis aufzuklären. Also sagte ich ihm, dass ich sie lieber früher als später sprechen würde und als ich ihm erklärt hatte, worum es genau ging, schien er der Ansicht zu sein, dass sie vielleicht mich recht dringend sprechen wollen würden. Und da bin ich. Er lachte wiehernd, als hätte er gerade eine humoristische Anekdote erzählt. Missverständnis, sagte Poirot. So langsam fragte er sich, ob möglicherweise ein vierter Brief, doch nein, wie sollte das angehen, würde irgendjemand, selbst der enthusiastischste und optimistischste Mensch unter solchen Umständen wie ein Honigkuchen strahlen. Ja, ich erhielt vor zwei Tagen ihren Brief und nun ja, die Schuld liegt mit Sicherheit gänzlich bei mir und es wäre mir furchtbar unangenehm, wenn sie glauben würden, dass ich mir auch nur die geringste Kritik an ihnen herausnehmen möchte. Nichts läge mir ferner, quasselte Hugo Dockerill weiter. Tatsächlich bin ich ein glühender Bewunderer ihrer Arbeit, soweit naja, ich muss unwissentlich etwas getan haben, was sie auf falsche Gedanken gebracht hat. Dafür bitte ich um Vergebung. Ich neige tatsächlich zuweilen zur Schusslichkeit. Da brauchen sie nur meine Frau Jane zu fragen. Sie erzählt es ihnen gern. Ich wollte sie eigentlich Stante Peder aufsuchen, sobald ich ihren Brief bekommen hatte, aber ich habe ihn fast umgehend verlegt. Monsieur, sagte Poirot streng. Von welchem Brief sprechen Sie? Den über, nun ja, über den alten Barnabas Pandy doch, sagte Hugo Dockerill und strahlte, jetzt, da der alles entscheidende Name heraus war, mit neu entfesselter Leuchtkraft. Normalerweise würde ich nicht wagen zu unterstellen, dass der unglaubliche Acryl Poirot sich in was auch immer irren könnte, aber in diesem speziellen Fall, so leid es mir tut, ich war es nicht. Ich dachte, na ja, wenn Sie mir sagen könnten, was genau Sie zu der Annahme veranlasste, ich wäre es gewesen, dann könnten wir vielleicht diesen komischen Kuddelmuddel mit vereinten Kräften aus der Welt schaffen. Wie gesagt, das Missverständnis geht zweifellos ganz auf meine Kappe. Sie sagen, Sie wären es nicht gewesen, Monsieur. Was waren Sie nicht? Derjenige, der Barnabas Pandy ermordete, sagte Hugo Dockerill. Nachdem er sich für das Mord nicht schuldig erklärt hatte, nahm sich Hugo Dockerill eine unbenutzte Gabel vom zweiten Gedeck auf Poirots Tisch und spießte einen Batzen von Fee Springs Kirchenfenster Kuchen auf. Vielleicht war es aber auch Philippas der Diebischen Stück. Poirot erinnerte sich nicht mehr, welcher welcher war. Sie haben doch nichts dagegen, sagte Dockerill. Wäre doch schade, den verkommen zu lassen. Verraten Sie es bloß nicht meiner Frau. Ständig beklagt sie sich, ich hätte die Tischmanieren eines Penners. Aber wir Jungs haben nun mal einen handfesteren Appetit, habe ich recht? Sprachlos vor Verblüffung, dass jemand ein halb gegessenes Stück Kuchen verlockend finden konnte, gab Poirot einen taktvoll unspezifischen Laut von sich. Er gestattete sich eine, wenn auch kurze Betrachtung von Ähnlichkeit und Differenz. Wenn viele Menschen exakt das gleiche Sagen oder Tun, ist das Resultat das Gegenteil dessen, was man vielleicht erwarten würde. Zwei Frauen und zwei Männer hatten sich zu Wort gemeldet, um die identische Botschaft mitzuteilen. Sie hatten einen mit Hercule Poirot unterzeichneten Brief erhalten, der sie des Mordes an Barnabas Pandy beschuldigte. Statt über die Ähnlichkeiten zwischen diesen vier Begegnungen nachzudenken, merkte Poirot, Er erkannte jetzt mit der größten Klarheit, dass die zuverlässigste Methode, die charakterlichen Unterschiede zwischen zwei oder mehreren Personen zu ermitteln, darin bestand, sie in identische Situationen zu versetzen. Sylvia Reagan war ichbezogen und voll von selbstgerechtem Zorn. Wie John McCrodden wurde sie von einer leidenschaftlichen negativen Fixation auf eine bestimmte Person umgetrieben. Beide waren davon überzeugt, dass Poirot die Briefe auf Geheiß eben jener Person geschrieben haben musste, sei dies nun Stanley Strang, McCrodden oder der geheimnisvolle Eustace. John McCroddens Zorn, dachte Poirot, war demjenigen Sylvia Reagans ebenbürtig, aber doch anders geartet, weniger explosiv, dauerhafter. McCrodden würde nicht vergessen, während es bei ihr sollte sich ein neues, dringlicheres Drama ereignen durchaus passieren konnte. Von den Vieren war Annabelle Treadway am schwersten zu ergründen. Sie war überhaupt nicht aufgebracht gewesen, aber sie verbarg etwas. Und irgendetwas bedrückte sie. Hugo Dockerill war der erste und einzige Briefempfänger, der sich in dieser misslichen Lage die gute Laune bewahrt hatte und mit Sicherheit der Erste, der die Überzeugung zu erkennen gegeben hatte, dass jedes Problem dieser Welt sich lösen ließ, wenn sich nur anständige Leute an einen Tisch zusammensetzten und vernünftig miteinander redeten. Falls der Anstoß daran nahm, des Mordes beschuldigt zu werden, wusste er es gut zu verbergen. Er schaffte es nach wie vor, strahlend und mit sämtlichen Zähnen zu lächeln und dabei zwischen dem einen und dem anderen Mund voll Kirchenfensterkuchen nuschelnd zu versichern, wie leid es ihm tue, wenn er auf irgendeine Weise den Eindruck erweckt haben sollte, er könnte ein Killer sein. Genug der Entschuldigungen, entgegnete Poirot. Sie sprachen gerade vom alten Barnabas Pondi. Warum haben Sie ihn so bezeichnet? Naja, als er starb, war er doch auf dem besten Weg hundert zu werden, oder nicht? Sie kannten also Monsieur Pondi? Persönlich nicht, aber ich wusste natürlich von ihm, durch Timothy. Wer ist Timothy? fragte Poirot. Ich sollte anmerken, Monsieur, dass der Brief, den Sie erhalten haben, nicht von mir kam. Ich wusste nichts von einem Barnabas Pondi, bis ich von drei Personen aufgesucht wurde, die alle den gleichen Brief erhalten hatten. Und jetzt eine vierten, Ihnen. Mit Hercule Poirot waren diese Briefe von einem Betrüger unterzeichnet worden, einem Schwindler. Sie stammten nicht von mir. Ich habe niemanden des Mordes an Monsieur Pondi beschuldigt, der, soweit ich unterrichtet bin, eines natürlichen Todes starb. »Herrje!« Hugo Dockerills breites Lächeln erschlaffte leicht, während sich seine Augen mit Verwirrung füllten. »Was für ein Kuddelmuddel! Ein dummer Jungenstreich?« »Wer ist Timothy?« fragte Poirot noch einmal. »Timothy Levington. Er ist der Urenkel des alten Pondi. Ich bin sein Hausvorsteher im Internat. Turville. Pondi war selbst dort Schüler, ebenso Timothys Vater, beides alte Turvillianer, wie auch ich, mit dem einzigen Unterschied, dass ich da nie abgegangen bin.« Dockerill gluckste. »Ich verstehe. Sie sind also mit Timothy Lovingtons Familie bekannt?« »Ja, aber wie ich schon sagte, den alten Pondi habe ich nie kennengelernt.« »Wann sterbt Bernabas Pondi?« »Das genaue Datum kann ich Ihnen nicht sagen. Es war gegen Ende letzten Jahres, glaube ich, im November oder Dezember.« Das stimmte mit Annabelle Treadways Angaben überein. »In ihrer Eigenschaft als Hausvorsteher wurden sie, wie ich vermute, informiert, dass der Urgroßvater eines ihrer Zöglinge verstorben war?« »So ist es.« »Hat uns schon alle ein wenig aufs Gemüt gedrückt, aber immerhin erreichte der alte Knabe ein wahrhaft gesegnetes Alter. So ein Dusel sollten wir alle haben.« Schon war das freudige Lächeln wieder am Platze. »Und glitt unter Wasser. Ertrunken. Scheußlicher Unfall. Es wurde nie auch nur angedeutet, dass es etwas anderes gewesen sein könnte.« Annabelle Treadway hatte erwähnt, ihr Großvater sei eingeschlafen. Poirot hatte das so verstanden, dass er bei Nacht eines natürlichen Todes gestorben war. Von einer Badewanne oder vom Ertrinken hatte sie nichts gesagt. Hatte sie diesen Teil der Geschichte bewusst unterschlagen? »Das ist also, was sie glaubten, bis sie einen mit Hercule Poirot unterschriebenen Brief erhielten? Dass Monsieur Pondy in der Badewanne ertrunken war und es ein Unfall war?« »Das ist, was alle glauben,« sagte Hugo Dockerell. Es gab eine gerichtliche Untersuchung, die auf Tod durch Unfall befand. Ich erinnere mich, wie Jane, meine Frau, Jung Timothy, ihr Mitgefühl aussprach. Da ist dem Untersuchungsrichter wohl ein Schnitzer unterlaufen, wie? »Haben Sie den Brief bei sich?« fragte ihn Poirot. »Nein, tut mir leid. Wie ich schon sagte, ich habe ihn verlegt. Tatsächlich ist er mir sogar zweimal abhandengekommen. Das erste Mal habe ich ihn wiedergefunden. Daher habe ich überhaupt ihre Adresse, aber dann hat er sich noch einmal selbstständig gemacht. Ich habe vor meiner Abfahrt nach London zwar noch nach dem Vermalledeiten Ding gesucht, aber es hat sich nicht blicken lassen. Ich hoffe wirklich, es ist nicht einem unserer Jungs in die schmutzigen Griffe geraten. Es wäre mir ziemlich unangenehm, wenn jemand dächte, dass ich des Mordes beschuldigt werde, besonders wenn Sie, wie sich rausstellt, mir nichts in der Art vorgeworfen haben. Haben Sie und Ihre Frau Kinder? Noch nicht. Wir wünschen uns welche. Ach so, ich spreche als Hausvorsteher, wenn ich unsere Jungs sage. 75 Stück haben wir von den kleinen Rackern. Meine Frau ist eine Heilige, dass sie die erträgt, sage ich immer. Und sie sagt immer, dass sie überhaupt keine Last mit ihnen hat und dass, wenn sie eine Heilige ist, dann, weil sie mich erträgt. Es folgte, wie erwartet, ein Wiem. Vielleicht könnten sie ihre Frau bitten, ihnen beim Suchen zu helfen. Bislang hat mir niemand seinen Brief zeigen können. Es wäre mir eine große Hilfe, wenn ich mir wenigstens einen davon ansehen könnte. Natürlich, daran hätte ich selbst denken können. Jane wird ihn finden, da habe ich gar keinen Zweifel. Sie ist unglaublich. Sie hat ein besonderes Talent dafür, Sachen zu finden, auch wenn sie das bestreitet. Sie sagt zu mir, du würdest die Sachen allesamt selbst finden, Hugo, wenn du nur die Augen aufmachen und das Gehirn einschalten würdest. Sie ist einfach herrlich. Kennen Sie eine Frau namens Annabelle Treadway, Monsieur? Hugos Lächeln ging in die Breite. Annabelle natürlich, sie ist Timothys Tante und vom alten Pendy. Was da nochmal? Lassen Sie mich nachdenken, Timothys Mutter Lenore ist Pendys Enkelin, also ja, Annabelle war seine, sie ist Lenores Schwester, also ist sie ebenfalls Pendys Enkelin. Poirot kam der Verdacht, dass Hugo Dockerell einer der dümmsten Menschen sein musste, denen er jemals begegnet war. Nach Turville kommt Lenore gewöhnlich in Begleitung Annabelles und ihrer Tochter Ivy, Timothys Schwester. Dadurch habe ich Annabelle im Lauf der Jahre ziemlich gut kennengelernt. Zu meinem Bedauern, Monsieur Poirot, gäbe es hierzu noch einiges zu berichten, wie man zu sagen pflegt. Vor ein paar Jahren machte ich Annabelle einen Antrag. Heiraten, Sie verstehen? Völlig verknallt war ich. Ach so, zu der Zeit war ich noch nicht mit meiner Frau verheiratet, erklärte Dockerill. Es freut mich zu hören, Monsieur, dass Sie keinen bigamistischen Antrag machten. Was? Nein, ich war damals Junggeselle. Tatsächlich war es eigenartig. Bis heute kann ich mir keinen Reim darauf machen. Als ich sie fragte, schien Annabelle überglücklich und dann, fast im nächsten Moment, brach sie in Tränen aus und lehnte meinen Antrag ab. Wenn Frauen etwas sind, dann wechselhaft, wie jedermann weiß. Abgesehen von Jane, sie ist ungeheuer zuverlässig, aber trotzdem Nein zu sagen schien Annabelle wahnsinnig zu betrüben. So sehr, dass ich ihr zu bedenken gab, dass ihr Nein durch ein Ja zu ersetzen sie vielleicht viel vergnügter machen würde. Was war ihre Reaction? Ein entschiedenes Nein, leider. Ach, nun ja, die Dinge haben so eine Art, sich zuletzt doch noch immer zum Guten zu kehren, ist das nicht so? Jane ist so prächtig mit unseren Jungs. Als sie meinen Antrag ablehnte, versicherte mir Annabelle, dass sie als Hausmutter vollkommen unbrauchbar wäre. Ich weiß nicht, warum sie das meinte, so fanhart, wie sie in Timothy und Ivy ist. Das ist sie nämlich wirklich. Wie eine zweite Mutter ist sie für sie. Ich habe mich schon mehr als einmal gefragt, ob sie nicht insgeheim Angst hatte, eigene Kinder zu bekommen, weil das ihre mütterliche Bindung zu ihrer Nichte und ihrem Neffen vielleicht geschwächt hätte. Oder vielleicht hat sie auch nur die schiere Masse von Jungs in meinem Haushalt abgeschreckt. Sie sind manchmal schon die reinste Tierherde und Annabelle ist eher ein stilles Geschöpf. Aber andererseits vergöttert sie Timothy wie schon gesagt und der gehört ja nun nicht gerade zu den einfachsten Jungen. Er hat uns im Laufe der Jahre ziemlich viel Ärger gemacht. Was für eine Art Ärger? fragte Poirot. Oh, nichts Ernstes. Aus dem wird bestimmt ein ganz brauchbarer Bursche. Aber wie viele Törvel Jungs kann er ziemlich selbstgefällig sein, auch da, wo etwas Demut angesagt wäre. Führt sich manchmal so auf, als ob die Internatsregeln für ihn keine Gültigkeit hätten, als ob er über ihnen stünde. Jane macht dafür. Hugo Dockere brach ab. Hoppla, lachte er, nur keine Indiskretionen. Nichts, was sie mir sagen, wird meine Lippen je wieder verlassen, versicherte ihm Poirot. Ich wollte nur sagen, dass Timothy, wenn man seine Mutter hört, nie an etwas schuld ist. Als ich mich einmal absolut gezwungen sah, ihn wegen Aufsässigkeit zu bestrafen, Jane bestand darauf, wurde ich meinerseits von Lenore Levington bestraft. Sie sprach fast sechs Monate lang nicht mehr mit mir, nicht ein Wort. Kennen Sie einen Jean McRodden? fragte Poirot. Nein, tut mir leid, sollte ich? Und wie steht es mit Sylvia Regrand? Ja, Sylvia kenne ich. Hugo strahlte, glücklich die Frage positiv beantworten zu können. Poirot war überrascht. Wieder hatte er sich geirrt. Es gab nichts, was ihn so sehr befremdete. Er hatte angenommen, es gäbe zwei Zweiergespanne, wie die zwei gelben und die zwei rosafarbenen Quadrate bei einem Stück Kirchenfenster Kuchen, sinnierte er. Sylvia Reagan und John McCrodden, die Barnabas Pandy nicht kannten und noch nie etwas von ihm gehört hatten, und das andere Paar, das Pandy persönlich oder zumindest indirekt gekannt hatte, Annabelle Treadway und Hugo Dockerell. Irrigerweise hatte Poirot angenommen, diese Paare würden säuberlich voneinander getrennt bleiben, so klar umrissen wie die gelben und die rosa Kuchen Quadrate. Jetzt jedoch geriet die Sache durcheinander. Hugo Dockerell kannte Sylvia Reagan. Woher kennen sie sie? Ihr Sohn Freddy ist Zögling in Turville. Er ist im selben Jahrgang wie Timothy Levington. Wie alt sind diese zwei Jungen? Zwölf, glaube ich. Beide in der zweiten Klasse jedenfalls und beide in meinem Haus. Sehr verschiedene Jungen. Grundgütiger, sie könnten verschiedener nicht sein. Timothy ist ein beliebter, geselliger, junger Bursche, ständig umgeben von einem Pulk von Bewunderern. Der arme Freddy ist ein Eigenbrötler, er scheint überhaupt keine Freunde zu haben, verbringt tatsächlich eine Menge ist unglaublich. Kein Junge wird sich hier einsam fühlen, solange ich was daran ändern kann, sagt sie oft. Und so meint sie das auch. Hatte Sylvia Reagan gelogen, als sie bestritt Pandy zu kennen, fragte sich Poirot. Musste denn jemand unbedingt den Namen des Urgroßvaters eines Schulkameraden seines Sohnes kennen und dazu noch, wenn die Nachnamen verschieden waren? Timothys Zunahme Regan also einen Sohn, der im selben Haus desselben Internats wohnt wie der Urenkel Barnabas Pondis, murmelte Poirot, mehr zu sich selbst als zu Hugo Dockerell. Hei, wirklich? Zu diesem Ergebnis sind wir gerade geland, Monsieur. Vielleicht hatte Hugo Dockerell ja nur mit Verwandtschaftsverhältnissen Probleme und damit Dinge wiederzufinden. Dinge wie wichtige Briefe zum Beispiel. Dockerells Lächeln verblasste, während er darum rang, Poirots Aussage gedanklich zu durchdringen. Einen Sohn, der der Urenkel von Natürlich, ja, hat sie, hat sie wirklich. Dies bedeutete, dachte Poirot, dass die Sache nicht ganz so einfach lag wie zwei rosa und zwei gelbe Quadrate. Es ging hier nicht um Paare. Drei Empfänger des Briefes konnten zweifelsfrei mit Barnabas Pandy in Verbindung gebracht werden, einer nicht, zumindest noch nicht. Zwei Fragen beschäftigten Poirot. War Barnabas Pandy ermordet worden? Und war John McCrodden der ausgeschlossene vierte? Oder stand auch er in irgendeiner Beziehung zum verstorbenen Pandy? Einer Beziehung, die lediglich noch ungeklärt war? Fünftes Kapitel Ein Buchstabe mit Loch Ich verfasse diesen Bericht über das Rätsel der Dreiviertel, wie Poirot diesen Fall später zu nennen, beschloss, auf einer Schreibmaschine mit einem schadhaften E. Ich weiß nicht, ob jemand ihn jemals veröffentlichen wird, aber wenn sie gerade eine gedruckte Fassung lesen, werden sämtliche Es tadellos sein. Es ist aber dennoch von Bedeutung, dass im Originaltyposkript in der Mitte des waagerechten Balkens jedes darin vorkommenden Es eine kleine weiße Lücke klafft oder sollte ich mit Rücksicht auf künftige Leser klaffte sagen, ein außerordentlich kleines Loch in der schwarzen Tinte. Warum ist das wichtig? Diese Frage sofort zu beantworten, würde bedeuten, meiner eigenen Erzählung vorzugreifen. Ich werde es Ihnen erklären. Mein Name ist Edward Ketschpool und ich bin Inspektor bei Scotland Yard. Ich bin auch derjenige, der diese Geschichte erzählt. Und zwar nicht erst ab jetzt, sondern von Anfang an, wobei mir, als es darum ging, jene Teile der Handlung zu ergänzen, an denen ich nicht persönlich beteiligt war, mehrere Personen geholfen haben. Besonders dankbar bin ich Dank ihm habe ich nicht das Gefühl, von den Ereignissen, die ich bislang geschildert habe und die sich durchweg vor meiner Rückkehr aus Great Yarmouth zutrugen, in nennenswerter Weise ausgeschlossen gewesen zu sein. Je weniger Worte ich über meinen sterbenslangweiligen Aufenthalt an der See verliere, desto besser. Das einzig Berichtenswerte ist, dass ich mich aufgrund zweier Telegramme gezwungen Erleichterung können Sie sich wohl vorstellen. Ein Kabel kam von Hercule Poirot, der mir mitteilte, er brauche dringend meine Hilfe, ob ich umgehend zurückkommen könne. Das andere stammte von meinem Chef bei Scotland Yard, Superintendent Nathaniel Bewes, und verlangte daher eine unverzügliche Reaktion. Dieses zweite Telegramm kam also zwar nicht von Poirot, handelte aber von ihm. Offenbar stiftete er Unfrieden und Bewes wollte, dass ich dem ein Ende bereitete. Ich fand es rührend, welch völlig ungerechtfertigt das Vertrauen der Super in meine Fähigkeit setzte, das Verhalten meines belgischen Freundes zu beeinflussen. Und so saß ich, kaum wieder zur Stelle, brav in Bewes Büro, schwieg und nickte nur mitfühlend, während er seinem Ärger Luft machte. Der Kern des Problems schien klar genug zu sein. Poirot war davon überzeugt, sich entsprechend geäußert und behauptet, dies durch Beweise belegen zu können. Das gefiel dem Super ganz und gar nicht, da Stanley Strang sein Freund war und er wollte, dass sich Poirot zum Umdenken bewegte. Anstatt auf die lautstarken und vielfältigen Missfallensäußerungen des Supers groß zu achten, legte ich mir bereits im Geist eine Antwort zurecht. Sollte ich sagen, es hat keinen Sinn, dass ich mit Poirot darüber rede, dadurch würde ich nur aufsässig und defetistisch erscheinen. Und da Poirot mich dringend, vermutlich in eben derselben Angelegenheit, zu sprechen wünschte, beschloss ich, dem Super zu versprechen, dass ich mein Möglichstes tun würde, um ihn zur Vernunft zu bringen. Dann würde ich von Poirot erfahren, warum er glaubte, Stanley Strangs Sohn sei ein Mörder, obwohl er da mit allem anschein nach völlig allein dastand und seine Überlegungen dem Super referieren. Das alles erschien mir nicht weiter problematisch. Ich sah keine Notwendigkeit, auf der Arbeit die Pferde scheu zu machen, indem ich darauf hinwies, dass er ist der Sohn meines Freundes weder einen Unschuldsbeweis noch eine tragfähige Verteidigungsstrategie darstellte. Nathaniel Bewes ist ein sanfter, ausgeglichener und unvereingenommener Mensch, außer wenn irgendetwas ihn gerade besonders durcheinander gebracht hat. In solchen seltenen Momenten ist er unfähig zu erkennen, dass er unter einer schweren seelischen Belastung steht und dass sein emotionaler Zustand seinen Blick verstellt haben könnte. Da sein Urteil zumeist nüchtern und verlässlich ist, geht er davon aus, das sei immer der Fall und tendiert daher dazu, in Stresssituationen die absurdesten Dinge zu behaupten, Dinge, die er sonst bei klarem Verstand als erster für schwachsinnig befinden würde. Ist er nach einer solchen Episode erst wieder im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, erwähnt er die Zeitspanne, während der er eine ganze Reihe von lächerlichen Behauptungen und Anweisungen von sich gegeben hat mit keinem Wort jemals wieder. Und soweit mir bekannt, spielt auch sonst niemand je wieder darauf an. Ich jedenfalls hüte mich, das zu tun. Auch wenn es absurd klingt, glaube ich nicht, dass der übernimmt. Ich nickte verständnisinnig, während der Ersatzmann in seinem kleinen Büro auf- und abmarschierend schimpfte und zeterte und dabei seine Brille hochschob, die ihm mit befremdlicher Ausdauer immer wieder die Nase hinunterrutschte. Stannys Sohn ein Mörder? Hanebüchen! Er ist der Sohn Stanley McCroddens! Wenn Sie der Sohn eines solchen Mannes wären, Catchpool, würden Sie sich etwa die Zeit mit Mord vertreiben? Selbstredend würden Sie das nicht, das täte nur ein klar. Abgesehen davon war der Tod Barnabas Pandys ein Unfall. Ich habe mir den amtlichen Totenschein angesehen und da steht es klipp und klar und schwarz auf weiß. Unfall! Der Mann ist in seiner Badewanne ertrunken. 94 war er. Ich meine, ich bitte Sie, 94, wie viel länger hätte er nach menschlichem Ermessen noch zu leben gehabt? Würden Sie Ihren Hals riskieren, um einen 94-Jährigen zu ermorden, Catchpool. Das spottet doch jeder Vernunft. Keiner täte das. Warum sollte er auch? Also, es wäre kein Grund denkbar, schloss Bewes. So, ich weiß zwar nicht, was Ihr belgischer Kumpel sich dabei eigentlich gedacht hat, aber Sie täten gut daran, ihm unmissverständlich klarzumachen, dass er umgehend Stanley McCrodden schreiben und sich auf das Wort Reichste entschuldigen muss. Bewes hatte offenkundig vergessen, denkbar, warum jemand einen Greis in den Neunzigern ermorden wollen könnte, wenn der Greis gedroht hatte, gleich am nächsten Tag ein schimpfliches Geheimnis des künftigen Mörders in alle Welt auszuposaunen beispielsweise? Und Bewes, der wirkliche Bewes, nicht sein gestörter Doppelgänger, wusste ebenso gut wie ich, dass manche Morde anfangs für Unfälle gehalten wurden. Als der Sohn eines Mannes des Psyche durchaus so weit aus dem Gleichgewicht bringen, dass er zum Mörder wurde. Ich wusste, dass es in dem Moment keinen Sinn gehabt hätte, das alles dem Super auseinander zu setzen, auch wenn er in einer anderen geistigen Verfassung diese Argumente selbst vorgebracht hätte. Ich beschloss nur, einen bescheidenen Einwand zu riskieren. Sagten sie nicht, Poirot habe diesen Anklagebrief Stanley Strangs Sohn nicht Stanley Strang selbst zugeschickt? Na und? giftete mich Buse an. Ändert das irgendetwas an der Sache? Wie alt ist denn John McCridden? Wie alt? Wovon zum Teufel reden sie da? Spielt sein Alter irgendeine Rolle? Ist er ein Mann oder ein Junge? fuhr ich geduldig fort. Sind sie von allen guten Geistern verlassen, Catchpool? John McCridden ist ein erwachsener Mann. Coirou auffordern würde, sich statt bei seinem Vater bei John McCridden zu entschuldigen? Falls er sich tatsächlich irrt und John McCridden unschuldig ist. Ich meine, wenn John nicht Minoren ist, in einer Mine hat er durchaus schon gearbeitet, sagte Buse. Irgendwo oben im Nordosten. Ah, sagte ich, aus Erfahrung wissend, dass die Fähigkeit meines Chefs Fremdwörter auseinander zu halten, umso rascher zurückkehren würde, je weniger ich jetzt sagte. Doch das, Catchpool, tut gar nichts zur Sache. Der arme Stanny ist derjenige, um den wir uns Sorgen machen müssen. John macht ihn für den ganzen Schlamassel verantwortlich. Poirot muss Stanny augenblicklich schreiben und so viel Asche auf sein Haupt streuen, wie er überhaupt auftreiben kann. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, eine empörende Sir. Gut. Können Sie mir Näheres zu dem Fall sagen, Sir? Stanny Strang hat nicht zufällig erwähnt, warum Poirot auf die Idee verfallen ist, Woher zum Teufel sollte ich das wissen, Catchpool? Der Mann muss schlagartig senil geworden sein. Das ist die einzige Erklärung, die ich mir denken kann. Sie können den Brief selbst lesen, wenn Sie wollen. Haben Sie ihn denn? John hat ihnen Fetzen gerissen und selbige mit ein paar schmähenden Zeilen an Stanny geschickt. Stanny hat die Fetzen wieder zusammengesetzt und den wiederhergestellten Brief dann an mich weitergeleitet. Ich weiß nicht, warum John glaubt, Stanny stecke hinter der Sache. Stanny kämpft mit offenem Visier, hat er schon immer. Sein Sohn sollte das eigentlich am besten wissen. Wenn Stanny John etwas zu sagen hätte, dann würde er es ihm offen ins Gesicht sagen. Wenn ich darf, würde ich den Brief gern sehen, Sir. Buse ging an seinen Schreibtisch, zog eine Schublade auf und fischte den Stein des Anstoßes mit einer angewiderten Grimasse heraus. Erreichte ihn mir. Das ist der pure Nonsens, sagte er für den Fall, dass ich mir seiner diesbezüglichen Ansicht nicht sicher wäre. nachgesagt, ich hielt mich noch gerade rechtzeitig zurück. Ich las den Brief. Er war kurz. Ein einziger Absatz. Trotzdem, für das, was er mitteilen sollte, hätte die Hälfte voll auf genügt. Auf eine verworrene und ungeschickte Weise beschuldigte er John McCrodden des Mordes an Barnabas Pandy und behauptete, es gebe dafür Beweise. Wenn McCrodden sich nicht umgehend dieses Mordes für schuldig bekannte, würde das Beweismaterial der Polizei übergeben werden. Mein Blick blieb an der Unterschrift am Ende des Briefs hängen. In einem schrägen Duktus ausgeführt stand da der Name Hercule Poirot. Es wäre hilfreich gewesen, wenn ich mich an die Unterschrift meines Freundes erinnert hätte. Doch es gelang mir nicht, obwohl ich sie schon ein-, zweimal gesehen hatte. Vielleicht hatte der Verfasser des Briefs Poirots Handschrift sorgfältig kopiert. Was er allerdings nicht entfernt geschafft hatte, war, so zu klingen wie der Mann, der er zu sein vorgab, oder zumindest einen Brief zu schreiben, wie er ihn geschrieben haben könnte. Und wenn Poirot der Überzeugung gewesen wäre, dass John McCrodden diesen Barnabas Pandy ermordet und es dabei so eingerichtet hatte, dass sein Tod wie ein Unfall aussah, dann hätte er McCrodden in Begleitung der Polizei einen Besuch abgestattet. Er Rodden die Chance gegeben zu fliehen oder sich das Leben zu nehmen, bevor Hercule Poirot ihm ins Auge blicken und die Verkettung von Fehlern erläutern konnte, die zu seiner Entlarvung geführt hatten. Und der widerwärtige anzügliche Ton. Nein, es war unmöglich. Ich hatte nicht den leisesten Zweifel. Ich hatte keine Zeit mir zu überlegen, welche Wirkung meine Mitteilung auf den Super haben würde, aber ich wusste, dass ich es ihm sofort sagen musste. Sir, die Situation scheint etwas anders gelagert zu sein als ich oder als Sie. Das heißt, ich weiß nicht, ob eine Entschuldigung von Seiten Poirots. Ich geriet ins Stammeln. Was versuchen Sie zu sagen, Catchpool? Der Brief ist eine Fälschung, Sir, sagte ich. Ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat, aber so viel kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen. Hercule Poirot war es jedenfalls nicht. Sechstes Kapitel Stanley Strang Die Befehle des Supers waren klar. Ich sollte unverzüglich Poirot ausfindig machen und ihn auffordern, mich zur Kanzlei von Stanley Strangs Anwaltsfirma Donaldson und McCrodden zu begleiten. Dort angelangt sollten wir erklären, dass der John McCrodden zugesandte Brief nicht von Poirot geschrieben worden war und uns in aller Ausführlichkeit für die Ungelegenheiten entschuldigen, die keiner von uns beiden verursacht hatte. Nachdem ich schon zu viele Tage in Great Yarmouth vergeudet hatte, war einiges liegen geblieben, das ich dringend aufarbeiten musste und so war es mir lästig, diese Aufgabe aufgehalst zu bekommen. Hätte es nicht genügt, wenn Buse denn die Strang angerufen hätte? Schließlich waren sie doch dicke Freunde. Aber nein, der Super hatte darauf beharrt, McCrodden Senior sah ein mehr denn durchschnittlich vorsichtiger Mann, der von Poirot die Versicherung brauchen würde, dass er den Brief des Anstoßes nicht geschrieben hatte. Mich wollte Buse bei der Prozedur dabei haben, damit ich ihm anschließend berichten könnte, dass die Angelegenheit auf zufriedenstellende Weise erledigt worden war. Das Ganze müsste in ein, zwei Stunden über die Bühne zu bringen sein, dachte ich bei mir, als ich mich auf den Weg zu den White Haven Mentions machte. Leider war Poirot nicht zu Hause. Sein Kammerdiener erklärte mir, er befinde sich höchst wahrscheinlich en route zu Scotland Yard. Er hatte es offensichtlich genauso eilig, mich zu sprechen, wie ich ihn. Ich kehrte zu Scotland Yard zurück und erfuhr, dass Poirot da gewesen war, nach mir gefragt und sogar ein Weilchen gewartet hatte, jetzt allerdings wieder fort war. Von Superintendent Bewes war ebenfalls nichts zu sehen und so konnte ich ihn auch nicht fragen, wie ich weiter vorgehen sollte. Ich probierte es in Pleasant's Coffee House, aber auch dort war Poirot nicht. Am Ende beschloss möglich zu erfahren, dass sein Sohn nicht von Hercule Poirot des Mordes bezichtigt worden war. Das Wort eines Scotland Yard Inspektors sollte sogar für Stanley Strang gut genug sein. Die Kanzlei Donaldson in McCrodden befand sich in den zwei obersten Etagen eines hohen Gebäudes mit stuckverzierter Fassade auf der Henrietta Street, gleich neben dem Covent Garden Hotel. Begrüßt wurde ich Sie trug eine weiße Bluse und einen gewürfelten Rock, der an eine Picknick Decke erinnerte. Nachdem sie sich als Miss Mason vorgestellt hatte, stellte sie mir eine Reihe von Fragen, die mich daran hinderten, mein Anliegen so schlicht und einfach vorzubringen, wie wenn sie mich einfach gefragt hätte, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Stattdessen vergeudete sie eine schier unvorstellbare Menschen, Sir? Und wenn ich wissen dürfte, ob sie einen Termin haben, Sir, und wäre es ihnen möglich, den Zweck ihres Besuches anzugeben? Ihre Befragungsmethode gewährleistete, dass ich immer nur zwei Worte auf einmal anbringen konnte, und während der ganzen Prozedur starrte sie mit unverholener Lüsternheit auf das Kuvert in meiner Hand, das den von irgendjemandem an John McCrodden Gesandten ihn Seiten mit ledergebundenen juristischen Wälzern ausgekleideten Korridor entlang führte, war ich eher versucht, in die entgegengesetzte Richtung zu fliehen, als ihr wohin auch immer zu folgen. Mir fiel auf, was jedem ins Auge gesprungen wäre, dass sie nicht so sehr ging, als vielmehr auf zwei der winzigsten Füße, die ich jemals gesehen habe, voran hüpfte. Wir erreichten eine schwarzlackierte Tür, auf der in Weiß der Name Stanley McCrodden stand. Miss Mason klopfte an und eine Stimme sagte herein. Wir traten ein und wurden von einem Mann mit lockigem grauem Haar, einer riesigen Stirn, die einen unverhältnismäßig großen Anteil an seiner Gesamtgesichtsfläche auszumachen schien, und kleinen, stechenden schwarzen Augen begrüßt, die den landläufigen Mindestabstand zwischen Augen und Kinn deutlich unterschritten. Da McCrodden sich bereit erklärt hatte, mich zu empfangen, rechnete ich eigentlich damit, unser Gespräch unverzüglich beginnen zu können, aber ich hatte Miss Masons Fähigkeit zur Hemmung jeglichen Fortschritts nicht berücksichtigt. Es entspann sich ein frustrierender Versuch, McCrodden dazu zu überreden, ihr zu erlauben, meinen Namen in seinen Terminkalender einzutragen. Und was hätte das für einen Nutzen? fragte McCrodden mit offensichtlicher Ungeduld. Er hatte eine dünne, näselnde Stimme, die an ein Holzblas Instrument erinnerte. Inspektor Catchpool ist bereits hier. Aber Sir, die Regel besagt, dass niemand ohne einen Termin zu Ihnen vorgelassen wird. Inspektor Catchpool ist bereits vorgelassen worden, Miss Mason. Da steht er. Sie haben ihn zu mir vorgelassen. Sir, wenn Sie eine Besprechung mit Inspektor Catchpool haben, sollte ich da nicht einen Termin für nun jetzt vereinbaren und entsprechend ein Nein, fiel ihr Stanley McCrodden ins Wort. Danke, Miss Mason, das wäre alles. Bitte nehmen Sie Platz, Inspektor. Er unterbrach sich, blinzelte wiederholt und sagte schließlich, was ist, Miss Mason? Ich wollte nur fragen, Sir, ob Inspektor Catchpool vielleicht Tee zu sich nehmen möchte, oder Kaffee natürlich ob Sie vielleicht etwas für mich nichts, sagte McCrodden. Inspektor? Ich brachte auf Anhieb keine Antwort zustande. Eine Tasse Tee war genau das, was ich jetzt brauchte, aber sie hätte zwingend Miss Masons Rückkehr zur Folge gehabt. Denken Sie doch einfach in aller Ruhe nach, Inspektor Catchpool. Ich sehe in ein paar Minuten hier wieder herein und ich bin mir sicher, der Inspektor kann sich ohne Bedenkzeit entscheiden, sagte McCrodden unwirsch. Für mich nichts, danke, sagte ich mit einem Lächeln. Endlich ließ Miss Mason Gnade walten und zog sich zurück. Ich war fest entschlossen, keine weitere Zeit zu vergeuden, also zog ich den Brief aus dem Kuvert, legte ihn auf McCroddens Schreibtisch und teilte dem Anwalt mit, es könne keine Rede davon sein, dass des Schreibens ließen keinen Raum für Zweifel. Wenn also Poirot den Brief nicht geschrieben hat, wer war's dann? fragte McCrodden. Das weiß ich leider nicht. Weiß es Poirot? Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Und warum hat der Absender behauptet, er kühl Poirot zu sein? Das weiß ich nicht. Dann ist ihr ganzes Verhalten, wenn ich so sagen darf, Fehler behaftet. Ich verstehe nicht ganz, was sie meinen, gestand ich. Sie sagten, sie seien hier, um etwas aufzuklären, und ihr Gebaren erweckt den Eindruck, dass sie es für nunmehr aufgeklärt erachten. Hercule Poirot hat meinen Sohn nicht des Mordes beschuldigt, also habe ich keinen Grund zur Besorgnis. Ist das ihre Meinung? Also ich suchte verzweifelt nach der richtigen Antwort. Ich kann nachvollziehen, dass es ärgerlich ist, derlei erleben zu müssen, aber wenn die Anschuldigung nur ein dummer Streich war, würde ich mir an ihrer Stelle keine unnötigen Gedanken machen. Das sehe ich anders. Jetzt bin ich ganz im Gegenteil noch besorgter. McCrudden stand auf und begab sich ans Fenster. Er sah kurz auf die Straße hinunter, bewegte sich dann zwei Schritte nach rechts und starrte die Wand an. Solange ich annahm, der Absender sei Poirot, konnte ich mir berechtigte Hoffnungen auf eine zufriedenstellende Auflösung machen. Wie ich annahm, würde er früher oder später seinen Fehler einräumen. Ich habe zwar davon gehört, dass er ein stolzer Mann ist, aber auch ehrenwert und dies vor allem für Vernunftgründe zugänglich. Wie ich gehört habe, betrachtet das zu? Er ist auf jeden Fall davon überzeugt, dass die Kenntnis des menschlichen Charakters eine wesentliche Voraussetzung für die Aufklärung von Verbrechen ist, sagte ich. Ohne das Motiv zu kennen, kann man nichts aufklären und ohne Verständnis des Charakters bleibt das Motiv im Dunkeln. Ich habe ihn auch sagen hören, kein Mensch könne auf eine Weise handeln, die seiner wahren Natur zuwiderläuft. Dann hätte ich ihn davon überzeugen können, dass John nie einen Mord verüben könnte. Eine solche Tat widerspreche seinen Grundsätzen. Die bloße Vorstellung ist lachhaft. Nun jedoch erfahre ich, dass Hercule Poirot nicht derjenige ist, den ich überzeugen muss, da er den Brief nicht geschrieben hat. Mehr noch, ich kann den unausweichlichen Schluss ziehen, dass der wahre Verfasser des Schreibens ein Lügner und ein Betrüger ist. Ein solcher Mensch macht in seinem Bestreben, meinen Sohn zu vernichten, möglicherweise vor Nichts Halt. McCrodden kehrte schnell zu seinem Stuhl zurück, als ob die Wand, die er die ganze Zeit angestarrt hatte, ihn wortlos dazu aufgefordert hätte. Ich muss wissen, wer den Brief geschrieben und abgeschickt hat, sagte er, es ist unbedingt unerlässlich, wenn ich Johns Sicherheit gewährleisten will. Ich würde mich gern der Dienste Hercule Poirot versichern. Glauben Sie, er wäre bereit, in meinem Auftrag zu ermitteln? Gut möglich, aber es ist doch gar nicht erwiesen, dass der Briefschreiber tatsächlich glaubt, was er zu glauben behauptet. Was, wenn das Ganze nicht mehr ist, als ein unvorstellbar dummer und geschmackloser Scherz? Gut möglich, dass die Sache damit erledigt ist. Wenn Ihr Sohn keine weiteren Mitteilungen erhält, Sie sind in höchstem Grade naiv, wenn Sie das wirklich glauben, sagte McCrodden. Er hob den Brief auf und warf ihn mir zu. Er landete zu meinen Füßen auf dem Boden. Wenn jemand einem so etwas zuschickt, dann will er einem schaden. Ihn zu ignorieren bedeutet, ein unkalkulierbares Risiko einzugehen. Laut meinem Superintendent starb Barnabas Pandy infolge eines häuslichen Unfalls, sagte ich. Er ertrank in der Badewanne. So heißt es, ja, offiziell besteht kein Verdacht auf Fremdeinwirkung. Sie klingen so, als wären Sie der anderer Meinung. Sobald die Möglichkeit ausgesprochen worden ist, hat man die Pflicht, sie zu überprüfen, sagte McCrodden. Aber am wahrscheinlichsten ist, dass Pandy nicht ermordet wurde. Und Sie sagen, Ihr Sohn könnte nie einen Mord begehen. Folglich, ich verstehe. Sie verdächtigen mich der vorsätzlichen väterlichen Blindheit. Nein, das ist es nicht. Niemand kennt John besser als ich. Er hat viele Fehler. Aber töten würde er nicht. Er hatte mich missverstanden. Ich hatte nur gemeint, dass, da niemand im Zusammenhang mit Pandy's Tod nach einem Mörder suchte und da er wusste, dass sein Sohn unschuldig war, McCrodden wirklich nichts zu befürchten hatte. Sie haben vermutlich gehört, dass ich ein überzeugter Befürworter der Todesstrafe bin. Stanley Strang nennt man mich. Ich halte nichts von dem Namen und niemand würde es wagen, ihn in meiner Anwesenheit auszusprechen, wenn man mich stattdessen Stanley für eine gerechte und zivilisierte Gesellschaft in der Zunge. Ich bin sicher, sie werden mir darin beipflichten, dass jeder von uns für seine Taten einstehen muss. Von Platons Ring des Güges brauche ich ihnen gewiss nichts zu erzählen. Ich habe die Geschichte mit John viele Male erörtert. Ich tat alles, was ich konnte, um ihm die richtigen Wertvorstellungen zu vermitteln, bin aber gescheitert. Er ist so leidenschaftlich gegen jede Zerstörung menschlichen Lebens, dass er die Todesstrafe selbst für die entmenschtesten Monster ablehnt. Er argumentiert, ich sei ebenso sehr ein Mörder wie der gewissenlose Schurke, der um einiger weniger Schillingswillen in einer dunklen Gasse eine Kehle durchschneidet. Mord bleibt Mord, sagt er. Sie begreifen also, dass er sich niemals gestatten würde, einen Menschen zu töten. Das würde ihn in seinen eigenen Augen lächerlich machen und das wäre ihm unerträglich. Ich nickte, obwohl ich nicht überzeugt war. Meine Erfahrungen als Polizeiinspektor haben mich gelehrt, dass viele Menschen eine sehr strapazierfähige Eigenliebe besitzen, die selbst die abscheulichsten Verbrechen unbeschadet übersteht. Alles, was sie interessiert ist, wie sie in den Augen der anderen wirken und ob sie ungestraft davonkommen können. Und wie sie selbst sagen, scheint außer unserem ruchlosen Briefschreiber niemand der Meinung zu sein, Pandy's Tod könnte eine strafbare Ursache gehabt haben, fuhr McRodden fort. Er war ein äußerst wohlhabender Mann, Eigentümer des herrengutes Comingham Hall und ehemaliger Eigentümer mehrerer Schiefer Bergwerke in Wales. Damit hat er sein Vermögen gemacht. Bergwerke? Ich erinnerte mich an mein Gespräch mit dem Super und das Missverständnis um das Wort Minouren. Arbeitete Ihr Sohn nicht früher einmal in einer Mine? Ja, im Norden in der Nähe von Gisborough. Also nicht in Wales. In Wales nie. Die Idee können Sie vergessen. Ich bemühte mich nach Kräften so auszusehen, als hätte ich sie vergessen. Pandy war 94, als er in der Badewanne ertrank, sagte McRodden. Er war seit 65 Jahren Witwer gewesen. Er und seine Frau hatten ein einziges Kind, eine Tochter, die heiratete und ihrerseits zwei Töchter bekam, bevor sie und ihr Ehemann bei einem Hausbrand ums Leben kamen. Pandy nahm seine zwei verwaisten Enkelinnen Lenore und Annabelle bei sich auf und sie leben seither auf Comingham Hall. Die jüngere Schwester Annabelle hat nie geheiratet. Die ältere Lenore heiratete einen Mann namens Cecil Levington. Sie bekamen zwei Kinder, Ivy und Timothy, in dieser Reihenfolge. Cecil starb vor vier Jahren an einer Infektion. Das ist alles, was ich herausfinden konnte und nichts davon ist vom geringsten Interesse oder liefert einen Ansatzpunkt für weitergehende Ermittlungen. Ich hoffe, Poirot hat da mehr Erfolg. Vielleicht gibt es ja nichts herauszufinden, sagte ich. Das könnte auch eine ganz normale Familie sein, in der kein Mord stattgefunden hat. Es gibt reichlich herauszufinden, korrigierte mich McCrodden. Wer hat den Brief geschrieben und warum hat er oder sie sich auf meinen Sohn eingeschossen? Solange wir das nicht wissen, bleiben diejenigen unter uns, die beschuldigt wurden, grundsätzlich unter Verdacht. Sie wurden doch gar nicht beschuldigt, sagte ich. Das würden Sie nicht behaupten, wenn Sie Johns Begleitschreiben gelesen hätten, mit dem der Brief kam? Er zeigte auf die Stelle zu meinen Füßen, wo der Brief nach wie vor lag. Er beschuldigt mich, Poirot dazu angestiftet zu haben, damit er, John, keine andere Wahl hätte, als sich der Juristerei zuzuwenden, um sich selbst verteidigen zu können. Was bringt ihn auf die Idee, dass sie das getan haben könnten? John ist davon überzeugt, ich würde ihn hassen. Nichts könnte weniger wahr sein. Ich habe mich in der Vergangenheit kritisch über seine Lebensgestaltung geäußert, aber nur, weil ich möchte, dass er es zu etwas bringt. Er scheint eher das Gegenteil anzustreben. Er hat jede einzelne Chance vertan, die ich ihm geboten habe. Einer der Gründe, warum er Barnabas Pandy nicht getötet haben kann, ist die Tatsache, dass er die dazu nötige Aggressivität überhaupt nicht erübrigen könnte. Sein ganzer Hass gilt völlig zu Unrecht mir. Ich produzierte ein höfliches Geräusch, das, wie ich hoffte, Mitgefühl ausdrückte. Je eher ich mich mit Hercule Poirot besprechen kann, desto besser, sagte McCrodden. Ich hoffe, ihm wird es gelingen, dieser widerwärtigen Angelegenheit auf den Grund zu gehen. Die Hoffnung, meinen Sohn von seiner schlechten Meinung über mich abzubringen, habe ich zwar seit langem aufgegeben, aber ich würde doch gern, wenn es möglich ist, beweisen, dass ich mit diesem Brief nichts zu tun habe. Siebtes Kapitel Ein alter Feind Während ich mich in der Kanzlei von Donaldson und McCrodden auf der Henrietta Street aufhielt, war auch Poirot bei einer Anwaltsfirma, Fuller, Fuller und Wout auf der nur einen kurzen Fußweg entfernten Drury Lane. Unnötig zu sagen, dass ich das zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Nachdem es ihm nicht gelingen wollte, mich aufzuspüren, hatte mein belgischer Freund seiner Aufmerksamkeit Barnabas Pandy zugewandt und fast als erstes hatte er über ihn herausgefunden, dass Pandy in allen juristischen Angelegenheiten von Peter Wout vertreten worden war, dem Seniorpartner der Firma. Anders als Tina George hatte das für ihn erledigt. Er erschien pünktlich und das Mädchen, das ihn in Wout's Büro führte, war weit weniger aufdringlich als McCrodden's Miss Mason. Als er das Zimmer sah, in dem der Rechtsanwalt arbeitete, versuchte er, sein Entsetzen zu verbergen. Willkommen, willkommen, sagte Wout, während er aufstand, um seinem Besucher die Hand zu geben. Er hatte ein gewinnendes Lächeln und schneeweißes Haar, das ihm in planlosen Zacken und Locken vom Kopf abstand. Sie müssen Hercule Poirot sein, ist das korrekt? C'est parfait, sagte Poirot beifällig. Ein Engländer, der sowohl seinen Vor- als auch seinen Zunahmen korrekt auszusprechen vermochte, hatte in der Tat Seltenheitswert. War es indes vertretbar, einem Menschen Bewunderung zu zollen, der es fertig brachte, in einer solchen Umgebung zu arbeiten? Der Raum bot einen sehr ungewöhnlichen Anblick. Er war groß, rund 20 auf 15 Fuß und hatte eine hohe Decke. Ganz an die rechte Wand gerückt standen Wauts wuchtiger Mahagoni-Schreibtisch und nicht mindermassiger grüner Ledersessel. Vor dem Schreibtisch standen zwei braunlederne Polsterstühle mit gerader Lehne. Im rechten Drittel des Zimmers befanden sich außerdem ein Bücherschrank, eine Lampe und ein Kamin. Auf der Einfassung des Rauchfangs stand eine Einladung zu einem Dinner der Law Society. Die restlichen zwei Drittel des Raumes wurden von ramponierten Pappkartons eingenommen, die, aufeinander gestapelt, ein ebenso gigantisches wie unförmiges Bauwerk von schier atemberaubender Absonderlichkeit bildeten. Es wäre unmöglich gewesen, sich zwischen die Kartons zu zwängen oder um sie herum zu gehen. Tatsächlich verringerte ihre Anwesenheit die verfügbare Fläche des Zimmers in einem solchen Ausmaß, dass jeder gesund empfindende Mensch davon Beklemmungen bekommen hätte. Viele Kartons waren offen und quollen von allerlei Kram über, vergilbten Papieren, zerbrochenen Bilderrahmen, lehmbeschmutzten alten Kleidungsstücken. Hinter diesem Karakorum von Kartons war ein Fenster, an dem Streifen eines gelblichen Stoffs herabhingen, die sich keine Hoffnung machen konnten, die Glasscheiben hinter sich zu verdecken. C'est le Couchmar, murmelte Poirot. Ich sehe, Sie haben die Gardinen bemerkt. Waut klang leicht verlegen. Es würde den Raum gleich wohnlicher machen, wenn man sie auswechselte. Sie sind furchtbar alt. Ich würde ja einem der Büromädchen auftragen, sie abzuhängen, aber wie sie sehen können, kommt man da einfach nicht ran. Wegen der Kartons? Tja, meine Mutter starb vor drei Jahren. Es gibt viel auszusortieren und ich muss gestehen, dass ich noch nicht richtig damit angefangen habe. Wohl gemerkt, nicht alle Kartons enthalten Mamas Sachen. Viel davon ist mein eigener Krimskrams. Er klang so, als wäre er mit der Situation voll auf zu Frieden. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz, Monsieur Poirot. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Poirot ließ sich auf einem der verfügbaren Polsterstühle nieder. Es stört Sie nicht, hier drinnen zu arbeiten mit dem ganzen Krimskrams? Es ließ Sie nicht los. Ich merke, er fasziniert Sie, Monsieur Poirot. Ich vermute, Sie gehören zu den Leuten, bei denen immer alles tipptopp in Schuss sein muss. Habe ich recht? Ganz gewiss gehöre ich zu Ihnen, Monsieur. Ich bin ein unersättlicher Liebhaber der Tipptoppität. Ich brauche Ordnung um mich, wenn ich klar und produktiv denken soll. Geht es Ihnen nicht auch so? Ich lass mich doch nicht von ein paar alten Pappschachteln aus dem Konzept bringen. Waut gluckste. Ich kann Sie tagelang übersehen. Irgendwann werde ich Sie mir vornehmen. Bis dahin warum sollte ich mich von ihnen stören lassen? Mit einem leichten Zucken der Augenbrauen wandte sich Poirot dem Gegenstand zu, der ihn an diesen Ort geführt hatte. Waut äußerte Bedauern über den Tod seines guten alten Freundes Barnabas Pandy und belieferte Poirot mit genau denselben Fakten, die Stanley McCrodden vielleicht genau im selben Augenblick vor mir ausbreitete. Walisische Schieferbergwerke, Landgut Cummingham Hall, zwei Enkelinnen Lenore und Annabelle, zwei Urenkel Ivy und Timothy. Darüber hinaus steuerte Waut allerdings ein Detail über Barnabas Pandy bei, dass in Stanley Strangs Mitteilung fehlte. Er erwähnte den treuen, altgedienten Kingsbury. Er so etwas wie ein jüngerer Bruder von Barnabas war Kingsbury. Er fühlte sich mehr wie ein Familienmitglied als wie ein Bediensteter, obwohl er, was die Erfüllung seiner Pflichten anging, immer äußerst gewissenhaft war. Natürlich traf Barnabas Vorsorge für seine Zukunft, ein Legat. Ah ja, das Testament, sagte Poirot. Ich würde gern Näheres darüber erfahren. Nun, ich wüsste nicht, dem es schaden sollte, wenn ich es ihnen verrate. Barnabas hätte nichts dagegen gehabt und seine letztwillige Verfügung war auch ganz simpel. Eigentlich genau so, wie man erwartet hätte, aber dürfte ich fragen, warum es sie interessiert? Mir ist indirekt zu Ohren gekommen, dass Monsieur Pondy ermordet wurde. Ach so, ich verstehe, Waut lachte und verdrehte die Augen. Ermordet, hm? Nein, keine Rede davon. Barnabas ertrank, schlief in der Badewanne ein, rutschte mit dem Kopf unter Wasser und bedauerlicherweise er ließ den offensichtlichen Ausgang unausgesprochen. Das ist die offizielle Version. Allerdings erwägt man jetzt auch die Möglichkeit, dass der Tod zwar wie ein Unfall aussehen sollte, tatsächlich aber absichtlich herbeigeführt wurde. Waut schüttelte die ganze Zeit vehement den Kopf. Purer Quatsch, meine Güte, da hat einer die gerüchtige Küche aber mächtig eingeheizt, wie? Beziehungsweise ein Neh, es sind ja in aller Regel die Damen, die dem Klatsch obliegen. Wir Kerle sind viel zu vernünftig, um unsere Zeit mit Ärgermachen zu vergeuden. Sie sind sich also sicher, dass Monsieur Pondys Tod ein Unfall war? Könnt ihr mir gar nicht sicherer sein? Wie können Sie das mit so viel Überzeugung behaupten? Waren Sie im Badezimmer zugegen, als er starb? Waut sah ihn entrüstet an. Natürlich war ich nicht bei ihm im Badezimmer. Ich war überhaupt nicht da. Siebter Dezember, nicht? Rein zufällig waren meine Frau und ich da auf der Hochzeit meines Neffen in Coventry. Poirot lächelte höflich. Ich wollte lediglich zu Bedenken geben, dass, wenn sie weder im Badezimmer waren, als er starb, noch auch nur in Cummingham All, sie dann kaum in der Lage sind, mit Bestimmtheit zu beaubten, dass Monsieur Pondys Tod auf einen Unfall zurückzuführen war. Wenn jemand ins Badezimmer geschlichen wäre und ihn unter Wasser gedrückt hätte, wie könnten sie wissen, dass das passiert ist oder nicht passiert ist, wenn sie auf einer Hochzeit in Coventry waren? Es ist nur so, dass ich die Familie kenne, sagte Waut und runzelte besorgt die Stirn. Ich bin ihnen allen ein guter Freund, ebenso wie sie mir durchweg gute Freunde sind. Ich weiß, wer sich gerade im Herrenhaus auffielt, als es zur Tragödie kam. Eleanor, Annabelle, Ivy und Kingsbury und ich kann ihnen versichern, dass keiner von ihnen Barnabas auch nur ein Haar gekrümmt hätte. Es ist völlig undenkbar. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sehr sie alle um ihn trauerten, Monsieur Poirot. Lautlos artikulierte Poirot die Worte C'est ça. Sein Verdacht hatte sich bestätigt. Waut war einer dieser Menschen, die an Dinge wie Mord und das Böse und überhaupt jegliche Unannehmlichkeit nur dann glaubten, wenn sie sie nicht direkt betrafen. Lese er in der Zeitung, dass ein Irrer eine fünfköpfige Familie in kleine Stücke gehackt hat, so würde er keinen Augenblick lang daran zweifeln. Aber würde man ihm gegenüber andeuten, dass ein Mann, den er als seinen Freund betrachtete, ermordet worden sein könnte, ließ er sich nie davon überzeugen, dass dies auch nur im Bereich des Möglichen lag. Bitte erzählen Sie mir von Monsieur Pondys Testament, sagte Poirot. Wie gesagt, Kingsbury bekam ein nettes Sümmchen, genug, um einen behaglichen Lebensabend verbringen zu können. Haus und Ländereien werden für Ivy und Timothy bis zu deren Erreichen der Volljährigkeit treuhänderisch verwaltet, mit dem Zusatz, dass Lenore und Annabelle dort Wohnrecht auf Lebenszeit genießen. Das ganze Geld und die übrigen Vermögenswerte, wovon es etliche gibt, gehen an Lenore und Annabelle. Jetzt sind sie beide, jede für sich äußerst wohlhabende Frauen. Also könnte eine Erbschaft ein Motiv geliefert haben, sagte Poirot. Waut seufzte ungeduldig. Monsieur Poirot, bitte, hören Sie doch, was ich Ihnen klarzumachen versuche. Es ist schlechterdings unvorstellbar. Ja, ja, ich höre. Die meisten Leute würden sich sagen, dass ein 94-Jähriger ohnehin in absehbarer Zeit sterben wird, aber wenn jemand sofort Geld bräuchte, wenn noch ein Jahr zu warten die schlimmsten Konsequenzen für ihn hätte. Ich sag Ihnen doch, Mann, Sie sind völlig auf dem Holzweg. Wauts Augen und Stimme verrieten heftige Besorgnis. Es ist eine reizende Familie. Sie sind ihr ein guter Freund, Monsieur, gab Poirot sanft zu bedenken. Genau, bin ich. Glauben Sie, ich würde einer Familie die Freundschaft halten, zu der ein Mörder gehört? Barnabas wurde nicht ermordet. Ich kann es beweisen, er... Waut verstummte. Eine neue Rosigkeit umwölkte seine Wangen. Was immer Sie mir sagen können, wird mir eine große Hilfe sein, ermunterte Poirot ihn. Waut sah verdrießlich drein. Nachdem ihm etwas gegen seinen Willen herausgerutscht war, fehlte ihm jetzt die Geistesgegenwart, um sich glaubwürdig herauszureden. Was soll's, es wird schon nichts schaden, wenn ich es ihnen sage. Er seufzte. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass Barnabas wusste, dass er bald sterben würde. Ich sah ihn kurz vor seinem Tod und naja, er schien zu ahnen, dass seine Zeit sich dem Ende zuneigte. Was vermittelte Ihnen diesen Eindruck? Als ich ihn zum letzten Mal sah, erschien er mir wie ein Mann, dem eine schwere Last von den Schultern genommen worden war. Er schien seinen Frieden gefunden zu haben, er lächelte auf eine besondere Weise, ließ gewisse Bemerkungen fallen, die andeuteten, er müsse bestimmte Angelegenheiten jetzt in Ordnung bringen, bevor es zu spät wäre. Er schien das Gefühl zu haben, dass der Tod mit Riesenschritten nahte und leider sollte er recht behalten. Dommage, pflichtete Poirot ihm bei, trotzdem, es ist besser, dem unausweichlichen Ende mit einem gelassenen Geist zu begegnen, nicht wahr? Was für Angelegenheiten wünschte Monsieur Pondy denn in Ordnung zu bringen? Hm, äh, ach, es gab da so einen Mann, der sein, naja, wirklich sein Feind gewesen war, falls das Wort nicht zu melodramatisch klingt. Vincent Lobb hieß der Knabe. Bei unserer letzten Begegnung erklärte Barnabas er wünsche, diesem Burschen zu schreiben und ihm eine Aussöhnung vorzuschlagen. Das plötzliche Bedürfnis, einem alten Feind zu verzeihen, murmelte Poirot, das ist interessant. Angenommen, jemand wollte, dass dieser Friedensschluss nicht zustande kam, wurde dieser Brief an Monsieur Lobb jemals abgeschickt? Durchaus, sagte Wout. Ich erklärte Barnabas, dass sich das für eine ausgezeichnete Initiative hielt und er gab ihn noch an demselben Tag in die Post. Ob er eine Antwort bekam, ist mir nicht bekannt. Es geschah wirklich nur wenige Tage, bevor er dahin ging. Sehr traurig. Obwohl er mit 94 wirklich ein prächtiges Alter erreichte. Es ist wohl möglich, dass ein Antwortbrief nach seinem Tod ankam, aber andererseits hätten mir Annabelle oder Lenore dann, glaube ich, davon erzählt. Was war die Ursache der Feinschaft zwischen den Monsieur Pondier und Loeb? fragte Poirot. Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht helfen. Barnabas hat es mir nie erzählt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir etwas über die Familie erzählen könnten, sagte Poirot. War es, ist es ein glücklicher Haushalt in Coming Am All? Oh, sehr glücklich, wirklich, sehr glücklich. Lenore ist ein wahrer Fels in der Brandung. Annabelle und Ivy bewundern sie beide maßlos. Annabelle betet Lenores Kinder geradezu an und ihren geliebten Hund natürlich ebenso. Hopscotch, der ist eine richtige Nummer, ein Riesenvieh, springt gern die Leute an und schlägt sie ab. Keine Spur von Gehorsam, aber sehr anhänglich. Und was den jungen Timothy angeht, der Bursche hat eine große Zukunft vor sich. Er hat einen gescheiten Kopf und jede Menge Willenskraft. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er es eines Tages noch bis zum Premierminister bringt. Auch Barnabas sagte das oft. Dieser Junge könnte alles werden, was er sich vornimmt, sagte er oft. Absolut alles. Barnabas hing an ihnen allen sehr und sie an ihm. Sie schildern wahrhaftig die vollkommene Familie, sagte Poirot. Doch es gibt keine Familie, die nicht ihre Probleme hätte. Es muss irgendetwas gegeben haben, was nicht ganz vollkommen war. Also, ich würde es nicht so, ich meine, selbstverständlich ist das Leben nie gänzlich frei von Unliebsamkeiten, aber zum größten Teil, wie ich bereits sagte, Monsieur Poirot, es sind die Damen, die verleumderischen Klatsch genießen. Barnabas liebte seine Familie und Kingsbury und sie alle liebten ihn. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Und da nicht die Rede davon sein kann, dass sein Tod etwas anderes gewesen wäre als ein Unfall, sehe ich keine Notwendigkeit, das Privatleben eines guten Mannes und unappetitlichen Happen zu wühlen. Als er erkannte, dass Wout fest entschlossen war, nichts weiter preiszugeben, dankte ihm Poirot für seine Hilfe und brach auf. Aber es gibt mehr preiszugeben, sagte er zu niemand Bestimmtem, als er wieder auf der Drury Lane stand. Ganz gewiss ist da noch mehr und ich werde es herausfinden, nicht ein unappetitlicher Happen wird Erkühl Poirots Lappen Entgehen Achtes Kapitel Poirot erlässt Anweisungen Ich fand Poirot in meinem Büro vor, als ich zu Scotland Yard zurückkehrte. Er schien in Gedanken versunken zu sein und murmelte, als ich hereinkam, lautlos vor sich hin. Er war so geschniegelt wie stets und sein beachtlicher Schnauzbad sah besonders gut gepflegt aus. Poirot endlich! Aus seiner zeitweiligen Absenz aufgeschreckt erhob er sich. Mon ami Gatschpool, wo waren Sie? Ich habe eine Angelegenheit mit Ihnen zu besprechen, die mir große Verwirrung bereitet. Lassen Sie mich raten, sagte ich. Ein mit Ihrem Namen unterzeichneter, wenn gleich von Ihnen weder geschriebener noch entsandter Brief, der Stanley McCroddens Sohn John des Mordes an Barnabas Pandy beschuldigt? Poirot sah mich verblüfft Encher. Irgendwie wissen Sie es schon. Sie werden mir gewisslich verraten, woher. Oh, aber Sie sagen Brief, nicht Briefé. Bedeutet dies, dass Sie von den Anderen nichts wissen? Den Anderen? Oui, mon ami, jeweils ein Mrs. Sylvia Regan, Miss Annabelle Treadway und Monsieur Hugo Doqueril adressiert. Annabelle? Ich wusste, dass ich den Namen erst kürzlich gehört hatte, konnte mich aber nicht erinnern, wo. Dann fiel es mir ein. Stanley McCordon hatte mir erzählt, dass eine von Pandy's Enkelinnen so hieß. Völlig korrekt, sagte Poirot, als ich nachfragte. Miss Treadway ist in der Tat eine Enkelin, Monsieur Pondis. Wer sind dann die zwei anderen? Wie waren nochmal die Namen? Sylvia Regan und Hugo Doqueril. Sie sind zwei Personen und Annabelle Treadway ist eine dritte und Jean McCordon eine vierte, die mit meinem Namen unterschriebene Briefe erhielten und der Ermordung Borna Bas Pondis beschuldigt wurden. Die meisten dieser Personen haben bei mir vorgesprochen, um mich für die Zusendung dieser Briefe, die ich nicht geschickt habe, zu beschimpfen und haben mir kein Gehör geschenkt, als ich ihnen erklären wollte, dass ich sie überhaupt nicht geschickt hatte. Es war entnervend und entmutigend, mon ami. Und nicht einer von ihnen war in der Lage, mir den von ihm erhaltenen Brief zu zeigen. Gut möglich, dass ich ihnen in dem Punkt behilflich sein kann, antwortete ich ihm. Seine Augen weiteten sich. Haben Sie einen der Briefe? Ja, dann müssen Sie den haben, der Jean McCordon zugesandt wurde, da es ja sein Name war, den Sie erwähnt haben. Ah, es ist eine Freude, in Ihrem Büro zu sein, Katschpool. Hier ist kein unansehnliches Gebirge von Kartons. Kartons? Warum sollten hier Kartons sein? Sollten Sie nicht, mein Freund. Aber verraten Sie mir, wie können Sie im Besitz des Briefes ein, den Jean McCordon erhielt? Er sagte mir, er habe Ihnen Fetzen gerissen und diese Fetzen seinem Vater zugeschickt. Ich berichtete ihm von dem Telegramm des Supers und meinem Treffen mit Stanley Strang, wobei ich mich bemühte, nichts auszulassen, was relevant hätte sein können. Während ich sprach, nickte er die ganze Zeit eifrig. Als ich fertig war, sagte er, welch eine Koinzidanz. Ohne es zu ahnen, haben wir sehr tüchtig und, wie sagt man doch, konzentriert gehandelt. Juste während Sie mit Stanley McCordon sprachen, unterhielt ich mich mit dem Rechtsbeistand Barnabas Pondis. Dann referierte er mir, was er herausgefunden hatte und was nicht. Da ist noch mehr, vielleicht sehr viel mehr, was Peter Wout mir über Barnabas Pondis Familie verraten könnte, aber nicht verraten wollte. Und da er sich absolut sicher ist, dass Pondis nicht ermordet wurde, fühlt er sich auch nicht verpflichtet, andere an seinem Wissen teilhaben zu lassen. Doch ich habe eine Idee, eine bei deren Umsetzung Stanley Strang, sofern er dazu bereit ist, behilflich sein könnte. Ich muss bald möglichst mit ihm sprechen. Aber zunächst zeigen Sie mir bitte Jean McCroddens Brief. Ich gab ihn ihm. Als er ihn las, flammten Poirots Augen vor Zorn auf. Es ist undenkbar, dass er Kühlpoirot so etwas geschrieben und abgeschickt haben sollte. Gatschpul! Er ist so ungeschickt formuliert und so stillos geschrieben. Es beleidigt mich, dass jemand glauben konnte, der Brief käme von mir. Ich versuchte ihn zu trösten. Keiner der Empfänger kennt Sie persönlich. Andernfalls hätten Sie, so wie ich, auf den ersten Blick erkannt, dass er nicht aus Ihrer Feder stammt. Es gibt viel zu bedenken. Ich werde eine Liste erstellen. Wir müssen uns an die Arbeit machen. Gatschpul! Ich fürchte, ich muss mich an die Arbeit machen, Poirot. Wenn Sie mit Stanley Strang sprechen wollen, nur zu. Er möchte Sie selbst dringend sprechen. Aber wenn Sie beabsichtigen, in Sachen Barnabas Pandy weitere Schritte zu unternehmen, können Sie auf mich, so leid es mir tut, nicht zählen. Wie könnte ich keine Schritte unternehmen, mon ami? Was glauben Sie, warum die vier Briefe verschickt wurden? Jemand wünscht mir die Idee, in den Kopf zu setzen, dass Barnabas Pandy ermordet wurde. Ist es da nicht begreiflich, dass ich neugierig bin? So, und jetzt müssten Sie etwas für mich erledigen. Poirot, oui, oui, Sie müssen Ihre Arbeit machen, je comprends. Das werde ich Ihnen auch gestatten, sobald Sie mir geholfen haben. Es ist nur eine kleine Aufgabe und für Sie viel leichter zu erledigen als für mich. Finden Sie heraus, wo die vier an dem Tag waren, als Barnabas Pandy starb. Sylvia Regan, Hugo Doqueril, Annabelle Treadway und John McRodden. Der Rechtsanwalt Wout sagte mir, dass Mademoiselle Treadway zu Hause war, als ihr Großvater starb in Gummingham-All. Finden Sie heraus, ob das den Tatsachen entspricht. Und bitte, es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass Sie jeden von Ihnen auf genau dieselbe Weise befragen. Dieselben Fragen in derselben Reihenfolge. Ist das klar? Mir ist aufgegangen, dass dies die effektivste Methode ist, den Charakter eines Menschen von dem eines anderen zu unterscheiden. Außerdem interessiert mich dieser Justus, von dem Madame Regan so besessen ist. Wenn Sie vielleicht... Ich winkte ihm ein Stop zu, wie ein Bahnwärter, auf den ein führerloser Zug zurast. Poirot, bitte. Wer ist Justus? Nein, vergessen Sie die Frage. Barnabas Pandy's Tod ist offiziell für einen Unfall erklärt worden. Und so leid es mir tut, bedeutet dies, dass ich schlecht bei Leuten ins Haus platzen und sie nach ihren Alibis fragen kann. Nicht gerade heraus, natürlich, mon, pflichtete Poirot mir bei. Er stand auf und begann, imaginäre Knitterfalten in seiner Kleidung zu glätten. Ich bin sicher, Sie werden schon eine geschickte Lösung für dieses Problem finden. Guten Tag, mon ami. Kommen Sie mich besuchen, sobald Sie mir die erforderlichen Informationen liefern können. Und, ja, ja, dann können Sie die Arbeit erledigen, die Ihnen Scotland Yard zugeteilt hat. Neuntes Kapitel Vier Alibis Am Abend desselben Tages klingelte im Haus, in dem John McRodden wohnte, das Telefon. Seine Hauswirtin nahm ab. John McRodden wollen Sie, ja? Nicht John Webber? McRodden, ja? In Ordnung, ich hole ihn. Hab ihn vorhin erst gesehen, ist wahrscheinlich oben in seinem Zimmer. Sie möchten mit ihm reden, ja? Dann hole ich ihn eben. Sie warten so lange, ich hole ihn. Während die Anruferin fast fünf Minuten lang wartete, sagte sie sich, dass es eine erstaunlich unfähige Frau sein musste, die es fertig brachte, ihren eigenen Untermieter nicht zu finden, wenn er zu Hause war. Schließlich meldete sich eine männliche Stimme. McRodden, wer spricht da? Ich rufe im Auftrag von Inspektor Edward Ketchpool an, sagte die Anruferin, von Scotland Yard. Es entstand eine Pause. Dann sagte John McRodden, ach, wirklich? Er klang so, als hätte die Idee ihn belustigen können, wenn er nur nicht so müde gewesen wäre. Ja, ja, das stimmt. Und wer sind dann bitte Sie, seine Frau? fragte er sarkastisch. Die Anruferin hätte keine Probleme damit gehabt, McRodden zu verraten, wer sie war, aber sie hatte die ausdrückliche Anweisung erhalten, dies zu unterlassen. Sie hatte Kärtchen vor sich liegen, auf denen genau stand, was sie sagen sollte, und sie beabsichtigte, sich buchstabengetreu daran zu halten. Ich hätte einige Fragen an sie, Fragen, auf die Inspektor Ketchpool ihre Antworten benötigt, wenn sie … Warum stellt er sie mir denn nicht selbst? Wie heißen sie überhaupt? Sagen sie mir augenblicklich ihren Namen, oder dieses Gespräch ist beendet. Wenn sie meine Fragen zufriedenstellend beantworten, dann, hofft Inspektor Ketchpool, wird es nicht erforderlich sein, sie zur Vernehmung auf die Polizeiwache zu bitten. Alles, was ich wissen möchte, ist, wo waren sie an dem Tag, an dem Barnabas Pandy starb? McCrodden lachte. Seien sie so freundlich und teilen sie meinem Vater mit, dass ich nicht willens bin, mir seine Belästigungskampagne auch nur eine Sekunde länger gefallen zu lassen. Wenn er nicht aufhört, mich auf diese hinterhältige Weise zu verfolgen, dann täte er besser daran, Vorkehrungen für seine eigene Sicherheit zu treffen. Sagen sie ihm, dass ich nicht die leiseste Ahnung habe, wann Barnabas Pandy starb, weil ich keinen Barnabas Pandy kenne. Ich weiß nicht, ob er gelebt hat, gestorben oder als Trapezkünstler zum Zirkus gegangen ist, und ich weiß auch nicht, wann er das alles getan hat, falls überhaupt. Die Anruferin war vorgewarnt worden, dass John McCrodden sich möglicherweise als wenig kooperativ erweisen würde. Sie hörte geduldig zu, während er fortfuhr, sie mit eisiger Verachtung zu traktieren. Darüber hinaus dürfen sie ihm mitteilen, dass ich nicht so dumm bin, wie er glaubt und dass ich mir völlig sicher bin, dass, sollte Scotland ja tatsächlich einen Inspektor namens Edward Catchpool beschäftigen, was ich stark bezweifle, der gute Mann dann nichts von diesem Telefonat weiß und sie keineswegs autorisiert sind, es zu führen. Was auch der Grund ist, weswegen sie sich weigern, mir ihren Namen zu nennen. Barnabas Pandy starb am 7. Dezember letzten Jahres. Tatsächlich, freut mich ungemein zu hören. Wo waren sie an diesem Tag, Sir? Nach Inspektor Catchpools Informationen starb Mr. Pandy auf seinem Landsitz Comingham Hall. Nie davon gehört. Wenn Sie mir also sagen können, wo Sie an dem genannten Tag waren und ob das jemand bestätigen kann, dann wird es für Inspektor Catchpool wahrscheinlich nicht nötig sein, wo ich war. Aber natürlich, Sekunden bevor Barnabas Pandy seinen letzten Atemzug tat, stand ich neben seinem hingestreckten Körper mit einem Tranchiermesser in der Hand, um ihm Selbiges ins Herz zu stoßen. Ist es das, was mein Vater gern von mir hören möchte? Es ertönte ein lauter Knall und dann war die Leitung tot. Auf der Rückseite einer ihrer Fragekarten notierte sich die Anruferin, was sie für die wesentlichen Punkte hielt. Dass John McRodden glaubte, sein Vater stecke hinter dem Anruf, dass er die Existenz Edward Catchpools angezweifelt hatte und, was die Anruferin für das Wichtigste hielt, dass er nicht gewusst hatte bzw. vorgegeben hatte, nicht zu wissen, an welchem Tag Barnabas Pandy gestorben war. Kein Alibi angegeben, schrieb sie, sagte, er hätte direkt bevor Pandy starb mit einem Messer in der Hand neben ihm gestanden, aber er sagte es so, als ob ich es nicht glauben sollte. Nachdem sie ihre Notizen zweimal durchgelesen und ein paar Minuten lang nachgedacht hatte, griff die Anruferin wieder nach ihrem Bleistift und fügte hinzu, aber vielleicht war es die Wahrheit und die Lüge bestand in dem Ton, in dem er es sagte. Bin ich mit Mrs. Reagan verbunden? Mrs. Sylvia Reagan? Am Apparat. Mit wem spreche ich? Guten Abend, Mrs. Reagan. Ich rufe im Auftrag von Inspektor Edward Catchpool an, von Scotland Yard. Scotland Yard? Sylvia Reagan klang augenblicklich erschrocken. Ist etwas passiert? Geht es um Mildred? Ist etwas mit Mildred? Das hat nichts mit irgendeiner Mildred zu tun, Ma'am. Sie sollte mittlerweile wieder zu Hause sein. Ich fing schon an, mir Sorgen zu machen und dann... Scotland Yard, ach du meine Güte! Es geht um etwas anderes. Es besteht kein Grund anzunehmen, dass Mildred etwas passiert ist. Halt! bellte Sylvia Reagan, worauf die Anruferin den Telefonhörer ruckartig von ihrem Ohr entfernte. Ich glaube, da kommt sie gerade. Oh, dem Himmel sei Dank, ich ihr will nur eben... Ein paar knurrlaute und keuchende Atemzüge später, sagte Mrs. Reagan. Ja, es ist Mildred. Sie ist wohlbehalten zurück. Haben Sie Kinder, Inspektor Catchpool? Ich sagte, ich rufe im Auftrag von Inspektor Catchpool an. Ich bin nicht Inspektor Catchpool. Verdammte Idiotin! Wusste Mrs. Reagan nicht, dass Frauen nicht Inspektor werden durften? Egal, wie sehr sie es sich vielleicht wünschten oder wie begabt sie waren. Es fuchste die Anruferin, gezwungen worden zu sein, sich diese unerfreuliche Tatsache wieder einmal in all ihrer Ungerechtigkeit bewusst zu machen. Sie hegte die heimliche Überzeugung, dass sie einen besseren Inspektor abgeben würde als jede ihr bekannte Person. Ach so, ja, ja, sicher, sagte Sylvia Reagan, die so klang, als hörte sie nur mit halbem Ohr zu. Jedenfalls, wenn Sie Kinder haben, dann werden Sie auch wissen, dass man ihretwegen ununterbrochenen Sorge ist, wie alt Sie auch sein mögen. Sie könnten überall sein, und wie soll man dann wissen, wo? Und dazu mit den verkommensten Subjekten. Haben Sie Kinder? Nein. Nun, das kommt bestimmt noch, und ich bete für Sie, dass Sie dann nicht erleiden müssen, was ich gerade durchmache. Meine Mildred ist mit dem widerwärtigsten Mann verlobt. Die Anruferin warf einen Blick auf die Notizen, die man ihr gegeben hatte. Sie tippte, dass die Erwähnung des Namens Eustace unmittelbar bevorstand. Und jetzt haben Sie ein Hochzeitsdatum festgelegt. Nächsten Juni, behaupten Sie jedenfalls. Ich traue Eustace absolut zu, dass er Mildred dazu überreden kann, ihn schon vor diesem Datum heimlich zu heiraten. Oh, er weiß, dass ich jeden wachen Augenblick zwischen jetzt und kommenden Juni mit dem Versuch zu bringen werde, dieses verflixte Mädchen zur Vernunft zu bringen, und zwar mit Sicherheit vergeblich. Wer hört schon auf die eigene Mutter? Ich glaube, er hat die Gelegenheit erkannt, mir einen grausamen Streich zu spielen. Mrs. Reagan, ich habe eine Frage. Er will, dass ich mich in dem Glauben wiege ganze 16 Monate Zeit zu haben, um ihr die Heirat zu ihm auszureden, sodass ich nicht sofort damit anfange. Oh, ich weiß, wie sein abartiger Verstand arbeitet. Es würde mich gar nicht überraschen, wenn er und Mildred in einem Monat bereits verheiratet vor mir erscheinen und sagen würden, Überraschung, schon passiert. Deswegen bin ich so ein Nervenbündel, sobald sie das Haus verlässt. Eustace ist zu allem fähig. Ich weiß nicht, warum diese Dumme ganz so durch und durch unfähig ist, eine eigene Position zu beziehen. Die Anruferin hätte sich ein, zwei Gründe dafür vorstellen können. Mrs. Reagan, ich muss Ihnen eine Frage stellen. Es geht um den Tod von Barnabas Pandy. Wenn Sie sie zufriedenstellend beantworten können, dann hofft, Inspektor Ketschpool wird es nicht erforderlich sein, Sie zur Vernehmung auf die Polizeiwache zu bitten. Barnabas Pandy? Wer ist das? Ach, jetzt erinnere ich mich. Der Brief, den dieser grässliche, kontinentale Detektiv mir auf Eustace Betreiben hingeschrieben hat. Was für eine verwerfliche kleine Kröte er doch ist. Ich hatte bis dahin eine hohe Meinung von Hercule Poirot, aber jemand, der sich dazu hergibt, als Eustace Handlanger zu fungieren. Ich weigere mich auch nur an ihn zu denken. Wenn Sie meine Fragen zufriedenstellend beantworten, dann hofft, Inspektor Ketschpool wird es nicht erforderlich sein, Sie zur Vernehmung auf die Polizeiwache zu bitten. Wiederholte die Anruferin geduldig. Wo waren Sie an dem Tag, an dem Barnabas Pandy starb? Aus dem Hörer schnappte es nach Luft. Wo ich war? Sie fragen mich, wo ich war? Ja. Und Sie sagen, dass Inspektor, wie war der Name nochmal? Edward Ketschpool. Es klang so, als würde sich Sylvia Reagan den Namen notieren. Und Inspektor Edward Ketschpool von Scotland Yard möchte das wissen? Ja. Warum? Weiß ja nicht, dass Eustace und diese Ausländer diesen Umfug miteinander ausgeheckt haben? Ob Sie mir einfach sagen könnten, wo Sie an dem fraglichen Tag waren? An welchem Tag? Dem Tag, an dem ein Mann namens Barnabas Pandy ermordet wurde? Ein Mann, den ich nicht kenne, dessen Name mir, bis ich diesen ekelhaften Brief erhielt, unbekannt war? Wie sollte ich wissen, wo ich gerade war, als jemand ihn ermordete? Ich habe keine Ahnung, wann er starb. Die Anruferin nahm Dreierlei zur Kenntnis. Erstens schien Sylvia Reagan nicht in Zweifel zu ziehen, dass Pandy ermordet worden war. Zweitens war dies nachvollziehbar, wenn sie glaubte, dass dieser Anruf tatsächlich von Scotland Yard kam. Drittens behauptete sie, nicht zu wissen, wann Pandy gestorben war, was dafür sprechen konnte, dass sie ihn nicht getötet hatte. Mr. Pandy starb am 7. Dezember, sagte die Anruferin. Wenn Sie einen Augenblick warten, gehe ich im Terminkalender vom letzten Jahr nachsehen, sagte Mrs. Reagan. Übrigens, gleichgültig, ob Inspektor ... Es entstand eine kleine Pause. Die Anruferin stellte sich vor, dass Mrs. Reagan einen Blick auf einen Notizzettel warf. Gleichgültig, ob Inspektor Catchpool es für nötig erachtet, mich doch noch zu befragen, würde ich mich sehr gern mit ihm unterhalten. Ich möchte klarstellen, dass ich niemanden ermordet habe und auch nicht die Sorte Mensch bin, die derlei tun würde. Sobald ich ihm die Sache mit Justus dargestellt habe, wird er diese unersprießliche Angelegenheit, wie ich hoffe, als das ansehen, was sie ist. Ein Versuch, mir ein Verbrechen in die Schuhe zu schieben, an dem ich vollkommen unschuldig bin. Ich bin sicher, dass er es ebenso schockieren, wie ich finden wird. Eine Frau meines Ansehens und Standes. Ich bin eigentlich froh, dass diese Sache passiert ist, denn ich rechne damit, dass sie Justus das Genick brechen wird. Die Behinderung der polizeilichen Untersuchung eines Mordes mithilfe verleumderischer Beschuldigungen ist doch eine Straftat, nicht wahr? Das würde ich doch meinen, sagte die Anruferin. Na dann, ich sehe jetzt in meinem Terminkalender nach. Der 7. Dezember letzten Jahres, sagten Sie? Ja. Während die Anruferin wartete, horchte sie auf die Geräusche in Sylvia Reagans Haus. Sie hörte allerlei Getrampel, öffnen und schließen von Türen, Schritte auf einer Treppe. Als Mrs. Reagan sich zurückmeldete, sagte sie triumphierend, »Am 7. Dezember war ich im Turville College, von 10 Uhr morgens bis zur Abendessenszeit. Mein Sohn Freddy ist dort Schüler, und es war der Tag des Weihnachtsmarkts. Ich bin bis weit nach 8 Uhr geblieben. Außerdem waren hunderte Personen anwesend, Eltern, Lehrer und Schüler, und alle werden bestätigen, was ich ihnen gesagt habe.« »Ach, wie herrlich!« Sylvia Reagan seufzte. »Hustas Plan ist zum Scheitern verurteilt. Wäre es nicht einfach traumhaft, wenn er für seine Lügen und Verleumdungen an den Galgen käme? Also genau das Schicksal erleiden würde, das er mir zugedacht hatte?« Nach John McCrodden und Sylvia Reagan war es entschieden, ein Vergnügen Annabelle Treadway zu befragen. Sie hegte, soweit erkennbar, gegen niemanden einen Groll, hatte keine Justus-Entsprechung und ließ sich nicht lang und giftig über irgendwelche Leute aus, die die Anruferin nicht weiter interessierten. Und was noch wichtiger war, sie hatte Relevantes zu berichten. »Am 7. Dezember war ich zu Hause,« sagte sie. »Wir waren alle da, alle, die auf Comingham Hall wohnen. Kingsbury war ein paar Tage fort gewesen und gerade wieder zurückgekehrt. Er ließ das Bad ein, wie er es immer tat, und er war auch derjenige, der, der etwas später Grandy fand. Erschütternd war es für uns alle, aber für Kingsbury muss es ganz besonders schlimm gewesen sein. Derjenige zu sein, der eine solche Tragödie entdeckt? Noch bevor Lenore, Ivy und ich das Badezimmer betreten hatten, wussten wir, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Ich will nicht behaupten, wir wären darauf gefasst gewesen. Auf etwas so Entsetzliches kann man nicht gefasst sein. Aber wir waren vorgewarnt worden. Der Schrei, den Kingsbury ausstieß, als er es ... Ach, der arme Kingsbury. Ich werde nie vergessen, wie seine Stimme sich überschlug, als er nach uns rief. Annabelle Treadway stieß einen gequälten Laut aus. Kingsbury ist weder ein junger noch ein kräftiger Mann, und seit Grandys Ableben ist er noch viel älter und schwächer geworden. Nicht im wörtlichen Sinne natürlich, aber dem Aussehen nach ist er um zehn Jahre gealtert. Er war den größten Teil seines Lebens bei Grandy gewesen. Wer ist Kingsbury? Die Frage stand nicht auf der Liste, aber die Anruferin hatte das Gefühl, dass es nachlässig von ihr gewesen wäre, sie nicht zu stellen. Er ist Grandys Kammerdiener. Wahr, sollte ich wohl besser sagen, so ein reizender, gütiger Mensch. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit. Tatsächlich ist er so etwas wie ein Familienmitglied. Wir machen uns seinetwegen alle schreckliche Sorgen. Wir fragen uns, wie er zurechtkommen wird, jetzt, wo Grandy nicht mehr da ist. Er wohnt in Combingham Hall? Er hat ein Cottage auf dem Gutsgelände. Früher verbrachte er die meiste Zeit bei uns im Herrenhaus, aber seit Grandy gestorben ist, bekommen wir ihn nicht annähernd so oft zu Gesicht. Er erledigt seine Arbeit und verschwindet dann still und leise in sein Häuschen zurück. Wohnt abgesehen von Kingsbury sonst noch jemand auf dem Gelände von Combingham Hall? Nein. Wir haben eine Köchin und ein Küchenmädchen, außerdem noch zwei Hausmädchen, aber sie wohnen alle im Ort. Und wer wohnt alles im Herrenhaus? Es waren nur wir vier und mein Hund, Hopscotch. Und dann, seit Grandy starb, nur noch meine Schwester Lenore, meine Nichte Ivy, Hopscotch und ich. Ach, und Timothy natürlich, während eines Teils der freien Wochenenden und Schulferien, wobei er dann allerdings häufig bei dem einen oder anderen Freund übernachtet. Die Anruferin betrachtete die vor ihr liegenden Notizen. Sie hatte alles ordentlich auf dem Tisch ausgebreitet, sodass sie mit einem Blick und ohne blättern zu müssen alle potenziell wichtigen Informationen und gleichzeitig alle Fragen sehen konnte, die sie jedem der vier Verdächtigen stellen musste, falls Verdächtige eine treffende Bezeichnung für diese Personen war. Timothy ist ihr Neffe, richtig, Miss Treadway? fragte sie. Ja, er ist der Sohn meiner Schwester Lenore, Ivys jüngerer Bruder. War Timothy in Comingham Hall, als ihr Großvater starb? Nein, er war auf dem Weihnachtsmarkt seiner Schule. Mit einem zufriedenen Nicken machte sich die Anruferin eine entsprechende Notiz. Laut ihren Spickzetteln besuchte Timothy Levington das Turville College. Anscheinend hatte Sylvia Reagan die Wahrheit gesagt, was das Datum des Schulweihnachtsmarktes betraf. Der 7. Dezember. Hielt sich sonst noch jemand im Herrenhaus auf, als Mr. Pandy starb? Also außer Ihnen, Ihrer Schwester Lenore, Ihrer Nichte Ivy und Kingsbury? Nein, niemand, sagte Annabelle Treadway. Normalerweise wäre unsere Köchin auch da gewesen und noch ein Zimmermädchen, aber wir hatten Ihnen den Tag freigegeben. Lenore, Ivy und ich hatten eigentlich auf den Weihnachtsmarkt gehen wollen, das heißt, wir hätten zu Mittag und zu Abend in Turville gegessen. Am Ende sind wir dann aber doch nicht hingefahren. Bemüht, nicht zu neugierig zu klingen, fragte die Anruferin, warum der Plan, den Weihnachtsmarkt zu besuchen, aufgegeben worden war. Tut mir leid, das weiß ich nicht mehr, sagte Annabelle schnell. Die Anruferin glaubte ihr nicht. Dann fand der Kammerdiener Kingsbury Mr. Pandy also um zwanzig nach fünf Tod in seinem Badewasser vor und rief um Hilfe. Wo waren Sie, als Sie ihn rufen hörten? Deswegen weiß ich ja, dass Grandy nicht ermordet worden sein kann. Sie klang so, als freute sie sich über die Frage. Ich war im Schlafzimmer meiner Nichte Ivy, zusammen mit Ivy und Lenore und Hopscotch, als Grandy noch immer am Leben war und als er gestorben sein muss. Zwischen diesen zwei Zeitpunkten verließ keine von uns das Zimmer, nicht einmal für eine Sekunde. Zwischen welchen zwei Zeitpunkten, Miss Treadway? Entschuldigen Sie, ich habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Kurz nachdem Lenore und ich zu Ivy ins Schlafzimmer gegangen waren, um mit ihr zu reden, hörten wir Grandys Stimme. Wir wussten, dass er gerade sein Bad nahm. Auf dem Weg zu Ivys Zimmer war ich am Badezimmer vorbeigekommen und hatte Kingsbury bei den Vorbereitungen gesehen. Das Wasser lief gerade ein. Kurze Zeit später dann, als Lenore und ich seit vielleicht zehn Minuten in Ivys Zimmer waren, hörten wir alle Grandy schreien. Da war er also mit Sicherheit noch am Leben. Schreien? fragte die Anruferin. Meinen Sie, um Hilfe rufen? Ach so, nein, nichts dergleichen. Er klang sehr energisch. Er brüllte, kann man nicht mal in Ruhe baden? Ist diese Kakophonie unbedingt nötig? Er verwendete eindeutig das Wort Kakophonie. Er meinte uns, wie ich gestehen muss, Lenore, Ivy und mich. Wir redeten wahrscheinlich alle durcheinander, wie wir das so tun, wenn wir in ausgelassener Stimmung sind. Und wenn wir laut durcheinander reden, wirft Hoppy häufig auch etwas ein, jault oder bellt. Für einen Hund ist er unglaublich. Er hat ein erstaunliches Repertoire an Lauten, die er von sich geben kann, aber leider empfand Grandy sie alle als störend und ganz besonders in diesem Moment. Nachdem er uns angeblafft hatte, machten wir Ivys Tür zu und blieben alle drei in ihrem Zimmer, bis wir Kingsbury verzweifelt rufen hörten. Wie viel später war das? Nach so vielen Wochen ist es schwer, sich genau zu erinnern, aber ich würde sagen, vielleicht eine halbe Stunde später? Worüber haben sie und ihre Schwester und ihre Nichte denn die ganze Zeit in ausgelassener Stimmung so geredet? Fragte die Anruferin, die mittlerweile beschlossen hatte, zu vergessen, dass sie kein Inspektor bei Scotland Yard war. Ach, das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen, so lange danach, entgegnete Annabelle Treadway. Wieder kam die Antwort ein Spürchen zu schnell. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas Wichtiges war. Die Anruferin konnte sich dagegen sehr gut vorstellen. Sie schrieb »Schlechte Lügnerin« und unterstrich die Wörter zweimal. »Wichtig ist doch nur, dass es beweist, dass niemand Grandy ermordet haben kann. Begreifen Sie nicht? Er schlief ein und ertrank in seinem Badewasser, wie das jedem hätte passieren können, der so alt und gebrechlich wie er war.« »Kingsbury könnte ihn unter Wasser gedrückt haben«, konnte sich die Anruferin nicht verkneifen, anzumerken. Er hatte die Gelegenheit dazu. »Was?« »Wo war Kingsbury, während Sie drei Damen sich bei geschlossener Tür im Schlafzimmer Ihrer Nichte unterhielten?« »Das weiß ich nicht, aber Sie können doch nicht ernsthaft glauben. Ich meine, Kingsbury fand Grandy. Sie wollen doch nicht andeuten.« Die Anruferin wartete. »Es ist undenkbar, dass Kingsbury meinen Großvater ermordet haben sollte«, sagte Annabelle Treadway, sobald sie sich wieder gefasst hatte. »Vollkommen undenkbar.« »Wie können Sie da so sicher sein, wenn Sie gar nicht wissen, wo er war oder was er gerade machte, als Mr. Pandy starb?« »Kingsbury ist ein lieber, lieber Freund unserer Familie. Er könnte niemals einen Mord begehen. Niemals!« Es klang so, als hätte Annabelle Treadway angefangen zu weinen. »Ich muss jetzt Schluss machen. Ich habe Hoppy heute strefflich vernachlässigt. Das arme Schätzchen. Bitte sagen Sie Inspektor Catchpool.« Sie hielt inne und stieß dann einen lauten Säufzer aus. »Was?« fragte die Anruferin. »Nichts«, sagte Annabelle Treadway. »Es ist nur... Ich wünschte, ich könnte ihm das Versprechen abnehmen, Kingsbury nicht zu verdächtigen. Und ich wünschte, ich hätte keine ihrer Fragen beantwortet. Aber jetzt ist es zu spät, nicht? Es ist immer zu spät. »Am 7. Dezember?« sagte Hugo Dockerill. »Könnte ich Ihnen nicht sagen, wo ich da war. Tut mir leid. Aber wahrscheinlich zu Hause wird irgendwas beschäftigt.« »Sie waren also nicht auf dem Weihnachtsmarkt des Turville College?« fragte die Anruferin. »Auf dem Weihnachtsmarkt?« »Doch, natürlich, würde ich mir nie entgehen lassen, aber der war viel später.« »Wirklich?« »Wann fand denn der Weihnachtsmarkt statt?« »Nun ja, an das genaue Datum kann ich mich nicht erinnern. Für sowas habe ich einfach keinen Kopf. Aber ich kann Ihnen sagen, wann Weihnachten ist. Am 25. Dezember, genau wie jedes Jahr.« Dockerill gluckste. »Der Weihnachtsmarkt war dann vermutlich am 23. oder so um den Dreh. Was, Liebste?« Im Hintergrund war eine Frauenstimme zu hören, ungeduldig und leicht überdrüssig. »Aha! Ah, Moment!« sagte Hugo Dockerill. »Meine Frau Jane hat mich gerade daran erinnert, dass am 23. alle schon längst in die Weihnachtsferien ausgeflogen waren. Ja, natürlich, sie hat absolut recht. Du hast absolut recht, Jane, Liebes. Also, ah, wenn sie so nett wäre, noch einen Augenblick zu warten. Jane geht gerade im Kalender vom letzten Jahr nachsehen, wann der Weihnachtsmarkt genau war. Wie war das, meine Liebste? Ja, ja, natürlich, du hast absolut recht. Sie hat völlig recht. Natürlich war der Weihnachtsmarkt nicht am Tag vor Heiligabend. Lächerliche Vorstellung. Die Anruferin hörte eine Frauenstimme sagen. Am 7. Dezember. Wie ich aus verlässlicher Quelle weiß, fand unser letztjähriger Weihnachtsmarkt am 7. Dezember statt. So, nach welchem Tag wollten Sie mich nochmal fragen? Ich bin ziemlich verwirrt. Dem 7. Dezember. Waren Sie an dem Tag auf dem Weihnachtsmarkt, Mr. Dockeryl? Und ob ich das war, ein richtiger Hauptspaß war das, ist es immer. Wir in Turville wissen, wie... Er verstummte abrupt und sagte dann, Jane meint, was ich Ihnen sagen wollte, wird Sie nicht interessieren und ich sollte mich darauf beschränken, Ihre Fragen zu beantworten. Von wann bis wann waren Sie auf dem Weihnachtsmarkt, Mr. Dockeryl? Von Anfang bis Ende vermutlich. Es gab anschließend ein Abendessen, das gewöhnlich um... Jane, wann endet? Danke dir, meine Liebste. Endet immer gegen Acht, sagt Jane. Hören Sie, vielleicht wäre es einfacher, wenn Sie direkt mit Jane reden würden? Mit dem größten Vergnügen, sagte die Anruferin. Binnen einer Minute hatte sie alle Informationen, die sie benötigte. Laut Jane Dockeryl waren sie und Hugo am 7. Dezember von der Eröffnung um 11. Vormittag bis zum Ende des abschließenden Abendessens um Acht auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Ja, Timothy Levington war ebenfalls anwesend gewesen, nicht jedoch seine Mutter, seine Tante oder seine Schwester, die zwar hatten kommen wollen, aber in letzter Minute absagten. Freddy Reagan war gleichfalls da gewesen, zusammen mit seiner Mutter Sylvia, seiner Schwester Mildred und deren Verlobten Justus. Die Anruferin bedankte sich und wollte das Gespräch gerade beenden, als Mrs. Dockeryl sagte, warten Sie einen Moment, so leicht werden Sie mich nicht los. War noch etwas, Ma'am? Allerdings. Hugo hat den Brief der in des Mordes Beschuldigte zweimal verlegt, was ohne Frage äußerst wenig, hilfreich war. Zu meiner Freude kann ich Ihnen berichten, dass ich ihn wiedergefunden habe. Ich werde Ihnen persönlich Inspektor Catchpool bei Scotland Yard übergeben, sobald ich die Zeit habe, nach London zu kommen. Nun weiß ich nicht, ob Barnabas Pandy ermordet oder nicht ermordet wurde. Ich wäre geneigt, Letzteres anzunehmen, da vier verschiedene Personen desselben Mordes zu beschuldigen, mir eher wie ein Gesellschaftsspiel als wie eine ernstgemeinte Anschuldigung erscheint, ganz besonders, wenn die Briefe fälschlicher und betrügerischer Weise mit Hercule Poirot unterschrieben sind, aber nur für den Fall, dass Mr. Pandy doch ermordet worden sein sollte und für den Fall, dass das hier eine wirkliche polizeiliche Ermittlung ist und kein ebenso debiler wie morbider Telefonstreich, wäre dann noch zweierlei, was ich Ihnen erzählen möchte. Ich höre, sagte die Anruferin, den Bleistift gezückt. Sylvia Reagan und ihr künftiger Schwiegersohn können sich nicht ausstehen und die arme Mildred ist, zwischen den beiden hin- und hergerissen, begreiflicherweise verwirrt und unglücklich. Es muss etwas geschehen, sonst sind die schlimmsten Folgen für die ganze Familie zu erwarten. Dem armen Freddy geht es schon so elend genug. Ich weiß nicht, ob wissen, für den Fall, dass es relevant sein sollte. Ich danke Ihnen. Das andere, das ich Ihnen sagen muss, betrifft die Levingtons, Timothys Familie, die Familie Barnabas Pandys. Ich war es, die am Morgen des Weihnachtsmarktes Annabelles Anruf entgegen nahm. Annabelle ist Timothys Tante. Sie log mich an. In Bezug auf was? Sie sagte mir, sie und ihre Schwester und ihre Nichte könnten nicht zum gebe, dass sie hierher bringen sollte. Ich glaube nicht, dass das die Wahrheit war. Sie klang aufgeregt und falsch. Überhaupt nicht wie sonst. Und später erklärte Lenore Levington, Timothys Mutter, sie sei deswegen nicht zum Weihnachtsmarkt gekommen, weil sie an dem Tag sehr müde gewesen sei. Das passt nicht zusammen. Nun, ich weiß zwar nicht, was das alles zu bedeuten hat oder wie mein Mann es fertig gebracht hat, sich da hineinziehen zu lassen, aber schließlich bin ich kein Inspektor der Polizei, also ist es auch nicht meine Aufgabe, es herauszufinden, nicht wahr? Das ist Ihr Job, sagte Jane Dockerill. Ja, Ma'am, sagte die Anruferin, die in dem Moment ganz vergessen hatte, dass ihr Job etwas vollkommen anderes war und nichts mit der Untersuchung von Verbrechen zu tun hatte, die vielleicht, vielleicht aber auch nicht begangen worden waren. Das zweite Viertel Zehntes Kapitel Ein paar wichtige Fragen Was zum Teufel ist denn in Sie gefahren, Catchpool? rührte mir Superintendent Nathaniel Buse ins Ohr. Was meinen Sie, Sir? Er ließ sich schon seit geraumer Zeit lautstark über meine vielfältigen Unzulänglichkeiten aus, aber bislang war alles unspezifisch geblieben. Letzten Abend das Telefonat, das Sie geführt haben, oder sollte ich besser sagen, dass Sie irgendeine Frau haben führen lassen? Aha, das war's also. Sie haben mir erzählt, der Brief an John McCrodden stamme nicht von Poirot und ich habe es geschluckt. Aber damit ist jetzt Schluss, also können Sie sich jedes weitere Salbadere sparen, habe ich mich klar ausgedrückt. Ich schicke Sie zu Stanny McCrodden, damit Sie die Sache ausbügeln und was tun Sie stattdessen? Verschwören sich mit Poirot, Stannys Sohn noch weiter zu belästigen. Nein, behaupten Sie erst gar nicht, Sie hätten damit nichts zu tun. Ich weiß, dass Poirot Sie hier aufgesucht hat. Da ging es darum, und ich weiß, dass die Frau, die John McCrodden anrief und nach seinem Alibi für den Tag fragte, an dem dieser Pandy gestorben ist, behauptete, sie handle im Auftrag von Inspektor Edward Katschpool von Scotland Yard. Halten Sie mich für debil? Sie handelte keineswegs in ihrem Auftrag, habe ich recht? Sie befolgte die Anweisungen Erkühl Poirot Wie sie ist diese Frau bloß ein Rädchen in seinem Getriebe. Aber ich werde das nicht dulden. Haben Sie mich gehört? Hätten Sie die Güte mir zu erläutern, warum Sie und Poirot so wild entschlossen sind, einen Unschuldigen eines Mordes zu beschuldigen, der überhaupt kein Mord war? Ist Ihnen die exakte Bedeutung des Wortes Alibi bekannt, Katschpool? Ja, Sir. Es bedeutet nicht, wo jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt war. Ich bin momentan in meinem Büro, wo ich mich zu meinem Leidwesen mit Ihnen unterhalte, aber das ist mein Verbleib, nicht mein Alibi. Und wissen Sie auch warum? Weil kein Mord verübt worden ist, während ich hier herumstehe und mit Ihnen rede. Das sollte ich Ihnen nicht eigens erklären müssen. Er lag mit Sicherheit falsch, dachte ich. Irgendwo auf der Welt wurde mit ziemlicher Sicherheit gerade ein Mord verübt oder war verübt worden, seit er vor ungefähr 20 Minuten mich anzubrüllen begonnen hatte. Höchsterscheinlich sogar mehr als nur ein Mord. Und der Super konnte ganz schön von Glück reden, dass er nicht zu dieser potenziell großen und internationalen Gruppe von Tatopfern zählte. Wenn ich jemand wäre, den man überhaupt dazu bringen könnte, eine Gewalttat zu begehen, so wäre dies mit balancieren kann, wie lange jemand auch die Neigung verspüren mag, ihn mittels Anbrüllens über sie hinauszutreiben. Warum sollte John McCrodden ein Alibi beibringen müssen, wenn der Tod Barnabas Pandys kein Kriminalfall darstellt? Warum? brüllte Buse. Sir, wenn Sie mir eine Antwort gestatten würden, ich verstummte und es entstand eine peinliche Stille. Ich hatte erwartet, dass der Super mich an dieser Stelle unterbrechen würde. Wenn Mr. John McCrodden gestern Abend einen Anruf erhielt, so habe ich nichts damit zu tun, sagte ich schließlich, nicht das geringste. Wenn jemand meinen Namen verwendet hat, um zu erfahren, wo John McCrodden an dem Tag war, als Barnabas Pandys starb, dann kann ich mir dazu nur denken, dass die betreffende Person wohl hoffte, durch Berufung auf die sagte der Super, Poirot und noch so eines von seinen Helferlein. Sir, der Brief an John McCrodden war nicht der einzige. Es wurden insgesamt vier verschickt. Drei weitere Personen haben ebenfalls einen mit Poirots Namen unterzeichneten, aber nicht von ihm stammenden Brief erhalten, der sie des Mordes an Barnabas Pandy beschuldigte. Machen Sie sich nicht lächerlich, Catchpool! Ich nannte ihm die Namen Pandy's Enkelin gehörte und dass sie sich zum Zeitpunkt seines Todes im betreffenden Haus aufgehalten hatte. Ich habe gestern mit Stanley McCrodden gesprochen, wie sie von mir verlangt hatten und ihm war sehr daran gelegen, so viel wie möglich über den wahren Absender der Briefe zu erfahren. Er will, Poirot die Ermittlung übernimmt, wenn Poirot also tatsächlich irgendeine Frau beauftragt haben sollte, John McCrodden nach seinem Alibi zu fragen, dann könnte es, naja, für Stanley McCrodden auf lange Sicht durchaus nützlich sein, wenn dadurch überhaupt etwas ans Licht kommt, meine ich. Das Juppa stöhnte. Catchpool, was glauben sie wohl, durch wen ich von dem Anruf bei John McCrodden erfahren habe? Ich wollte mich gerade darüber freuen, dass er die Lautstärke seiner Stimme verringert hatte, als er mir, von Stanny natürlich, ins Ohrpulte. Er möchte wissen, warum ich es jemandem von Scotland Yard erlaubt habe, von seinem Sohn ein Alibi zu verlangen, anstatt das zu tun, was ich ihm versprochen hatte, nämlich der ganzen Vermaledeiten Geschichte ein Ende zu bereiten. Sie können Poirot ausrechten, dass John McCrodden mit großer Wahrscheinlichkeit in Spanien war, als Pandy starb. Spanien. Man kann schlecht jemanden in England umbringen, wenn man gerade in Spanien ist. Habe ich recht? Ich atmete tief durch und sagte, Sir, Stanley McCrodden möchte verstehen, was vor sich geht. Er mag sich darüber aufgeregt haben, dass sein Sohn nach einem Alibi gefragt wurde, aber er will bestimmt, dass in irgendeiner Form weiter ermittelt wird, bis er eine Antwort bekommt. Es gibt nur eine Möglichkeit dieser Sache ein Ende zu bereiten, indem man herausfindet, wer die vier Briefe geschickt hat und warum. Wenn auch nur die Möglichkeit besteht, dass Barnabas Pandy ermordet wurde, wenn ich sie noch einmal dieser Hanebüchen Hypothese äußern, Hörekeitsspul, könnte mir die Faust ausrutschen. Ich weiß, dass sein Tod gerichtlich für einen Unfall erklärt wurde, Sir, aber wenn jemand nicht glaubt, dass er das war, dann irrt sich dieser jemand. In einer seiner zurechnungsfähigeren Stimmungen und unter Umständen, die Stanny Strang keine seelische Belastung zumuteten, hätte der Super eingeräumt, dass natürlich ein Irrtum möglich war, dass tatsächlich ein Verbrechen unerkannt geblieben sein konnte. Aber es hätte keinen Sinn gehabt, ihn heute davon überzeugen zu wollen. In einem Punkt haben Sie recht, Catchpool, sagte er. Stanny will antworten, und zwar rasch. Aus dem Grund sind Sie, bis diese Angelegenheit aufgeklärt ist, von allen Ihren Dienstpflichten freigestellt. Sie werden Poirot dabei helfen, diese Angelegenheit zu einem zufriedenstellenden Abschluss zu bringen. Ich wusste nicht recht, wie ich das fand. Früher hatte es mich sehr beunruhigt, wenn ich nicht wusste, wie ich mich in bestimmten Situationen fühlen sollte, aber kürzlich hatte ich beschlossen, solche Situationen als willkommene Gelegenheit zu betrachten, überhaupt nichts zu empfinden. Der Super hatte eine Entscheidung getroffen und Widerworte waren nicht gefragt. Als er weitersprach, begriff ich, dass er nicht nur eine Entscheidung, sondern auch schon konkrete Vorbereitungen getroffen hatte. Poirot wartet in Ihrem Büro auf Sie. Buse werden in fünfzig Minuten in Stannys Kanzlei erwartet. In der Zeit dürften sie es ja dorthin schaffen. Jetzt raus mit ihnen! Je eher diese absonderliche Affäre geklärt ist, desto glücklicher werde ich mich schätzen. Er lächelte unerwartet, wie um mich mit einer leisen Ahnung dessen anzuspornen, wie seine künftige Glückseligkeit vielleicht aussehen würde. Poirot wartete wie angekündigt in meinem Sie haben, glaube ich, vom Superintendent die Leviten vorgelesen bekommen, ja? Seine Augen funkelten verschmitzt. Wie haben Sie das erraten? fragte ich. Er schickte sich schon an, seinen Zorn auf mich zu richten, doch ich gab ihm zu bedenken, dass ich in dem Fall augenblicklich gehen und seinem guten Freund Stonley Strahan keine weitere Unterstützung zuteil werden lassen würde. Ich verstehe, sagte ich verbiestert. Jedenfalls brauchen Sie sich keine Sorgen um ihn zu machen. Los geworden ist er dann doch noch alles. Von Spanien hat er ihnen vermutlich nichts gesagt. Spanien? John McCridden mag sich aus purer Bockigkeit geweigert haben, ein Alibi anzugeben, aber sein Vater hat dem Super gesagt, dass er wahrscheinlich in Spanien war, als Pandy starb. Wahrscheinlich? Kein stichhaltiges Alibi enthält das Wort wahrscheinlich. Das weiß ich selber, ich gebe nur wieder, was der Super gesagt hat. Als wir das Gebäude verließen, sagte Poirot, das ist eine weitere Frage für die Liste. War John McCridden am 7. Dezember in Spanien oder nicht? Ich hatte angenommen, wir würden zur Kanzlei von Donaldson und McCridden laufen, aber Poirot hatte uns einen Wagen bestellt. Sobald wir losgefahren waren, zog er ein kleines Blatt Papier aus der Tasche. Hier sehen Sie ist die Liste, sagte er, einen Bleistift bitte, Katschpul. Ich zog einen aus meiner Tasche und er fügte unten auf der Seite die neueste Frage hinzu. Die Liste war mit wichtige Fragen überschrieben und eine so typische Poirot Produktion so absolut durch und durch er, dass auch die letzten Reste meiner Verärgerung verflogen. Die Liste lautete wie folgt. Wichtige Fragen. Erstens, wurde Barnabas Pandy ermordet? Zweitens, wenn ja, von wem und warum? Drittens, wer schrieb die vier Briefe? Viertens, verdächtigt der Verfasser der Briefe ernsthaft alle vier Personen? Oder verdächtigt er nur eine von ihnen? Oder verdächtigt er keine von ihnen? Fünftens, wenn der Verfasser der Briefe keinen der vier verdächtigt, welchen Beweggrund hatte er ihnen die Briefe zu schicken? Sechstens, warum waren die Briefe mit dem Namen Hercule Poirot unterschrieben? Siebtens, welche Informationen hält Peter Wout zurück? Achtens, warum waren Barnabas Pandy und Vincent Lopp verfeindet? Neuntens, wo ist die Schreibmaschine, auf der die vier Briefe getippt wurden? Zehntens, wusste Barnabas Pandy, dass er bald sterben würde? Elftens, warum wirkt Annabelle Treadway so traurig? Was für Geheimnisse hütet sie? Zwölftens, wurde Barnabas Pandy von Kingsbury, dessen Kammerdiener, getötet? Wenn ja, warum? Dreizehntens, warum beschlossen Annabelle Treadway und Lenore und Ivy Levington nicht zum Weihnachtsmarkt des Turville College zu gehen? Vierzehntens, war John McCrodden in Spanien, als Barnabas Pandy starb. Warum verdächtigen sie Kingsbury? fragte ich Poirot. Und warum ist die Schreibmaschine wichtig? Da ist doch wohl eine wie die andere, oder? Ah, die Schreibmaschine. Er lächelte. Und als hätte er damit gerade meine zweite Frage beantwortet, kehrte er dann die Frage nach Kingsbury stelle ich wegen dem, was Annabelle Treadway gestern Abend am Telefon sagte, mon ami. Wenn sie sich als Monsieur Pondy starb, mit Lenore und Ivy in Ivys Schlafzimmer aufhielt, dann war nur noch Kingsbury zur fraglichen Zeit im Haus und unbeobachtet. Wenn der Todesfall ein Mord war, ist er der wahrscheinlichste Mörder, non? Vermutlich. Aber ist es dann nicht eigenartig, dass er keinen Brief erhalten hat. Er ist der Einzige, der die Gelegenheit hatte, die Tat zu verüben, und dennoch werden vier Personen, die keine hatten, ihrer beschuldigt. Alles, was sich ereignet hat, ist in extremem Maße eigenartig, sagte Poirot. Ich beginne zu glauben, dass es falsch war, vorauszueilen und schon jetzt an Alibis zu denken. Er schüttelte den Kopf. Ah, schön, dass Ihnen das erst jetzt einfällt, nachdem ich mir meine Trommelfälle habe mal trätieren lassen. Von Bues Wut dröhnte mir noch immer der Kopf. Ja, das ist bedauerlich, sagte Poirot, aber nun, immerhin haben wir einiges herausgefunden. Es wird sich noch alles als nützlich erweisen, da habe ich gar keinen Zweifel. Doch nun, nun ist es Zeit, mehr in die Tiefe zu denken. Zum Beispiel, wenn Kingsbury unser Mörder ist, dann ist die Tatsache, dass er einen Brief, den vier unschuldige Personen erhielten, nicht erhalten hat, vielleicht gerade nicht eigenartig. Ich fragte ihn, wie er das meinte, aber er gab ein unverbindliches Geräusch von sich und sagte nichts weiter. Während wir die Treppe zur Kanzlei Donaldson und McCrodden hinaufstiegen, bereitete ich mich innerlich auf meine zweite Begegnung mit Miss Mason vor. Poirot hatte ich nicht vorgewarnt. Tatsächlich wagte ich es, da Stanley McCrodden uns ja erwartete, diesmal auf einen reibungsloseren Einstieg zu hoffen. Ich wurde prompt enttäuscht. Die rosige junge Frau warf sich mir fast an die Brust. Oh Inspektor Catchpool Gott sei Dank sind sie da ich weiß nicht was ich machen soll. Was ist denn los Miss Mason ist etwas passiert? Es geht um Mr. McCrodden er macht seine Tür nicht auf ich kann nicht zu ihm hinein er muss von innen abgeschlossen haben was er niemals macht und er geht nicht ans Telefon und wenn ich klopfe und seinen Namen rufe antwortet er nicht er muss da drinnen sein ich habe ihn mit meinen eigenen Augen vor weniger als einer halben Stunde in sein Büro gehen und die Tür schließen sehen Miss Mason wandte sich an Poirot und jetzt sind sie da und Mr. McCrodden weiß dass sie einen Termin haben und trotzdem öffnet er die Tür nicht ich wage es kaum zu denken aber was wenn einen Anfall hatte Katschpool können Sie Monsieur McCroddens Tür aufbrechen fragte Poirot ich wollte sie gerade mit der flachen Hand berühren um abzuschätzen wie schwer es voraussichtlich sein würde sie einzutreten als die Tür aufging und Stanley McCrodden vor uns stand er sah kerngesund aus überhaupt nicht wie ein Mann der gerade einen Schlaganfall erlitten hatte oh dem Himmel sei Dank sagte Miss Mason ich muss sofort weg sagte McCrodden es tut mir leid meine Herren ohne ein weiteres Wort ging er an uns vorbei und verließ die Kanzlei wir hörten seine Schritte im Treppenhaushallen immer tiefer und tiefer schließlich knallte eine Tür zu Miss Mason eilte ihm nach und rief Mr. McCrodden das ist höchst unkorrekt Sie können nicht gehen die Herren möchten Sie sprechen er ist bereits gegangen Mademoiselle Miss Mason schenkte Poirot keine Beachtung und schrie weiter ins mittlerweile menschenleere Treppenhaus Mr. McCrodden die Herren haben einen Termin Elftes Kapitel Smaragd Grün Als ich am nächsten Morgen bei Scotland Yard eintraf erfuhr ich vom Super dass Stanley McCrodden Poirot und mich sobald wie möglich sprechen wolle allerdings unter einer Bedingung nicht in der Kanzlei von Donaldson und McCrodden wir waren einverstanden und vereinbarten dass wir drei uns um zwei Uhr im Pleasance treffen würden im Coffee Haus herrschte ausnahmsweise einmal eine angemessene warme aber nicht zu heiße Temperatur und es duftete angenehm nach Zimt und Zitronen unsere Freundin Fiespring kam uns eilig entgegen ich hatte erwartet im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit zu stehen wie es gewöhnlich der Fall war aber heute hatte sie nur Augen für Poirot und ganz besonders forschende Augen dazu sie schob ihn auf seinen Stuhl und fragte und haben sie gemacht was sie versprochen hatten oui mademoiselle aber wir müssen unsere Erörterung des Kirchenfensterkuchens auf später verschieben Katschpool und ich sind hier zu einer wichtigen Besprechung mit einem der noch nicht da ist sagte V noch jede menge zeit sie beide wollen sich über Kirchenfensterkuchen unterhalten fragte ich verwirrt sie nahmen keinerlei Notiz von mir und was wenn wir anfangen und dann unterbrochen werden wandte Poirot ein ich ziehe es vor Dinge auf geordnete Weise zu erledigen eines nach dem anderen gucken sie sich die Teekannen an sagte V alle abgestaubt habe ich sie extra für sie und alle tüllen in dieselbe Richtung gedreht also ich kann sie auch ganz leicht wieder so hindrehen wie sie vorher waren tun sie das nicht ich flehe sie an Poirot richtete den Blick auf die Regale auf denen die Teekannen thronten c'est magnifique erklärte er ich hätte es selbst nicht besser machen können also guten mademoiselle ich werde es ihnen sagen ich suchte wie sie mich gebeten hatten campbells coffee house auf dort fand ich die kellnerin philippa vor und ich bestellte ein stück kirchen fenster kuchen ich verwickelte sie in ein gespräch über denselben sie bekannte sich dazu ihn selbst gebacken zu haben da sehen sie es zischte Vieh und wenn sie es bestritten hätte der wird dich eh kein einziges wort glauben ich fragte sie woher das rezept stamme sie erklärte mir sie habe es von einer freundin die ist keine freundin von mir und auch nie gewesen neben einem zu arbeiten macht einen noch lange nicht zur freundin worum geht es hier eigentlich fragte ich wieder nahmen Poirot und fiel keine notiz von mir mittlerweile verspätete sich Stanley Strang ich fragte sie nach dem Namen der Freundin die ihr das Rezept gegeben habe mit einem Mal nahm ihr Verhalten etwas Verschlagenes an und sie wandte ihre Aufmerksamkeit einem anderen Gast zu mehr Beweis brauche ich nicht die weiß ganz genau dass sie von mir gestohlen hat aber die kann was erleben und jetzt bringe ich ihnen ein Stück von meinem Kirchenfenster Kuchen mit den besten Empfehlungen des Hauses ich warf einen Blick auf meine Uhr Vieh sagte der dürfte in fünf Minuten hier sein ihr Mr. Großstirn ich habe ihm gesagt er sollte im Viertel nach wieder kommen sie lächelte und entschwand Richtung Küche bevor einer von uns beiden sich empören konnte manchmal frage ich mich ob sie wirklich alle Tassen im Schrank hat sagte ich zu Poirot und wann haben sie die Zeit gefunden in diesem Fall von Kuchen Rezept Diebstahl zu ermitteln Ich bin ein glücklicher Pilz mon ami ob ich meine Arbeit nachgehe oder meine Privatinteressen verfolge nie brauche ich dazu mehr als die Gelegenheit nachzudenken inmitten von Unbekannten zu sitzen und ein Stück Kuchen ganz langsam zu verzehren solche Umstände sind überaus förderlich für das Funktionieren der kleinen grauen Zellen das war ja tatsächlich Monsieur McCrodden Poirot schüttelte ihm die Hand Ich bin Hercule Poirot Sie haben mich gestern kurz gesehen aber ich hatte nicht die Gelegenheit mich vorzustellen McCrodden sah angemessen verlegen aus Das war bedauerlich sagte er Ich hoffe wir werden heute Nachmittag rasch vorankommen um die verlorene Zeit wieder aufzuholen Vieh brachte Kaffee und ein Stück Kirchenfenster Kuchen für Poirot Tee für mich und Wasser für Stanley McCrodden der gleich zum geschäftlichen kam Wer auch immer John diesen Brief schickte hat seine Verfolgungskampagne intensiviert Gestern Abend rief eine Frau an die behauptete von ihnen Catchpool und von Scotland Yard bevollmächtig zu sein Sie nannte John den Tag an dem Barnabas Pandy starb und verlangte von ihm ein Alibi Das ist nicht ganz zutreffend Poirot und ich hatten uns vorab geeinigt dass wir ihm reinen Wein einschenken würden jedenfalls weitgehend Ich glaube sie sagte sie rufe im Auftrag von Inspektor Catchpool von Scotland Yard an Was sie auch tat wenngleich in keinem Zusammenhang mit einer Ermittlung von Scotland Yard Sie behauptete mit Sicherheit nicht sie sei eine Mitarbeiterin von Scotland Yard Was zum Teufel McCrodden funkelte mich über den Tisch hinweg böse an Wollen Sie damit sagen dass Sie dafür verantwortlich waren dass Sie sie dazu angestiftet haben Wer war sie überhaupt Ich achtete darauf nicht in Fee Springs Richtung zu sehen Poirot vermute ich ebenso Ich hätte die vier Anrufe auch selbst erledigen können aber ich wollte mich absichern Da ich die Möglichkeit voraussah dass der Super mich deswegen gehörig zusammenstauchen würde hatte ich mir überlegt dass meine Beteuerungen nichts davon zu wissen glaubwürdiger klingen würden wenn die Stimme am anderen Ende der Leitung eindeutig einer Frau gehört hatte feige wie ich bin rechnete ich mir aus dass wenn Phi die Sache für Poirot erledigte denn so legte ich es mir selbst zurecht ich mir dann guten Gewissens würde sagen können dass ich daran vollkommen unbeteiligt war und damit frei von jeglicher Schuld Phi dagegen hatte nicht die geringsten Bedenken wegen des unorthodoxen Plans gehabt es war unübersehbar gewesen dass ich ihr mit meinem Hilfe ersuchen den Tag vergoldet hatte dafür muss ich die Verantwortung übernehmen Monsieur erklärte Poirot Stanley McCrodden beunruhigen sie sich nicht von hier und jetzt an werden wir drei an der Lösung dieses Rätsels zusammen arbeiten zusammen arbeiten McCrodden prallte zurück haben sie auch nur eine Ahnung was sie angerichtet haben Poirot John ist nach diesem verflixten Anruf bei mir erschienen und hat erklärt er sei mein Sohn nicht mehr und ich nicht mehr sein Vater er will alle Beziehungen abbrechen er wird seine Meinung ändern sobald die wahre Identität des Briefschreibers feststeht bekümmern sie sich nicht Monsieur vertrauen sie vielmehr Hercule Poirot dürfte ich fragen warum haben sie darauf bestanden uns heute an einem anderen Ort zu treffen was gibt es in ihrem Büro das ich nicht sehen darf McCrodden gab einen seltsamen Laut von sich dafür ist es jetzt zu spät sagte er was meinen sie damit nichts Poirot versuchte es noch einmal warum schlossen sie sich in ihrem zimmer ein und kam dann hervor nur um sofort wieder zu verschwinden wir saßen schweigend da während er die frage erwog Monsieur wenn sie bitte antworten könnten der Grund hat mit der zur Diskussion stehenden Sache nichts zu tun sagte McCrodden steif genügt ihnen das Pas du wenn sie es nicht erklären bleibt mir keine Wahl als Mutmaßungen anzustellen könnte es sein dass sie befürchten wir könnten eine Schreibmaschine finden eine Schreibmaschine McCrodden sah ihn frustriert und leicht angeüdet an wovon reden sie sagte Poirot sibyllinisch McCrodden wandte sich zu mir wovon redet er Catchpool ich weiß es nicht aber sie werden bemerken dass seine Augen ein smaragd grünes leuchten angenommen haben das bedeutet in der Regel dass er etwas herausgefunden hat smaragd knurrte McCrodden und stieß seinen Stuhl vom Tisch zurück sie wissen es also sie wissen es beide und jetzt verspotten sie mich aber wie können sie es wissen ich habe mit niemandem darüber gesprochen was wissen wir ihrer Meinung nach Monsieur von der Schreibmaschine ihre verdammte Schreibmaschine kann mir gestohlen bleiben ich spreche von dem Grund warum ich es gestern keinen Augenblick länger in der Kanzlei ausgehalten hätte und dem Grund warum ich es ablehnte mich dort heute mit ihnen zu treffen ich spreche von Emerald wie sie sehr wohl wissen deswegen sprachen sie doch von smaragd grün oder etwa nicht Poirot und ich tauschten Blicke der tiefsten Verwirrung Monsieur was bitte ist der Emerald nicht was wer sie ist der Grund warum ich meine eigene Arbeitsstätte nicht aufsuchen kann was äußerst unpraktisch ist Miss Emerald Mason Miss Mason sagte ich die Dame die für sie arbeitet jetzt werde ich es ihnen wohl erklären müssen nicht dass es sie irgendetwas anginge Miss Masons Vorname ist Emerald ich dachte das wüssten sie Emerald Esmaragd sie wissen schon als sie Esmaragd grün sagten no Monsieur warum treibt sie die Anwesenheit dieser Frau aus ihren Büroräumen sie hat nichts Unrechtes getan sagte McCrodden bedrückt sie ist tüchtig eine gepflegte Erscheinung in jederlei Hinsicht die perfekte Angestellte die Angelegenheiten der Firma scheinen ihr ebenso sehr am Herzen zu liegen wie Donaldson und mir selbst ich kann ihr nicht das Mindeste vorwerfen und trotzdem so flierte Poirot finde ich sie von Tag zu Tag unerträglicher gestern habe ich den Punkt erreicht wo ich es einfach nicht mehr aushielt ich hatte ich hatte ihr gegenüber erwähnt dass ich mich nicht entscheiden könne ob ich einen bestimmten Mandanten als meinen Gast zum kommenden Dinner der Law Society einladen sollte es gibt Gründe für und wieder mit denen Miss Mason vertraut ist und sie erinnerte mich dreimal im Laufe einer Stunde daran dass ich mich dringend entscheiden müsse ich kenne das Datum des Law Society Dinners ebenso gut wie sie und was noch wichtiger ist sie weiß zwingen können mich zu entscheiden es auch getan hätte als ich ihr zum dritten Mal sagte dass ich noch nicht zu einer Entscheidung gelangt sei sagte sie bei der erinnerung knischte er mit den Zähnen sie sagte naja vielleicht wäre ein bisschen nachdenken angesagt als ob ich fünf Jahre alt wäre das war der letzte Tropfen ich habe meine Bürotür abgeschlossen und später als sie von draußen nach mir rief habe ich nicht darauf reagiert Poirot schmunzelte und dann treffen Katzspul und ich ein ja aber da war es schon zu spät die gallen schwarze stimmung die mich gepackt hatte war nun sie war vollkommen irrational wenn sie miss mason als so innervierend empfinden warum sagen sie ihr nicht einfach dass sie keine weitere verwendung für ihre dienste haben fragte Poirot dann könnten sie wieder zur arbeit gehen ohne furcht und schrecken im herzen mcrodden fand die idee offenbar indiskutabel ich habe nicht die absicht sie auf die straße zu setzen sie ist gewissenhaft und hat nichts unrechtes getan außerdem hat roland donaldson der andere partner der firma so weit mir bekannt ist nichts gegen sie ein zu wenden ich muss mich bemühen meine aversion zu überwinden und aufzuhören dieser diesem was immer es sein mag zu frönen frönen sagte poirot nachdenklich das ist eine interessante bezeichnung es ist ein frönen sagte mcrodden das büro zu meiden sie zu meiden schenkt eine befriedigung die nicht recht ist weil ich weiß wie sehr sie trifft das ist in der tat faszinierend sagte poirot ist es nicht sagte mcrodden es ist kindisch von mir und es ist nicht unser eigentliches gesprächsthema ich möchte wissen poirot wie sie gedenken herauszufinden wer meinem sohn diesen brief geschickt hat ich habe mehrere ideen die erste betrifft ihr dinner bei der law society wann findet es statt ich frage mich ob es dasselbe dinner ist zu dem barnabas paundis anwalt peter waut eingeladen ist das muss es sein sagte mcrodden es steht nur dieses eine an peter waut war der anwalt dieses pandy sagen sie sie einer an erkennen sie ihn fragte poirot ein wenig ja ausgezeichnet dann sind sie bestens geeignet wofür fragte mcrodden argwöhnisch poirot rieb sich die hände wie man so sagt mon ami sie werden für uns die bedeckte ermittlung durchführen zwölftes kapitel viele geplatzte alibis das ist die unsäglichste idee die ich je gehört habe sagte stanley mcrodden sobald er poirots plan im detail erfahren hatte das kommt nicht in frage sie mögen jetzt so denken monsieur aber naht erster abend des law society dinner werden sie zu der einsicht gelangen dass dies eine überaus vorteilhafte gelegenheit ist und dass sie vollauf dazu im stande sind ihre rolle und zwar perfekt zu spielen ich werde mich an keiner täuschung beteiligen wie gut gemeint der zweck auch sei mon ami wir wollen nicht streiten wenn sie nicht bereit sind zu tun was ich vorschlage dann brauchen sie es nicht zu tun ich kann sie nicht dazu zwingen und das werde ich auch nicht sagte macrodden mit nachdruck wir 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 werden sehen zu wenn 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 der wenn der briefschreiber also jemandem einen üblen schrecken einjagen will dann ist die verwendung ihres namens der sicherste weg selbst ein unschuldiger würde befürchten dass es ihm zum verhängnis werden könnte von ihnen des mordes beschuldigt zu werden einverstanden sagte Poirot was ist der zweite grund der verfasser des briefes will dass sie der sache nachgehen sagte ich er oder sie vermutet dass Barnabas Pandy ermordet wurde weiß es aber nicht mit sicher oder weiß dass es mord war weiß aber nicht wer ihn verübt hat er oder sie denkt sich einen plan aus der sie so neugierig machen soll dass sie die ermittlung aufnehmen sich einfach an die Polizei zu wenden würde nichts nützen da Pendys Tod bereits amtlich für einen Unfall erklärt wurde sehr gut sagte Poirot auf beide Gründe war ich selbst auch schon gekommen aber erklären sie mir warum gerade diese vier Personen Gatschpul da ich nicht der verfasser der Briefe bin kann ich die Frage leider nicht beantworten Poirot sagte zu McCrodden nach Aussage von Monsieur Pondys Enkelin Annabelle Treadway hielten sich am 7. Dezember fünf Personen in Cummingham Hall auf sie selbst Barnabas Pondy dessen andere Enkelin Lenore Lovington deren Tochter Ivy und Monsieur Pondys Dina Kingsbury nehmen wir für einen Augenblick an dass es tatsächlich Mord war die naheliegenden Adressaten dieser Beschuldigungsbriefe wären eigentlich die vier die an dem Tag in Cummingham Hall waren und noch am Leben sind Annabelle Treadway Lenore Lovington Ivy Lovington und Kingsbury Von ihnen hat nur eine einen Brief erhalten Die drei übrigen Empfänger waren zum einen zwei Personen die will man ihnen glauben schenken den ganzen fraglichen Tag auf dem Weihnachtsmarkt des Turville College verbrachten Sylvia Regan und Hugo Doqueril sowie zum anderen John McCrudden der bislang in keiner wie auch immer gearteten Beziehung zum Verstorbenen gestanden zu haben scheint John war mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in Spanien als Pandy starb sagte McCrudden ich bin mir sicher es war Anfang Dezember letzten Jahres als ich versuchte ihn auf dem Markt auf dem er arbeitet ausfindig zu machen und erfuhr er sei nach Spanien gefahren und werde dort mehrere Wochen bleiben sicher sicher klingen sie aber nicht sagte Poirot also McCrudden zögerte Dezember war es ohne Frage auf allen Marktständen wurde Weihnachtsschmuck angeboten unnützer glitzernder Flitter es könnte aber wohl auch später im Dezember gewesen sein er schüttelte den Kopf mit sichtlichem Widerwillen als hätte er sich selbst bei dem Versuch ertappt seinen Sohn durch eine Lüge zu schützen Sie haben Recht räumte er ein ich weiß nicht wo John war als Pandy starb ich weiß nie wo er ist glauben Sie mir Poirot ich würde nie zulassen dass Gefühle mein Urteil trüben auch wenn er mein einziger Sohn ist wenn John einen Mord beginge wäre ich der Erste der die Polizei benachrichtigt und ich würde seine Hinrichtung ebenso befürworten wie ich für jeden Mörder die Todesstrafe befürworte Ist das so Monsieur Es ist so Man muss an seinen Grundsätzen festhalten sonst bricht die Gesellschaftsordnung auseinander Wenn ein Kind von mir es verdiente würde ich es eigenhändig aufhängen Aber wie ich Catchpool bereits sagte würde John nie einen anderen Menschen töten Das weiß ich ganz gewiss Insofern ist sein genauer Aufenthaltsort an dem fraglichen Tag irrelevant Er ist unschuldig und damit Ende der Geschichte Diese Worte Ende der Geschichte sie werden immer nur dann gebraucht wenn die Geschichte gerade erst angefangen hat sagte Poirot zu Stanley McCroddens Verdruss Welchen Grund könnte John denn gehabt haben nach Spanien zu fahren fragte ich Ein missbilligender Ausdruck strich über Stanley McCroddens Gesicht Er fährt dort regelmäßig hin Seine Großmutter mütterlicherseits lebte eine Zeit lang dort und als sie starb hinter sie John ihr Haus Es liegt nah am Meer und das Klima ist viel besser als bei uns John ist in Spanien glücklicher als irgendwo in England das hat er schon immer gesagt und seit einiger Zeit ist da auch eine Frau im Spiel Ein Frauenzimmer sollte ich natürlich besser sagen ganz und gar nicht die Sorte Mädchen die ich für ihn ausgesucht hätte in solchen Dingen sollten die Menschen ihre eigene Wahl treffen sagte ich bevor ich es mir verkneifen konnte da ich an die ideale Frau in Spä denken musste die meine Mutter jüngst entdeckt und mir anzutun versucht hatte sie war wahrscheinlich eine entzückende junge Frau aber die trostlosen Tage in Great Yarmouth die ich Mutter als Entschädigung anzubieten mich verpflichtet gefühlt hatte würde ich ihr ewig nachtragen mcrodden stieß ein hohles lachen aus im herzens dingen meinen sie oh john schert sich keinen deut um die Frau in spanien er benutzt sie das ist alles es ist widerlich und unmoralisch wie er sich aufführt ich habe ihm gesagt was ich davon halte habe ihm gesagt dass seine Mutter im Grabe weinen muss und wissen sie wie er darauf reagiert er lacht mich aus ich frage mich sagte poirot leise was fragte ich ich frage mich ob der briefschreiber in dem er vorgibt ich zu sein nicht eine wichtigere identität verschleiert sie meinen die identität des mörders fragte mcrodden des mörders von barnabas pandy die art wie er es sagte mit seiner näselnden holzbläser stimme versetzte mir einen kalten schauder es ist schwer sich für einen mann zu erwärmen der stolz verkündet dass er sein eigenes kind aufknüpfen würde nein mein freund sagte poirot das meine ich nicht mir geht eine andere möglichkeit auf eine höchst interessante da ich wusste dass er sich dazu vorerst nicht weiter äußern würde fragte ich mcrodden wo er selbst am 7. dezember gewesen war ohne zu zögern sagte er ich war den ganzen tag in meinem club dem ethianium zusammen mit roland donaldson am abend haben wir uns im palace theater dear love angesehen sie dürfen sich das gern von roland bestätigen lassen wie wie sagten sie noch dazu ah ja den flitter kram an den markt ständen und jetzt auch nicht für den weihnachtsmarkt ist der will college ich habe nichts gegen weihnachtsmärkte auch wenn ich ohne not persönlichkeit besuchen würde sagte mcrodden aber ernsthaft poirot die vorstellung jemandes anwesenheit auf dem weihnachtsmarkt einer großen schule könnte selbst mit viel gutem willen als alibi anerkannt werden ist geradezu lachhaft warum sagen sie das mon ami es ist zwar lange her dass ich eine solche veranstaltung zuletzt besucht habe aber ich habe diesbezüglich nur zu deutliche erinnerungen aus meiner jugend ich erinnere mich dass ich meinen ehrgeiz da reinsetzte den tag zu überstehen ohne mit jemandem auch nur ein wort gewechselt zu haben das mache ich auf massen veranstaltungen die mir ein kraus sind noch heute so auf dem dinner der long society werde ich es mit sicherheit ebenfalls versuchen der trick besteht darin an jedem mit einem freundlichen lächeln vorbeizugehen und dabei den eindruck zu erwecken man wäre auf dem weg zu einem anderen grüppchen von gästen die auf einen warten niemand achtet je darauf ob man wirklich bei denen stehen bleibt darauf wohin man weiter geht oder was man macht poirot hatte die stirn gerunzelt seine blicke schossen hin und her das ist ein wichtiges argument monsieur er hat recht nicht war katschpul auch ich habe große versammlungen dieser art schon besucht es ist das einfachste von der welt zu verschwinden und kurze zeit später wieder aufzutauchen und niemand bemerkt es weil jeder damit beschäftigt ist mit jemand anderem zu plaudern je suis un imbecile monsieur mccorden wissen sie was sie getan haben sie haben die alibis vieler leute zum platzen gebracht und jetzt wissen wir weniger als wir zu beginnen wussten jetzt kommen sie schon poirot sagte ich übertreiben sie nicht wer sind denn diese vielen leute mit geplatzten alibis annabelle tradway hat ihres nach wie vor sie war zusammen mit ivy und lenor levington in ivys schlafzimmer obwohl das natürlich noch überprüft werden muss john mccrodden könnte in spanien gewesen sein auch das muss verifiziert werden dieses weihnachtsmarkt problem 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 das so das kopfzer brechen bereitet lässt wenn es hochkommt lediglich zwei alibis wackelig erscheinen sylvia reagans und hugo dockerills kingsbury hat auch weisen spazierte dort ausgiebig herum damit möglichst viele leute ihre anwesenheit bemerkten so könnte es gewesen sein sagte poirot grimmig ohne weiteres möglich wir dürfen aber nicht vergessen dass barnabas pandys tot mit großer wahrscheinlichkeit ein unfall war sagte ich aber wenn es mord war sagte poirot mit einem gedanken verlorenen ausdruck im gesicht wenn es ein mord war dann hat der mörder eine starke motivation den verdacht auf jemand anderen zu lenken oder nicht nicht solange ihn niemand verdächtigt weil der todesfall bereits als folge eines unfalls akzeptiert wurde sagte ich aber vielleicht akzeptiert ihn nicht jeder sagte poirot der mörder könnte herausfinden dass wenigstens eine person die wahrheit kennt und kurz davor steht sie publik zu machen also lenkt er den verdacht von sich ab aber noch raffinierter er lenkt den verdacht auf vier unschuldige personen gleichzeitig das ist wirkungsvoller als einfach nur einen unschuldigen zu beschuldigen wieso fragten mccrodden und ich unisono wenn man nur eine person beschuldigt ist die sache zu schnell geklärt der beschuldigte bringt sein alibi bei oder ansonsten lassen sich keine konkreten beweise finden die ihn mit dem verbrechen in verbindung bringen würden und das war's wohingegen wenn man vier leute beschuldigt und diese beschuldigungen mit dem namen hercule poirot unterschreibt was ist dann die folge chaos verwirrung unschuldsbeteuerungen von vielen verschiedenen seiten das ist die situation in der wir uns gerade befinden und sie ist mit sicherheit das brillanteste vernebelungsmanöver das man sich vorstellen kann oder nicht wir wissen nichts wir sehen nichts sie haben recht sagte stanley mccrodden die vorgehensweise des briefschreibers ziemlich raffiniert er hat eine frage in den raum gestellt welche der vier personen ist schuldig er hofft zweifellos dass poirot die ermittlung aufnehmen wird eine frage die eine von lediglich vier möglichen antworten zu haben scheint setzt den auswahl möglichkeiten eine illusorische grenze in wahrheit könnten weit mehr antworten möglich und könnte überhaupt jemand ganz anderes schuldig sein mccrodden lehnte sich vor und fragte eindringlich poirot glauben sie wie ich dass der verfasser der briefe wahrscheinlich barnabas panties mörder ist ich versuche keine mutmaßungen anzustellen wie ketschpool sagt wissen wir nicht noch nicht ob monsieur pendy überhaupt ermordet wurde meine befürchtung mes amis ist dass wir es vielleicht niemals wissen werden ich weiß einfach nicht auf wen er ließ den satz unvollendet und indem er lautlos etwas französisches flüsterte zog er den kuchenteller der auf dem tisch lag zu sich heran er ergriff seine kuchengabel während er sie über das stück kirchenfenster kuchen hielt sah er stanley mccrodden an und sagte entschlossen ich werde das augenmerk auf ihren sohn john richten was mccrodden sah ihn finster an habe ich ihnen nicht gesagt sie missverstehen mich ich meine damit nicht dass er schuldig ist ich meine dass seine stellung innerhalb der struktur mich fasziniert was für eine stellung welche struktur poirot legte seine kuchengabel wieder hin und nahm ein messer sie sehen die vier felder des kuchens auf der hinteren hälfte ein gelbes und ein rosa fällt nebeneinander auf der vorderen dasselbe nur umgekehrt für unser beispiel stellen diese vier kleinen quadrate diese vier viertel des einen kuchenstücks unsere vier briefempfänger dar anfangs nahm ich an es wären zwei paare poirot schnitt das kuchenstück in zwei hälften um zu veranschaulichen was er meinte annabelle tridway und hugo dockeril waren ein paar durch ihre beziehung zu barnabas pendy definiert die betracht ziehe ist und was was nicht mon ami ich sitze hier und denke verbissener nach als ich je zuvor nachgedacht habe und ich finde keine antwort auf das wichtigste rätsel von allem ob pendy ermordet wurde meinen sie es gibt eine frage die noch wichtiger ist warum sollten wir diese sache überhaupt verfolgen es ist nicht das erste mal dass ich versucht habe herauszufinden ob ein unfalltod nicht ein verkleideter mord sein könnte pas du tout das habe ich schon viele male gemacht aber immer nur dann wenn jemand der mir wie ein verlässlicher mensch erscheint zu mir sagt dass es sich auch anders verhalten könnte als es aussieht oder wenn mir selbst aufgrund meiner eigenen Beobachtung in dieser Verdacht kommt keine dieser Bedingungen trifft auf unseren gegenwärtigen Fall zu nein während ich auf die launen Poirots Stanley McCrodden und des Supers einging auf meinem Schreibtisch bei Scotland Yard wahrscheinlich die Arbeit immer höher türmte vielmehr kommt die Behauptung dass Monsieur Pondys Tod ein Mord war von jemandem den wir gerade als nicht vertrauenswürdig kennen von einer Person die Briefe schreibt und mit einem Namen unterzeichnet der nicht der ihrige ist wir wissen ohne begründeten ein Betrüger ist ein Lügner ein Stifter der Verwirrung wenn ich beschließen sollte keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen und meiner Aufmerksamkeit anderen Dingen zuzuwenden könnte niemand meinen Entschluss tadeln ich jedenfalls würde es nicht tun versicherte ich ihm und dennoch die Widerhaken sie haben sich unherausziehbar im Verstand Erkühlt Poirots festgesetzt ich würde gern wissen warum ist Mademoiselle Annabelle Treadway so traurig wer schickte die Briefe und warum warum vier und warum gerade diesen vier Personen glaubt der oder die verantwortliche wirklich dass Bernabas Pondy ermordet wurde oder ist das irgendeine Art Trick oder Falle was wenn er nicht nur der Briefschreiber sondern auch noch der Mörder ist muss sich einen Übeltäter identifizieren oder zwei Also wenn der Verfasser der Briefe tatsächlich zugleich auch der Mörder ist dann muss er oder sie einer der grandiosesten Idioten sein der je existiert hat sehr geehrter Acule Poirot hiermit möchte ich ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken dass ich im Dezember vergangenen Jahres einen Mord begangen habe und damit ungestraft davon zu kommen scheine niemand könnte so hirnrissig sein vielleicht es ist aber möglich kratschpul dass jemand der ganz und gar keinen gehirnriss hat mich zu manipulieren versucht mit welchem ziel weiß ich nicht und kann ich auch nicht wissen warum kontern sie nicht ihrerseits mit einer Manipulation tun sie absolut nichts das könnte den Verwirrungsstifter dazu provozieren weitere Briefe zu verschicken das nächste Mal könnte er auch sie direkt anschreiben wenn ich die Geduld dazu hätte aber es liegt nicht in meiner Natur nichts zu tun also Poirot klatschte in die Hände sie werden augenblicklich beginnen sämtliche Alibis und sämtliche Schreibmaschinen zu überprüfen der Welt oder nur alle Schreibmaschinen Londons sehr amüsant mon ami nein nicht nur Londons auch diejenigen im Turville College und in Cummingham All ich will dass sie jede Schreibmaschine ausprobieren die sie finden können die von einer der in diese Geschichte verwickelten Personen benutzt worden sein könnte selbst von Eustace aber Poirot außerdem müssen sie Vincent Loeb ausfindig machen fragen sie ihn warum er und Barnabas Pondy so lange Zeit Feinde waren und als letztes denn ich möchte ihnen nicht zu viele Pflichten aufbürden bringen bringen sie bitte Stanley McCrodden dazu dass er auf dem Law Society Dinner macht was er für uns erledigen soll können sie nicht McCrodden übernehmen fragte ich wenn dann hört er wahrscheinlich eher auf sie als auf mich was halten sie von ihm fragte Poirot offen gesagt bringe ich ihm nicht mehr ganz so herzliche Gefühle entgegen seit ich ihn sagen hörte dass er mit Vergnügen seinen eigenen Sohn hängen würde wenn sein Sohn ein Mörder wäre und Stanley McCrodden ist felsenfest davon überzeugt dass John keiner ist deswegen wenn er sagt dass er ihn bereitwillig an den Galgen schicken würde ist es nicht sein Sohn an den er dabei denkt sondern eine Fantasieversion Johns deswegen ist er imstande das zu sagen und zu glauben er meine es auch so seien sie versichert mon ami wenn John McCrodden je einen Mord verüben sollte würde sein Vater wie man so sagt Immel und Ölle in Erregung versetzen um ihn vor Bestrafung zu schützen er würde die größten Verrenkungen vollführen und einen Weg finden John für unschuldig zu halten wahrscheinlich haben sie recht sagte ich glauben sie die vier Briefe könnten von ihm stammen stellen sie sich das etwa so vor er bringt seinen Sohn absichtlich in die Bredouille sodass er zu seiner Rettung eilen kann wodurch John gezwungen ist anzuerkennen dass er ein liebender Vater ist und nicht der hassenswerte Unmensch für den er ihn hält wenn er demnächst in der Lage ist John zu sagen ich habe Hercule Poirot beauftragt in deiner Sache zu ermitteln und er hat dich von allen Vorwürfen reingewaschen und wenn John erkennen kann dass weiteren Personen damit man nicht merkt dass das ganze Manöver in Wirklichkeit John gilt sagte Poirot es ist möglich bisher hielt ich zwar Annabelle Treadway für unsere wahrscheinlichste Briefquelle aber es könnte auch Stanley McCrodden gewesen sein warum Annabelle Treadway fragte ich erinnern sie sich dass ich von einer Identität sprach die der Absender der Briefe möglicherweise verschleiern wollte Stanley McCrodden fragte mich ob ich die Identität des Mörders von Barnabas Pondy meinte ja ich erinnere mich was ich meinte mon ami ist die Identität des Heger eines Verdachts wenn man so sagen kann als sich diese Theorie entwickelte hatte ich Annabelle Treadway im Auge ich nahm einen Schluck von meinem Drink und wartete darauf dass er ins Detail ging mir scheint dass wenn jemand Monsieur Pondy ermordete der wahrscheinlichste Täter sein Kamardiner ist Kingsbury fuhr Poirot fort nach dem was man uns erzählt hat hatte er die Gelegenheit die drei Frauen des Hauses waren zusammen in einem Zimmer hinter geschlossener Tür und unterhielten sich wahrscheinlich auf angeregte Weise sie hätten nichts sehen oder hören können nehmen wir nun an dass Mademoiselle Annabelle die auf mich nicht den Eindruck einer mutigen oder selbstsicheren Frau gemacht hat Kingsbury verdächtigt ihren Großvater getötet zu haben sie kann es nicht beweisen also setzt sie ihre Hoffnungen auf ein Glücksspiel sie sagt sich dass Erkü Poirot im Stande sein könnte ihren Verdacht zu bestätigen warum kommt sie aber dann nicht zu mir und bittet mich direkt und ohne Umstände um Hilfe ich wüsste wirklich keinen Grund warum sie nicht genau das tun sollte entgegnete ich was wenn sie befürchtete Kingsbury könnte davon den Wind bekommen sie könnte vorhergesehen haben wie schwierig es wäre zu beweisen dass ein sehr alter Mann während er ein Bad nahm unter Wasser gedrückt wurde wie sollte das je zu beweisen sein wenn zu dem Zeitpunkt nur Monsieur Pondy und Kingsbury im Raum waren ich verstehe sie meinen also sie hätte es für wahrscheinlich gehalten dass er ungestraft davon kommen würde exakt aufgrund des Mangels an Beweisen hätte kein Gericht eine Handhabe gehabt ihn zu bestrafen andererseits aber würde er ein Mörder wissen dass es Annabelle Treadway war die einen Verdacht gegen ihn ausgesprochen hatte was sollte ihn daran hindern als nächstes sie zu ermorden ich fand seine Theorie alles andere als überzeugend wenn das ihre Befürchtung war hätte sich doch eine weit einfachere Vorgehensweise angeboten sie hätte Kingsbury in einem anonymen Brief an sie beschuldigen können statt sich selbst und drei weitere Personen mit Briefen zu beschuldigen die vorgeblich von ihnen stammten das wäre doch viel einfacher und direkter gewesen in der Tat räumte Poirot ein aber für ihre Zwecke wäre es eben zu direkt gewesen Kingsbury hätte der Verdacht kommen können dass sie einen solchen Brief geschrieben hatte da sie in Comingham Hall war als Monsieur Pondy starb sie wäre dann eine von drei naheliegenden Verdächtigen gewesen und die zwei anderen wären ihre Schwester und ihre Nichte gewesen an denen sie sehr zu hängen scheint sie hätte also auch nicht deren Leben aufs Spiel setzen wollen nein nein meine Theorie ist besser nachdem dieser seltsamen Ausfall von Leuten einschließlich Annabelle Tradeway selbst die Briefe zugesandt worden sind wird sie selbst des Mordes an ihrem Großvater beschuldigt dadurch meine ich dürfte Kingsbury nicht auf den Gedanken kommen dass sie in der Tat verdächtigt verstehen sie Katschpul schon aber sie unterschreibt die vier Briefe mit Hercule Poirot und indem sie das tut holt sie mich ins Spiel und sobald ich beteiligt bin sobald ich wie ein Fisch an dem Aken hänge und an Land gekurbelt worden bin lehnt sie sich zurück und hofft dass ihre Bemühungen nicht vergeblich waren dass ich die Ermittlung aufnehmen und Kingsburys Schuld erkennen und eine Möglichkeit finden werde diese auch zu beweisen meinetwegen aber wozu dann auch die drei anderen beschuldigen sie hätte doch auch einfach einen einzigen an sich selbst adressierten und mit Hercule Poirot unterzeichneten Brief abschicken können der sie und niemand sonst des Mordes an ihrem Großvater beschuldigte sie ist eine Frau von äußerster Vorsicht und Furchtsamkeit sagte Poirot wirklich ich lachte dann haben sie soeben ihre eigene prachtvolle Theorie widerlegt kein grundsätzlich vorsichtiger Mensch würde sich auf so einen vertragten Plan einlassen aber sie müssen auch ihre Verzweiflung bedenken ich fürchte damit haben wir endgültig das Reich der Fantasie betreten sagte ich vielleicht ist es so auf der anderen Seite vielleicht auch nicht ich hoffe es in naher Zukunft zu wissen der nächste Schritt ist jedenfalls klar mir nicht doch Katschpuhl ich habe ihnen die Klarheit geschenkt Vincent Lob Alibis und Schreibmaschinen zu meiner Erleichterung schien die Aufgabe Stanley McCrodden dazu zu überreden das Dinner der Law Society in eine Scharade Poirot gepräges zu verwandeln vom Tisch zu sein und was werden sie unternehmen während ich nach fehlerhaften Ehes fahnde liegt es nicht auf der Hand fragte Poirot morgen in aller frühe werde ich nach coming am all aufbrechen wir werden sehen was für antworten ich da vielleicht finde dann seien sie doch so nett und überprüfen sie die Schreibmaschinen vor Ort sagte ich grinsend wenn sie schon mal da sind natürlich mon ami Poirot er wird so nett sein vierzehntes kapitel in coming ham hall es gab viele gründe dachte Poirot als er am nächsten tag vor dem gebäude stand und die fassade anstarrte warum coming ham hall hätte ansprechend wirken müssen am himmel strahlte die wintersonne und die temperatur war für februar recht mild wie eine einladung an jeglichen besucher stand die eingangstür halb offen niemand hätte bestreiten können dass ein schönes und stattliches bauwerk war und es war von allem umgeben was man sich nur wünschen konnte gepflegten rasenflächen und etwas weiter vom haus entfernt einem see einem tennis court zwei cottages einem gemüsegarten und einer ansehnlichen waldfläche das alles hatte Poirot bereits durch die fenster des automobils gesehen das ihn vom nächstgelegenen bahnhof hierher befördert hatte dennoch zögerte er jetzt das herrenhaus zu betreten man konnte wohl stolz sein ein solches gebäude zu besitzen und zu bewohnen aber konnte es einem ans herz wachsen die offene tür ließ eher an nachlässigkeit als an echte gastlichkeit denken anstatt sich in seine natürliche umgebung einzufügen wie gebäude es eigentlich sollten ragte es unschön fast wie ein fremdkörper in die höhe als ob ein übel wollender sich von oben herunter gebeugt und es dort platziert hätte um den leuten weiß zu machen dass es dorthin gehörte es sei denn ich bin ein närrischer alter mann der sich das alles nur ein bildet sagte Poirot zu sich selbst eine Frau von vielleicht vierzig oder knapp darüber die ein gelbes kleid mit wahrhaft wunderseltsam dachte Poirot die Frau hatte etwas mit dem Gebäude gemeinsam aus dem sie erschienen war sie war unzweifelhaft schön mit goldenem haar und vollendet gezeichneten vollkommen miteinander harmonierenden Gesichtszügen und dennoch wirkte sie ungastlich murmelte Poirot bei sich er setzte sein strahlendstes lächeln auf und ging mit forschem schritt auf sie zu guten Tag Madame sagte er bevor er sich vorstellte sie reichte ihm die Hand zum Gruß freut mich sie kennenzulernen sagte sie ohne allerdings eine Miene zu verziehen ich bin Lenor Levington bitte kommen sie herein wir sind für sie bereit Poirot fand dass das eine seltsame Aussage war als ob er eine Prüfung wäre die es zu erdulden galt er folgte der Frau in eine große kahle Eingangshalle mit einer Treppe aus dunklem Holz zur linken und drei bogenfarmigen Durchgängen geradeaus an diese schlossen sich ein Korridor mit Tonnen Gewölbe und an dessen Ende ein weiterer dreibogiger Durchgang an der in einen Speisesaal mit einem langen schmalen Holztisch führte an dem viele Stühle standen Poirot fröstelte im Haus war es kälter als draußen der Grund war offensichtlich wo waren die Wände stand konnte er keine sehen es war ganz falsch befand er ein Haus zu betreten und direkt weit in der Ferne den Esstisch ausmachen zu können er verspürte eine große Erleichterung als Lenor Levington ihn in ein kleines wärmeres Wohnzimmer führte das blassgrüne Tapeten ein schönes Kaminfeuer und eine schließbare Tür aufwies dort erwarteten ihn zwei weitere Frauen Annabelle Treadway und eine viel jüngere breitschulterige Frau mit dunklem Haar klugen Augen und einem unordentlichen filigran von Narben das sich über eine Gesichtsseite bis unter das Ohr hin zog das musste Ivy Levington sein dachte Poirot einen Teil der Narben hätte sie durch eine andere Frisur verbergen können aber sie hatte sich offenbar dagegen entschieden ein großer Hund mit jeder Menge flauschigem stellenweise lockigem Fell saß auf Annabelle Treadways Füßen während sein Kopf auf ihrem Schoß ruhte Als Poirot erschien raffte er sich auf und kam angetrottet um den unbekannten Besucher zu begrüßen Poirot tätschelte ihn worauf der Hund die Vorderpfoto hob und das Tätscheln erwiderte Ah er begrüßt mich Hop hier ist der freundlichste Bursche der Welt sagte Annabelle Treadway Hopscotch das ist Monsieur Hercule Poirot Das ist meine Tochter Ivy sagte Lenor Levington Nichts an ihrem Ton verriet dass diese Bemerkung einen Tadel an ihre Schwester beinhalten könnte Ja natürlich das ist Ivy sagte Annabelle Guten Tag Monsieur Poirot Es ist eine Ehre ihre Bekanntschaft zu machen sagte die jüngere Frau sie hatte eine warme tiefe Stimme Hopscotch der noch immer zu Poirots Füßen stand und ihn anstarrte hob die Pfote und tätschelte die Luft zwischen ihnen als ob er es nicht recht wagte den großen Detektiv ein zweites Mal zu berühren Ach wie süß er möchte dass sie mit ihm spielen sagte Annabelle gleich liegt er auf dem Rücken und erwartet von ihnen dass sie ihm den Bauch kraulen Ich bin sicher Monsieur Poirot hat Wichtigeres zu tun sagte ihre Schwester Ja natürlich Verzeihung Keine Entschuldigung nötig versicherte ihr Poirot Der Hund lag inzwischen auf dem Rücken Poirot machte einen Bogen um ihn und ließ sich von Lenor Levington dazu aufgefordert in einen Sessel nieder Das Zimmer hier konnte unmöglich der Salon von Comingham Hall sein dachte er Es war viel zu klein aber vielleicht war es der einzige Teil des Hauses der ein menschenwürdiges Klima besaß Man bot ihm Erfrischungen an die er dankend ablehnte Lenor Levington schickte Ivy los damit sie Kingsbury auftrug etwas zu essen und zu trinken zu richten Für den Fall dass Monsieur Poirot es sich anders überlegt Sobald ihre Tochter das Zimmer verlassen hatte sagte sie Es ist nicht nötig zu warten bis Ivy zurückkommt Vielleicht könnten Sie Sie werden es bestimmt viel besser erklären als ich es könnte Wollen Sie damit sagen Mademoiselle dass Sie Madame Lovington nichts von dem Brief erzählt haben C'est vraiment incroyable sagte Poirot lautlos zu sich selbst Menschenwesen Ihre Seltsamkeit kannte keine Grenzen Wie konnte eine Schwester der anderen mitteilen dass der berühmte Detektiv Hercule Poirot sie aufsuchen würde und den Grund des Besuches nicht und wie konnte die andere Schwester nicht danach fragen bevor der Detektiv eintraf Annabelle hat mir nichts erzählt ich würde sehr gern wissen worum es hier geht Poirot erläuterte so kurz und knapp er konnte die Situation Lenor Levington hörte aufmerksam zu und nickte hier und da falls die Geschichte sie überraschte ließ sie es sich nicht anmerken als er geendet hatte sagte sie ich verstehe und dann eine unerfreuliche Angelegenheit wie wohl auch nicht so unerfreulich wie wenn die Möglichkeit bestände dass die Anschuldigungen gerechtfertigt wären sie wollen damit sagen dass diese Möglichkeit nicht besteht nicht im entferntesten großvater wurde nicht ermordet weder von meiner Schwester noch von irgendjemand anderem als er starb war niemand im Haus außer Annabelle mir Ivy und Kingsbury wie sie sehr wohl wissen da sie es mir gerade selbst erzählt haben Annabelle hat völlig recht zwischen dem Zeitpunkt als Großvater uns etwas zurief und dem als Kingsbury uns alarmierte und wir alle ins Badezimmer liefen wo wir Großvater tot vorfanden waren sie Ivy und ich in Ivys Schlafzimmer keine von uns verließ in der Zwischenzeit den Raum Poirot nahm zur Kenntnis dass sie Barnabas Pandy Großvater nannte nicht Grandy wie ihre Schwester was ist mit Kingsbury fragte er Kingsbury nun er war nicht mit uns im Zimmer aber Kingsbury sollte Großvater getötet haben undenkbar ich nehme an sie werden ihn sprechen wollen bevor sie gehen dann werden sie bald einsehen was für eine absurde Idee das ist dürfte ich fragen warum sie diese Ermittlungen überhaupt anstellen Monsieur Poirot wo doch weder die Polizei noch irgendein Gericht den leisesten Verdacht zu haben scheint Großvaters Tod könnte irgendetwas anderes als ein Unfall gewesen sein sind Sie in jemandes Auftrag hier oder lediglich um ihre eigene Neugier zu befriedigen ich bin neugierig das gebe ich zu ich bin immer neugierig außerdem bat mich der Vater Monsieur Jean Becrodens des Empfängers eines der vier Briefe ihm dabei zu helfen den Namen seines Sohnes rein zu waschen Lenor Levington schüttelte den Kopf das geht jetzt wirklich zu weit sagte sie seinen Namen reinwaschen das ist Haft er war nicht hier im Haus als Großvater starb bitteschön sein Name ist reingewaschen und es besteht für sie oder den Vater dieses Mr. John McCrodden keinerlei Notwendigkeit ihre Zeit noch weiter zu vergeuden ihre Fragen beantworten wir aber natürlich gern sagte Annabelle und kraute den Köter am Kinn er war zu seinem Frauchen zurückgekehrt und hatte sich wieder vor ihre Schienbeine drapiert darf ich fragen als ich eintraf stand die Haustür offen ja sie steht immer offen sagte Lenore es ist wegen hopscotch sagte Annabelle er hat es gern wenn er ungehindert zwischen Haus und Garten hin und her laufen kann wissen sie uns wäre es lieber wenn wir ihn hinaus oder herein lassen und danach die Tür wieder schließen könnten aber nun ja er bellt leider ziemlich laut er verlangt dass die Tür offen bleibt und Annabelle besteht darauf dass wir ihm seinen Willen lassen hoppy ist unglaublich gescheit monsieur poirot sagte Annabelle es ist ihm lieber wenn die haustür offen bleibt so dass er nach draußen gehen kann wann immer er will ohne dazu eine von uns herbeirufen zu müssen wenn die Tür ständig offen gelassen wird ist es dann nicht möglich dass jemand am siebten Dezember letzten Jahres das Haus betrat während ihr Großvater in der Badewanne lag nein ist es nicht nein echote Annabelle ivys schlafzimmer geht nach vorn eine von uns dreien hätte es gesehen wenn jemand die auffahrt entlang gekommen wäre sei es in einem Auto auf einem Fahrrad oder zu Fuß es ist ganz unmöglich dass keine von uns es bemerkt hätte was wenn jemand sich dem Haus von hinten genähert hätte fragte Poirot warum sollte er fragte Annabelle von vorn ist es doch viel bequemer ach so natürlich wenn er nicht gesehen werden wollte die Hintertür steht ebenfalls die meiste Zeit offen obwohl Hoppy es vorzieht vorn ein und aus zu gehen Lenore sagte der Hund hätte das ganze Haus zusammen gebellt wenn jemand herumgeschlichen wäre er hätte einen Fremden nicht gebellt als ich ins Zimmer kam wandte Poirot ein das liegt daran dass sie mit Lenore hereingekommen sind sagte Annabelle er hat gesehen dass sie ein willkommen Gast sind hier hob Lenore Levington leicht die Augenbrauen lassen sie uns fortfahren sagte sie haben sie weitere Fragen Monsieur Poirot oder sind sie jetzt zufrieden zufrieden bin ich leider noch nicht entgegnete Poirot gibt es im Haus eine Schreibmaschine eine Schreibmaschine ja warum fragen sie dürfte ich sie benutzen bevor ich gehe wenn sie möchten danke madame jetzt würde ich sie gern nach vincent lob fragen er war ein bekannter ihres großvaters wir wissen wer er war sagte Lenore er und großvater kannten sich schon sehr lange sie waren die besten freunde bis irgendetwas geschah was sie zu Feinden machte bevor sie fragen wir wissen nicht was geschah sagte annabelle grandy hat es uns nie verraten vielleicht wissen sie dass monsieur pendy nicht lange vor seinem tod monsieur lob schrieb dass er den wunsch habe die froideur zu beenden die zwischen ihnen herrschte die schwestern tauschten einen blick dann sagte Lenore nein wir wussten es nicht wer hat ihnen das erzählt der anwalt ihres großvaters monsieur peter waut ich verstehe der gedanke dass grandy das getan hat macht mich froh annabelle seufzte und es überrascht mich nicht das zu erfahren er war unglaublich gütig und nachsichtig annabelle du sagst die verblüffendsten dinge sagte ihre schwester wirklich Lenore wirklich großvater nachsichtig was auch immer vincent lob getan haben mag das war vor 50 jahren großvater hat 50 jahre lang gegrollt ich sage damit nicht dass es falsch oder grausam von ihm war die meisten menschen sind nachtragend wenn du annabelle auch nicht zu ihnen gehörst du schon Lenore ja ich schon pflichtete ihre schwester ihr bei und du bist die von natur aus nachsichtige nicht großvater nein bin ich nicht die unterstellung schien annabelle kummer zu bereiten wer bin ich schon dass ich wem auch immer etwas nachsehen sollte ich bin sie blinzelte gegen die tränen an dann sagte sie es ist wahr ich habe es grandy verziehen dass er hoppy ignorierte und vor ihm skittel und dass er lenore mir vorzog ich verziehe ihm weil er mir verziehe er empfand mich als eine schreckliche enttäuschung aber er tat sein bestes um es nicht zu zeigen ich wusste was er von mir hielt aber ich war dankbar für seine Poirot ihr Gesicht zeigte ein kleines gesittetes lächeln sie neigt dazu zu übertreiben wo Ivy wohl bleibt ich hoffe wirklich sie verspeist nicht gerade das essen das für sie gedacht war Monsieur Poirot warum fand ihr Großvater sie enttäuschend fragte Poirot Annabelle ich glaube das lag daran dass ich eine mir überlegene ältere Schwester habe sagte sie also wirklich Annabelle nein Lenore es ist wahr du bist mir überlegen ich meine das und Grandy meinte das auch Lenore war von jeher sein Liebling Monsieur Poirot und das zu recht sie ist so zielstrebig und tüchtig und stark genau wie Grandy es war und sie hat geheiratet und ihm Urenkel geschenkt hat die Blutlinie fortgeführt während ich den Anschein erweckte am liebsten meine ganze Zeit mit meinen Hunden zuzubringen und was das schlimmste ist ich bin ein kinderloses lediges Fräulein Annabelle hat viele Heiratsanträge bekommen erklärte Lenore Poirot an Angeboten hat es ihr nicht gemangelt Grandy meinte dass ich mich mit Tieren einschloss weil ich mich Menschen gegenüber nicht durchsetzen konnte vielleicht hatte er recht ich bin tatsächlich der Meinung dass Tiere weniger zudringlich als Menschen sind und treuer sind sie mit Sicherheit sie lieben einen trotz aller Fehler die man hat oh ich beklage mich nicht über Grandy oder sonst jemanden es wäre mir schrecklich unangenehm wenn sie das annehmen er tat sein bestes und ich habe ihn so schwer enttäuscht ich sie verstummte abrupt und schnappte nach Luft da kommt Ivy sagte sie es war ein ziemlich fadenscheiniger versuch das thema zu wechseln wie meinen sie das mademoiselle fragte poirot der sich wunderte dass sie plötzlich so erschrocken aussah als wäre barnabas pandys geist höchstpersönlich ins zimmer spaziert die tür öffnete sich und Ivy Levington kam herein sie sah die mine ihrer Tante und fragte besorgt was ist passiert nichts sagte Lenor Levington bedachte man dass Ivy Poirots Erklärung für seinen Besuch noch gar nicht gehört hatte war dies eine in jeglicher Hinsicht unzureichende Auskunft wodurch haben sie ihren Großvater enttäuscht fragte Poirot Annabelle Treadway noch einmal ich sagte es ihnen schon antwortete sie mit erstickter Stimme er hätte es gern gesehen wenn ich geheiratet und Kinder bekommen hätte da war etwas das sie um keinen Preis sagen wollte dachte sich beruhen zu lassen später so hoffte er würde es Gelegenheit geben sie noch einmal zu fragen vielleicht würde sie unbefangener sprechen wenn ihre Schwester und ihre Nichte nicht zugegen waren er wandte sich an Lenor Levington wenn es für sie nicht zu schmerzlich ist Madame würde ich gern das Badezimmer sehen in dem ihr Großvater ertrank das ist ziemlich morbide nicht sagte Ivy ihre Mutter ignorierte sie ja natürlich sagte sie zu Poirot wenn sie es für notwendig halten Annabelle stand auf um sich ihnen anzuschließen doch Lenor sagte nein Annabelle nahm die Zurückweisung widerspruchslos hin und setzte sich wieder warum erzählst du Ivy nicht so lange was passiert ist schlug Lenor ihr vor bitte folgen sie mir Monsieur Poirot Fünfzehntes Kapitel Der Schauplatz des möglichen Verbrechens Der Weg zum Bad in dem Barnabas Pandy gestorben war zog sich vergleichsweise lang hin Poirot war schon in vielen großen Landhäusern gewesen aber keines hatte so scheinbar nicht enden wollende Korridore besessen wie Comingham Hall Als er merkte dass Lenor Levington keine Absicht hatte während der Wanderung zu plaudern nutzte er die Gelegenheit alles was sich unten im Wohnzimmer zugetragen hatte im Geist der Revue passieren zu lassen Bei seiner zweiten Begegnung mit Annabelle Treadway war Poirot sofort aufgefallen dass ihre traurige Ausstrahlung diesmal weniger ausgeprägt war Es war nicht so dass sie glücklicher oder überhaupt glücklich ausgesehen hätte das war nicht der Fall trotz der Anwesenheit des Hundes den sie ganz offensichtlich liebte Nein es war eher Poirot schüttelte den Kopf Er hätte nicht sagen können was es war und das ärgerte ihn Seine Gedanken wandten sich Lenor Levington zu Er befand dass sie eine jener seltenen Menschen war mit denen man stundenlang reden konnte ohne am Ende auch nur das geringste über ihren Charakter zu wissen Wenn er überhaupt das Gefühl hatte etwas über sie erfahren zu haben dann dass sie gern dafür sorgte dass alles einen ganz bestimmten Gang nahm Sie vermittelte irgendwie den Eindruck ständig im Dienst zu sein Poirot fragte sich ob sie sich vor dem fürchtete was ihre Schwester sich auszusprechen verkniffen hatte Ah rief er aus als Lenor ihn an der so so fielten Reihe von Türen vorbeiführte Sie blieb stehen Sagten sie etwas fragte sie mit einem höflichen Lächeln Sein Ausruf war unwillkürlich gewesen ein Ausdruck der Erleichterung darüber herausgefunden zu haben was ihm an Annabelle Treadway aufgefallen war Obwohl sie noch immer eine melancholische Atmosphäre umgab hatte sie ihre eigenen Gefühle entschlossen beiseite geschoben um nur noch an die jenigen ihrer Schwester zu denken Ja das ist es dachte Poirot befriedigt Die zwei Schwestern waren sich der jeweils anderen so vollkommen bewusst gewesen hatten so empfindlich auf jedes Wort jeden Ausdruck und jede Geste der anderen reagiert Aber warum fragte er sich Es war so als hätte Lenor Annabelle und Annabelle ihrerseits Lenor heimlich unter Beobachtung gestellt Jede Schwester hatte natürlich gewusst dass die andere im Zimmer war und alles mitbekam was sie sagte aber beide hatten vorgegeben auf ganz normale beiläufige Weise zuzuhören während in Wirklichkeit jede von ihnen zwanghaft auf die andere fixiert gewesen war Sie teilen ein Geheimnis dachte Poirot Die zwei Schwestern teilen ein Geheimnis und jede befürchtet dass die andere es Hercule Poirot verraten wird einem Fremden der hierher gekommen ist um seine Nase in ihre Privat Angelegenheiten zu stecken Monsieur Poirot Durch sein Theorien Schmieden abgelenkt hatte er nicht bemerkt dass Lenor Levington stehen geblieben war Das ist das Badezimmer in dem sich die Tragödie zugetragen hat Bitte gehen Sie nur hinein Danke Madame Als sie eintraten knarrten die Poirot wehmütig wie von jemandem der starke Schmerzen litt aber versuchte keine Aufmerksamkeit zu erregen Der Raum war spärlich eingerichtet In der Mitte eine Badewanne dann ein Stuhl ein Wandbord mit abgestoßenen Kanten und in einer Ecke eine niedrige vierschrötige Kommode deren Schubladen von kunstvollen Schnitzereien umrahmt waren Poirot hatte zu anderen Gelegenheiten gehört dass solche Möbel als Tallboys bezeichnet wurden aber dieses spezielle Stück schien ihm eher den Namen Shortboy zu verdienen Das Holz hätte eigentlich glänzen sollen aber es besaß stattdessen das stumpfe Aussehen von Möbeln die seit Jahren keiner mehr poliert hatte Auf dem Bord stand ein einsames Objekt eine kleine Flasche aus violettem Glas Was ist das? fragte Poirot In der Flasche Das ist Olivenöl sagte Lenor Levington Im Bad nicht in der Küche? Großvater Sie brach ab Jetzt leiser fing sie von Neuem an Großvater badete nie ohne Olivenöl Im Bade Wasser? Ja Es war gut für seine Haut sagte er und er mochte den Geruch Der Himmel weiß warum Sie wandte sich ab und ging ans Fenster Es tut mir leid Monsieur Poirot Es überrascht mich selbst Über seinen Tod zu sprechen fällt mir leicht aber dieses Fläschchen Je comprends Es ist schwieriger über die Flasche zu sprechen weil sie etwas ist woran er zu Lebzeiten Freude hatte Das so ist es Ich mochte Großvater gern Sie sagte es so als wäre es etwas das möglicherweise der Erklärung bedurfte und nicht etwa eine selbstverständliche Tatsache Sie sind sich ganz sicher Madame dass Sie Monsieur Pondy sprechen hörten dass sie ihn leibhaftig hörten und dass es nur er gewesen sein konnte und von dem Augenblick an bis sie sahen dass er in seinem Badewasser ertrunken war keine von ihnen die zwei anderen verließ und wäre es auch nur für wenige Augenblicke gewesen Ich bin ganz ganz sicher sagte Lenno Levington Annabelle Ivy und ich plauderten angeregt und er rief zu uns herüber dass wir ihn störten er hatte es gern wenn im Haus Stille herrschte Mademoiselle Ivys Zimmer ist hier in der Nähe Ja direkt auf der anderen Seite des Korridors nichts er konnte unser Gespräch mit Sicherheit klar und deutlich hören Ich danke Ihnen Madame Ich wäre Ihnen verbunden wenn Sie Kingsbury gegenüber etwas Rücksicht nehmen könnten sagte sie Er ist seit Großvaters Tod ziemlich verschlossen Ich hoffe Sie müssen ihn nicht allzu lang befragen Ich würde es so kurz wie möglich halten versprach Poirot Niemand hat Großvater getötet aber hätte es jemand getan hätte es niemals Kingsbury sein können allein schon deswegen weil dann seine Kleidung nass gewesen wäre und das war sie nicht Annabelle Ivy und ich hörten ihn alle schreien als er Großvater als er sah was geschehen war und schon Sekunden später waren wir alle zusammen hier in diesem Raum Kingsburys Kleidung war vollkommen trocken Sie versuchten nicht Ihren Großvater aus dem Wasser zu ziehen Nein Es war offensichtlich dass jede Hilfe zu spät gekommen wäre Dann waren die Kleider ihrer Schwester also ebenfalls trocken Die Frage schien Lenore zu erzürnen Unser aller Kleidung war trocken Einschließlich derjenigen Annabels Sie trug ein blaues Kleid mit weißen und gelben Blümchen langärmlich Sie stand direkt neben mir hier Es wäre mir sofort aufgefallen wenn ihr Wasser von den Ärmeln getropft wäre Ich bin Poirot Sie nehmen diese gegen meine Schwester erhobene Anschuldigung doch wohl nicht ernst Monsieur Poirot Der gleiche Brief wurde vier Personen zugeschickt Was wenn es hundert gewesen wären Würden sie dann jede einzelne von ihnen als potenziell schuldig betrachten obwohl die Polizei keinerlei Verdacht hatte und die Todesursache bereits gerichtlich als Unfall festgestellt worden ist Poirot setzte zum Antworten an aber Lenore Levington immer ermordet haben könnte vollkommen lächerlich sagte sie meine Schwester ist für gesetzeswidrige Handlungen gleich welcher Art einfach nicht geschaffen selbst ein geringfügiges Vergehen würde ihr ewig auf der Seele liegen einen Mord würde sie niemals riskieren sie würde nicht einmal riskieren die Hunderasse zu wechseln Ivy Levington erschien in der Tür viele Leute bleiben bei einer bestimmten Rasse sagte sie Hopscotch ist der vor ihm war auch einer erklärte sie Poirot hast du auf dem Korridor gelauscht fragte ihre Mutter nein sagte Ivy hast du Dinge gesagt die ich nicht hören sollte meine Schwester ist für Ivy und meinen Sohn Timothy wie eine zweite Mutter Monsieur Poirot sie haben beide die Neigung sie gleich in Schutz zu nehmen wenn sie sich ein bilden ich hätte sie angegriffen was nie der Fall ist ach Mama hör schon auf dir leid zu tun sagte Ivy mit gutmütiger ungeduld Tante Annabelle ist des Mordes beschuldigt worden nicht du sie könnte es unmöglich getan haben Monsieur Poirot Poirot stellte fest dass Ivy Levington ihm sympathisch war sie strahlte eine jugendliche Energie aus und sie schien ihm das einzige normale Mitglied des Haushalts zu sein obwohl seine Begegnung mit Kingsbury natürlich noch ausstand war Obst bei ihnen drei in ihrem Schlafzimmer Mademoiselle Ivy während ihr Großvater sein Bad nahm natürlich antwortete Lenor Levington anstelle ihrer Tochter wohin Annabelle auch geht der Hund folgt ihr er darf nach Belieben allein losziehen aber ihr ist es nicht gestattet an dem Tag als sie nach London fuhr um sie aufzusuchen hat er fast eine Stunde lang geheult nachdem sie weg war es war schrecklich lästig Madame dürfte ich ihnen die Namen der drei anderen Personen nennen die Brieflich des Mordes an Monsieur Ponti beschuldigt wurden wie sie wünschen John McCrudden Hugo Doqueril Sylvia Regan sagen ihnen diese Namen etwas Hugo Doqueril ist Timothys Hausvorsteher im Internat die zwei anderen Namen höre ich zum ersten Mal abgesehen von vorhin als sie Mr. McCrudden erwähnten sei nicht albern Mama Ivy lachte natürlich weißt du wer Sylvia Regan ist das ist nicht wahr Lenor Levington sah verwirrt aus weißt du wer sie ist fragte sie Ivy wer ist sie es schien als ob die Vorstellung dass ihre Tochter etwas wusste was sie selbst nicht wusste ihr unerträglich wäre sie ist Freddy Regans Mutter er ist im Internat in Timmy's Haus er kam vor ungefähr einem halben Jahr aufs Turville in seiner früheren Schule wurde er fürchterlich schikaniert Poirot beobachtete mit Interesse wie aus Lenor Levingtons Gesicht alle der seltsame einzelgängerische Freddy sein Familienname ist Regan ja und seine Mutter ist Silvia das musst du doch gewusst haben warum guckst du so komisch Freddy sagte ihre Mutter noch einmal langsamer während sie mit glasigen Augen ins Leere starrte lediglich indem sie den Namen aussprach schaffte sie es ihn eigenartig bedrohlich klingen zu lassen was hast du gegen den armen Freddy Mama was hat er dir denn getan ivys energische frage sprengte die angespannte atmosphäre nichts antwortete Lenor Levington knapp sie schien wieder Herrin ihrer selbst zu sein ich kannte seinen Familiennamen nicht das ist alles es überrascht mich dass du ihn weißt ich habe einmal mit ihm gesprochen als wir Timmy in der Schule besuchten mir fiel ein Junge auf der allein war und ziemlich trübselig aussah also bin ich zu ihm hingegangen um ein paar Worte mit ihm zu wechseln wir hatten dann ein langes und sehr interessantes Gespräch er stellte sich als freddie reagan vor irgendwann muss er seine mutter erwähnt haben sylvia weil ich weiß dass sie so heißt dieser schreckliche einsiedler junge ist kein freund von timothy erklärte Lenor Levington Poirot tatsächlich habe ich timothy geraten ihm aus dem weg zu gehen ich glaube er ist nicht ganz richtig im kopf die sorte junge bei dem man mit allem rechnen muss mama ivy lachte hast du das wirklich getan hast du den verstand verloren freddie ist der harmloseste junge auf der welt poirot sagte an dem tag als ihr großvater starb hatten sie beide und mademoiselle annabelle eigentlich vorgehabt den weihnachtsmarkt in der schule ihres sohnes zu besuchen das trifft doch zu nicht wahr ja sagte lenor aber am ende fuhren sie dann doch nicht hin nein warum nicht ich erinnere mich nicht poirot wandte sich an ivy entsinnen sie sich des grundes mademoiselle vielleicht wollte mama freddie reagan aus dem weg gehen und deswegen hat sie es sich anders überlegt sei nicht albern ivy sagte lenor es ist nur dass du regelrecht leichenblass geworden bist als ich seinen namen erwähnte mama warum ich weiß dass du es mir nicht sagen wirst aber ich wüsste es wirklich zu gern poirot hätte es ebenfalls gern gewusst sechzehntes kapitel der gelegenheits man kingsburys kleines cottage lag einen kurzen fußweg vom herrenhaus entfernt an das häuschen grenzte ein dicht bepflanzter küchengarten mit randbeeten von rosmarin lavendel und eisenkraut poirot und hörte porrott sich vor und sagte erzählen wo waren geredet was was heilte es es war es war es war eine einzige träne aber ich sah sie ganz deutlich im licht der kerzen die auf dem tisch standen mr pendy sah mich kommen und schüttelte den kopf er wollte nicht dass ich näher kam nicht solange er in diesem zustand war also bin ich gegangen und hierher ins cottage zurück und jetzt muss ich sie leider enttäuschen mr porrott ich habe nie erfahren was ihn dazu gebracht hatte diese eine träne zu vergießen und alle anderen den Tisch so plötzlich zu verlassen ich wusste mr pendy würde nicht darüber sprechen wollen also habe ich keine fragen gestellt das stand mir nicht an als poirot ins herrenhaus zurückkehrte empfingen ihn lenore levington annabelle dredway und hopscotch der hund letzterer mit einem orange roten gummiball im maul ich hoffe kingsbury konnte ihnen helfen sagte lenore er hat einen großen teil dessen bestätigt was sie mir bereits erzählt hatten sagte poirot unverbindlich da er nicht verraten wollte wie viele im häuschen des dieners tatsächlich erfahren hatte jetzt hatte er weitere fragen an die beiden schwestern aber er würde sich eine geschickte vorgehensweise ausdenken müssen eine die den alten nicht in gefahr brachte bedeutete das alles fragte er sich dass er glaubte eine dieser zwei frauen die vor ihm standen sei eine mörderin wenn eine von ihnen pendi getötet hatte dann musste die andere ebenso wie ivy levington mit ihrer behauptung sie seien alle zusammen in ivys zimmer gewesen gelogen haben instinktiv hatte poirot ivy vertraut bedeutete dies dass er lenore levington und annabelle tradway misstraute oder war er sich in bezug auf die beiden lediglich unschlüssig um diese schwierigen fragen zu umgehen stellte er eine einfacher ware dürfte ich wohl bevor ich gehe ihre schreibmaschine benutzen madame lenore levington nickte woraus poirot schloss dass sie ihm seine bitte erfüllen würde dann aber sagte sie monsieur poirot während sie bei kingsbury waren haben annabelle und ich über diese lachhafte und ziemlich widerwärtige situation gesprochen in der wir uns befinden und in die sie ebenfalls verwickelt sind und wir erachten es beide für notwendig ihr ein ende zu setzen niemand ist ermordet worden und niemand glaubt irgendjemand sei ermordet worden die geschichte ist reine erfindung und wir wissen nicht einmal wer sie erfunden hat oder worauf genau der erfinder damit hinaus will wenngleich wir davon ausgehen können dass er von gehässigkeit motiviert ist das alles trifft zu madame aber der brief den ich vor meinem aufbruch gern tippen würde hat damit überhaupt nichts zu tun es geht um eine angelegenheit privater natur tatsächlich oder geht es eher darum zu überprüfen ob unsere schreibmaschine diejenige ist auf der die vier briefe getippt wurden poirot verbeugte sich leicht und setzte sein charmantestes lächeln auf sie sind wirklich scharfsinnig madame ich bitte tausendmal um entschuldigung für meinen kleinen täuschungsversuch wären sie dennoch so großzügig mir ich wäre großzügig wenn ich glauben könnte dass es die richtige handlungsweise wäre lenore hat recht monsieur poirot sagte annabelle ihre stimme hatte einen flehentlichen ton ich hätte sie niemals aufsuchen dürfen ich hätte mich direkt an die polizei wenden müssen dann hätte sie mir gleich versichern können dass ich keines verbrechens verdächtigt werde weil wie mittlerweile vollkommen klar ist überhaupt kein verbrechen verübt wurde ihre schwester fuhr fort wir können nachvollziehen dass es maßlos frustrierend für sie sein muss monsieur poirot ihren namen von einem böswilligen subjekt auf diese weise missbraucht zu wissen dem es offenbar darum geht mehr als jedem anderen ihnen ungelegenheiten zu bereiten aber wenn etwas derartiges geschieht ist es am klügsten es zu ignorieren und sein gewohntes leben wieder aufzunehmen sind sie nicht auch dieser meinung ich kann es nicht ignorieren madame solange ich nicht weiß warum diese briefe verschickt wurden dann hat der briefschreiber gewonnen sagte Lenore Levington gegen sie hat er gewonnen nun ich werde mit sicherheit nicht zulassen dass er mich besiegt und eben deswegen muss ich sie jetzt zu meinem bedauern höflich bitten uns zu verlassen aber madame es tut mir leid monsieur poirot meine entscheidung ist gefallen nichts was poirot sagte vermochte es sie umzustimmen und seine dahingehenden Bemühungen schienen Annabelle Treadway geradezu körperliche Schmerzen zu bereiten eine halbe Stunde später verließ er comingham hall ohne die fragliche Schreibmaschine auch nur von weitem gesehen zu haben siebzehntes Kapitel poirots list wann immer möglich schlug Stanley McCrodden Einladungen zu Geselligkeiten gleich welcher Art aus von Zeit zu Zeit allerdings fühlte er sich verpflichtet Veranstaltungen zu besuchen die ihm wie er wusste keinerlei Vergnügen bereiten würden und das Dinner der Law Society war ein solcher Anlass allein der Lärm reichte schon fast aus um ihn gleich am Eingang zur sofortigen Umkehr zu bewegen all diese offenen Münder die die Luft ringsum mit sinnlosem Geschnatter erfüllten jeder schien zu reden und niemand zuzuhören ganz wie es bei solchen Zusammenkünften die Regel war McCrodden empfand sie als über die Maßen erschöpfend Das Dinner fand im Bloxham Hotel statt einem eleganten Haus das für seine Nachmittagstees berühmt war McCrodden hatte beschlossen nicht wie sonst zu verfahren nämlich im überfüllten Saal ständig in Bewegung zu bleiben um nach Möglichkeit in keinerlei Gespräche verwickelt zu werden heute Abend hatte er sich vorgenommen würde erdulden statt zu widerstreben er würde sich nicht von der Stelle rühren und jeden Konversationsversuch über sich ergehen lassen zumindest würde ihn das weniger Energie kosten sieh an sieh an in dass nicht der alte Stanny strang ist sagt eine dröhnende Stimme McCrodden drehte sich um und sah sich einem Mann gegenüber dessen Name ihm offenbar hätte bekannt sein müssen aber um nichts in der Welt einfallen wollte mit Sicherheit hatte er diesen Mann nie gebeten ihn Stanny zu nennen oder auch nur Stanley haben sie noch nicht zu süffeln alter Knabe wenn es an die Tränke geht darf man nicht trödeln nicht in dieser Gesellschaft ehe man zweimal hinsieht ist alles weg nach der verschwommenen Aussprache des Mannes zu urteilen mussten schon gewaltige Mengen Alkohol seinen Schlund hinab geflossen sein und jetzt im Inneren seiner fassförmigen Gestalt hin und her gluckern erzählen sie alter junge was macht die bezaubernde mrs strang ist ewig her dass ich sie auf einer dieser sausen gesehen habe wenn mich nicht alles täuscht war sie ein richtiger kracher macrodden dessen frau schon seit vielen jahren tot war schwoll der kamm sie müssen leuchter weiter ganz am anderen ende des riesigen ball sails peter waut wenn sie mich bitte entschuldigen würden sagte er zum fass das gerade den kopf schüttelte als bereitete es sich vor eine neue attacke zu reiten entschlossen schritt macrodden davon er würde bei näherer überlegung doch nicht einfach still halten nicht wenn das bedeutete den Abend mit dem fragwürdigsten Mann im Raum aber jetzt wo waut in reichweite war fragte er sich mit einem mal hatte poirot recht würde waut auf eine so durchsichtige list hereinfallen macrodden wusste dass er selbst nicht so leicht zu täuschen gewesen wäre oder bildete er sich das lediglich ein weil er ja wusste worauf er eigentlich hinaus wollte es ist nur natürlich zu meinen die eigene intention sei offensichtlich wenn man sie selber kennt peter waut hatte keine ahnung dass stanley macrodden und acu poirot miteinander bekannt waren außerdem legten die röte in wauts gesicht und die zwei leeren sektgläser in seiner hand die vermutung nahe dass er möglicherweise weniger wachsam als gewöhnlich sein würde macrodden war in kurzer entfernung von waut stehen geblieben er konnte nicht bestreiten dass die aufgabe ihn reizte er war ein wissbegieriger man und jetzt wollte er eben wissen ob er es schaffen konnte das einzige was ihn bei der sache störte war der gedanke dass er sich damit poirots willen unterwerfen würde doch dann schien das schicksal ihm die Entscheidung abzunehmen denn peter waut sichtete ihn wie er sich unweit von ihm herum drückte stanley mcrodden waut kam mit er champagner für diesen gentleman bitte und für mich wenn sie so freundlich wären für mich keinen danke sagte mcrodden zu dem jungen kellner ich nehme nur ein glas wasser wasser das ist aber ziemlich langweilig champagner sollte feierlichen anlässen vorbehalten bleiben sagte mcrodden heute abend bin ich kaum in feierstimmung er sagte das mit einer betonung die zu verstehen gab dass eine geschichte dahinter steckte eine geschichte die er nur zu gern bereit war zu erzählen so weit hatte er nichts gesagt was eine regelrechte lüge gewesen wäre die nächste phase würde allerdings schwieriger werden herrje na das nenne ich pech sagte waut mitfühlend tut mir leid das zu hören wirklich leid kellner bringen sie trotzdem zwei gläser champagner wenn sie so freundlich wären man kann nie wissen es und wenn es nicht klappt naja das zusätzliche glas wird schon nicht verkommen er gab dem kellner einen klaps auf die schulter und der junge man huschte von dannen und jetzt mccrodden erzählen sie mir besser was ihnen die laune so verhagelt hat was das problem auch sei ich bin sicher es ist nicht so schlimm wie sie meinen das ist nämlich bei allen so Stanley McCrodden versuchte sich vorzustellen welch glückliche und fremdartige den seinigen diametral entgegengesetzte lebenserfahrungen einen menschen dazu veranlassen konnten diese worte zu äußern und sie auch noch für wahr zu halten es ist nicht so sehr ein problem als ein ärgernis sagte er und man kann nichts dagegen machen oder besser gesagt was zu tun war habe ich bereits erledigt ich habe dem impertinenten gehen muss nicht ganz so höflich formuliert trotzdem manche dinge hinterlassen einen entschieden faden geschwack im mund einen der sich auch mit champagner nicht wegspülen lässt stanley mccrodden hatte seit seiner schulzeit nicht mehr theater gespielt er erinnerte sich dumpf es gehasst zu haben und jämmerlich schlecht darin gewesen zu sein die sache würde nur funktionieren wenn er den unwahren Worten die er gleich aussprechen musste dadurch überzeugungskraft verlieh dass er aus seinen wahren gefühlen schöpfte empörung und abscheu er dachte an seinen sohn der von einem feigling des mordes beschuldigt wurde der es nicht gewagt hatte mit seinem eigenen namen zu unterschreiben und er dachte an johns überzeugung er werde von seinem vater gehasst während das gegenteil der fall war er sagte zu waut heute hat mich so ein privat detektiv aufgesucht er hat mich mit fragen bombardiert die privat angelegenheiten eines meiner wichtigsten mandanten betrafen eines mannes dessen interessen ich schon seit jahren vertrete ich kann ihn wirklich als einen alten freund bezeichnen und dieser aufdringliche schmierige kleine bursche war nicht einmal polizeibeamter er war so eine art mietschnüffler der keinen triftigen grund dafür angeben konnte warum ich ihm eine ganze liste von wirklich höchst indiskreten fragen beantworten sollte wie gesagt ich habe ihn abblitzen lassen aber man fragt sich wirklich wie solche leute nachts schlafen können von keinerlei gewissensbissen geplagt waut war sichtlich interessiert mccrodden fuhr fort mein mandant ist kürzlich ohne jedes eigene verschulden in eine delikate situation geraten von der seinem wunsch entsprechend niemand etwas erfahren darf es ging um eine junge dame ein bezauberndes mädchen um einen nachlass den es zu verteilen galt und um eine familie mit besonderen empfindlichkeiten tatsächlich ist es eine äußerst verwickelte angelegenheit die ich sogar sehr gern mit einem unparteiischen und unbeteiligten dritten besprechen würde aber ich hatte gewiss nicht die absicht sie mit diesem unappetitlichen individuum durchzukauen hier gab stanley mccrodden vor von einer plötzlichen eingebung ereilt zu werden könnte ich nicht überhaupt sie waut in der angelegenheit konsultieren nicht heute abend natürlich aber wenn sie vielleicht kommende woche eine stunde für mich erübrigen könnten solange ich den namen des fraglichen mandanten zurückhalte dürfte kaum ein schaden entstehen wenn ich ihnen die ganze geschichte erzähle wautzmine leuchtete freudig auf aber natürlich ich wäre ihnen mit dem größten vergnügen behilflich danke das ist großzügig von ihnen und ich bedauere sie mit meinen sorgen zu belasten ich bin sehr froh dass sie das tun alter knabe es ist wirklich verblüffend aber schließlich gibt es seltsame zufälle nicht war kürzlich hatte ich ein ähnliches erlebnis wie das das sie gerade beschrieben haben tatsächlich ja ein privatdetektiv ein recht bekannter dessen namen mich aus gründen der diskretion besser nicht nennen sollte suchte mich auf und fragte mich ob ein langjähriger mandant und alter freund von mir ermordet worden sein konnte was natürlich nicht der fall war er war ertrunken wow träusperte sich um sein lapsus zu bemänteln sein tod war ein tragischer unfall es gab nicht den leisesten hinweis auf fremdeinwirkung und niemand kein polizeibeamter und kein gericht dieses landes zog diese möglichkeit auch nur in betracht außer eben diesem detektiv ich versicherte ihm dass von mord nicht die rede sein konnte absolut keine rede wir sprechen hier von einer achtbaren familie die idee war lachhaft aber mein besucher setzte mir weiter zu er fragte ob es noch irgendetwas gebe was ich ihm sagen könne aus reiner menschenfreundlichkeit erzählte ich ihm noch eine weitere sache das war hoch anständig von ihnen und mehr als er verdiente sagte stanley mccrodden nun ja mir schien es würde schon nichts schaden der alte mein verstorbener freund und mandant schien irgendwie geahnt zu haben dass er nicht mehr lange zu leben haben würde nachdem er schon immer zu einem eher feurigen und streitbaren temperament geneigt hatte überkam ihn plötzlich der wunsch mit einem burschen frieden zu schließen mit dem er viele jahrelang verfeindet gewesen war mir schien es würde keinem schaden wenn ich dieses detail dem detektiv anvertraute also trat ich war er damit etwa zufrieden nein er stellte noch einmal dieselbe frage konnte ich ihm weitere informationen liefern über die familie deren bekannten kreis ich hätte ihm erheblich mehr erzählen können aber warum in aller welt sollte ich ihm eine geschichte anvertrauen die ich selbst nicht bis ins letzte verstehe und die jetzt wo mein mandant tot ist keinerlei bedeutung mehr hat es würde bestimmte mitglieder seiner familie sehr unglücklich machen wenn sie die Wahrheit erführen und wie kann ich sicher sein dass dieser Bursche sie nicht herumerzählen würde das können sie auch nicht sagte Stanley McCrodden sie haben ganz recht daran getan ihm nichts zu sagen und natürlich müssen sie sich nicht verpflichtet fühlen mir auch nur ein weiteres Wort zu erzählen sie dürfen sich wirklich nicht verpflichtet fühlen nur weil ich sie in einer Angelegenheit meines Mandanten um Rat fragen möchte ihrerseits mit Vertraulichem aufzuwarten schließlich ist ihr Mann dann tot und es klingt nicht so als ob es ein aktuelles Problem gäbe das es zu lösen gelte so gesehen besteht für sie also keinerlei Notwendigkeit die Angelegenheit oder was an ihr nicht klar ist unbedingt zu verstehen Waut runzelte die Stirn ich würde es aber trotzdem gern verstehen und es gelingt mir einfach nicht aber sie haben recht passiert ist und nicht von etwas das passiert ist wenn ich geneigt gewesen wäre diesem Privatschnüffler zu vertrauen was nicht der Fall war hätte ich ihm von Ereignissen erzählen müssen die nicht stattgefunden hatten und was hätte das für einen Sinn gehabt der Kellner kehrte mit zwei Gläsern Champagner und einem Glas Wasser zurück McCrodden nahm letzteres und Waut schnappte sich die zwei anderen mit besitzergreifendem Impetus die Frage ob McCrodden nicht vielleicht doch Lust auf einen Schluck Shampoos hätte brachte er nicht wieder aufs Tapet sie haben mich neugierig gemacht sagte McCrodden während Waut sich den Inhalt der zwei Gläser rasch hintereinander in die Gurgel goss anders als dieser ungezogene Detektiv würde ich aber nie jemanden bitten eine Indiskretion zu begehen ich wüsste nicht wem es schaden sollte wenn ich es ihnen erzähle solange ich die Namen der Beteiligten auslasse sagte Waut würden sie die Geschichte gern hören Stanley McCrodden gab zu verstehen dass dies zutraf ohne sich zu vulgärem Enthusiasmus hinreißen zu lassen war es möglich dass dieser Abend als das einzige Law Society Dinner an dem er sich je gut unterhalten hatte in die Annalen eingehen sagte Peter Waut sie leben nicht in London und in jedem Fall sind sie nicht in dem Sinne eine unbekannte Größe wie es dieser Detektiv war bei ihnen kann ich mich absolut darauf verlassen dass sie nichts davon in Umlauf bringen werden selbstredend schön also dann das Ereignis das nicht stattfand war die Änderung eines Testaments ich verstehe mein Mandant war ein älterer Gentleman der immer vorgehabt hatte seinen zwei Enkelinnen exakt gleiche Anteile seines beträchtlichen Vermögens zu vererben sie müssen wissen er hatte keine lebenden Kinder und sorgte in allem wie ein Vater für seine Enkelinnen die bereits in jungen Jahren ihre Eltern verloren hatten tragisch warf Stanley McCrodden pflichtschuldigst ein etwa eine Woche vor seinem Tod bat mich mein Mandant zu sich um eine wie er es zum ersten Mal während unserer ganzen langjährigen Bekanntschaft wirkte er man könnte sagen übervorsichtig er sprach mit gedämpfter stimme und warf immer wieder Blicke zur Wohnzimmertür und sagte haben sie was gehört oder waren das eben Schritte auf der Treppe er wollte nicht dass irgendjemand das Gespräch mithörte so ist es was seltsam war denn gewöhnlich tat er seine Ansichten und Wünsche recht unverblümt kund in diesem Fall Neues Testament aufsetzen das einer seiner Enkelinnen zum Nachteil gereicht hätte nur einer fragte McCrodden ja sagte Wout die andere wäre eine sagenhaft begüterte Frau geworden wenn ein neues Testament gemacht worden wäre was aber wie gesagt nicht geschah Barn mein Mandant starb durch einen tragischen Unfall bevor das Neue Testament aufgesetzt und unterzeichnet werden konnte und auch wenn sie davon nichts ahnt wäre die jüngere seiner zwei Enkelinnen nicht die reiche Frau die sie jetzt ist wenn ihr Großvater ein bisschen länger gelebt hätte denn er beabsichtigte ihr nichts nicht einen Penny zu hinterlassen doch doch noch noch um um zu stimmen hat immer funktioniert ich bin noch keinem Mann begegnet der sich seiner Ansichten und Wünsche so sicher gewesen wäre wie Barn und so leidenschaftlich entschlossen seinen Standpunkt zu verteidigen wie widersinnig er auch sein mochte darf ich das also so verstehen dass sie mit seiner Entscheidung nicht einverstanden waren sie waren der meinung dass er die jüngere enkelin ungerecht behandelte in der tat ihrer meinung nach hatte sie nichts getan um das zu verdienen ich weiß nicht was sie getan hatte weil mein freund es mir nicht verriet er blieb in seinen andeutungen was er zu tun gedachte besonders verschwommen teilte mir so wenig wie möglich mit was keinen sinn ergab denn um das neue testament aufsetzen zu können hätte ich die details früher oder später ohnehin erfahren müssen vielleicht hatte er angst belauscht zu werden oder vielleicht spielte er auch nur erst mit dem gedanken diese änderung vorzunehmen und war noch zu keiner endgültigen Entscheidung gelangt pflingte ihr Mandant allgemein unschuldige mit grausamen Strafen zu belegen fragte mcrodden in der regel nicht nein allerdings hatte er wie gesagt einen langjährigen feind und an dem selben tag dem tag an dem er mir die notwendigkeit eröffnete ein neues testament aufzusetzen teilte er mir auch mit dass er außerdem wünsche eine versöhnung mit diesen burschen herbeizuführen ich empfahl ihm über sein bedürfnis mit diesem kerl frieden zu schließen noch einmal nachzudenken und fragte ihn ob er diese vorgehensweise nicht auch in bezug auf seine enkelin zu wählen sich vorstellen könnte ich muss leider gestehen er lachte mich aus und dann sagte er etwas das mir seitdem immer wieder zu denken gegeben hat und zwar fragte Stanley mcrodden er sagte es besteht ein unterschied peter zwischen einer unverzeihlichen handlung und einem menschen mit unverzeihlichem charakter was zählt ist nicht was jemand getan hat sondern wer er ist ein mensch kann sein leben lang jeglichen fehltritt vermeiden und nach außen hin nichts tun was den lautstarken tadel der welt auf sich zöge und dennoch bis ins mark verdorben sein was war denn die ursache der langjährigen feindschaft zwischen ihrem mandanten und diesem anderen mann das weiß ich leider auch nicht aber nun es dürfte kaum noch eine Rolle spielen jetzt wo er nicht mehr unter uns weilt der arme kerl und glücklicherweise durchkreuzte sein tod seinen plan ein neues testament zu machen was zur folge hatte dass jetzt beide enkelinnen gleich gut versorgt sind es ist wirklich beruhigend zu wissen dass keine von ihnen je geargewöhnt hat dass etwas im busch war sie mögen beide frauen schlug aus ihr und ärgerte sich ständig über ihre verschlossenheit gab es etwas bestimmtes bezüglich dessen er sich mehr offenheit von ihr gewünscht hätte fragte mcrodden ach sie schlug zahlreiche heiratsanträge aus von einer vielzahl verdienstvoller und charmanter verehrer sagte wout mein mandant war davon überzeugt es sei angst was sie davon abhielt einem von ihnen das ja wort zu geben und jede form von kleinmut brachte ihnen rage mehr als einmal hörte ich ihn annabelle in ihrer gegenwart eine feige memme nennen jedes mal brach sie in tränen aus das schlimmste war sie gab ihm jedes mal recht es war höchst unerfreulich ich habe nie verstanden wie er sie so beschimpfen konnte während sie schluchzte und sich jedes charakter fehlers für schuldig bekannte den er ihr zu besitzen vorwarf mcrodden wartete ab aber waut schien nicht bemerkt zu haben dass ihm ihr name herausgerutscht war wie viele gläser champagner hatte er schon geleert mittlerweile musste er eine ganze flasche intus haben dann war da noch der hund ein weiterer zank apfel vor waut fort die hunde sollte ich besser sagen zuerst skittle und dann hopscotch den vierbeinern der familie wurde also kein recht auf anonymität zugestanden die jüngere enkelin liebte den einen und liebt den anderen so als wären sie vollwertige vernunftbegabte familienmitglieder sagte waut mein mandant ich sage es ungern verspottete sie deswegen auf das herzloseste bezeichnete es als ekelerregend von ihr die tiere auf ihrem bett schlafen zu lassen aber für sie waren sie wie kinder ihre kinder einmal sperrte der alte knabe skittle eine ganze nacht lang aus und bei nacht mit seinem frauchen zu kuscheln und sie war davon überzeugt er würde unter der verbannung leiden sie schrie fast außer sich vor panik und mein mandant lachte ihr nur ins gesicht der fairness halber sei angemerkt dass skittle selbst es nicht sonderlich tragisch zu nehmen schien ausgeschlossen worden zu sein und zur verteidigung meines mandanten möchte ich feststellen dass es unbestreitbar der tag gewesen ist an dem skittle wout ließ den satz halbfertig im raum stehen was wollten sie gerade sagen fragte mcrodden wout seufzte es ist komisch aber es kommt mir so vor als ob ich in dem ich diese geschichte erzähle tatsächlich schlechtes über einen toten sagen würde einen toten Hund zugegeben aber der arme skittle war wirklich ein prachtbursche und er hatte die besten absichten aber der alte war alles andere als erfreut mcrodden wartete auf erhellenderes wout pflückte sich von einem vorüberschwebenden tablett ein weiteres glas champagner diesmal nur eines er sagte die urenkelin meines mandanten ivy wäre als kind beinahe ertrunken ach herrje hoppla jetzt habe ich ihnen gerade ihren namen verraten aber nun kein problem anhand ihres vornamens könnten sie sie nie identifizieren jedenfalls ihr name ist ivy sie ist die tochter der älteren enkelin meines mandanten ivy skittle hopscotch ein herausgerutschtes und unbemerkt gebliebenes annabelle und ein mann dessen vorname mit barn begann sandy mcrodden fand dass diese schnipsel für eine identifizierung sehr wohl ausgereicht hätten wenn es ihm wirklich wichtig gewesen wäre der sache auf gewusst hätte von welcher familie wout sprach ich glaube ivy war drei oder vier jahre alt als es passierte sagte wout sie ging mit ihrer tante und dem hund an einem fluss spazieren und sie fiel ins wasser ihre tante musste ihr hinterher springen und sie herausziehen wobei sie ihr eigenes leben aufs spiel setzte die strömung war stark um ein haar wären beide ertrunken dass diese geschichte annabelle schradwey nicht eben als feige memme darstellte ganz im gegenteil sogar ja sie ging ein paar schritte voraus und hatte keinen grund zu befürchten die kleine ivy könnte in gefahr sein und das wäre sie eigentlich auch nicht gewesen nur dass sie abenteuerlustig wie sie nun einmal war beschloss sich die uferböschung hinunterrollen zu lassen ich weiß nicht warum aber kleine sofern mir nicht ein teil der geschichte entgangen ist haben sie aber über den verstorbenen skittel noch nichts schlechtes gesagt wandte stanley mccrodden ein werde ich auch weiterhin nicht sagte wout es war nicht seine schuld er war ein hund und mehr ist dazu nicht zu sagen man kann einen hund nicht verantwortlich machen doch genau das tat mein mandant die tante die jüngere enkelin war nämlich nicht die einzige die die kleine ivy zu retten versuchte skittel versuchte es ebenfalls aber die bemühungen des armen köters waren eher hinderlich als hilfreich und beim versuch sie zu retten zerkratzte er ivy das gesicht ziemlich schlimm sehr schlimm wie ich leider zugeben muss offenbar geriet er am wasser in panik und strampelte wie wild ivy behielt tiefe narben zurück ihr gesicht es war höchst bedauerlich es ist bedauerlich zum beispiel befürchtet ihre mutter dass sie nie ein mann abbekommen wird ich bin sicher sie täuscht sich aber es ist schon nachvollziehbar dass es ein grund zur sorge sein kann und ihr mandant gab skittel die schuld an ivys verunstaltetem gesicht wald überlegte ich glaube er war schon so vernünftig zu wissen dass der hund es nur gut gemeint hatte man könnte eher sagen er nahm es skittel übel dass er überhaupt existierte und er nahm es annabelle hoppla trotzdem ich vertraue auf ihre diskretion alter junge er nahm ihr die sache übel obwohl sie das leben gerettet hatte denn wenn sie nicht gewesen wäre hätte es auch keinen skittel gegeben sonst macht sich niemand in der familie das geringste aus hunden allerdings konnte ich anlässlich meines letzten besuchs bei meinem mandanten interessanter weise etwas beobachten was ich nie zuvor gesehen hatte mcrodden wartete ich sah wie er hopscotch dem momentanen hund den kopf tätschelte ich traute meinen augen nicht bis dahin hatte ich immer nur erlebt dass er die hunde verscheuchte und grausame bemerkungen über sie machte pflegte zu ratten es trieb annabelle jedes mal die tränen in die augen wenn er so etwas sagte was ihm eine nie versiegende quelle der belustigung war werd erwachsen und hör auf dich wie ein baby aufzuführen sagte er immer zu ihr ich glaube er hoffte sie dadurch abzuhärten er liebte sie ebenso sehr wie seine ältere enkelin da bin ich haben dass er sie überhaupt nicht liebte sagte waut betrübt sie spielen auf das neue testament an ja die art wie er von ihr sprach als er mir seine entscheidung andeutete da wurde mir klar dass von seiner liebe nichts mehr übrig geblieben war irgendetwas hatte sie getötet und dennoch sahen sie ihn am selben Tag wie er ihrem Hund liebevoll den Kopf tätschelte so ist es und das war noch nicht alles er tätschelte hopscotch nicht nur den Kopf er kraulte ihn auch unter dem kinn und ich könnte beschwören dass er ihn einen lieben Hund nannte das sah ihm wie gesagt ganz und gar nicht ähnlich so wo treibt sich dieser Jungspund mit dem Shampoos eigentlich herum 18. Kapitel Mrs. Dockeryls Entdeckung Sie faszinieren mich Monsieur sagte Poirot zu Stanley McCrodden Ein ums andere Mal beteuern sie dass sie ihrem Freund Poirot diese kleine Gefälligkeit nicht tun werden Von klein konnte wahrhaftig nicht die Rede sein protestierte McCrodden Dass sie die von mir vorgeschlagene Methode Peter Wout die Informationen die er zurückhält zu entlocken nicht einsetzen werden dann nachdem sie sich geweigert haben tun sie genau das worum ich sie gebeten hatte und sie spielen ihre Rolle meisterhaft kein noch so gefeierter Akteur hätte es besser machen können wir drei waren in Whitehaven Mansions ich hatte McCrodden vorgeschlagen dass Poirot und ich ihn in seiner Kanzlei aufsuchen könnten aber er wollte nichts davon hören ich hegte den starken Verdacht dass er wieder einmal versuchte Miss Mason zu meiden es ist mir sehr unangenehm dass ich es gemacht habe sagte McCrodden Menschen zu täuschen ist mir zu wider sie taten es aus den edelsten Gründen mon ami ja nun ja diese neue Information über Pandy's Testament ändert alles nicht wahr das würde ich wohl meinen bestätigte ich sie irren beide erklärte Poirot uns es trifft zwar zu dass jeder neue Fakt potenziell nützlich ist aber dieser spezielle scheint uns wie so viele andere die wir bereits zu Tage gefordert haben keinen Schritt weiter zu helfen das ist doch wohl nicht der ernst sagte McCrodden Annabelle Treadway hatte ein höchst überzeugendes Motiv ihren Großvater zu beseitigen es könnte nicht einleuchtender sein Barnabas Pandy stand kurz davor seine letztwillige Verfügung zu ändern und sie mittellos zu hinterlassen aber Lenore und Ivy Lovington haben mir versichert dass Mademoiselle Annabelle ihn unmöglich getötet haben kann dann lügen sie ich neigte dazu McCrodden recht zu geben wie sehr die beiden auch an Pandy gehangen haben mögen könnten sie dennoch lügen um Annabelle zu schützen sagte ich dem stimme ich zu sagte Poirot dass sie lügen würden um Mademoiselle Annabelles Leben zu retten und dass diese berücksichtigt man ihre ängstliche Natur fähig sein könnte einen Mord zu begehen um ihre materielle Sicherheit nicht zu verlieren beides ist durchaus möglich es gibt jedoch ein Problem sie wusste nichts von der Absicht ihres Großvaters sein Testament zu ändern und wenn sie davon nichts ahnte kann es nicht ihr Motiv gewesen sein Wart könnte sich diesbezüglich irren sagte ich ein könnte bringt uns nicht weiter Katschpul ja sie könnte das Gespräch um das geplante neue Testament doch mitbekommen haben und ja ihre Schwester und ihre Nichte könnten lügen um sie zu decken aus zwei solchen könntes lassen sich aber keine verlässlichen Schlussfolgerungen ableiten er hatte recht wenn man wie verzweifelt nach einer Lösung sucht und plötzlich erfährt dass infolge einer beabsichtigten Testamentsänderung ein riesiges Vermögen verloren zu gehen droht ist die Versuchung nur zu groß diese Tatsache kurzerhand zum Motiv zu erklären Ich wüsste gern was Annabelle Treadway so kurz vor Pandy's Tod angestellt haben mag sagte Stanley McCrodden Es muss etwas für ihn wahrhaft abscheuliches und schockierendes gewesen sein wenn es ihn dazu veranlasste mit einem Mann Frieden zu schließen mit dem er seit Jahrzehnten verfeindet war Wir wissen nicht ob die zwei Dinge miteinander in Zusammenhang stehen sagte Poirot Es muss aber so sein sagte gegen eine bestimmte Person übermächtig wird stellt man fest Nun ja dann könnte man zu dem Entschluss gelangen mit allen seinen sonstigen Fäden und Zwisten aufzuräumen Niemand möchte sich selbst als zu Verbitterung und Hass neigenden Menschen betrachten müssen Ich finde diesen Gedanken interessant sagte Poirot Bitte Fahren Sie fort Mon Ami Nun ja Wenn eine feindselige Regung gegenüber einem bestimmten Menschen in uns immer mehr und vielleicht Überhand zu nehmen droht ist es nur natürlich dass wir dann das Bedürfnis verspüren dieses Gefühl durch sagen wir demonstrative Gutherzigkeit auszugleichen Wenn ich raten sollte würde ich sagen dass Pandy als er beschloss Miss Treadway zu enterben dies durch ein paar eindeutige Akte der Freundlichkeit kompensierte indem er seinem alten Feind Vincent Lob eine Versöhnung vorschlug mit dem Hund spielte den er normalerweise ignorierte um sich in seinen eigenen Augen als guter und mildherziger Mann erscheinen zu lassen sagte Poirot Oui je comprends aber dann könnten wir ebenso auch vermuten dass als Monsieur Pondy diesen Entschluss fasste seine Verbitterung gegen Mademoiselle Annabelle wirklich sehr heftig gewesen sein muss Macrod nickte so müsste es gewesen sein ja wenn meine Theorie zutreffen soll sind es ihre Erfahrungen mit Miss Emerald Mason die sie zu dieser Schlussfolgerung geführt haben fragte ihn Poirot ja als mir bewusst wurde wie heftig meine irrationale Abscheu ihr gegenüber war verspürte ich das Bedürfnis nun ja ein paar meiner weniger wichtigen Ressentiments aufzugeben hatten sie denn viele davon fragte ich ein paar trifft es nicht auf jeden zu auf mich nicht sagte ich mir fahle kein einziges ein grollen sie irgendjemandem Poirot ehe er darauf antworten konnte klopfte es an der tür der kammerdiener george trat ein eine dame wünscht sie zu sprechen sir ich erklärte ihr sie seien beschäftigt aber sie sagte es sei dringend wenn es dringend ist dann müssen wir sie empfangen hat sie ihnen ihren namen genannt ja sir auf das gründlichste sie stellte sich als jane dockerill vor außerdem noch als mrs hugo dockerill die ehefrau des hausvorstehers timothy levingtons und frederic regans im turville college bitte führen sie sie herein george jane dockerill war ein winziges persönchen mit dunkelbraunem lockigem haar einer brille mit einem strengen schwarzen gestell und einer großen braunen tasche die sie mit beiden händen ins zimmer trug diese war breiter als sie selbst sie bewegte sich ebenso schnell wie sie sprach als poirot aufstand und sich vorstellte fragte sie noch während sie seine hand schüttelte und wer sind diese zwei anderen herren stanley mccrodden rechtsanwalt und inspektor edward katschpool von scotland yard ich verstehe sagte jane dockerill ich gehe davon aus dass sie gerade über die geschichte sprachen in die wir alle verwickelt sind wir nickten einmütig uns kam gar nicht in den sinn hier irgendetwas zu verheimlichen jane dockerill strahlte eine natürliche autorität aus die ich in dieser intensität noch bei keinem anderen menschen erlebt hatte selbst der super hätte sich ihr widerspruchslos untergeordnet gut sagte sie dann ohne auch nur atem zu holen ich bin gekommen um zwei gegenstände abzugeben von dem einen wissen sie bereits von dem anderen nicht erster als hugos brief derjenige in dem er des mordes beschuldigt wird ich dachte mir sie würden ihn wahrscheinlich brauchen in der tat madame vielen herzlichen dank poirot hatte noch niemals so sehr wie ein volksamer schulbub geklungen jane dockerell fischte den brief aus ihrer tasche und händigte ihn poirot aus er las ihn und reichte ihn dann mir abgesehen von den empfängerangaben und der begrüßungsformel sehr geehrter mr dockerell war er mit demjenigen identisch den john mcrodden erhalten hatte bis hin zum unterbrochenen balken jedes kleinen es ich gab den brief an stanley mcrodden weiter und nun zu dem gegenstand den sie nicht erwartet hatten sagte jane dockerell ebenso wenig möchte ich hinzufügen hatte ich ihn erwartet ich war schockiert ihn dort vorzufinden wo ich ihn fand und ich hoffe aufrichtig dass er nicht das bedeutet was ich befürchte sie holte aus ihrer tasche ein objekt das ich nicht sofort identifizieren konnte es war blau oder besser gesagt es enthielt etwas blaues blau mit winzigen einsprengseln von weiß und gelb was immer es sein mochte war es in cellophane zu einem seltsam aussehenden paket eingeschlagen was befindet sich in diesem paket madame fragte poirot ein kleid es wurde nass eingepackt ich fand es an der unterseite von klebeband befestigt war ich lege großen wert darauf dass alle schlafseele makellos sauber sind was es erforderlich macht wenn man gründliche arbeit leisten will worauf ich großen wert lege regelmäßig unter die betten zu sehen um mich zu vergewissern dass dort kein müll aufgehäuft ist oder verbotene gegenstände versteckt sind sehr lüblich madame jane dockerell fuhr ungesäumt fort vor dem ich weiß es deswegen so genau weil es meine erste inspektion nach den ferien war vor vier wochen war dieses paket noch nicht da gestern war es da mit klebeband wie ich sagte an der unterseite des bettgestells befestigt von timothy levingtons bett ich packte es in timothys anwesenheit aus um zu sehen ob er wusste was es war er erkannte es als ein kleid seiner tante konnte sich aber dessen anwesenheit im schlafsaal nicht erklären bedeutungsvoll fügte jane dockerall hinzu ein steifes schlecht getrocknetes stellenweise noch feuchtes kleid aus dem besitz seiner tante annabelle treadway und das weckt in ihnen einen verdacht fragte poirosi dürfte ich fragen welchen er legt es nicht auf der hand ich habe den verdacht wenngleich ich darum bete dass ich mich täuschen möge dass annabelle treadway barnabas pendy ermordete indem sie ihnen der badewanne ertränkte denn so kam er ums leben ihr kleid wurde dabei nass und aus angst dass sie das belasten würde versteckte sie es in turville unter timothys bett soweit wir wissen war mr pendys tod ein unfall fühlte ich mich verpflichtet anzumerken aus polizeilicher sicht ach das hat nichts zu besagen erklärte jane dockeryl den meisten fällen von tod durch unfall folgen keine gleich ein mehrere personen gerichtete mordvorwürfe und an betten geklebte seltsame pakete auf dem fuße diesem einen schon daher erscheint es mir wahrscheinlich dass es sich dabei tatsächlich um einen mord handelte poirot deutete ein nicken an es brach nicht für hundertprozentiges einverständnis wollen sie das paket es war nicht weiter schwierig das klebeband abzuziehen und das cellophane auseinander zu falten unser aller blick fiel auf blauen stoff die gelben und weißen tüpfel darauf entpuppten sich als winzige blümchen wochenlang nicht mit luft in berührung gekommen war der stoff stellenweise schleimig geworden beachten sie den gehuch sagte jane dockeryl es ist das olivenöl sagte poirot ich kann es deutlich riechen dies ist das kleid das annabelle tridway an dem tag trug an dem barnabas pondy starb lenore lavington beschrieb es mir blau mit weißen und gelben blümchen nur in einer hinsicht unterscheidet sich dieses kleid von demjenigen das madame lavington beschrieb um gottes willen jetzt spannen sie uns nicht auf die folter sagte jane dockeryl worin unterscheidet es sich dieses kleid wurde offensichtlich eingepackt als es noch nass war sagte ich präzisement katschpul lenor lavington gab mir gegenüber an das kleid ihrer schwester sei nicht nass gewesen als sie beide am 7. dezember im badezimmer standen sie führte es als beweis dafür anders ihre schwester ihren großvater nicht ertränkt haben konnte annabelle treadways kleid ihr blaues kleid mit gelben und weißen blümchen war laut lenor lavington vollkommen trocken neunzehntes kapitel vier weitere briefe das ist eine ziemlich überraschende entwicklung wie sagte jane dockeryl allerdings sagte poirot ich kenne timothys mutter seit jahren sie würde mit sicherheit lügen um ein mitglied ihrer familie zu schützen daran besteht kein zweifel hugo und ich können kein wort zu timothy sagen ohne dass sie wie eine eiskalte geißel gottes über uns herein bricht und uns mit einer vielzahl übertriebener drohungen belegt sie werde dafür sorgen dass hugo auf die straße gesetzt wird schluss sein jane dockerell änderte ihre sitzhaltung und schlug ihre beine andersherum übereinander auf schulen geht es nämlich entsetzlich ungerecht zu es gibt jungen diejenigen deren eltern einen angemessenen respekt vor autorität haben denen man befählen kann das hemd in die hose zu stecken die krawatte gerade und die strümpfe hoch zu ziehen und wir erteilen unsere gut gemeinten anweisungen im ruhigen bewusstsein dass kein mitglied der familien dieser jungen ehemann sich versieht bei uns aufkreuzen und uns das leben zur hölle machen wird andere jungen und ich muss leider sagen dass timothy levington und freddie reagan beide unter diese kategorie fallen können mit zerrissenem blazer und völlig schiefer krawatte herumlaufen und wir geben uns die größte mühe das nicht zu bemerken da sei gott madame wer könnte das eingepackte kleid mit klebeband an der unterseite von timothy levingtons bett befestigt haben so gut wie jeder timothy selbst wobei ich allerdings sicher bin dass er es nicht war er war ebenso überrascht es zu sehen wie ich seine mutter schwester oder tante könnten es anlässlich eines ihrer besuche getan haben ich oder mein man könnten es getan haben habe ich natürlich nicht und ebenso wenig hugo sie lachte die bloße vorstellung hugo hätte es in tausend jahren nicht geschafft klebeband zu finden selbst wenn er auf die glorreiche idee gekommen wäre ein kleid an eine bettunterseite zu pappen sonst noch jemand fragte poirot aber sicher sagte jane dockerill wie gesagt so gut unserem haus jeder junge aus einem der anderen häuser der sich hineingeschlichen haben könnte als gerade niemand in timothys schlafsaal war jeder lehrer jede mutter und jeder vater ich hörte mich seufzen poirot murmelte keine parameter ein bisschen eineng dies zu ihrer beruhigung können wir die auswahl schon sagte jane dockerill mit einem säuerlichen lächeln einen turville unbekanntes gesicht hätte keine chance ohne sofort aufgehalten und einem ausführlichen verhör unterworfen zu werden wie alle gemeinschaften verdächtigen wir außenstehende grundsätzlich nach unserer vernichtung zu trachten und wann immer wir über einen stolpern werfen wir ihn hochkant hinaus unsere ausbleibende reaktion schien sie zu irritieren das war ein witz gehorsam aber zu spät um sie noch erfreuen zu können lachten Poirot McCrodden und ich unisono los dann könnte es also jedes Mitglied der Internatsgemeinschaft einschließlich jedes Elternteils eines der Schüler gewesen sein bedauerlicherweise ja sind sie jemals innerhalb dieser Internatsgemeinschaft oder im Zusammenhang mit ihr einem Mann namens John McCrodden begegnet bei der Erwähnung seines Sohnes zuckte Stanley McCrodden zusammen nein sagte Jane Dockerill sie wirkte aufrichtig die angehörigen Timothée Lavingtons haben sie den jungen seit dem Tod Barnabas Pondis und seit jenem Tag vor vier Wochen als sie Madame unter das Bett sahen und kein Paket da war im Internat besucht ja Lenore Annabelle und Timothées Schwester Ivy waren vor rund zwei Wochen in Turville jede von ihnen könnte während dieses Besuches das Paket mit dem nassen Kleid an dem Bett gestell befestigt haben Wann war Madame Sylvia Regan zuletzt in der Schule fragte Poirot Letzte Woche sagte Mrs. Dockerill zusammen mit Mildred und deren Verlobten Eustace Sie haben Freddy vorhin in die Kategorie der Jungen die man nicht herumkommandiert gesteckt sagte ich Bedeutet dies dass Sylvia Regan eine ebenso furchterregende Instanz darstellt wie Lenore Levington Sylvia ist unerträglich sagte Jane Dockerill wobei ich hier anmerken sollte dass ich nachdem ich schon so lange in Turville wohne und arbeite grob geschätzt zwei Drittel der Eltern aus den verschiedensten Gründen unerträglich finde sie sind in der Regel weit schwieriger zu handhaben als die Jungen Freddy Regan Sylvias Sohn ist ein Schatz seine Gutartigkeit muss er von seinem Vater geerbt haben Er ist ein Einzelgänger nicht wahr sagte Poirot Er ist jedenfalls nicht das was man beliebt nennen würde sagte Jane Dockerill mit einem Seufzer Er ist sensibel kompliziert still eindeutig keine Internats Oberschicht und er nimmt sich alles sehr zu Herzen Er könnte von Timothy Levington nicht verschiedener sein Timothy kann mit Jungs wie Freddy nichts anfangen Seine Freunde sind alle wie er laute selbstsicherer Angeber die oberste Sprosse der gesellschaftlichen Stufenleiter in Turville es brach mir das Herz Freddy ständig ganz allein zu sehen und da beschloss ich wenn keiner dieser blöden Jungen mit ihm befreundet sein wollte dann würde ich es eben sein und ich bin sie lächelte Freddy ist mein unentbehrlicher kleiner Helfer am Haus geworden ich weiß nicht was ich ohne ihn machen würde und jetzt weiß jeder an Turville wer Freddy schikaniert kriegt es mit mir zu tun er wurde früher schikaniert fragte ich aber doch wohl nicht von timothy levington oder nein von timothy nie aber von vielen anderen Jane Dockerell sah mit einem Mal zornig aus es ist furchtbar unfair viele betrachten Freddy als etwas wie einen unberührbaren das liegt an seiner Mutter es kursieren nämlich allerlei Gerüchte über sie sie würde ihren Lebensunterhalt auf eine Weise verdienen die zugleich unmoralisch und ungesetzlich ist ich glaube nicht dass in diesen schmutzigen Geschichten auch nur ein Funken Wahrheit steckt ich verstehe Madame Dockeril dürfte ich sie nach dem Weihnachtsmarkt am 7. Dezember fragen Frederic was da mit seiner Mutter und seiner Schwester und Justus ja sie waren alle da und Timothy Lavington und sie und ihr Mann natürlich ich bin den ganzen Tag wie eine irre herum geflitzt von den genannten Personen können sie mit Bestimmtheit eine oder mehrere nennen die den ganzen Tag auf dem Weihnachtsmarkt waren 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 Anfang bis Ende und das habe ich Ihnen doch gerade gesagt sie waren alle da antwortete Jane Dockeril sie haben sie alle mit eigenen Augen jede Sekunde des Tages unter Beobachtung gehalten sie sahen überrascht an nein wie hätte ich das machen sollen ich wusste nicht wo mir der Kopf stand dann verzeihen sie Madame aber wie können sie in dem Fall wissen dass sie den ganzen Tag da waren nun beim Abendessen waren sie jedenfalls alle da und ich habe sie im Laufe des Tages immer wieder mal gesehen wo hätten sie denn sonst sein sie verstummte abrupt ach so jetzt verstehe ich was sie meinen sie fragen sich ob einer von ihnen sich hinaus ausgeschlichen haben könnte um Mr. Pendy zu ermorden und dann wieder hereingeschlichen sein wäre es möglich fragte Poirot tja also in dem Sinn ja wäre möglich jeder beziehungsweise jede von ihnen hätte sich für die erforderliche zeitspanne entfernen können er oder sie hätte natürlich ein Fahrzeug gebraucht um nach coming hall zu gelangen nach dem er ihren Fragen nach seinem geplanten weiteren Vorgehen erfolgreich ausgewichen war bedankte sich Poirot bei Jane Dockerell und sie ging sie verrät eine ungesunde Schwäche für den jungen Reagan sagte Stanley McCrodden sobald sie den Raum verlassen hatte das finde ich nicht sagte ich ich würde sagen sie hat mitleid mit einem einsamen Jungen es würde mich wundern wenn es nicht ebenso viele Gerüchte über Mrs. Dockerell und den jungen Freddy Reagan gäbe wie darüber dass Sylvia Reagan eine schöne der Nacht sein soll sagte McCrodden Katschpool sobald sie im Turville College sind versuchen sie so viel wie möglich von diesen Gerüchten aufzuschnappen sagte Poirot die Jungen werden kaum in Anwesenheit eines Scotland Yard Inspektors etwas Anstößiges sagen entgegnete ich oder soll ich mich als Rosinenbrötchen verkleiden und im Schulkiosk postieren sie werden schon einen Weg finden Katschpool Poirot strich mit den Fingern über den schleimigen Stoff des blauen Kleids und wischte sich anschließend mit einem Taschentuch die Hand ab das Kleid Mademoiselle Treadways murmelte er was bedeutet es bedeutet es dass die drei Damen von Comingham Hall mich angelogen haben und Kingsbury ebenfalls dass sie alle wissen dass Annabelle Treadway Monsieur Pondy ermordet hat und die Wahrheit zu verheimlichen versuchen oder er sah mich an oder spanne ich seinen Faden fort versucht jemand Annabelle Treadway zu belasten exaktement wenn der Zweck wäre Mademoiselle Annabelle zu schützen dann wäre die vernünftigste Vorgehensweise die gewesen das Kleid unverzüglich zu waschen und zu trocknen was wenn Spuren des Olivenöls auch nach dem Waschen feststellbar gewesen wären sagte ich vielleicht musste das Kleid verschwinden damit niemand je die die Frage stellen würde wie kommt Olivenöl an dieses Kleid Poirot sagte Mes amis wir sind Jeanne Doqueril nur einmal begegnet Annabelle Treadway ist ihr viel häufiger begegnet jedes Mal wenn sie Timothy im Internat besucht hat würde sie nicht davon ausgehen dass Madame Doqueril jeden Schlafseil in ihrem Wohnheim auf das gründlichste überprüft das ist was ich nach einer einzigen Begegnung annehmen würde in Treadway muss es hunderte von Betten geben würde man nicht besser eines auswählen das einem fremden Jungen gehört sie meinen also dass das Platzieren des Kleides unter Timothys Bett eher ein Versuch ist Miss Treadway zu Unrecht zu belasten als ein Beweis ihrer schuld fragte McCrodden ich weiß noch nicht genug sagte Poirot nachdenklich beachten sie dass das Kleid überall gleichmäßig feucht ist das wäre Mademoiselle Annabelles Kleid aber nicht gewesen wenn sie ihren Großvater ertrinkt hätte die Ärmel wären völlig durchnässt gewesen aber der untere Rand des Kleids der Rücken diese wären viel weniger nass gewesen vielleicht sogar vollkommen trocken andererseits wenn zu dem Zeitpunkt als das Kleid in Cellophane eingeschlagen wurde die Ärmel ganz durchnässt waren andere Teile des Kleids aber trocken könnte sich das Wasser mit der Zeit verteilt und nach und nach das ganze Kleid durchfeuchtet haben wir können uns so viele Theorien ausdenken wie wir wollen Poirot aber wir wissen nichts sagte McCrodden müde es gibt einfach zu viele Möglichkeiten so sehr es mir widerstrebt mich geschlagen zu geben sie meinen wir sollten aufgeben sagte Poirot nein nein mon ami sie irren sich gewaltig es gibt in der Tat viele Möglichkeiten aber wir sind der Wahrheit jetzt schon viel näher tatsächlich fragte ich in wie fern wieso Gatschpul sehen sie denn nicht was jetzt klar ist ich sah nichts ebenso wenig Stanley McCrodden Poirot lachte uns beide in unserer unwissenheit aus dank diesem kleid bin ich zuversichtlich dass ich schon bald alle antworten haben werde noch weiß ich sie nicht aber bald ich beabsichtige mich der Herausforderung zu stellen und mir eine Frist zu setzen wollen wir doch mal sehen ob Hercule Poirot nicht die Zeit besiegt was meinen sie damit fragte ich ihn wieder lachte er es erstaunt mich dass keiner von ihnen sieht was ich sehe schade aber das macht nichts bald werde ich alles erklären also jetzt ist es für mich Zeit vier Briefe zu verfassen die Sylvia Regan Annabelle Shredway John McCrodden und Hugo Doqueril bekommen sollen und diesmal werden sie vom echten Hercule Poirot stammen das dritte viertel zwanzigstes Kapitel die Briefe treffen ein Eustace Campbell Brown ruhte gerade im Salon des Londoner Stadthauses seiner Verlobten als Mildreds Mutter einen Brief und ein aufgerissenes Kuvert mit spitzen Fingern vor sich her tragend als ob eine großflächigere Berührung sie kontaminieren könnte hereingestürzt kam beim Anblick ihres künftigen Schwiegersohns schnappte Sylvia Regan voll entsetzen nach Luft obwohl sie ihn schon viele Male zuvor gesehen hatte und jedes Mal in exakt dieser Position mit einer Zigarette in der einen Hand und in der anderen einem Buch Guten Morgen sagte Eustace er nahm nicht an dass er sich mit einer so schlichten Äußerung Ärger einhandeln würde wo ist Mildred oben zieht sich gerade an ich mache mit ihr einen Tagesausflug er lächelte Sylvia Regan starrte ihn lange an dann sagte sie wie viel pardon damit sie Mildred verlassen und endgültig verschwinden es muss einen Betrag geben bei dem sie schwach werden könnten Eustace legte seine Zigarette in Aschenbecher der auf dem Beistelltisch neben ihm stand und das Buch in seinen Schoß so weit dachte er bei sich war es also inzwischen gekommen trotz seiner aufrichtigen Bemühungen die Wertschätzung seiner Schwiegermutter ein Spiel zu erringen es war endlich an der Zeit alle Anstrengungen einzustellen aufzuhören höflich und charmant zu sein und zur Abwechslung einmal genau das zu sagen wonach ihm der Sinn stand endlich ein Bestechungsversuch sagte er ich habe mich schon gefragt wie lange sie dazu brauchen würden stellen sie sich doch nur vor hätten sie mir noch vor einem jahr ein Angebot gemacht wären sie mich schon lange los dann gibt es also einen betrag nein silvia den gibt es nicht ich habe sie gerade verulgt tatsache ist ich liebe mildred und sie liebt mich je eher sie sich an den Gedanken gewöhnt desto glücklicher werden sie sein oh sie sind ein gemeiner widerwärtiger mensch das glaube ich nicht sagte justus gelassen ebenso wenig glaubt dass mildred haben sie nie die möglichkeit in erwägung gezogen dass sie das scheusal sein könnten schließlich sind sie ja eine mörderin mildred mag die wahrheit über sie nicht kennen aber ich weiß bescheid keine bange ich habe nicht vor ihr kummer zu bereiten indem ich ihr verrate was ich weiß aber es besteht nicht zufällig die aussicht dass sie mich zur abwechslung ein weilchen in ruhe lassen als gegenleistung dafür dass ich ihr geheimnis für mich behalte meine ich sie sind ein lügner silvia reagans gesicht war kreide bleich geworden sie ließ sich in einen sessel sinken nein bin ich nicht sagte just wenn es nicht wahr wäre würden sie was meinen sie damit sagen oder wovon in aller welt faseln sie da ihnen ist aber vollkommen klar wovon ich rede in diesem moment erschien mildred dragon im salon mit der ausdruckslosen miene die sie in gesellschaft ihrer mutter und ihres verlobten immer zur schau trug sie fragte nicht nach dem grund für sylvias aschfahle blässe ebenso wenig warum just diese neue eigenartige energie ausstrahlte die sie noch nie zuvor an ihm wahrgenommen hatte sie wusste dass in ihrer abwesenheit wahrscheinlich etwas wichtiges vorgefallen war und hoffte es würde ihr erspart bleiben zu erfahren was mildred hatte kürzlich entschieden dass es besser für sie war nicht zu wissen was sich zwischen sylvia und just abspielte und nicht ergründen zu wollen warum ihre mutter den mann den sie über alles liebte so sehr verabscheute sie bemerkte den brief und das zerrissene kuvert in der hand ihrer mutter was ist das fragte sie wenn es etwas anderes als just war was ihre mutter so aufregte dann interessiert es sie durchaus wieder des mordes feigste just sylvia reichte den brief ihrer tochter ließ ihn vor sagte sie du wirst daran erwähnt er auch sehr geehrte madame reagan blass mildred es ist von äußerster wichtigkeit dass sie sich zu einer besprechung einfinden die am 24 februar um 14 uhr auf comingham hall heim des verblichenen barnabas pandy stattfinden soll ich werde anwesend sein andre werden gleichfalls zugegen sein das uns alle auf die eine oder andere weise betreffende rätsel um den tod barnabas pandys wird dann gelöst und ein mörder beziehungsweise eine mörderin festgenommen werden bitte übermitteln sie diese einladung auch an ihre tochter mildred und deren verlobten justus es ist wichtig dass auch sie am treffen teilnehmen hoch achtungsvoll erkühl poirot wir haben vermutlich keine möglichkeit festzustellen ob der brief diesmal vom echten akyl porro stammt sagte justus was sollen wir machen fragte mildred sollen wir hin oder sollen wir den brief ignorieren sie hoffte dass ihre mutter und justus sich wenigstens dieses eine mal auf eine vorgehensweise einigen würden andernfalls wusste mildred würde ihr verstand wie üblich erstarren und zu keinem vernünftigen Gedanken mehr fähig sein ich habe nicht die absicht hinzugehen sagte sylvia reagan wir müssen hin sagte justus wir alle möchten sie denn nicht wissen wer dieser mörder ist ich schon john mccrodden berührte den arm der frau in seinem bett an ihren namen erinnerte er sich nicht nicht auszuschließen dass er annie lautete oder aggie sie lag auf dem bauch das gesicht von ihm abgewandt wach auf wach auf hörst du ich bin wach sie rollte sich gähnend auf den rücken zu deinem glück ich schätze es nicht an meinem freien tag weg zu werden obwohl da du es bist sie grinste und machte anstalten johns wange zu berühren er wischte die hand beiseite ich bin nicht in stimmung tut mir leid hör mal ich hab zu tun du solltest dich also besser auf die socken machen es war ein eigenartiger brief gekommen und er wollte ihn noch einmal in ruhe durchlesen solange sie da war konnte er sich nicht konzentrieren die frau setzte sich auf und bedeckte sich mit dem laken na du bist ja richtig charmant behandelst du alle mädchen so zufällig ja ich meine es nie böse aber sie nehmen es immer krumm wirst du bestimmt auch gleich versprichst du mir wohl dass du mich so bald wie möglich wieder ausführen wirst und dann höre ich nie wieder was von dir sagte die Frau vorwurfsvoll während ihr schon Tränen in die Augen stiegen nein ich verspreche gar nichts und ich will dich nirgendwo hin ausführen die letzte Nacht hat Spaß gemacht aber sie war eben nur das eine Nacht du wirst mich nie wieder sehen außer vielleicht zufällig du darfst mich beim rausgehen gern anschreien wenn du dich dann besser fühlst nachdem er das gesagt hatte war sie in sekundenschnelle aus seinem zimmer verschwunden sie hielt ihn wahrscheinlich für herzlos aber darin täuschte sie sich grausam wäre es vielmehr gewesen ihr zu gestatten sich irgendwelche Hoffnungen zu machen in jüngeren viel jüngeren Lebensende lieben konnte so hatte er bei keinem anderen Menschen empfunden weder davor noch danach ebenso wenig hatte er auch nur einer Menschenseele gegenüber von seinem Gefühl gesprochen weil es zu übermächtig war um in Worte gekleidet werden zu können und weil ohnehin niemand es für möglich gehalten hätte der nicht selbst schon einmal in einen ähnlichen abgrund verzehrenden Verlangens gestürzt war der Durchschnittsmensch lehnte es kategorisch ab anderen Erfahrungen als den eigenen Glaubwürdigkeit zuzugestehen John zog sich an und setzte sich mit dem merkwürdigen Brief ans Fenster Kopfschüttelnd las er ihn noch einmal durch anstatt sich zu sagen dass die vier in seinem Namen verschickten Anschuldigungsbriefe nicht mehr als ein dummer Streich gewesen waren und die Sache auf sich beruhen zu lassen hatte Hercule Poirot offenbar die für bezahlt dass er die Ermittlungen aufnahm John bezweifelte es wie Annie oder Aggie oder wie auch immer sie heißen mochte hatte Poirot eigenmächtig beschlossen das Leben schwieriger und komplizierter zu machen als eigentlich nötig war Jetzt hatte er Einladungen zu einer Besprechung über Barnabas Pandy's Tod verschickt an ihn John und zweifellos an viele andere Leute Um die Sache noch schlimmer zu machen enthielt werden gleichfalls zugegen sein darunter ihr Vater Stanley McCrodden John war kein Dummkopf Ihm war schon seit einiger Zeit klar dass er sowohl seinem Vater als auch Ercule Poirot Unrecht getan hatte Inzwischen war er davon überzeugt dass keiner von beiden für den Brief verantwortlich war in dem er des Mordes an Barnabas Pandy bezichtigt wurde Jetzt würde er sich entschuldigen müssen Daran führte kein Weg vorbei aber nichts hasste John mehr als zuzugeben dass er Unrecht gehabt hatte insbesondere zwei Männern gegenüber deren jeweilige Arbeit bisweilen dazu führte dass jemandem die Schlinge um den Hals gelegt wurde Ich werde an Poirots Besprechung teilnehmen dachte er das wird als Entschuldigung meinerseits genügen müssen und vielleicht werde ich dann auch erfahren von wem dieser andere Brief tatsächlich kam John schrieb Poirot ein paar Zeilen des Inhalts dass er sich am 24. Februar wunschgemäß in Comingham Hall einfinden werde er steckte seine Antwort in ein Kuvert und wollte dieses gerade zukleben als er sich an Catalina erinnerte ach Catalina seine spanische Freundin das war eine verständige findige Frau und dazu verdammt attraktiv sie erlaubte John zu kommen und zu gehen wie es ihm passte ohne ihn je unter Druck zu setzen oder voll zu heulen sie genoss seine Gesellschaft kam aber auch hervorragend ohne ihn aus wie er seinerseits ohne sie John hatte nicht viele Menschen kennengelernt Männer wie Frauen die er als ihm ebenbürtig empfand aber auf Catalina traf das zweifellos zu sie war eine brillante Frau und jetzt auch ein brillantes Alibi die gute alte Catalina John stand auf und holte ihre gebündelten Briefe unter seinem Bett hervor die meisten handelten von König Alfons XIII und der schwindenden Macht des Militärdiktators General Miguel Primo de Rivera Catalina war eine überzeugte Republikanerin John lächelte Politik war ihm gleichgültig er hatte immer wieder festgestellt dass die Überzeugungen die die Leute zu vertreten behaupteten sehr wenig bedeuteten und einem nichts über ihren wahren Charakter verrieten es war so als beurteilte man einen Menschen nach der Farbe seiner Socken oder Taschentücher er suchte Catalinas Brief mit Datum vom 29. Dezember 1929 heraus und steckte ihnen das Kuvert das er Poirot zuschicken würde dann zog er sein Antwortschreiben wieder hervor und fügte unter seiner Unterschrift die Worte hinzu beiliegend Alibi für den 7. Dezember Uwe rief Annabelle Treadway aus Hoppy was soll ich bloß machen eine Besprechung hier er sagt gar nicht wie viele Leute er eingeladen hat Lenore wird schäumen vor Wut wir werden uns Gedanken über die Erfrischungen machen müssen und ich habe dafür überhaupt keinen Kopf nicht einmal um mit Kingsbury oder der Köchin darüber zu reden aber ach du meine Güte ich werde Lenore davon erzählen müssen und sie an er schreibt dass ein Mörder oder eine Mörderin festgenommen werden wird ach herrje hopscotch hob den Kopf von Annabelles Schoß und sah sie fragend an sie waren im Morgenzimmer von Comingham Hall nachdem sie auf der Wiese ausgiebig Ball gespielt hatten hopscotch beäugte Annabelle hoffnungsvoll nach Anzeichen dafür dass ihr zuletzt erfolgter Ausruf bedeuten könnte dass sie bald bereit sein würde wieder nach draußen zu laufen und noch ein bisschen weiter zu spielen ich habe Angst sagte Annabelle ich habe so schreckliche Angst vor allem außer vor dir liebster Hoppy der Hund rollte sich auf den Rücken um den Bauch gekrault zu bekommen was wenn Lenore Poirot verbietet seine Besprechung hier abzuhalten noch während sie diese Worte Aussprach wurde Annabelle von einer plötzlichen erschütternden Erkenntnis getroffen Ach keuchte sie selbst wenn sie es verbietet wird die Wahrheit ans Licht kommen nichts kann es mehr verhindern jetzt wo Acule Poirot im Spiel ist Ach Hoppy wenn du nicht wärst sie ließ den Satz unvollendet um den Hund nicht dadurch zu beunruhigen dass sie sagte was sie getan hätte wenn es ihr nicht so widerstrebte ihn allein auf der Welt zurück zu lassen Lenore hatte nichts für ihn übrig Ivy behauptete zwar ihn zu mögen aber sie liebte ihn nicht so wie Annabelle ihn liebte so als wäre er ein vollwertiges Familienmitglied was er absolut war bei Skittel war es genauso gewesen eines Tages dachte Annabelle wird die Welt ein besserer Ort sein und wir werden Hunde genauso gut behandeln wie Menschen ach aber was bin ich für eine schreckliche Heuchlerin sie brachen Tränen aus Hubscotch rollte sich auf den Bauch und legte seine Pfote tröstend in ihre Hand aber sie weinte unbeirrt weiter schau dir das mal an Jane Hugo Dockeryl hielt seiner Frau den Brief hin den er gerade geöffnet hatte dieser Schwindler gibt sich wieder für Poirot aus ich sollte es ihm wohl besser erzählen Poirot meine ich Jane setzte einen dicken Stapel Bügelwäsche behutsam auf der Armlehne des nächstgelegenen Sofas ab und riss ihrem Mann das Blatt Papier aus der Hand sie las vor sehr geehrter Monsieur Dockeryl es ist von äußerster Wichtigkeit dass sie und ihre Frau sich zu einer Besprechung einfinden den Rest las sie lautlos weiter dann sah sie zu Hugo er runzelte die Stirn du meinst es wäre möglich ja sieh dir die Unterschrift an sie sieht völlig anders aus als die auf dem anderen Brief völlig anders nachdem ich Poirot kennengelernt habe würde ich sagen dass das ohne weiteres eine Handschrift sein könnte sehr akkurat mit ein paar eleganten schnörkeln hier und da her je sagte Hugo warum er wohl will dass wir nach coming am Hall kommen hast du den Brief nicht gelesen doch zweimal da steht erklärt warum er uns dort haben möchte glaubst du also er hat die Sache restlos aufgeklärt was meinst du wen er sonst noch eingeladen hat ich könnte mir vorstellen die drei anderen Leute die in dem ersten Schwung Briefe beschuldigt wurden werden ebenfalls da sein sagte Jane ja das wäre nachvollziehbar was meinst du liebste sollen wir hin was meinst du Hugo möchtest du da hin tja also ich ich meine ich hatte eigentlich eher gedacht du würdest in der Sache entscheiden meine liebe ich meine tja ist schwer zu sagen habe ich haben wir an dem Tag überhaupt Zeit Jane lachte liebevoll und hakte sich bei ihm ein ich habe nur Spaß gemacht Zeit haben wir oder zumindest habe ich eigentlich nie aber natürlich müssen wir dahin ich will wissen was der große acrylpoiru herausbekommen hat und wer dieser mörder oder diese mörderin nun ist ich wünschte wir müssten nicht noch fast eine Woche warten ich wüsste schon jetzt gern was er uns allen zu erzählen hat machte machte grauste grauste mir vor dem augenblick da poirot sie zu sehen bekommen würde und ich zu hören um wie viele längen besser seine notizen ausgefallen wären meine aufzeichnungen lasen sich wie folgt kanzlei der anwälte donaldson und mccrodden stanley donaldson gestattete mir seine schreibmaschine zu überprüfen deren buchstabe e war einwandfrei donaldson bestätigte außerdem dass stanley strang den ganzen 7. dezember einen samstag mit ihm zusammen verbracht hatte erst im ethneum club und dann im palace theater keine der schreibmaschinen die ich sonst noch in der kanzlei fand war die von uns gesuchte ich habe sie alle durchprobiert und anschließend bestand miss emerald mason darauf sie sicherheitshalber noch einmal zu überprüfen sylvia und mildred ragans haus in dem haus gab es eine schreibmaschine mrs ragan versuchte mir den zutritt zu verwehren und erklärte ich hätte kein recht in ihre privatsphäre einzudringen und sie zu schikanieren obwohl sie nichts unrechtes getan hätte aber dann überredete ihre tochter mildred sie dazu zu kooperieren ich probierte die schreibmaschine aus und der buchstabe e war völlig normal eustace campbell brown endlich kennen wir seinen nachnamen mildred sagte mir wo ich ihn finden würde ich suchte ihn bei sich zu hause auf er schien sich zu freuen mich bei sich auf der matte stehen zu sehen und war gern bereit mich seine schreibmaschine ausprobieren zu lassen es war nicht die die wir suchen als ich wieder gehen wollte sagte mr campbell brown wenn ich briefe verschicken wollte die irgendwelche leute des mordes beschuldigen und mit er kühl poirot unterschrieben sind würde ich mich als allererstes vergewissern dass die schreibmaschine auf der ich sie tippen will keinerlei unregelmäßigkeiten aufweist anhand deren man mir auf die spur kommen könnte ich wusste nicht recht was ich davon er besitze keine schreibmaschine seine hauswirtin hat zwar eine aber sie versicherte mir mccrodden habe sie nie benutzt peter waut mr waut war so liebenswürdig mir zu gestatten sämtliche schreibmaschinen seiner kanzlei zu überprüfen und ich konnte feststellen dass sie sich alle in technisch einwandfreiem zustand befinden alle schreibmaschinen außerhalb londons comingham hall poirot versuchte sie zu überprüfen wurde aber daran gehindert turville college müssen noch überprüft werden ich fahre morgen hin vincent lob besitzt er eine schreibmaschine falls ja muss sie überprüft werden lob selbst bleibt vorerst weiter unauffindbar 22. kapitel das einsame gelbe kuchen quadrat guten morgen monsieur mccrodden sie sind überrascht mich hier zu sehen non john mccrodden hob den blick und sah acule poirot ihn von oben herab betrachten wie er mit gekreuzten beinen einen stoffbeutel voller münzen im schoß neben seinem markt stand auf dem pflaster saß es waren noch keine kunden unterwegs der markt hatte gerade erst geöffnet was wollen sie fragte mccrodden haben sie den brief den ich ihn geschickt habe nicht bekommen von einer frau mit namen katalina doch er ist angekommen dann haben sie auch meine begleitzeilen gelesen in denen ich zusagte mich an dem von ihnen festgesetzten datum in coming hall einzufinden warum sind sie jetzt also hier ich wünschte sie vor unserem treffenden coming hall zu sehen bei dem ja andere zu gegensein werden ich wollte mich gern haben sie keine sagte poirot mit einem höflichen lächeln verraten sie mir wer ist diese mademoiselle katalina mccrodden schnitt eine grimasse was kümmert es sie sie ist niemand den sie kennen wenn sie andeuten wollen sie sei nicht real und ich hätte mir das alibi erdichtet warum fahren sie nicht nach spanien und unterhalten sich selbst mit ihr ihre brief aus seiner tasche er ist äußerst zweckdienlich für sie dieser brief sagte er er ist vom 21. dezember letzten jahres datiert und darin ist von vor 14 tagen die rede wo sie und mademoiselle katalina zusammen in poirot warf einen blick auf das blatt in seiner hand riba da cella waren wenn sie am 7. dezember in riba da cella waren können sie nicht gleichzeitig in coming am hall gewesen sein und dort bannabas pandie ertrinkt haben freut mich dass wir uns in dem punkt einig sind sagte mccrodden und da dem so ist da wir beide wissen dass ich unmöglich pandie ermordet haben kann wären sie vielleicht so liebenswürdig mir ihr fortdauerndes interesse an meiner person zu erklären warum muss ich am 24. februar an einem treffenden coming am hall teilnehmen und warum wenn ich mich schon dazu bereit erkläre kommen sie her und belästigen mich an meinem arbeitsplatz es mag nicht die art von arbeit sein die ihres und meines vaters gleichen beeindruckt aber es ist trotzdem arbeit damit verdiene ich meinen lebensunterhalt und sie behindern mich dabei aber noch immer haben sie keine kunden gab poirot zu bedenken ich störe sie bei nichts mcrodden seufzte das geschäft ist zurzeit etwas flau aber es kommt schon noch in gang sagte er und wenn nicht werde ich eben etwas anderes machen um mir meine brötchen zu verdienen mein vater hat es nie verstanden aber mir ist es eigentlich ziemlich egal was ich mache es ist nur arbeit und das leben ist interessanter wenn man ein paar verschiedene dinge ausprobiert ich habe versucht ihm begreiflich zu machen dass das nun einmal meine auffassung ist man sollte doch eigentlich annehmen dass es ihm gleichgültig ist wenn ich wieder etwas neues anfange nicht war wo er doch jeden einzelnen job missbilligt hat den ich je gemacht habe er hat es verabscheut als ich im bergwerk arbeitete wollte nicht dass sein sohn sich die hände schmutzig machte und steine klopfte wie ein gemeiner aber als ich dann zum sauberen ende wechselte da passte es ihm auch nicht es passte ihm nicht als ich flitter fertigte und verkaufte passte ihm nicht dass ich auf einem bauernhof arbeitete und es kritisiert er es wenn ich häufig umsattle weil er ausschließlich menschen achtet die bei einer sache bleiben monsieur ich bin nicht hier um über ihren vater zu sprechen beantworten sie meine frage poirot john macrodden sprang auf billigen sie diese legale form von mord die in unserem lande praktiziert wird denn wenn sie mich fragen sind sie selbst auch nicht besser als ein mörder wenn sie es gut heißen dass straffällige getötet werden und mag die straftat auch noch so schwer gewesen sein poirot blickte sich um der mark füllte sich allmählich mit leuten und lärm dennoch kam weiterhin niemand an macroddens stand wenn ich ihre frage beantworte beantworten sie dann auch mir eine ja bien ich bin der überzeugung dass der verlust eines lebens aus welcher ursache auch immer eine tragödie ist wenn aber das abscheulichste aller verbrechen verübt worden ist ist es da nicht angemessen dass der täter die strengste aller möglichen strafen erhält ist es nicht ein gebot der gerechtigkeit macrodden schüttelte den kopf sie sind genau wie mein vater sie behaupten es gehen um gerechtigkeit obwohl sie nicht die blasseste ahnung haben was gerechtigkeit eigentlich bedeutet jetzt bin ich an der reihe meine frage zu stellen sagte poirot denken sie bitte sorgfältig nach bevor sie antworten sie haben mir gesagt sie seien mit barnabas pondy nicht bekannt der name ist mir zum ersten mal begegnet als ihr als dieser brief ankam hören sie sich diese namen an und sagen sie mir ob ihnen einer oder mehrere davon vertraut sind lenore levington ivy levington timothy levington mccrodden schüttelte den kopf noch nie was von irgendwelchen levingtons gehört sagte er sylvia regon freddie regon mildred regon den namen sylvia reagan habe ich schon gehört aber erst von ihnen sagte mccrodden besser gesagt von dem man der für sie arbeitet wissen sie nicht mehr sie ließen ihn ins zimmer kommen und mir erzählen dass diese mrs reagan ebenfalls einen augenscheinlich von ihnen unterzeichneten brief erhalten hatte der sie des mordes beschuldigte oui monsieur ich erinnere mich warum fragen sie mich dann wenn sie doch wissen dass ich den namen kenne tötete selbst 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 dann glauben sie mir bitte wenn ich ihnen sage dass ich gerade versuche eben einen solchen menschen zu fassen einen sorgfältig und vorsichtig agierenden mörder der nicht von leidenschaft sondern von kalter berechnung geleitet wird wie können sie mir da nicht helfen wollen das klingt ja so als hätten sie herausgefunden wer diesen pendy tötete stimmt das es stimmte nicht poirot wusste lediglich dass es einen mörder gab den es zu fassen galt einen gefährlichen bösen menschen dem das handwerk gelegt werden musste noch nie hatte er im voraus ein datum angekündigt an dem er fakten von solcher wichtigkeit offenbaren würde die ihm gar nicht bekannt waren warum hatte er sich dann dazu entschlossen im Fall Barnabas Pandy so vorzugehen poirot wusste es selbst nicht so genau er fragte sich ob es vielleicht eine art bittgebet oder beschwörung war als nervenkitzelnde herausforderung verkleidet ohne auf john mccroddens frage einzugehen sagte er ich warte noch immer auf ihre antwort mccrodden stieß eine leise verwünschung aus und sagte dann nein ich habe weder von mildred noch von freddy reagan je etwas gehört wie steht es mit annabelle red way oder hugo und jane dockeril oder justis campbell brown nein keiner dieser namen sagt mir irgendetwas sollten sie nicht unbedingt nein kennen sie das turville college ich habe natürlich schon davon gehört aber sie haben keine persönliche beziehung zu der schule nein mein vater schickte mich erst nach etan und dann nach rugby ich wurde von beiden schulen verwiesen danke monsieur mccrodden es sieht so aus als wären sie wahrhaftig das einsame gelbe kuchen quadrat ganz allein am rande des tellers aber warum das ist die frage warum kuchen knurrte john mccrodden nichts was in letzter zeit passiert es ergibt für mich irgendeinen sinn deswegen werde ich es mir sparen sie zu fragen was ich mit einem stück kuchen gemein habe ich würde es ohnehin nicht verstehen selbst wenn sie es mir erklärten 23. Kapitel in böser absicht als ich zwei Tage später in der hoffnung mich mit timothy levington unterhalten und alle vorhandenen schreibmaschinen überprüfen zu können zum turville college aufbrach wurde ich das gefühl nicht los den schwarzen peter gezogen zu haben poirot ging ebenfalls auf reisen und ich wünschte ich hätte mit ihm tauschen können er war auf dem weg nach landet lowe's in wales um mit einer frau namens deborah dakin lob zu sprechen vincent lob war wie wir tags zuvor von einem von poirot geheimnisvollen helfern erfahren hatten vor gut 13 jahren gestorben mrs dakin die witwe von lobs ältestem sohn war das aber die zeit davon lief und der 24 februar poirots ganz unnötigerweise selbstgesetzter stichtag immer näher rückte war mir stattdessen der terville besuch aufgebrummt worden die aussicht ein jungen internat zu betreten behagte mir nicht ich hatte selbst eine solche schule besucht und trotz der erziehung die ich dort genossen hatte war es insgesamt eine erfahrung gewesen die ich niemandem wünschen würde ich entspannte mich geringfügig sobald ich im Kuthaus war dem von Hugo und Jane Dockerell geführten Wohnheim es war ein langes und breites Gebäude mit einer flachen Fassade und symmetrisch verteilten Fenstern wie ein gigantisches Puppenhaus drinnen war es warm sauber und im Großen und Ganzen aufgeräumt allerdings fielen mir während ich darauf wartete in Hugo Dockerells Arbeitszimmer geführt zu werden ein Stapel Bücher und ein Stoß Papiere auf die nahe der Eingangstür auf dem Fußboden stehen und liegen gelassen worden waren auf den zwei Stapeln lagen Zettel Hugo schafft das bitte weg und Hugo sucht dafür bitte einen geeigneten Platz beide waren mit J unterschrieben ein untersetzter Junge mit Brille erschien der dritte der mir bis dato behilflich gewesen war wie die zwei vorausgegangenen trug dieser die volle Turville Uniform Bordeaux roter Blazer dunkelgraue Hose Bordeaux rot gelb gestreifte Krawatte ich soll sie zu Mr. Dockeryls Büro führen sagte er ich dankte ihm und folgte ihm am Treppenaufgang vorbei in einen breiten Korridor nachdem wir um mehrere Ecken gebogen waren blieb er vor einer Tür stehen und klopfte an herein rief von innen eine Männerstimme mein Schüler Lotzer trat ein nuschelte was von einem Besucher und nahm dann die Beine in die Hand als befürchtete er mögliche Repressalien weil er mich zu dem Zimmer geführt hatte der Mann kaum ein Haar auf dem Kopf im Gesicht ein breites Lächeln kam mir mit ausgestreckter Hand entgegen Inspektor Catchpool sagte er herzlich ich bin Hugo Dockerill und das ist meine Frau Jane die sie glaube ich schon kennengelernt haben willkommen in Cood House wir bilden uns gern ein das sei das beste aller wohnheime aber natürlich sind wir voreingenommen es ist das beste sagte Jane Dockerill im Ton einer nüchternen Feststellung schön sie wiederzusehen Inspektor Catchpool sie saß in einem Ledersessel in einer Ecke des Zimmers Bücher bedeckten sämtliche Wände bis hinauf an die Decke und lagen zu Türmen gestapelt auf dem Fußboden hierhin würden wahrscheinlich auch jene falsch abgestellten stapel die ich am Eingang von Cood Haus gesehen hatte letztendlich umgelagert werden links von Jane Dockerill saß auf einem Sofa mit gerader Lehne ein Junge mit dunklem Haar das ihm in die großen braunen Augen fiel er war eine seltsame Erscheinung er war Aber die untere Gesichtspartie hatte irgendwie etwas zusammengewürfeltes an sich Er zeigte eine angespannte Miene und insgesamt die Haltung eines Menschen der eine Strafpredigt oder Züchtigung erwartete Guten Tag Mrs. Dockerill sagte ich Freut mich Sie kennenzulernen Mr. Dockerill Danke dass Sie etwas Zeit für mich erübrigen konnten Oh wir sind entzückt Sie bei uns zu haben Entzückt verkündete der Hausvorsteher Und das ist Timothy Levington Der Urenkel des verstorbenen Barnabas Pandy sagte seine Frau Stimmt es dass Sie glauben Grandy sei ermordet worden fragte Timothy ohne mich anzusehen Timothy Jane Dockerills Stimme hatte einen warnenden Unterton Sie befürchtete offensichtlich die Frage könnte die Präambel zu irgendeiner Frechheit seitens Timothys sein Es ist absolut in Ordnung beruhigte ich sie Timothy scheue dich nicht jede Frage zu stellen die dich beschäftigt das alles muss schrecklich für dich sein ich würde es eher als frustrierend denn als schrecklich bezeichnen sagte der Junge wenn es Mord war und kein Unfall ist es dann schon zu spät um den Täter zu fassen nein gut sagte Timothy ich halte es allerdings für äußerst unwahrscheinlich dass Mr. Pandy ermordet wurde du musst versuchen dir keine Sorgen zu machen ich mache mir keine Sorgen und anders als sie halte ich es nicht für unwahrscheinlich sagte er Timothy warnte Jane Dockerell ihn noch einmal offenbar ahnend dass die Frechheit jetzt nicht mehr aufzuhalten war er deutete die fuß in ihre Richtung ohne sie anzusehen und sagte zu mir wie sie sehen werde ich durch Mrs. Dockerells Wunsch ich möchte nur Dinge sagen die nach Ansicht der Erwachsenen Jungen meines Alters sagen sollten in meiner freien Meinungsäußerung behindert warum hältst du es nicht für unwahrscheinlich dass dein Urgroßvater ermordet wurde fragte ich ihn aus mehreren Gründen Mutter Tante Annabelle und Ivy sollten an dem Tag als Grandy starb eigentlich hier zum Weihnachtsmarkt kommen sie sagten im allerletzten Moment ab und konnten dafür keine Erklärung anführen jedenfalls keine die mich überzeugt hätte zu hause muss etwas passiert sein etwas das ich nach ihrer einhelligen Meinung nicht erfahren darf dieses etwas könnte dazu geführt haben dass eine von ihnen Grandy tötete selbst die schwächste Frau hätte ihn spielend unter Wasser drücken und festhalten können körperlich war er schwächer als ein Weber Knecht weiter sagte ich naja dann hat jemand ein kleid das meiner tante annabelle gehörte unter meinem bett befestigt ein klatschnasses kleid und grandy starb in der badewanne das ist äußerst verdächtig finden sie nicht auch inspektor es ist mit sicher etwas das der erklärung bedarf sagte ich das können sie laut sagen und was ist mit den briefen in denen vier leute beschuldigt wurden grandy getötet zu haben einen davon bekam tante annabelle zugeschickt wir hätten timothy vielleicht nicht so viel erzählen dürfen sagte jane dockerill schuldbewusst wenn sie es nicht getan hätten hätte ivy es mir erzählt sagte timothy übrigens ivy hat grandy bestimmt nicht umgebracht sie können sie von ihrer liste streichen und ebenso kingsbury er war es mit sicherheit nicht deutest du damit an dass deine mutter oder deine tante es getan haben könnten fragte ich eine von beiden dürfte es ja wohl gewesen sein jetzt woher tot ist schwimmen beide in geld timothy sagte jane dockerill mrs dockerill ich bin sicher der inspektor möchte dass ich die wahrheit sage nicht wahr inspektor mutter traue ich ohne weiteres zu dass sie jeden umbringen würde der ins gehege kommt sie hat furchtbar gerne in allem das sagen tante annabelle ist das genaue gegenteil aber sie sei eine seltsame lady bei ihr würde ich also nichts ausschließen in welcher hinsicht seltsam fragte ich lässt sich schlecht sagen es ist so als ob selbst wenn sie vergnügt ist hat man irgendwie das Gefühl dass sie vielleicht nur so tut so wie timothy nickte vor sich hin als freute er sich über den gedanken der ihm gerade gekommen war haben sie je einen menschen erlebt dessen haut eiskalt bleibt selbst wenn an einem überheizten zimmer vor einem prasselnden feuer sitzt ersetzen sie körpertemperatur durch gefühle und sie haben ein gutes bild von tante annabelle das ergibt nicht sonderlich viel sinn timothy sagte jane dockeryl ich glaube ich verstehe sagte ich zu ihr timothy hat es nicht leicht gehabt inspektor seit sein vater vor ein paar jahren starb mrs dockeryl hat recht sagte timothy ich war traurig meinen vater verloren zu haben das entwertet dabei nicht meine gedanken und beobachtungen zu anderen themen warst du auch traurig deinen urgroßvater verloren zu haben fragte ich ihn irgendwie theoretisch ja was meinst du damit das ende jedes lebens ist traurig oder sagte timothy rational fand ich es ohne frage traurig dass grandy tot war aber er war alt gewesen und wir standen uns nicht nah er redete mit mir nicht viel es war eigentlich ganz amüsant manchmal sah er mich zu hause ihm entgegen kommen und dann tat er so als fiel ihm etwas ein weswegen er unbedingt kehrt machen und in die entgegengesetzte Richtung verschwinden musste warum sollte er dir aus dem weg gehen fragte ich obwohl ich das Gefühl hatte die Antwort zu kennen er fand mich anstrengend ich bin ziemlich anstrengend er war es ebenfalls und deswegen zog er es vor mit Mutter Tante Annabelle Ivy und Kingsbury zu sprechen sie redeten ihm alle nach dem Mund es hat dich nicht gestört dass er deine Schwester bevorzugte kaum Mutter bevorzugt mich so gleicht sich das wieder aus ich bin ihr herz allerliebstes Bübchen das einfach nichts falsch machen kann jeder hat seine Vorlieben in unserer Familie Grandy hat Tante Annabelle nie auch nur entfernt so gern gehabt wie Mutter während ich glaube dass ich Tante Annabelle lieber mag sie ist eine sehr viel feinere Frau na na Levington sagte Hugo Dockerill vage man kann sich weder seine Gefühle aussuchen noch wem man sie entgegen bringt Mr. Dockerill oder Inspektor ich hatte nicht die Absicht Partei zu ergreifen gucken Sie nicht so schockiert Mrs. Dockerill sagte Timothy Sie mögen Freddie Reagan mehr als jeden anderen Jungen von Coote House und ich bin mir sicher Sie können daran ebenso wenig ändern wie ich an meinen Gefühlen Das ist nicht wahr Timothy sagte Jane Dockerill Ich würde jeden Jungen der einsam ist genauso behandeln wie ich Freddy behandle Und du musst noch lernen was der Unterschied ist zwischen die Wahrheit sagen und alles ausplaudern was einem gerade so durch den Kopf geht Das eine ist hilfreich das andere nicht Ich finde du hast für den heutigen Vormittag genug gesagt Könntest du jetzt bitte wieder in deine Klasse gehen Sobald Timothy entlassen worden war fragte ich nach Schreibmaschinen Hugo Dockerill sagte Aber gewiss doch alter Knabe Sie können meine nach Herzenslust inspizieren Ach wo die wohl ist Jane Liebste weißt du es zufällig Leider nein Hugo Ich habe sie seit Wochen nicht mehr gesehen Als ich sie das letzte Mal sah war sie hier in diesem Zimmer Aber jetzt ist sie nicht da Ich versuchte ein Gesicht zu machen als wäre diese Information nicht weiter interessant oder wichtig Erinnern Sie sich daran die Schreibmaschine woanders hingebracht zu haben Mr. Dockerill fragte woanders hingebracht habe Trotzdem ist sie nicht da Wie komisch Warum möchten Sie unsere Schreibmaschine sehen fragte seine Frau Ich erzählte ihr von den schadhaften Es in den vier Briefen und sagte dass ich wenn möglich gern alle im Turville College vorhandenen Schreibmaschinen überprüfen würde Hatte ich also doch recht sagte sie Inspektor hatten Sie Dann ermittelt Scotland Yard also nicht in dieser Sache um die vier Briefe Nein Vorerst stöbern Poirot und ich mit ihrer freundlichen Erlaubnis nur ein bisschen herum und versuchen aus dieser rätselhaften Geschichte klug zu werden Ich verstehe Inspektor aber ein kurzes Gespräch wie wir es gerade geführt haben ist eine Sache Ihnen zu erlauben alle unsere Schreibmaschinen zu überprüfen eine ganz andere Ich weiß nicht was die Eltern der Jungen davon halten würden oder der Schuldirektor könnte glaube ich sagen dass sie eigentlich einen Haussuchungsbefehl vorweisen müssten wenn sie denn eine Haussuchung durchführen möchten Hugo Dockerels verschwundene Schreibmaschine wurde von Sekunde zu Sekunde faszinierender Darf ich Ihnen eine Frage stellen Mrs. Dockerell ganz offen Versuchen Sie jemanden zu schützen Sie sah mich aufmerksam an bevor sie antwortete was glauben Sie wenig schützen wollen sollte ich kann Ihnen versichern ich habe Jugos Schreibmaschine nicht an irgendeinen geheimen Ort verschwinden lassen warum hätte ich das tun sollen ich hätte doch nicht im voraus wissen können dass sie danach fragen würden immerhin könnte es Ihnen jetzt wo ich gefragt habe unlieb sein wenn ich sie fände und vielleicht als die Schreibmaschine identifizierte auf der alle vier Briefe getippt wurden Jane Liebste du glaubst doch nicht etwa ich hätte diese Briefe verschickt Hugo Dockere klang alarmiert du mach dich nicht lächerlich Hugo ich gebe lediglich zu bedenken dass Inspektor Catchpool mit dem Direktor sprechen sollte Turville ist sein Reich wenn er erfährt dass einem Polizeibeamten ohne seine ausdrückliche Erlaubnis gestattet wurde herumzuschleichen und Schuleigentum zu untersuchen ist der Teufel los immerhin gab sich Jane Dockere alle Mühe den Schuldirektor davon zu überzeugen dass es das klügste und korrekteste wäre mit mir zu kooperieren zunächst schien er sich tatsächlich ihren Argumenten zu öffnen bis er hörte dass Poirot an der Sache beteiligt war woraufhin sein Gebaren sich schlagartig änderte und er so unzugänglich wurde wie Donröschens Schloss bei Schneesturm er ließ nicht den geringsten Zweifel daran aufkommen dass wenn gleich es im Turville College etliche Schreibmaschinen gab ich keine einzige davon zu sehen bekommen würde während ich auf dem Weg nach draußen den Haupthof überquerte beschäftigte mich eine dieser unbesichtigten Schreibmaschinen ganz besonders Hugo Dockerrill wer fragte ich mich mochte für ihre Unauffindbarkeit gesorgt haben Inspektor Ketschpool ich drehte mich um und sah Timothy Levington den Ranzen geschultert mir entgegen rennen hatten sie sonst noch Fragen die sie mir stellen wollten keuchte er hatte ich tatsächlich ich wollte dich nach dem Weihnachtsmarkt fragen sie meinen den an dem Tag als Grandy starb ja aber mich interessiert der Weihnachtsmarkt selbst Timothy stutzte warum der ist jedes ja das gleiche eine dämliche Zeitvergeudung ich wünschte sie würden ihn abschaffen warst du den ganzen Tag da ja warum hast du da freddie reagan gesehen und seine mutter und mr. mrs. docker rill ja warum fragen sie ach so sie fragen sich ob einer von ihnen grandy ermordet haben könnte nein sie waren alle hier kannst du dir sicher sein dass sie den ganzen und dann ein zwei stunden später wieder aufgetaucht wäre timothy ließ sich die frage durch den kopf gehen und sagte dann nein ich glaube nicht vor allem bei mrs. reagan wäre das wohl möglich gewesen warum sagst du das am tag des weihnachts marktes ist sie selbst gefahren ich sah sie kommen weil freddie losstürzte um sie zu begrüßen und sie ist nicht gerade ein ausbund an tugend auch wenn mrs. stockerell timothy sagen würde wenn sie mich jetzt hören könnte du spielst vermute ich auf die gerüchte über sylvia reagan an timothy riss überrascht die augen auf man kann vielerlei aufschnappen wenn man durch eine große schule spaziert sagte ich erfreut über meine wohlüberlegte wortwahl dann wissen sie dass sie kleine kinder umbringt ach sie wussten es nicht offenbar sah ich genauso überrascht aus wie ich war als sie mit dem kleid in die white haven menschens gekommen war hatte jane dockerell sinngemäß gesagt mrs. reagan verdiene auf eine weise sei poirot stanley mccrodden und ich hatten einmütig angenommen sie spiele auf eine andere sorte ungesetzlicher unmoral an und das ist die reine wahrheit sagte timothy wenn du sagst sylvia reagan würde kleine kinder töten meinst du frauen wenden sich an sie wenn sie kinder erwarten die sie nicht haben wollen natürlich nur solche die es sich leisten können dafür ein vermögen auszugeben mrs reagan sind sie völlig egal die kinder natürlich nicht minder es geht ihr nur ums geld deswegen glaube ich dass sie grandy getötet haben könnte glauben sie nicht auch dass mord zu einer gewohnheit werden kann ich meine wenn man schon mal ein leben ausgelöscht hat warum nicht einfach weitermachen grandy wäre ein ideales opfer gewesen die ganz alten können sich ebenso wenig wehren wie die motiv hätte sylvia reagan denn dafür haben sollen barnabas pendy zu ermorden könnte mrs reagan das kleid an der unterseite deines bettes befestigt haben fragte ich spielend wie sie es in die finger bekommen haben sollte ist mir allerdings nicht klar es gehört ja meiner tante annabelle ich wollte timothy gerade fragen ob er etwas über den verbleib der schreibmaschine seines Hausvorstehers wusste als er sagte ich möchte ihnen etwas zeigen es betrifft meinen vater sie müssen versprechen es keinem weiter zu sagen wenn ich es ihnen erzähle besonders mutter nicht sie verdient es nicht bescheid zu wissen sie war immer so kalt zu vater hat ihm nie soweit ich es erlebt habe die geringste zuneigung gezeigt ich weiß nicht ob ich dir versprechen kann das geheimnis zu warn timothy wenn es beispielsweise um irgendeine straftat ginge oh nichts dergleichen es ist sogar das genaue gegenteil er öffnete seinen ranzen holte ein kuvert heraus und gab es mir es war an ihn adressiert nicht in commingham hall sondern hier in turville machen sie ihn auf sagte er ich holte den brief heraus und las lieber timmy es tut mir leid dass ich mir so dich wissen zu lassen dass ich anders als man dir erzählt hat nicht tot bin ich bin am leben und gesund und ich leiste eine wichtige arbeit für die regierung seiner majestät unser land wird bedroht und muss beschützt werden es ist mir zu gefallen einer seiner beschützer zu sein meine Arbeit bringt eine gewisse gefahr für mich und andere mit sich und so der du mir schreiben kannst dann können wir eine richtige korrespondenz führen ich bin unendlich stolz auf dich Timmy und denke jeden Tag an dich dein dich liebender Vater Cecil Levington datiert war der Brief vom 21. Juni 1929 vor beinahe acht Monaten grundgütiger sagte ich und spürte plötzlich wie mir das Herz in der Brust hämmerte ich glaube nicht dass Vater Bedenken hätte dass ich ihnen den Brief gezeigt habe sagte Timothy es sind Mutter und Ivy und Tante Annabelle die nichts davon wissen dürfen er kann unmöglich was dagegen haben dass ich mit einem Polizisten darüber spreche und ich wäre geplatzt wenn ich's nicht getan hätte es war unerträglich stumm dabei sitzen zu müssen als Mrs. Dockerell ihnen erklärte wie sehr ich um meinen toten Vater trauere sie hat keine Ahnung dass er so lebendig ist wie sie und ich offenbar wurde ein leerer Sarg beerdigt haha ihr Gesicht ist ein Bild für die Götter ich wusste dass der Brief sie überraschen würde das hat er wirklich sagte ich leise während ich auf die Worte Kudhaus Turville College starrte die auf dem Kuvert getippt standen fünf Es fünf winzige Beweisstücke und viele weitere im Brief selbst der waagerechte Balken jedes Es wie sein kleines Loch auf durch den das weiße Papier hervorsah Viele Monate bevor unser Acule Poirot Imitator beschlossen hatte vier Personen des Mordes an Barnabas Pandy zu beschuldigen hatte er oder sie diesen Brief an Timothy Levington geschickt Die Frage war wie immer Warum und wie passten alle Puzzleteilchen zusammen 24 24 Kapitel alte Feindschaften Im Herzen von Wales saß Hercule Poirot an einem zerschrammten Küchentisch Deborah Dakin gegenüber einer stämmigen Frau mit eisengrauem Haar die Poirot während der kurzen Zeit ihrer Bekanntschaft viel über ihr Bedürfnis die Füße hochzulegen und die Unmöglichkeit dies jemals zu tun erzählt hatte Sie hatte den Beginn ihrer Unterhaltung um fast 20 Minuten hinaus gezögert indem sie in ihrer Küche herumgewuselt war und eine Auswahl an Gebäck zusammengestellt hatte die ein Detektiv von Poirots Rang für seiner gastronomischen Aufmerksamkeit würdig erachten könnte Jetzt saß sie endlich und rieb sich unter Grimassen und halblauten Klagen über ihre Füße die Knöchel während Poirot den Brief las den sie zu den Keksen auf den Tisch gelegt hatte Mrs. Dakin aufzuspüren war keine leichte Aufgabe gewesen wie sich herausgestellt hatte lag ihr kleines Cottage nicht etwa in Lenned Lowe's wie die Adresse hatte Poirot vermuten lassen sondern in einem Wald ein ganzes Stück außerhalb des Ortes zwei Meilen einen schmalen steilen Pfad hinauf und viele Meilen von allem entfernt was sehen lediglich dicht stehende Bäume ohne das beruhigende Wissen dass ein Chauffeur so nah am Haus wie ein Automobil eben kam in einem zuverlässigen Fahrzeug auf ihn wartete dass ihn bald zum Bahnhof zurückfahren würde wäre Poirot entschieden mulmig zumute gewesen er las den Brief ein zweites Mal durch Barnabas Pandy hatte ihn an Vincent Lopp in Dolgelow Wales Ende des vergangenen Jahres geschickt datiert war er vom fünften Dezember zwei Tage vor Pandy's Tod Pandy hatte geschrieben lieber Vincent du wirst bestimmt überrascht sein diesen Brief von mir zu erhalten es überrascht mich selbst dass ich ihn gerade schreibe ich kann unmöglich wissen ob du dich nach all den Jahren noch ebenso freuen wirst ihn zu empfangen wie du dich einst einmal gefreut hättest oder ob du schon vor langer Zeit beschlossen hast mich aus deinem Gedächtnis zu verbannen und nie wieder an mich zu denken ich habe mich gefragt ob ich vielleicht mehr Schaden als Gutes anrichten würde wenn ich nach so vielen Jahren ein Lebenszeichen schicke jetzt wo wir beide alte Männer sind und uns nicht mehr viel Zeit verbleibt am Ende drängte es mich aber einen Versuch zu unternehmen den Schaden dass du dich anders entschieden hättest wenn du nicht davon überzeugt gewesen wärest in Lebensgefahr zu schweben ich hätte dich nicht so unabittlich wegen deiner Schwäche verurteilen dürfen insbesondere als du dich bemühtest deinen Fehler wieder gut zu machen indem du mir die Wahrheit beichtet ist wozu du gar nicht gezwungen warst es war mutig von dir das zu tun jetzt wünschte ich ich hätte mich mehr bemüht die Sache aus deiner Perspektive zu sehen ich wünschte ich hätte mir schon viel eher eingestanden dass auch ich in deiner Situation vielleicht Angst gehabt und nur daran gedacht hätte mein eigenes Leben und das meiner Angehörigen zu retten ohne Rücksicht auf Gerechtigkeit und Moral und so flehe ich dich jetzt an nachsichtiger mit mir zu sein als ich es dir gegenüber gewesen bin Mitleid mit dir war wie ich jetzt erkenne eine schwerere Sünde als alles was du damals getan haben magst bitte verzeihe mir Barnabas Poirot blickte vom Brief auf sie erhielten diesen Brief erst vor drei Wochen fragte er Deborah Dakin sie nickte wo Vincent doch tot war ist der Brief erst meine ganze Weile ungeöffnet liegen geblieben bis jemand sich entschlossen hat nachzuforschen ob er irgendwo Angehörige hatte und ehe sie mich fragen ich weiß nicht wer dieser jemand war ich weiß nur dass ich eines Tages heimkam und da lag der Brief auf meiner Fußmatte er hätte leicht für immer verloren gehen und ungelesen bleiben können es ist pures Glück dass er hier gelandet ist wenn er wichtig ist und ich sag es wie es ist Mr. Pfarrot das ist das einzig gute daran sonst wenn sich nicht rausgestellt hatte dass er wichtig ist und für sie nützlich da wäre es mir lieber gewesen ich hätte ihn nicht gelesen was meinen sie damit madame nur dass ich fast vor Freude geweint habe wie sie mir sagten wer sie sind und gefragt haben ob ich was von einem Brief wüsste den Mr. Pandy Vincent geschickt hätte die Wege des Herrn sind zu sehen gekriegt wünschte mir Mr. Pandy wäre gar nicht erst auf die Idee gekommen ihn zu schreiben und da erzählt mir ein berühmter Detektiv dass er bei einer wichtigen Ermittlung nützlich sein könnte ich verschmerz gern die Aufregung die er mir verschafft hat wenn er ihnen hilft Mr. Pfarro ich kann nicht behaupten dass es mir leid tun wird wenn sich raus stellen sollte dass wirklich ist und ich werde gern meine Pflicht tun wenn es einen Mörder zu fangen gilt das klingt ja direkt so Madame als sollte ich sie fragen wo sie an dem Tag waren als Monsieur Pondy starb sie sprechen so als ob sie ihn genug gehasst hätten um ihn zu töten genug Deborah Dakin sah ihn verdutzt an ach genug gehasst habe ich ihn allemal Mr. Pfarro aber es herausnehmen ein Menschenleben auszulöschen es ist gegen das Gesetz also würde ich es nicht tun dazu ist das Gesetz doch da oder etwa nicht dass wir wissen was wir dürfen und was nicht aber glauben sie bitte nicht ich hätte Mr. Pandy nicht getötet weil ich ihn nicht genug gehasst hätte warum hassten sie ihn denn wegen dem was er Vincent angetan hat die Geschichte haben sie doch bestimmt schon gehört Mr. Pandy's Version davon meine ich Poirot erklärte ihr dass dem nicht so war ach sie sah überrascht aus naja das war noch zu der Zeit vom Bergwerk ein schiefer Steinbruch war das in der Nähe von Lanbury's Mr. Pandy hat ein paar davon damit ist er zu seinem vielen Geld gekommen das war ach das muss vor 50 Jahren gewesen sein da war ich noch gar nicht geboren dann war sie also noch keine 50 Poirot hatte sie älter geschätzt Mr. Pandy war der Eigentümer des Steinbruchs und Vincent arbeitete für ihn als Aufseher die beiden wurden gute Freunde die besten Freunde was man Freunde fürs Leben nennen würde bloß dass es nicht gehalten hat und das war Mr. Pandy's Werk er tat etwas was die Freundschaft zerstörte sagte Poirot und ein junger Mann namens William Evans schien der Schuldige zu sein er arbeitete ebenfalls in dem Steinbruch und Mr. Pandy hatte ihn eigentlich immer für einen anständigen Burschen gehalten und auch nie was anderes gehört wie auch immer Mr. Evans kam ins Gefängnis wo er sich das Leben nahm er wartete damit auch nicht lange er hinterließ einen Brief in dem er erklärte dass er keinem erlauben würde ihn für ein Verbrechen zu bestrafen das er nicht begangen hatte das war doch völlig unlogisch oder als er sich den Strick um den Hals legte bestraft er sich doch weit strenger als das Gericht ihn bestraft hatte und das war noch gar nicht das schlimmste seine trauernde Witwe tat es ihm nach und brachte sich selber und ihr kleines Kind um bouleversant murmelte Poirot und schüttelte den Kopf das war eine furchtbare Tragödie drei Menschen leben zerstört und alles für nichts und wieder nichts es stellte sich nämlich heraus dass er die Wahrheit gesagt hatte also damit er wäre unschuldig William Evans war gar nicht der schuldige gewesen aber ich greife vor ich gebe zu Mr. Pfarrot ich habe keine Übung darin in meiner Küche mit berühmten Detektiven zu reden bitte Madame erzählen sie mir die Geschichte wie immer sie möchten sie sind sehr gütig Mr. Pfarrot also Mr. Pandy nahm sich den Tod der drei Evans sehr zu Herzen wirklich sehr zu Herzen er war nicht der Typ der nur seine Talerchen schälte und auf seine Arbeit abpfiff das muss man ihm schon lassen fern es muss sein so sehr ich den Mann auch hasse hasste muss ich wohl sagen jetzt wo er tot ist Hass kann seinen Auslöser um viele Jahre überleben sagte Poirot das brauchen sie mir nicht zu sagen Mr. Poirot da bin ich Expertin für wurde der wahre Schuldige jemals ermittelt derjenige der den Schiefer gestohlen hatte oh ja nachdem die Evans tot waren war Vincent nicht mehr derselbe und Mr. Pandy fiel auf dass er sich merkwürdig verhielt er wollte wissen warum Vincent sich die Sache so zu Herzen nahm obwohl er und William Evans keine besonders dicken Freunde gewesen waren da er befürchtete Mr. Pandy hätte die Wahrheit sowieso schon erraten gestand Vincent ihm dass er schon die ganze Zeit gewusst hatte dass William Evans nicht der Schiefer Dieb gewesen war der wahre Schuldige war ein richtig übler Dreckskerl gewesen Vincent verriet uns nie seinen Namen wollte uns damit nicht belasten meinte er Vincent sagte zu Mr. Pandy viele von den Steinbrechern hätten das gewusst nicht nur er sie hielten alle den Mund nach dem der Dieb gedroht hatte dass er ihnen und ihren Frauen und Kindern die Kehle durchschneiden würde wenn sie ihr Wissen aus plauderten ein schlechter Mensch sagte Poirot leise oh ganz ohne Zweifel Mr. Pforo ganz ohne Zweifel aber das machte Vincent noch lange nicht zu einem schlechten Menschen oder nur weil er nichts verraten hatte er hat Angst gehabt Angst dass er und seine Frau und ihr Sohn mein verstorbener Mann im Schlaf ermordet werden könnten wenn er Mr. von sich behaupten dass wir keine Angst hätten die Wahrheit zu sagen und abgesehen davon hat Vincent ja zu guter Letzt die Wahrheit gesagt dank ihm bekam der Dreckskerl am Ende doch was er verdiente aber Monsieur Pondy konnte ihm nicht verzeihen er gab ihm die Schuld am Tod der Familie Evans so ist es Mr. Pforo und Vincent fühlte sich selbst schuldig und ich bestreite an seiner Lage gewesen und überhaupt war das ein schrecklicher Schock gewesen oh Vincent konnte Mr. Pendys Gefühle nur zu gut nachvollziehen er verzieh sich selbst nie aber ebenso wenig verzieh Mr. Pandy er behandelte Vincent so als hätte er William Evans und seine Familie eigenhändig ermordet selbst noch nach 20 30 Jahren wo Vincent immer wieder versuchte ihm zu erklären wie sehr er die Sache bereute selbst dann noch weigerte sich Mr. Pandy ihn zu empfangen oder seine Briefe zu lesen hat sie alle ungeöffnet zurückgeschickt am Ende gab Vincent auf es tut mir sehr leid Madame das will ich auch hoffen sagte Deborah Dakin naja so meine ich das nicht Mr. Pfarot ich meine nicht sie aber Mr. Pandy hätte es leid tun sollen sehr leid wie er den armen Vincent wie er älter wurde und das Leben schwieriger und kein freundliches Wort von Mr. Pandy kam begann Vincent seine Verurteilung durch seinen alten und ehemals engen Freund als naja also so sowas wie eine ewige Verdammnis zu empfinden tragödie über tragödie sagte Poirot so ausgedrückt klingt es so als wäre eigentlich gar keiner schuld gewesen sagte Deborah Dakin was nicht stimmt Schuld war Mr. Pandy Vincent starb in der festen Überzeugung verdammt zu sein in den letzten Jahren seines Lebens sprach er kaum noch ein Wort aber dann verzeihen Sie Madame aber warum bezeichneten Sie diesen Brief als ekelhaft hatte sie denn nicht gefreut ihn zu lesen zu erfahren dass Monsieur Pondy nach all den Jahren ein Einsehen hatte und ihrem Schwiegervater vergab hat es nicht dieser Brief macht die ganze Sache nur noch schlimmer das müssen Sie doch begreifen entweder war Vincents Sünde unverzeihlich oder sie war es nicht wir dachten immer in Mr. Pandy's Augen wäre sie genau das gewesen unverzeihlich dann plötzlich nach 50 Jahren entscheidet er dass es doch nicht so war erst lässt er Vincent diese ganze lange Zeit leiden um dann wo es längst zu spät ist und wo es ihm in den Kram Passt zu entscheiden dass das alles nur ein Missverständnis war Poirot sagte ein interessanter Standpunkt Madame wenngleich vielleicht nicht gänzlich rational Barbara Dakin starrte ihn entrüstet an was soll das heißen nicht rational natürlich ist es rational das richtige zu spät tun ist schlimmer als es ganz zu lassen die gleiche Argumentation ließe sich auch auf Vincent Lobbs Handlungen beziehen dachte Poirot offenkundig war dieser Gedanke Lobbs Schwiegertochter aber nicht gekommen und Poirot beschloss seinen Besuch nicht unnötig in die Länge zu ziehen indem er sie auf dieses Faktum hinwies 25. Kapitel erneut in Comingham Hall Poirot hatte erwartet dass ein Chauffeur ihn am Bahnhof abholen würde so überraschte es ihn aus seinem Zug aus zu steigen und auf dem Bahnsteig unter einem marineblauen Schirm Lenor Levington stehen zu sehen sie verzichtete auf jede übliche Begrüßungsformel und sagte stattdessen ich hoffe ich werde es nicht bereuen ihn gestattet zu haben und sein weiteres mal zu besuchen Monsieur Poirot das ist auch meine hoffnung madame schweigend ich gebe zu madame dass das bild noch nicht ganz vollständig ist in drei tagen hoffe ich jedoch ihnen und anderen die ganze geschichte darlegen zu können in drei tagen die worte halten bedrohlich in Poirots innerem ohr als er seine Einladungen verschickt hatte war ihm der 24 Februar wie ein hinlänglich ferner Termin erschienen und tatsächlich war seitdem auf etliche interessante neue Informationen gestoßen jede von ihnen konnte sich als der Schlüssel erweisen der ihm das Rätsel erschließen würde aber wann fragte er sich würde diese Offenlegung geschehen um seines Seelen Friedens willen konnte er nur hoffen dass es bald sein würde auf unserer Versammlung werden sie alle die Wahrheit über den Tod ihres Großvaters erfahren sagte er und hoffte ihn ständig nicht noch lügen gestraft zu werden einer oder einer aus dem Plenum wird die Wahrheit natürlich bereits kennen meinen sie Großvaters Mörder fragte Lenore aber er oder sie wird doch gar nicht zum Plenum wie sie es formulieren gehören die einzigen Personen im Herrenhaus werden sie ich Annabelle Ivy und Kingsbury sein keiner von uns ermordete Großvater ich fürchte sie irren Madame es werden noch viele weitere Personen zu uns stoßen sie werden morgen eintreffen Inspektor Edward Katschpool von Scotland Yard Hugo und Ejean Doqueril Freddy Regan und seine Mutter Sylvia des weiteren werden Freddys Schwester Mildred und deren Verlobter Justus Campbell Braun zugegen sein nebst John McCrodden und dessen Vater Stanley McCrodden und Vorsicht bitte das Automobil hatte einen plötzlichen Schlenker vollführt sodass sie um ein Haar mit einem anderen entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen werden werden Lenor Levington hielt am Straßenrand und schaltete den Motor aus und ihr Sohn Timothy schloss Poirot mit zitternder Stimme während er ein Taschentuch hervorholte um sich die Stirn zu trocknen wollen sie damit sagen dass sie eine Horde von wildfremden leuten in mein Haus eingeladen haben ohne meine Erlaubnis es ist unüblich ich weiß zu meiner Verteidigung werde ich nur anführen dass es unerlässlich ist es sei denn sie möchten dass ein Mörder seiner gerechten Strafe entkommt das möchte ich natürlich nicht aber das bedeutet nicht dass sie mein Haus mit fremden und Leuten die mir unsympathisch sind füllen dürfen ohne mich nach meiner Meinung zu fragen wer ist ihnen denn unsympathisch freddie regon nein ich meinte nicht freddie sie mögen ihn nicht oder doch doch sie klang gelangweilt als wir uns das letzte mal sprachen sagten sie sie hätten ihrem sohn timothy geraten sich von ihm fern zu halten nur weil er so eigenartig ist ich dachte an die dockerills wenn sie es unbedingt wissen müssen was haben sie gegen ugo und jane dockeril ein zu wenden sie sind ungerecht gegen meinen sohn sie bestrafen ihn wegen des geringfügigsten vergehens während sie andere jungen diejenigen die sich hinter einer engelsgleichen fassade verstecken mit mit allem davon kommen lassen hatte ihnen mit mord auf der zunge gelegen erkundigte sich poirot ich werde eine unzahl gäste zimmer herrichten lassen müssen sagte sie ohne darauf einzugehen wie lange werden all diese leute voraussichtlich bleiben und warum überhaupt so viele weil jeder von ihnen barnabas pondy ermordet haben könnte und ich noch nicht weiß wer genau poirot behielt seine wahre antwort für sich und sagte stattdessen ich zöge es vor zu warten bis die letzten puzzleteilchen sich eingefügt haben ehe ich mehr sage le neul erwinkten seufzte dann ließ sie den motor wieder an und sie setzten ihre Fahrt fort entlang engen von buchen und birken gesäumten landstraßen ich kann beim besten willen nicht glauben dass eine der person die sie eingeladen haben an dem tag als großvater starb das haus betreten haben könnte ohne dass eine von uns es bemerkte sagte sie trotzdem wenn sie sich sicher sind und da ein Inspektor von Scotland Yard den ganzen Weg zum Herren Haus auf sich nimmt können sie auf die uneingeschränkte kooperation meiner Familie zählen merci mille fois madame sobald wir da sind dürfen sie sich die schreibmaschine ansehen wenn es noch immer ihr wunsch ist das wäre nützlich wir haben seit ihrem letzten besuch eine neue die alte hatte ihre beste zeit schon hinter sich poirot sah sie alarmiert an haben sie die alte schreibmaschine noch ja ich habe kingsbury gebeten beide für sie bereitzustellen die neue war noch im geschäft als diese grässlichen briefe geschrieben wurden aber wenn ich sie nicht ebenfalls zur inspektion vorlege könnten sie meinen ich würde etwas verheimlichen es ist klug immer sorgfältig vorzugehen und alles zu überprüfen entgegnete poirot was auch der grund ist weswegen ich ihnen ein paar fragen zu dem tag stellen möchte an dem monsieur pondy starb wollen sie nach der diskussion fragen die ivy und ich hatten während großvater sein bad nahm nur zu wie ich schon sagte ich bin gewillt zu kooperieren wenn es denn hilft diesen unannehmlichkeiten und dieser ungewissheit ein ende zu bereiten kursberry sprach nicht von einer diskussion sondern von einem streit sagte poirot es war tatsächlich ein fürchterlicher krach den annabelle durch ihr fortwährendes gejammer wir möchten bitte aufhören nur noch schlimmer machte sagte lenore sie erträgt einfach keine konflikte gleich welcher art natürlich sind konflikte jedem unangenehm aber die meisten von uns akzeptieren dass nicht jeder meinungsaustausch friedlich verlaufen kann ich bin sicher ivy und ich hätten unseren disput viel schneller beigelegt wenn annabelle uns nicht ständig mit ihren ermahnungen lieb zueinander zu sein unterbrochen hätte das veranlasste mich lediglich dazu ihr gegenüber besonders unliebenswürdig zu sein wie ich mich sehr wohl erinnere wie immer ergriff sie für ivy partei gab sich aber alle mühe sich gleichzeitig auch bei mir einzuschmeicheln Madame ich bin ihnen zwischen ihnen und ihrer tochter verraten könnten ja ich bin ziemlich offen nicht lenor levington klang selbst überrascht so offen wie schon lange nicht mehr es ist ziemlich befreiend dennoch schien sie es gleichzeitig auch als bedenklich zu empfinden dachte poirot die bösen worte die an jenem tag in ivys schlafzimmer zwischen uns fielen waren nicht der anfang des streits ein paar tage zuvor hatte ein abendessen im kreis der familie mit einem eklat geendet und mehrere monate vorher hatte ein gleichermaßen verhängnisvoller ausflug zum strand statt gefunden damit fing eigentlich alles an und es war alles meine schuld ganz und gar hätte ich etwas mehr selbst beherrschung aufgebracht wäre nichts davon geschehen erzählen sie mir bitte die Geschichte von anfang an sagte Poirot ja aber unter einer Bedingung sagte Lenore Levington sie müssen mir ihr wort geben Ivy nicht darauf anzusprechen sie hat mir erlaubt ihnen davon zu erzählen aber ich fürchte es wäre ihr schrecklich peinlich wenn sie das Thema in ihrer waren ließ sich eine unglückliche Bemerkung über Ivys Beine fallen ihre Beine Madame ja ich werde es mir nie verzeihen aber einmal gefallen lässt sich eine Bemerkung nicht zurücknehmen wie oft man sich auch für sie entschuldigen mag sie lebt weiter im Gedächtnis der Person die durch sie verletzt wurde es war also eine beleidigende Bemerkung fragte Poirot sie war mit Sicherheit nicht so gemeint sie werden bestimmt bemerkt haben dass Ivys Gesicht durch Narben entstellt ist natürlich haben sie es bemerkt es ist nicht zu übersehen als ihre Mutter bin ich natürlich in Sorge dass die Entstellung es für sie schwierig wenn nicht sogar unmöglich machen wird einen Ehemann zu finden ich würde ihr einen wünschen und Kinder meine eigene Ehe war kein Erfolg aber Ivy würde eine bessere Wahl als ich raten nicht nur ums wählen sondern ebenso sehr ums gewählt werden geht Lenore seufzte ungeduldig es ist unmöglich diese Geschichte zu erzählen ohne Dinge zu sagen die sie als unverzeihlich empfinden könnten Monsieur Poirot ich komme einfach gegen meine Gefühle nicht an Ivy kann von Glück sagen dass die Narben nur auf einen kleinen Bereich ihres Gesichts begrenzt sind sie könnte sie leicht verbergen wenn sie ihr Haar anders frisierte was sie sich unvernünftiger Weise zu tun weigert sie kann es natürlich halten wie sie will und ich habe auch nie geglaubt dass ihre Narben einen Mann davon abhalten würden sich für sie zu interessieren Ivy hat eine sehr lebendige und einnehmende Art sehr einnehmend bestätigte Poirot wohl aber meine ich dass sie das Problem nicht noch dadurch zu erschweren eine Ehefrau wollen die Narben im Gesicht und einen unförmigen fetten Körper hat wenn ich wütend klinge Monsieur Poirot dann nur deswegen weil ich das alles Ivy gegenüber nie ausgesprochen habe wenngleich es mich häufig beschäftigt nichts hat in ihr Leben einzumischen als wäre sie ebenso sehr ihre Mutter wie ich ich weiß wie sehr die beiden ihre Tante lieben und ich habe von jeher ihre Bedürfnisse und Gefühle über meine eigenen gestellt um Ivys Gefühle nicht zu verletzen habe ich Abend für Abend am Esstisch gesessen und zugesehen wie sie sich Riesenportionen auf den Teller häufte und habe nichts gesagt nicht ein Wort obwohl ich es kaum ertragen konnte sie war ein strammes stämmiges Kind und wird natürlich immer ein stattliches Mädchen sein sie schlägt nach Cecil ihrem Vater trotzdem kann ich nicht mit ansehen was sie in sich hinein stopft ohne mich zu fragen ob sie eigentlich weiß was sie tut sie scheint sich nicht die Spur eines Gedankens um ihre Figur zu machen ich begreife das nicht Lenon Levington atmete geräuschvoll aus so jetzt ist es raus das sind meine wahren empfindungen halten sie mich jetzt für eine grausame lieblose mutter monsieur poirot nicht lieblos madame aber wenn sie mir eine bemerkung gestatten nur zu mademoiselle aivie ist eine überaus attraktive junge dame von völlig normaler gestalt und figur sie machen sich meiner meinung nach unnötige sorgen es ist wahr dass sie nicht den außerordentlich zierlichen körperbau aufweist den sowohl sie als auch ihre schwester besitzen aber das trifft auf viele frauen zu sehen sie sich in der welt doch nur um es sind keineswegs nur jene elfen wesen deren taille ich mit daumen und zeigefinger umfassen könnte die sich verlieben und glückliche ehen führen lenon levington schüttelte heftig den kopf noch ehe poirot ausgeredet hatte kaum war er verstummt sagte sie wenn ivy fortfährt sich solche mengen kartoffeln auf den teller zu häufen als würde sie fürs essen bezahlt wird sie bald überhaupt keine taille mehr haben damit fing der ärger beim desaströsen abendessen ja an sie nahm sich eine kartoffel dann noch eine dann noch eine bis ich mich einfach nicht mehr beherrschen konnte in wiefern fragte poirot ich sagte lediglich ivy wären zwei kartoffeln nicht genug ich dachte ich hätte meine worte mit bedacht gewählt aber sie wurde plötzlich zur furie und all ihr aufgestauter groll brach aus ihr hervor einschließlich der vollständigen nacherzählung dessen was damals am strand vorgefallen war großvater und annabelle waren ganz schockiert und bestürzt und ich war bestürzt weil ich in die rolle der schurkin gedrängt wurde was ich vermutlich auch war und das machte alles nur noch schlimmer erzählen sie mir die geschichte vom strand sagte poirot es war im letzten sommer sagte lenore ein glühend heißer tag annabelle hatte die influenza und konnte nicht einmal aufstehen um mit hopscotch im garten zu spielen er heulte und winselte irgendwo draußen zu verbringen fern von comingham hall ich war von der idee wenig begeistert ich muss gestehen ich bin keine hundeliebhaberin aber ivy sagte annabelle würde schneller genesen wenn sie sich keine sorgen um hopscotch machen musste also will ich dir ein wir fuhren an den strand ivy wäre als kind beinahe ertrunken wussten sie das daher rühren diese grässlichen narben sie annabelles damaliger hund skittel hieß er versuchte sie festzuhalten bevor sie ins wasser fiel aber mit dem einzigen erfolg dass er ihr das gesicht mit dem klauen zerfetzte er konnte natürlich nichts dafür mademoiselle annabelle rettete ihrer tochter das leben nicht wahr sagte poirot ja wenn meine schwester nicht gewesen wäre wäre ivy ertrunken um ein haar wären sie beide ertrunken die strömung war so stark dass sie hätte leicht fortreißen können aber irgendwie schaffte es annabelle ivy aus dem wasser zu ziehen und sie und sich selbst zu retten sie hatten großes glück ich mag mir gar nicht vorstellen was hätte passieren können annabelle hat seither eine starke aversion gegen wasser gegen wasser murmelte poirot das ist höchst faszinierend auch ivy fürchtete sich lange zeit vor wasser aber im alter von 14 fällte sie den entschluss ihre angst zu überwinden und war schon bald eine fleißige und begeisterte schwimmerin jetzt fährt sie so oft sie nur kann wenigstens zu einem kurzen bad an den strand den selben strand wohin sie und ich hopscotch an dem tag ausführten als annabelle krank war löblich ja obwohl sie von der vielen schwimmerei ziemlich muskulöse arme und beine bekommen hat und sie brauchen mir jetzt nicht zu erzählen dass viele frauen mit dem körperbau von männlichen athleten glückliche ehen führen monsieur poirot ich zweifle nicht daran ich möchte einfach dass meine tochter so attraktiv wie nur möglich aussieht das ist alles poirot sagte nichts ich selbst gehe nicht oft schwimmen sagte Lenore bis zu dem tag als wir eine halbe Stunde lang dann kam sie zurück und setzte sich zu mir hopscotch spielte in den wellen und ivy und ich saßen dicht bei den bäumen sie aß irgendetwas mitgebrachtes dann kam der hund auf uns zugerannt weil er gemerkt hatte dass es leckeres zu erbetteln gab und dann passierte etwas äußerst merkwürdiges ivy erblasste und fing an zu zittern sie starrte hopscotch mit weit aufgerissenem mund an und bebte als ob sie gleich ohnmächtig werden würde ich fragte sie was sie habe aber sie brachte kein wort heraus ihr war eine erinnerung hochgekommen eine erinnerung an den tag als sie beinahe ertrunken war erzählen konnte sie mir das alles erst später auf der heimfahrt nachdem sie viele jahre lang praktisch keine konkrete erinnerung gehabt hatte waren ihr plötzlich eindrücke von damals zu bewusstsein gekommen den kopf unter wasser zu haben keine luft zu bekommen sich von dem was auch immer das sie da festhielt nicht befreien zu können plötzlich hatte sie die vollständige Szene wieder ganz deutlich vor Augen sie erinnerte sich dass Bäume auf der Uferbüschung gestanden hatten ähnlich denen die hinter uns den Strand säumten und sie erinnerte sich etlicher von ihnen gemacht Madame warum fragen sie ist ihnen je ein hund wie hopscotch begegnet ich meine einer mit so hartem dichtem drahtigem fell war ihm so einer begegnet poirot konnte sich nicht erinnern er verneinte hopscotch ist ein erde terrier sagte lenore ihnen wird sicherlich aufgefallen sein dass seine beine wollig und dick wirken fast so als trüge er pelz hosen beschreibung skittel der hund der ivy zu retten versuchte war ebenfalls ein erdell genau wie hopscotch wenn sie trocken sind sehen die beine von erdell terrier viel dicker aus als sie in wahrheit sind das haar steht ab anstatt glatt anzuliegen als hopscotch an dem tag zu ivy gerannt kam in der hoffnung sich an ihrem picknick beteiligen zu können waren seine beine vom herumtollen im wasser nass und so wirkten sie viel dünner wie braune stöcke durch den anblick fühlte sich ivy unvermittelt an den tag zurückversetzt als sie beinahe ertrunken war sie erinnerte sich damals gittels nasse beine gesehen und nur ein zwei sekunden lang geglaubt zu haben es wären braune baumstämme weil sie hoffnung auf rettung wahrscheinlich delirierte sie vor angst nach wenigen augenblicken hatte annabelle sie erreicht und plötzlich gab es hoffnung ivy bemerkte dass neben den scheinbaren dünnen stämmen ein dicker stamm war und in diesem moment erkannte sie dass die dünnen dinger gar keine baumstämme waren sie erkannte dass sie sich hin und her bewegten und dass sie mit dem hund verbunden waren allmählich ergab alles wieder einen sinn lennor levingtons atmung hatte einen rauen klang sie können sich vorstellen wie peinigend es für mich war das alles zu hören monsieur poirot es beschwor alles wieder herauf den schock zu erfahren dass ich fast meine tochter verloren hätte wenn ivy und ich an dem tag hopscotch nicht zum strand mitgenommen hätten wenn er keine nassen beine bekommen hätte wären diese erinnerungen möglicherweise nie wieder hoch gekommen ich wünschte es wäre so gewesen und ich wünschte ich hätte nicht gesagt was ich später sagte aber die vergangenheit kann man nicht ungeschehen machen nicht war gelangen wir jetzt zur unglücklichen bemerkung über ivys beine fragte poirot er hatte sich schon gefragt ob lenor jeder zu kommen würde es war während der rückfahrt nachdem was ivy mir gesagt hatte war ich nicht mehr ich selbst ganz und gar nicht ich versuchte mich darauf zu konzentrieren wie ich uns nach hause bringen konnte ohne irgendwo gegen zu krachen ich wünschte mir wie verzweifelt sie endlich zum schweigen zu bringen damit ich wieder zur besinnung käme und die worte sprudelten einfach so heraus ich wollte nicht sagen was ich dann sagte dass ivy sich überlegen sollte etwas weniger zu schwimmen weil ihre beine je mehr muskeln sie bekam desto mehr wie baumstämme aussehen würden ich bedauerte es sobald es heraus war einen vorteil hatte die sache immerhin ivy bekam augenblicklich eine fürchterliche wut auf mich die grausigen erinnerungen daran fast ertrunken zu sein waren sofort verschwunden jetzt konnte sie nur noch daran denken wie sehr sie ihre herzlose mutter verabscheute ich machte diese bemerkung nicht um sie zu verletzen ich finde nicht ernsthaft dass ihre beine wie richtige baumstämme aussehen ich wollte sie nur auf andere gedanken bringen weg von den erinnerungen die sie so quälten ich wollte dass sie ihre aufmerksamkeit auf die zukunft richtete nicht auf die Vergangenheit ich muss mich stundenlang bei ihr entschuldigt haben und ich dachte eigentlich wir hätten die sache bereinigt und hinter uns gelassen das glaubte ich wirklich aber dann monate später bei diesem abendessen nun davon habe ich ihnen ja schon erzählt mademoiselle ivy erzählte ihrer schwester und ihrem großvater was damals am strand geschehen war und was sie zu ihr gesagt hatten ja wie haben die beiden reagiert annabelle war natürlich völlig überdruss für jede träne die jemand anders vergießt muss annabelle stets eine eigene sinnflut produzieren und monsieur pondy er sagte nichts aber er sah schrecklich unglücklich aus es war glaube ich nicht so sehr meine taktlose bemerkung die ihn nachträglich betrübte als vielmehr der gedanke welche angst ivy ausgestanden haben musste als sie glaubte gleich sterben zu müssen sie hätte ihre neu entdeckten erinnerungen vielleicht besser für sich behalten das ist alles annabelles einfluss ivy hatte früher nie solche gefühlsausbrüche selbst nachdem ein dinner ruiniert war hatte sie noch nicht genug an dem tag als großvater starb ging ich gerade den oberen korridor entlang als ich sie laut schluchzen hörte man kann auch leise weinen wissen sie ms. poirot in der tat madame ich muss gestehen da entschied ich dass ich solches selbst mitleid nicht länger tolerieren würde meine tochter war immer ein robustes vernünftiges mädchen gewesen ich erinnerte sie daran und sie schrie mich an wie soll ich mich deiner meinung nach fühlen wenn meine eigene mutter meine beine mit baumstämmen vergleicht prompt kam natürlich Annabelle die treppe herauf geschossen um als selbst darauf brüllte großvater aus seinem bad heraus wir würden einen entsetzlichen krakel veranstalten und möchten bitte sofort damit aufhören wenn Annabelle sich herausgehalten und mir erlaubt hätte mit meiner tochter unter vier augen zu sprechen hätte es weit weniger Lärm gegeben denn ihr unablässiges gejammer zwang Ivy und mich immer lauter zu sprechen um uns noch Gehör zu verschaffen Großvater war kein Dummkopf er wusste es ebenso gut wie ich es war Annabelle die er in Wirklichkeit anschrie mittlerweile hatte er bereits beschlossen als sie nicht weiter sprach blickte Poirot sie an in ihrem Gesicht waren unansehnliche Flecken erschienen sie starrte unverwandt geradeaus auf die Straße bitte fahren sie fort sagte Poirot dann müssen sie mir aber versprechen es keinem weiter zu sagen außer mir weiß es niemand jetzt wo Großvater tot ist sie wollen mir mitteilen dass Monsieur Pondy beschlossen hatte ein neues testament zu machen ja der wagen vollführte einen jähen schlenker rief Poirot aus sie sind überrascht zu erfahren dass Poirot so viel weiß das verstehe ich aber das ist kein grund uns beide tot zu fahren sie können doch unmöglich vom testament wissen es sei denn sie müssen mit Peter darüber gesprochen haben Peter Wout das ist komisch Großvater sagte ich sei die einzige der er davon erzählt hatte vielleicht meinte er die einzige aus der Familie Annabelle darf nie davon erfahren Monsieur Poirot das müssen sie mir versprechen sie würde daran zerbrechen ich habe Dinge über sie gesagt die nicht unbedingt schmeichelhaft waren ich weiß aber trotzdem ist sie ihre Schwester und sie rettete ihrer Tochter das Leben eben sagte Lenore als Großvater starb war dies das einzige wofür ich dankbar war dass er sein Testament nicht mehr ändern konnte und dass Annabelle so nie würde davon erfahren müssen ich hätte natürlich dafür gesorgt dass es ihr nichts fehlen würde aber das ist nicht der springende Punkt so brutal enterbt zu werden ich glaube das hätte sie einfach nicht verkraftet versuchten sie Monsieur Pondy umzustimmen als er ihnen von seiner Absicht erzählte nein es hätte ihn in seinem entschluss nur bestärkt zu versuchen jemandem ein Gefühl auszureden sie brach mit einem entschiedenen kopfschütteln ab das ist der inbegriff der vergeblichkeit es funktioniert nie weder bei sich selbst noch bei anderen gelegentlich wenn auch selten sah großvater ein dass er in bezug auf irgendetwas unrecht gehabt hatte aber nie wenn jemand anders es ihm vorgehalten hatte ich verstehe sagte Poirot was war es fragte er sich was nicht passte er wusste dass er etwas gehört hatte das wie ein misst ton hervor strach er wusste außerdem dass er es irgendwann gehört hatte nachdem er mit Lenore Levington in deren Wagen eingestiegen war aber was war es sie denken jetzt vielleicht dass meine Schwester das perfekte Mordmotiv hatte sagte Lenore das hatte sie aber sie wusste nicht dass sie es hatte deswegen hatte sie es nicht Mademoiselle Annabelle hat ja außerdem von Ihnen und ihrer Tochter das unerschütterlichste Alibi überhaupt bekommen erinnerte Poirot sie sie sagen das so als ob es eine Lüge wäre es ist keine Lüge Ivy und ich waren jede einzelne Sekunde der fraglichen Zeit mit Annabelle zusammen Monsieur Poirot und als wir von Kingsbury gerufen wieder alle zusammen im Badezimmer standen war jeder Quadrat Zoll von Annabelles Kleid trocken es ist völlig unmöglich dass sie Großvater tötete sagen sie mir eines Madame hat Mademoiselle Ivy ihnen verziehen fragte Poirot oder nähert sie noch immer ihren Groll ich weiß es nicht ich habe nicht die Absicht das Thema wieder anzuschneiden aber ich hoffe sie hat mir verziehen neulich trug sie zum ersten Mal ein Armband das ich ihr geschenkt hatte das könnte eine Art Friedens Angebot gewesen Tod damals hatte sie mir ganz entschieden noch nicht verziehen sie sagte sie würde eher sterben als es tragen und warf es weit von sich und mir fast an den Kopf es war ein schönes handgeschnitztes Trauer Armband aus Gagat ich hing sehr daran vermutlich dachte ich es Ivy zu schenken wäre ein Beweis meiner Liebe zu ihr sie wusste dass es mir viel bedeutete ein andenken an einen Urlaub an der See mit meinem verstorbenen Mann Cecil aber sie zog es vor es im schlimmstmöglichen Sinne auszulegen in welchem Sinne legte sie es denn aus in der ferne war jetzt das Eingangstor des Landguts Coamingham Hall auszumachen sie warf mir vor ich hätte ihr immer nur Dinge geschenkt die ich ohnehin schon irgendwo liegen hatte nie richtige eigens für hatte weiteres Beweismaterial gegen mich der Fächer war auch so ein Stück an dem ich sehr gehangen hatte darauf war eine schöne Dame gemalt die tanzte und natürlich hatte sie eine wahre Wespentalje und natürlich erinnerte sich Ivy noch ganz genau mit welchen Worten ich ihr den Fächer seinerzeit geschenkt hatte die tanzende Dame sieht so aus wie du mein Liebling und sie sah wirklich so aus mit ihrem schwarzen Haar und der blassen Haut Ivy hatte den Fächer damals wunderschön gefunden und hatte den Vergleich als Kompliment aufgefasst wie er auch gemeint gewesen war plötzlich aber im Lichte der bedauerlichen Ereignisse die ich bereits geschildert habe meinte sie zu erkennen dass ich unaufrichtig gewesen war und eigentlich gewollt hatte dass sie den Unterschied zwischen der zierlichen Talie der Fächer Dame Wegenheit sagte Poirot die Menschen machen sie komplizierter als sie zu sein bräuchten entgegnete Lenore missbilligend wenn gleich wie gesagt kürzlich trug Ivy das Trauer Armband das ich ihr geschenkt hatte und sie sorgte dafür dass ich es auch bemerkte sie wollte mir damit wahrscheinlich sagen dass sie mir verziehen hat was könnte es schließlich sonst bedeuten 26. Kapitel das Schreibmaschinenexperiment als Lenore Levington und Poirot das Herrenhaus betraten sahen sie Kingsbury neben einem kleinen Tisch in der Eingangshalle Wache stehen darauf waren zwei Schreibmaschinen nebeneinander postiert ich habe die zwei Apparate wie sie wünschten für Mr. Poirot herausgestellt Mrs. Levington danke Kingsbury das wäre für den Augenblick alles der Diener schlurfte von dannen keiner machte Anstalten die Eingangstür zu schließen Poirot unterdrückte mühsam den Drang sich zu erkundigen warum in einem Haus von der Größe Comingham Halls mit so vielen mutmaßlich leeren und unbenutzten zimmern tätigkeiten 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 zu abend essen und schreib maschinen testen unbedingt in der eingangshalle erfolgen mussten das ergab doch gar keinen sinn wäre poirot der eigentümer des gebäudes gewesen hätte er da wo der kleine tisch stand einen konzertflügel platziert das war das einzige was vielleicht so ausgesehen hätte als ob es an diese bestimmte stelle gehörte gibt es ein problem monsieur poirot fragte laner levington keineswegs madame er wandte seine aufmerksamkeit den zwei schreibmaschinen zu die eine war neu und blitzblank die andere hatte an der seite einen sprung und vorn einen tiefen kratzer neben den zwei schreibmaschinen hatte kingsbury papier bereitgelegt das poirot später zur durchführung seines Experiments benötigen würde sobald er sich in dem ihm zugewiesenen schlafzimmer häuslich eingerichtet und eine erfrischung zu sich genommen hatte setzte sich poirot an den kleinen tisch und probierte erst die eine dann die andere schreibmaschine aus beide druckten ein einwandfreies e ohne Loch oder lücke es bestand zwar keine veranlassung nach weiteren unterschieden zu suchen aber poirot tat es dennoch wenn man nicht suchte begab man sich der Gelegenheit etwaige details zu bemerken die man nicht hatte erwarten können die aber nichts desto weniger von großer bedeutung waren als er sah dass ein solches detail tatsächlich vorhanden war dankte poirot auf französisch einer höheren macht er war gerade damit beschäftigt die zwei blätter auf die er exakt die gleichen worte getippt hatte miteinander zu vergleichen als er hopscotch erst hörte und dann sah der Hund kam die treppe herunter und durch die halle gerannt er sprang zur begrüßung an poirot hoch annabelle treadway kam ihm die treppe herunter hinterher gelaufen hoppy platz platz guter junge monsieur poirot möchte bestimmt nicht das gesicht abgeschleckt bekommen poirot war tatsächlich nicht darauf erpicht so tätschelte er stattdessen den Hund und hoffte hopscotch würde das als vernünftigen kompromiss akzeptieren schauen sie bloß wie er sich freut sie zu sehen monsieur poirot ist er nicht ein liebesherziges burschi annabelle brachte es fertig es wie eine betrübliche tatsache klingen zu lassen als ob niemand außer ihr die gutartigkeit des hundes zu würdigen wüsste schließlich erinnerte sich hopscotch dass er eigentlich auf dem weg in den garten gewesen war und trottete nach draußen als sie die zwei blätter papier in poirots händen bemerkte sagte annabelle wie ich sehe haben sie mit ihrer schreibmaschinen prüfung begonnen lassen sie sich nur nicht von mir stören lenoy hat mir strenge anweisungen gegeben sie nicht abzulenken und sie ihre ermittlungsarbeit machen zu lassen ich bin mit meinem experiment fertig mademoiselle möchten sie die ergebnisse sehen sagen sie mir welche unterschiede fallen ihn auf erreichte ihr die zwei blätter sie starrte eine zeit lang darauf ehe sie zu poirot aufblickte ich sehe überhaupt nichts sagte sie nichts bemerkenswertes meine ich das kleine e ist auf beiden seiten vollständig ausgeführt und korrekt so ist es aber es gibt mehr zu beobachten als die vielen e auf beiden blättern sind die gleichen worte getippt ich er kühl poirot bin in comingham hall eingetroffen und werde nicht wieder abreisen ehe ich nicht das rätsel um den tod des barnabas pandy gelöst habe die zwei versionen sind in jeglicher hinsicht identisch oder etwa nicht was übersehe ich wenn ich ihnen die antwort verriete mademoiselle würde ich sie der möglichkeit berauben sie selbst zu erarbeiten ich will überhaupt nichts erarbeiten ich möchte dass sie uns sagen ob wir in gefahr sind weil ein mörder in der gegend herum streift und uns falls ja beschützen und ansonsten ansonsten will ich nichts als vergessen was wünschen sie zu vergessen das ganze dass grandy ermordet wurde und das motiv dafür was auch immer sich als solches herausstellen mag und den widerwärtigen brief der mir einfach nicht aus dem Kopf will obwohl ich ihn verbrannt habe und ein nasses blaues kleid mit weißen und gelben blümchen darauf fragte poirot sie stachte ihn mit großen augen und wie es aussah verständnislos an was meinen sie damit fragte sie ich habe ein blaues kleid mit weißen und gelben blümchen darauf aber es ist nicht nass wo befindet es sich in meinem kleiderschrank sind sie sicher dass es dort ist wo sollte es sonst sein es ist das kleid das ich an dem tag an hatte als grandy starb seitdem mochte ich es nicht mehr anziehen sie hatte also nicht nach dem kleid gesucht und festgestellt dass es verschwunden war vorausgesetzt sie sagt die wahrheit dachte poirot bei sich mademoiselle war ihnen bewusst dass ihr großvater kurz vor seinem tod beschlossen hatte eine Änderung an tod verhinderte es aber es war seine absicht gewesen seine letztweilige verfügung recht einschneiden zu verändern nein das habe ich nicht gewusst allerdings kam peter waut sein rechtsanwalt um die zeit hierher und sie zogen sich in den salon zurück um ungestört zu reden also war das vielleicht plötzlich stockte annabelle der atem und sie taumelte rückwärts poirot beeilte sich sie zu stützen er begleitete sie zu einem stuhl was ist los mademoiselle es ging um mich nicht brachte sie flüsternd heraus er wollte mich enterben deswegen ließ er peter waut kommen obwohl ich alvie das leben gerettet hatte als er bescheid wusste konnte er mir nicht verzeihen was bedeutet dass ich es verdiene für immer ohne vergebung zu bleiben sagte annabelle grimmig wenn grandy sein testament ändern wollte um mich zu bestrafen so bedeutet es dass ich nichts anderes verdiene als zu leiden er war immer gerecht ich habe mir nie eingebildet er könnte mich so lieben wie er lehneur liebt aber er war immer gerecht mademoiselle bitte erklären sie poirot was konnte ihnen ihr großvater nicht verzeihen nein er wird bekommen was er ihnen noch sonst jemandem sagen niemals schluchzend lief sie die treppe hinauf poirot starrte ihr verwirrt nach dann blickte er zur offenen eingangstür und dachte bei sich wie leicht es für ihn gewesen wäre nach london und white haven mansions zurück zu kehren und dieses haus nie wieder zu betreten offiziell lag er keine straftat vor also konnte ihm kaum vorgeworfen werden er sei drei tage sagte er bei sich nur noch drei tage 27 kapitel das armband und der fächer am nächsten morgen war poirot gerade auf dem weg zum frühstückstisch als ivy levington ihn in der eingangshalle abfing hopscotch war an ihrer seite diesmal versuchte er nicht poirot abzuschlecken tatsächlich wirkte er ziemlich kleinlaut wo ist tante annabelle fragte ivy herrisch was haben sie mit ihr gemacht ist sie nicht da hier im haus fragte er seinerseits nein sie hat eines der autos genommen und ist ohne hobby weggefahren was sie sonst nie tut absolut nie nicht ohne mir oder mama bescheid zu sagen haben sie etwas gesagt das sie aufgeregt hat wie ist possible antwortete poirot betrübt wenn es menschenleben zu retten gilt muss man manchmal unangenehme fragen stellen wessen leben muss denn gerettet werden fragte ivy deuten sie damit an dass grandys mörder wieder zuschlagen könnte ohne zweifel ist ein mord geplant geht es also um ein menschenleben so wie sie es sagten klang es nach einer mehrzahl mademoiselle was ist sie sehen ja so aus als hätten sie ein gespenst gesehen poirot öffnete den mund brachte aber kein wort heraus er dachte im augenblick zu schnell um überhaupt etwas sagen zu können geht es ihnen noch wirklich gut monsieur poirot ivy musterte ihn besorgt habe ich etwas gesagt was sie erschreckt hat mademoiselle sie haben etwas gesagt was mir sehr geholfen hat sagen sie jetzt bitte einen kurzen augenblick lang nichts ich muss die logik der theorie überprüfen die sich gerade in mir abzeichnet und feststellen ob ich recht habe ich muss recht haben ivy verschränkte die arme und sah ihm zu wie er die verschiedenen puzzelteilchen zusammensetzte nach wie vor an ihrer seite starrte auch hopscotch ihn neugierig an danke sagte poirot schließlich und sagte ivy haben sie recht ich glaube schon ja prima ich freue mich schon darauf ihre theorie zu hören eine eigene auszudenken ist mir noch nicht gelungen versuchen sie es gar nicht erst empfahl poirot ihre spekulationen würden auf einer völlig falschen prämisse aufbauen und so würden sie zwangsläufig scheitern was meinen sie mit einer falschen prämisse alles zu seiner zeit mademoiselle alles zu seiner zeit ivy schnitt ihm eine grimasse die eine mischung aus ärger und bewunderung zum ausdruck brachte mama hat ihnen doch bestimmt schon alles über den krach erzählt den wir an dem tag hatten als grandy starb sie grinste jetzt wissen sie über meine baumstammbeine bis ins letzte detail bescheid und mama hat ihnen garantiert verboten mir auch nur ein sterbenswörtchen darüber zu sagen damit ich mich nicht wieder aufrege wenn mir die bemerkung gestattet ist mademoiselle sie sind ein höchst erfreulicher anblick und an ihrer gestalt oder figur ist nicht das mindeste auszusetzen naja ich habe meine narben sagte ivy und zeigte auf ihr nicht voll auf zu frieden mama findet ich sollte danach streben nicht dicker als ein zahnstocher zu sein aber was essen angeht ist sie nicht ganz richtig im kopf sie ist gar nicht richtig hat sie noch nie ist ihnen das gestern abend bei tisch nicht aufgefallen ich muss gestehen nein sagte Poirot der viel zu sehr damit beschäftigt gewesen war die köstlichen speisen zu gotieren sie steckt sich ab und an ein fitzelchen von irgendwas in den mund und schluckt es widerwillig hinunter wie jemand der seine medizin nimmt aber den größten teil der Mahlzeit bringt sie immer nur damit zu mit der Gabel in den Sachen auf ihrem Teller herum zu stochern als hätte sie sie im Verdacht gegen sie zu konspirieren sie bildet sich ein ich wäre deswegen so wütend auf sie gewesen weil ich es nicht ertragen konnte die Wahrheit über meine schaudererregenden Beine zu hören so ein Blödsinn ich bin mit meinen Beinen wunschlos glücklich aufgeregt hat mich erkennen zu müssen dass Mama mich ansieht und lediglich oder in erster Linie ein Bündel physischer Mängel wahrnimmt und ihre Unaufrichtigkeit die bringt mich ebenfalls auf die Palme ihre Mutter ist nicht aufrichtig fragte Poirot sie kann die Wahrheit nicht ertragen sie ist fast allergisch dagegen sie würde alles tun oder sagen um mich und Timmy glücklich zu machen ich glaube sie betrachtet es als ihre Mutter Pflicht aber gelegentlich rutscht ihr doch ein Bröckchen Wahres heraus und wenn das mal passiert reißt sie sich anschließend ein Bein aus um das offensichtliche abzustreiten ich werde ihr niemals glauben wenn sie sagt sie finde mich schön ich weiß dass es eine lüge ist es wäre weit besser für sie wenn sie zugäbe dass sie es wunderbar fände wenn ich mich zu einem Knochengestell herunterfastete stattdessen lügt sie wie gedruckt und behauptet sie finde mich wunderbar so wie ich bin und redet sich ein sie würde mich dadurch glücklich machen Ivy sprach überlegt und sachlich ohne eine spur von ressentiment in der stimme sie war sagte sich poirot eine zufriedenere und gefestigtere frau als ihre mutter oder ihre tante es ist doch so dass die wahrheit wenn man sie verleugnet eben auf anderen wegen herauskommt Mama hat ihnen vermutlich nicht erzählt wie sie mir einmal einen fächer schenkte Ivy lachte darauf war eine dunkelhaarige frau abgebildet und Mama sagte sieht sie nicht aus wie du Ivy ihr haar hat die gleiche farbe und sie hat das gleiche kleid was alles durchaus stimmte aber die frau auf dem fächer hatte die schmalste taille die ich je gesehen hatte und ich war auf dem weg zu einer tanzveranstaltung und hatte ein ziemlich auffälliges schwarz-rotes kleid an von dem ich im nachhinein sagen würde dass es mir wahrscheinlich nicht stand und an jemanden mit einer schlankeren figur besser ausgesehen hätte aber es war mir egal mir gefiel das kleid also trug ich es Mama bereitete es allerdings seelenqualen weil es meine unschlanke taille betonte also erteilte sie mir einen tadel im gewand eines geschenks sie hoffte vermutlich ich würde einen blick auf die frau auf dem fächer werfen den unterschied erkennen und sofort beschließen etwas anderes anzuziehen etwas das meine taille kaschierte und mich schlanker erscheinen ließ ihre mutter erzählte mir dass sie ihnen auch ein armband schenkte sagte poirot Ivy nickte und das war nach grandys tod ich warf einen blick darauf und dachte dass ich meine hand da nie im leben durchbekommen würde es gehörte Mama und ihr muss es wie angegossen gepasst haben aber es war nicht für jemanden mit meinem knochenbau gemacht wie sich herausstellte passte das armband mir doch wenn auch nur so gerade eben kürzlich habe ich es getragen aber ich glaube das mache ich nicht wieder ich wollte nur dass Mama es wenigstens einmal an meinem handgelenk sah ich weiß sie befürchtet noch immer mir einen irreparablen schaden zugefügt zu haben indem sie mir erlaubte zu erraten dass ich ihr ein dünner lieber wäre und ich wollte ihr zeigen dass ich ihr verziehen habe sie kann nichts dafür dass sie so ist wie sie ist und in meinem zorn war ich ihr gegenüber sehr ungerecht das armband und der fächer waren beides dinge die ihr viel bedeuteten und sie hätte sich nie von ihnen getrennt wenn sie sie mir nicht geschenkt hätte meine ich aber ich warf ihr vor mir dinge aus zweiter hand zu schenken nur um für mich kein geld ausgeben zu müssen Ivy lächelte schuldbewusst ich bin ebenso wenig vollkommen wie Mama Monsieur Poirot ich glaube es ist wichtig zu begreifen dass unsere lieben nicht vollkommen sind wenn man das nicht akzeptieren kann tja dann macht man sich nur verrückt kein Mensch da gab Poirot ihr recht konnte je vollkommen sein ein Rätsel und dessen Auflösung dagegen wenn erst alle offenen Fragen beantwortet und unschönen logischen Löcher geschlossen worden waren wussten sie Mademoiselle dass ihr Großvater beabsichtigte sein Testament zu ändern und dass er starb ehe er sein Vorhaben verwirklichen konnte nein Ivys Blick wurde plötzlich wachsamer wie wollte er es ändern sein Anwalt und ihre Mutter erklären übereinstimmend er beabsichtigte Mademoiselle Annabelle zu enterben ihr überhaupt nichts zu hinterlassen warum in aller Welt sollte er das gewollt haben sagte Ivy Tante Annabelle ist ein freundlicher selbstloser durch und durch guter Mensch es gibt nicht viele Menschen wie sie ich bin nicht immer freundlich sie vielleicht Monsieur Poirot ich versuche es zu sein Mademoiselle es ist wichtig es zu versuchen aber das ergibt doch gar keinen Sinn murmelte Ivy es kann unmöglich stimmen Großvater hat zwar von jeher Mama bevorzugt aber er hätte seine Vorliebe für sie niemals so drastisch unter Beweis gestellt er wusste ebenso gut wie ich dass Tante Annabelle nie jemandem etwas zu leide tun würde ich habe immer angenommen dass er sich ziemlich schuldig fühlte ständig so gereizt auf sie zu reagieren weil er sehr wohl wusste dass sie es durch nichts verdient hatte ich muss ihnen eine weitere Frage stellen Mademoiselle sagte Poirot es ist eine seltsame Frage und ich bitte um Vergebung wenn sie ihnen Kummer bereitet geht es um Baumstämme? sagte Ivy nein die Frage betrifft ihren verstorbenen Vater armer Papa warum sagen sie das? ich weiß nicht ich glaube nicht dass Mama ihn sonderlich liebte oh sie spielte die Rolle der guten Ehefrau zur Vollkommenheit aber mit dem Herzen war sie nicht dabei sie hätte es schaffen können ihn mehr zu lieben wenn sie nur von Anfang an aufrichtig gewesen wäre stattdessen folgte ihre Beziehung dem üblichen Muster sie versuchte alles zu tun und zu sagen was sie in ihrer Meinung nach glücklich machen würde und das Resultat war dass keiner von beiden es schaffte glücklich zu sein gab es etwas Bestimmtes worin sie ihn täuschte? nein es war schlimmer sagte Ivy sie täuschte ihn in ihrem gemeinsamen Alltag sie müssen wissen Mama ist wahnsinnig gescheit gut organisiert scharfsinnig effizient sie geht in der Regel davon aus dass alles schon nach ihrem Kopf laufen wird diese Einstellung hat oft bewirkt dass die Hindernisse auf ihrem Weg einfach verschwanden oder ich sollte besser sagen das ist so seit Papa gestorben ist Papa machte sich immer wegen der geringsten Kleinigkeiten furchtbare Sorgen und sagte ständig sie sollten dieses oder jenes besser nicht versuchen weil sie sowieso scheitern würden aus Comingham Hall auszuziehen beispielsweise und einen eigenen Haushalt gründen Mama wollte das aber Papa nicht also tat Mama so als wäre sie seiner Meinung zu wissen dass es ganz wunderbar funktioniert hätte wenn er sie nur hätte machen lassen muss fürchterlich an ihr genagt haben sie hätte ihn auffordern sollen mit den Albernheiten aufzuhören anstatt seine furchtsame Lebenseinstellung auch noch zu fördern es muss eine ziemliche Erleichterung für sie gewesen sein als er starb zeigte sie sich erleichtert? Gott bewahre sie wäre eher selbst gestorben als es zuzugeben sie ist wirklich wahnsinnig gescheit seit Papa tot ist hat sie es durch und durch genossen Herrin ihrer selbst zu sein und alles selbst zu entscheiden aber ohne ein einziges Mal zu sagen welche Erleichterung frei zu sein wie das viele Frauen in ihrer Situation vielleicht getan hätten etwas in der Art zu sagen wäre Mama viel zu direkt Ivy lächelte da schwatze ich und schwatze ich was wollten sie mich wegen Papa fragen? ich habe sie gar nicht zu Wort kommen lassen haben sie seit dem Tod ihres Vaters irgendwelche Briefe erhalten die vorgeblich von ihm kamen? Briefe von meinem toten Vater? nein keinen einzigen warum fragen sie? Poirot schüttelte den Kopf es spielt keine Rolle danke dass sie sich die Zeit für mich genommen haben Mademoiselle unser Gespräch ist überaus erhellend gewesen ich würde sagen es spielt eine ziemliche Rolle rief Ivy ihm nach während er sich in Richtung Speisesaal entfernte wo sein Frühstück auf ihn wartete erst Briefe von ihnen die nicht von ihnen sind und jetzt Briefe von meinem toten Vater die nicht von ihm sein können ich hoffe wirklich sie werden das alles noch erklären Monsieur Poirot ich will jeden einzelnen vertragten Aspekt dieser ganzen sonderbaren Geschichte verstehen da geht es ihnen wie mir sagte Poirot bei sich während er an der Tafel Platz nahm da geht es ihnen wirklich ganz wie mir 28. Kapitel kein überzeugendes Geständnis ich saß in meinem Büro bei Scotland Yard und rang gerade mit einer besonders schwierigen Frage in meinem Kreuzworträtsel als der Super bei mir anklopfte entschuldigen Sie die Störung Catchpool sagte er mit einem Lächeln hier ist eine Miss Annabelle Treadway die sie gern sprechen möchte seit er erfahren hatte dass Stanley Strang endlich nicht mehr daran zweifelte dass weder Poirot noch Scotland Yard seinen Sohn des Mordes beschuldigte war der Super der Inbegriff des vernunftgeleiteten Diskurses und der Mäßigung ich stehe sofort zu ihrer Verfügung sagte ich der Super führte sie ins kleine Zimmer und machte sich sogleich aus dem Staub ein Blick auf die Frau die vor mir stand und ich fragte mich wieso sie mir in diesem Moment wie die Verkörperung eines tragischen Schicksals erschien es war so als wäre es im Zimmer mit ihrem Eintreten dunkler geworden aber warum sie weinte nicht sie war nicht in Trauer gekleidet es war wirklich ein Rätsel guten Tag Miss Treadway sind Sie Inspektor Edward Catchpool? so ist es ich rechnete eigentlich damit sie morgen in Comingham Hall zu sehen ich hatte nicht erwartet dass sie mich in London aufsuchen würden ich muss ein Geständnis ablegen sagte sie ich verstehe ich setzte mich und forderte sie auf gleichfalls Platz zu nehmen doch sie blieb stehen ich habe meinen Großvater getötet ich habe allein gehandelt tatsächlich? ja sie hob das Kinn und sah fast stolz aus drei andere Leute erhielten ebenfalls Briefe in denen sie beschuldigt wurden ihn ermordet zu haben aber sie sind alle unschuldig ich war es sie haben Barnabas Pandy ermordet das wollen sie mir also sagen? ja wie? sie runzelte die Stirn ich weiß nicht ob ich Ihre Frage verstehe es ist ganz einfach Sie sagen Sie haben Mr. Pandy getötet ich frage wie? aber ich dachte Sie wüssten es er ertrank in der Badewanne meinen Sie nicht eher Sie ertränkten ihn in der Badewanne? ich ja ich habe ihn ertränkt Hercule Poirot haben Sie aber eine ganz andere Geschichte erzählt sagte ich Annabelle Treadway schlug die Augen nieder es tut mir leid was genau? Ihrem Großvater getötet zu haben? Poirot angelogen zu haben? mich angelogen zu haben? alle drei Punkte? bitte machen Sie es mir nicht schwerer als nötig Inspektor Sie haben gerade einen Mord gestanden Miss Treadway worauf hatten Sie gehofft? ein Becher Kakao und ein Schulterklopfen? Ihre Schwester und ihre Nichte haben beide Poirot gegenüber erklärt Sie könnten Mr. Pandy unmöglich getötet haben Sie seien von dem Augenblick als sie ihn wegen des Lärms den sie drei machten schimpfen hörten bis Kingsbury ihn rund eine halbe Stunde später tot aufwand mit ihnen zusammen gewesen Sie müssen sich irren wir waren zwar alle zusammen in Ivys Schlafzimmer aber ich ging zwischendurch kurz hinaus Lenore und Ivy haben das offenbar vergessen es ist schwer sich nach so vielen Wochen noch an alle Einzelheiten zu erinnern ich verstehe erinnern Sie sich was Sie anhatten als Sie Ihren Großvater töteten? was ich anhatte? ja Ihre Schwester Lenore beschrieb ein ganz bestimmtes Kleid ich ich trug mein blaues Kleid mit den gelben und weißen Blümchen zumindest das stimmte mit der Aussage Ihrer Schwester überein können Sie mir sagen wo sich dieses Kleid jetzt befindet? fragte ich zu Hause warum fragen mich bloß alle ständig nach meinem Kleid? warum ist es wichtig? ich habe es seit Grandys Tod nicht mehr angehabt wurde es nass als Sie den Kopf Ihres Großvaters unter Wasser drückten? Sie sah aus als stünde sie kurz vor der Ohnmacht ja Ihre Schwester Lenore gab Poirot gegenüber an ihr Kleid sei vollkommen trocken gewesen sie sie hat sich offenbar getäuscht und was wenn ich Ihnen erzählen würde dass Jane Dockerell eben dieses blaue Kleid das in tropfnassem Zustand in Cellophane eingepackt worden war im Internat mit Klebestreifen an der Unterseite von Timothys Bett befestigt gefunden hat der Schock stand Annabelle Treadway unübersehbar ins Gesicht geschrieben das denken Sie sich jetzt nur aus um mich zu verwirren sagte sie das machen Sie mit Absicht Sie meinen ich bringe Sie mit ein paar unbequemen Tatsachen aus Ihrer gut einstudierten Geschichte heraus Sie verdrehen mir die Worte im Mund können Sie nicht bitte einfach mein Geständnis akzeptieren noch nicht sind Sie sicher dass Sie das Kleid nicht am Rahmen des Bettes Ihres Neffen befestigt haben Sie haben nicht befürchtet jemand würde bemerken dass es nass war und nach Olivenöl roch Sie kamen nicht auf die glänzende Idee es irgendwo weit weg von zu Hause zu verstecken mit zittriger Stimme sagte sie also gut ja genau so war es aber als ich sie fragte wo das Kleid sei sagten Sie es sei zu Hause warum sollten Sie in dem Punkt lügen wenn Sie sich bereits des Mordes schuldig bekannt haben ich glaube nicht dass Sie das tun würden nur eines zählt Inspektor ich tötete meinen Großvater das werde ich vor Gericht beschwören Sie können mich sofort verhaften und was Sie sonst noch mit Verbrechern machen aber würden Sie mir eines versprechen als Gegenleistung für mein umfassendes Geständnis ich will nicht dass Hoppy in Comingham Hall bleibt wenn ich nicht mehr da bin man würde sich nicht richtig um ihn kümmern versprechen Sie mir dass Sie jemanden finden der ihn lieben und gut für ihn sorgen wird Sie werden weiterhin diejenige welche sein sagte ich vergnügt es ist für mich sonnenklar dass Sie niemanden getötet haben habe ich doch geben Sie mir eine Bibel und ich werde darauf schwören eine Bibel würden Sie auch beim Leben Ihres Hundes Hopsgott schwören Annabelle Treadways Mund verzog sich zu einem scharfen Strich Tränen stiegen ihr in die Augen sie sagte nichts also schön Miss Treadway dann sagen Sie mir warum haben Sie Ihren Großvater ertränkt das ist leicht zu beantworten die Erleichterung war ihr von den Augen abzulesen und aus der Stimme herauszuhören ich spürte dass sie zumindest jetzt vielleicht die Wahrheit sagen würde oder zumindest einen Teil davon Grandy hatte etwas über mich herausgefunden er beabsichtigte mich deswegen zu enterben was hatte er herausgefunden das erklärte Annabelle Treadway werde ich Ihnen niemals sagen und Sie können mich nicht dazu zwingen Sie haben recht das kann ich nicht werden Sie mich wegen Mordes verhaften verhaften ich nein ich werde mich mit Monsieur Poirot beraten und anschließend vielleicht die zuständige Polizeidienststelle informieren aber was soll ich jetzt machen ich hatte nicht damit gerechnet wieder nach Hause fahren zu müssen Tja ich fürchte Sie werden nicht darum herumkommen außer Sie können sich anderswo einquartieren fahren Sie nach Hause gehen Sie mit Ihrem Hund spazieren und warten Sie einfach ab ob jemand vorbeikommt um Sie wegen Mordes festzunehmen ich halte das zwar für ziemlich unwahrscheinlich aber man kann schließlich nie wissen Sie könnten ja Glück haben 29. Kapitel Die seltene Schneefee Als ich an dem Abend in meine Straße einbog sah ich dass die Haustür offen stand und meine Hauswirtin Mrs. Blanche Unsworth im Eingang Posten bezogen hatte und bereit zu sein schien noch im Augenblick meiner Sichtung wie ein Torpedo hervorzuschießen Oh nein murmelte ich in mich hinein Sie hopste von einem Fuß auf den anderen und wedelte mit den Armen herum als hätte sie jemand gebeten einen Baum im Sturm darzustellen Bildete sie sich ein ich könnte sie noch nicht erspäht haben Ich setzte mein bestes Lächeln auf und rief Hallo Mrs. Unsworth schöner Abend nicht? Ich bin froh dass Sie wieder da sind sagte sie sobald ich in ihrer Reichweite war zog sie mich ins Haus Ein Gentleman hat geklingelt während Sie nicht da waren er gefiel mir gar nicht komisches Exemplar war das ich habe ja schon die verschiedensten Typen erlebt aber einer wie der ist mir noch nicht untergekommen Ah sagte ich Das Beste an Mrs. Unsworth ist dass man ihr nie eine Frage zu stellen braucht bereits Minuten nach der Begrüßung verfügt man über eine vollständige Liste jedes Gedankens der ihr durch den Kopf gegangen ist und jedes Vorkommnis ist das sie mit angesehen hat oder an dem sie beteiligt war seit man sie das letzte Mal gesprochen hat stand da wie eine Nippfigur der Gentleman als ob er aus Porzellan gemacht wäre sein Gesicht hat sich beim Sprechen kaum bewegt er war ungemein höflich fast zu höflich wie wenn er Theater spielte Ah sagte ich noch einmal ich hatte gleich so ein komisches Gefühl so wie ich ihn gesehen habe sei nicht albern Blanche habe ich zu mir gesagt was machst du dich verrückt der Gentleman ist gut gekleidet schön höflich vielleicht ein bisschen zurückhaltend aber das ist nicht so rüber man sich sorgen müsste wenn doch nur jeder Besucher so wohl erzogen wäre dann hat er mir ein Paket für sie übergeben und er sagte das wäre für Inspektor Edward Catchpool und es war an sie adressiert also habe ich schön die Finger davon gelassen es ist ganz eingepackt und es ist bestimmt nichts allzu garstiges aber man kann schließlich nie wissen nicht wahr sieht mir ziemlich klobig aus wo ist das Paket fragte ich ich muss gestehen es gefiel mir kein bisschen besser als er sagte Mrs. Unsworth ich weiß nicht ob sie es aufmachen sollten ich würde es nicht tun wenn ich sie wäre sie brauchen sich um mich keine Sorgen zu machen Mrs. Unsworth aber das tue ich ich mache mir Sorgen wo ist das Paket nun ja es ist im Esszimmer aber halt sie stellte sich mir in den Weg damit ich nicht weiter ins Hausinnere vordrang sie dürfen es nicht öffnen bevor ich sie nicht gewarnt habe was nämlich als nächstes passierte hat mir einen richtigen Schrecken eingejagt sie müssen die ganze Geschichte hören musste ich das ich gab mir alle Mühe geduldig auszusehen ich fragte den Gentleman nach seinem Namen und er reagierte überhaupt nicht tat so als hätte ich gar nicht gefragt das war was ich meinte er versuchte ausnehmend höflich zu erscheinen aber würde ein wirklicher Gentleman eine so naheliegende Frage von Seiten einer Dame ignorieren ich sag ihnen er war ein richtiges Exemplar er hatte so ein verschlagenes Funkeln in den Augen das kann ich mir vorstellen und auch ein komisches Lächeln nicht die Sorte Lächeln der man jeden Tag begegnet und dann machte er den Mund auf und sagte und ich werde es meinen Lebtag nicht vergessen so weit ich hier stehe eines der seltsamsten Dinge die mir je widerfahren sind er sagte richten sie Inspektor Catchpool aus eine Fee steht sehr selten im Schnee wie bitte gehorsam wiederholte Blanche Answorth die Worte eine Fee steht sehr selten im Schnee sagte ich genau diese Worte nun dachte ich bei mir warum sollte ich weiter auf gute Umgangsformen achten wenn er so unangenehme Spielchen mit mir treibt bitte sagen sie mir ihren Namen sagte ich und er dürfte gemerkt haben dass ich seinen Unsinn nicht besonders lustig fand aber er kümmerte sich nicht weiter darum wiederholte das einfach noch einmal eine Fee steht sehr selten im Schnee ich muss das Paket sehen sagte ich diesmal trat meine Hauswirtin Gottlob beiseite und ließ mich passieren als ich das Paket auf dem Esstisch thronen sah blieb ich abrupt stehen ich wusste gleich was es war eine Fee steht sehr selten im Schnee warum lachen sie wissen sie was das bedeutet fragte Mrs. Unsworth ich glaube schon ja sie wich zurück legte sich die Hände an den Mund und hielt die Luft an während ich das Packpapier auseinanderschlug sobald der Inhalt offen zutage trat sagte sie ehrfurchtsvoll es ist es ist eine Schreibmaschine ich brauche Papier sagte ich ich werde es ihnen erklären sobald ich dieses Ding ausprobiert habe und weiß ob ich richtig liege Papier nun ja mit Sicherheit es ist natürlich keine große Mühe aber dann bringen sie mir bitte welches und zwar unverzüglich kurz darauf spannte ich während Mrs. Unsworth mir über die Schulter späte ein Blatt Briefpapier in die Schreibmaschine ein ich tippte eine Fee steht sehr selten im Schnee es klang so als könnte es eine Zeile aus einer humoristischen Varieté Nummer sein die nächste Zeile dachte ich mir könnte beispielsweise lauten eine Seerose segelt im Klee ich tippte das ebenfalls was ist das für ein Unsinn schon wieder fragte Mrs. Unsworth erst eine Fee und jetzt auch noch segelnde Seerosen ich zog das Blatt aus der Schreibmaschine und begutachtete das Resultat meiner lyrischen Bemühungen ja sagte ich wenn sie mir nicht verraten was es mit dem Ganzen auf sich hat mache ich heute Nacht bestimmt kein Auge zu drohte Mrs. Unsworth seit einiger Zeit fahnten Poirot und ich nach einer bestimmten Schreibmaschine wie sich herausgestellt hat ist das hier die gesuchte der Buchstabe e ist beschädigt sehen sie genau hin ich reichte ihr das Blatt Papier aber was hat das Ganze mit einer Fee zu tun fragte sie der Überbringer wollte offensichtlich möglichst viele Es enthält nur das zählt nicht die Fee und der Schnee und der Klee die sind bedeutungslos das einzig wichtige ist wer war der seltsame Paketbote und wem gehört diese Schreibmaschine ich hatte mir schon ausgemalt wie erfreut Poirot sein würde wenn ich ihm von dieser neuen Entwicklung erzählte aber in Wirklichkeit brachte sie uns wie mir auf Anhieb klar geworden wäre wenn ich nicht so eine Planke vor dem Kopf hätte nicht einen Schritt weiter Ich gehe davon aus dass der Mann dem sie aufgemacht haben lediglich ein Bote war nicht der eigentliche Absender erklärte ich Blanche Unsworth nicht seinen Namen brauchen wir sondern den Namen des jenigen der ihm den Auftrag dazu gab Ich entschuldigte mich ging hinauf in mein Zimmer und legte mich aufs Bett wo ich jemand der sich große Mühe gegeben hatte mich auf meine Unwissenheit aufmerksam zu machen hier ist die Schreibmaschine die du suchst jetzt brauchst du nur herauszufinden wo sie herkommt und das kannst du nicht stimmt und es wird dir auch nie gelingen weil ich gescheiter bin als du ich konnte die Worte fast hören mit hämischer Stimme gesprochen du magst gescheiter als ich sein sagte ich obwohl die Person die ich ansprach kaum eine Chance gehabt haben dürfte meine Kampf Ansage zu hören aber ich kann mir nicht vorstellen dass du gescheiter bist als Hercule Poirot 30. Kapitel Das Rätsel der Dreiviertel Am nächsten Tag fuhr ich gegen das Schmuddelwetter ankämpfend mit Stanley McCrodden nach Comingham Hall Es war keine vergnügliche Reise Ich verbrachte einen großen Teil davon mit dem Versuch zu ergründen wie es sein konnte dass Gespräche zwischen Poirot McCrodden und mir wie geschmiert liefen während McCrodden und ich minus Poirot es irgendwie nicht fertig brachten anders als gestelzt und in seinem Falle übellaunig miteinander zu sprechen Comingham Hall hatte eine nichtssagende anstaltsmäßige Fassade Obwohl es sichtlich ein altes Gebäude war machte es einen seltsamen provisorischen Eindruck so als wäre es lediglich in die umgebende Landschaft gestellt worden und nicht in ihr verwurzelt es war eine eigenartige Vorstellung dass am folgenden Tag alle die in das seltsame Rätsel um den Tod Barnabas Pandys verwickelt waren sich von Poirot einbestellt hier versammeln würden Stanley McCrodden und ich fanden die Eingangstür des Herrenhauses trotz des strömenden Regens halb offen vor der vordere Teil des gefließten Fußbodens war kaum verwunderlich nass von zum Teil schlammigem Wasser sofort musste ich an Poirots arme Schuhe denken und die Leiden die sie bereits ausgestanden haben mussten hier und da prangten ein paar schlammige Tapser Hobbys des Hundes Hand beziehungsweise Pfotenschrift wie ich messerscharf bei mir schloss niemand stand zu unserer Begrüßung bereit McCrodden wandte mir eine missfällige Miene zu und schien schon eine Beschwerde verlauten lassen zu wollen als wir beide ein schlurfen vernahmen ein ältlicher Mann war aus dem tonnen gewölbten korridor gegenüber erschienen und tappte uns langsam entgegen wie ich sehe haben sie schon hereingefunden gentleman sagte er mein Name ist Kingsbury wenn sie gestatten nehme ich ihnen ihre Mäntel und Hüte ab und dann führe ich sie zu ihren Zimmern hübsche Zimmer haben sie beide bekommen gefällige Aussicht ach und dann erwartet Mr. Porrod sie in Mr. Pandy's Arbeitszimmer als er näher schlurfte bemerkte ich dass er fröstelte trotzdem machte er keine Anstalten die Haustür zu schließen bevor er uns bat ihm nach oben zu folgen das mir zugeteilte Schlafzimmer war riesig schmucklos ungemütlich und kalt das Bett besaß eine knollige Matratze und ein knolliges Kissen eine demoralisierende Kombination die Aussicht hatte das Potenzial sich als entzückend zu erweisen wenn der Regen erst aufgehört haben würde gegen die Fenster zu peitschen Kingsbury hatte uns erklärt wie wir Mr. Pandy's Arbeitszimmer wie er es noch immer nannte finden konnten und sobald ich bereit war nach unten zu gehen klopfte ich an McCroddens Tür bei mir direkt nebenan als ich ihn fragte ob sein Schlafzimmer seinen Wünschen entspreche erwiderte er kalt es enthält ein Bett und ein Waschbecken und mehr brauche ich nicht was im Klartext bedeutete dass nur ein verhätschelter Feake sich mehr zu erhoffen erdreistet hätte wir trafen Poirot im Arbeitszimmer an wo er eine orange braun und schwarz gestreifte Decke um die Schultern drapiert in einem hochlänigen Lederfoteu thronte er trank gerade einen Kräutertee ich roch ihn sobald wir das Zimmer betraten und konnte den Dampf aus der Tasse aufsteigen sehen Kutschpool sagte er mit der Stimme eines Gepeinigten ich begreife nicht was mit euch Engländern eigentlich nicht stimmt in diesem Zimmer ist es nicht wärmer als draußen da gebe ich ihnen recht dieses Haus ist wie ein Gletscher mit Wänden und einem Dach sagte ich würden sie beide das Gemecker einstellen schnauzte Stanley McCrodden was ist das da Poirot er deutete auf ein Blatt Papier das mit der beschriebenen Seite nach unten auf wie Kingsbury zweifellos dazu gesagt hätte Mr. Pandy's Schreibtisch lag ah sagte Poirot alles zu seiner Zeit mon ami alles zu seiner Zeit und was ist in der braunen Papiertüte ich werde ihre Fragen bientôt beantworten aber zunächst ich bin untröstlich aber es ist meine Pflicht ihnen die schrecklichste Nachricht zu übermitteln bitte setzen sie sich schrecklich McCroddens Gesichtsfleisch erschlaffte schlagartig geht es um John no no John geht es ausgezeichnet also worum geht es dann spucken sie es aus es geht um la pauvre mademoiselle mason emerald mason was ist mit ihr sie haben sie doch nicht etwa auch hierher eingeladen Poirot ich schlage ihnen die nase platt wenn sie bitte mon ami Poirot legte sich den flehe sie an seien sie still jetzt sagen sie schon um himmels willen bellte mcrodden was hat miss mason diesmal angestellt es hat sich ein höchst bedauerlicher verkehrsunfall ereignet miss mason saß in einem automobil als ein ein pferd unerwartet in den weg sprang ein pferd sagte ich ja katschpul ein pferd bitte unterbrechen sie mich nicht sonst kam niemand zu schaden aber die arme mademoiselle mason oh c'est vraiment dommage wollen sie damit sagen dass emerald mason tot ist fragte mcrodden nein mon ami es wäre aber vielleicht besser für sie wenn sie es wäre eine junge dame die noch das ganze leben vor sich hat poirot mich verlangen dass sie mir augenblicklich sagen setzte mcrodden an sein gesicht hatte mittlerweile die farbe roter bete angenommen natürlich natürlich sie wird beide beine verlieren was schrie mcrodden gütiger gott sagte ich das ist ja entsetzlich ein chirurg ist in diesem moment dabei ihr die zwei betreffenden extremitäten abzunehmen es gab keine möglichkeit auch nur eine davon zu retten zu groß waren die davongetragenen schäden mcrodden zog ein taschentuch hervor und wischte sich die stirn er sprach kein wort dann schüttelte er mehrmals den kopf das das ist wie unsagbar ich kann es nicht glauben beide beine ja beide beine wir müssen die firma muss dafür sorgen dass sie alles bekommt was sie braucht und blumen einen fruchtkorb und geldverdammt so viel wie sie braucht und dazu die beste medizinische versorgung die es gibt es muss doch spezialisten geben die menschen nach solchen unfällen trainieren damit sie wieder mcroddens mund zuckte die röte war aus seinem gesicht gewichen jetzt 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 seine haut fast durch scheinend aus wird sie je wieder arbeiten können wenn nicht ist es ihr tod im ernst es bringt sie um sie liebt ihre arbeit mcrodden es tut mir entsetzlich leid sagte poirot sie haben für die junge frau nichts übrig das ist mir bekannt dennoch muss dies ein schrecklicher schock für sie sein stanley mcrodden schleppte sich zum nächstbesten sessel ließ sich darin nieder und barg sein gesicht in beiden händen just in diesem moment drehte sich poirot um und zwinkerte mir zu ich antwortete mit einer fragenden mine er zwinkerte noch einmal ein übermächtiges gefühl der ungläubigkeit erfasste mich konnte das wirklich wahr sein ich setzte eine weitere strengere fragende mine auf versuchte poirot gerade mir zu signalisieren dass er mccrodden angeschwindelt hatte war emerald mason in wirklichkeit kerngesund mit zwei einwandfrei funktionierenden beinen die er auch niemand abzusägen beabsichtigte falls ja was in aller welt führte poirot um schilde ich fragte mich ob ich etwas sagen sollte aber was würde geschehen wenn ich stanley mccrodden erklärte poirot hat mir gerade zweimal zugeblinzelt ich glaube er nimmt sie nur auf den arm wäre es unter den gegebenen umständen nicht besser gliedmaßen überhaupt aus dem spiel zu lassen mon ami wäre es ihnen vielleicht lieber sich auf ihr zimmer zu begeben fragte poirot ihn katschpool und ich wir können die festung halten wenn sie sich nicht wohl genug fühlen um hier fortzufahren womit fortzufahren es tut mir leid ich diese grauenvolle nachricht hat mich völlig durcheinander gebracht das ist mir bewusst sagte poirot katschpool es tut mir leid sagte mccrodden fast unhörbar was fragte ich mein heutiges verhalten war indiskutabel sie haben mir gegenüber eine wahre engels geduld bewiesen ich habe sie schändlich behandelt und sie hatten es durch nichts verdient bitte akzeptieren sie meine aufrichtige entschuldigung natürlich sagte ich schwamm drüber meine herren wir haben viel zu besprechen sagte poirot monsieur mccrodden sie fragten mich doch diesem blatt papier sie können es sich jetzt ansehen wenn sie möchten oder auch sie katschpul wenn unser freund zu erschüttert dafür ist er sieht ohne frage erschüttert aus sagte ich pointiert finden sie nicht auch poirot lächelte in diesem moment wusste ich ohne jeden zweifel dass emerald masons beine nicht gefahr liefen abgesägt zu werden ich war sauer auf mich nichts hinderte mich daran mccrodden zu erklären dass man ihm einen bären aufgebunden hatte ich schwieg im vertrauen auf poirots unerforschlichen ratschluss als wäre er ein göttliches wesen ich ging hinüber zum schreibtisch hob das blatt auf und drehte es um darauf standen sieben worte getippt eine fee steht sehr selten im schnee was zum henker murmelte ich poirot fing an zu lachen sie haben mir die schreibmaschine geschickt rief ich und instruierte ihn was er sagen sollte er spielte seine rolle überaus zufriedenstellend er richtete mrs answorth die botschaft über die fee aus genug der mätzchen poirot warum haben sie mir nicht einfach gesagt dass sie die schreibmaschine gefunden haben ich bitte tausendmal um entschuldigung mon cher poirot er hat mitunter den schalk im genick wo haben sie sie gefunden wo ich die seltene schneefee gefunden habe hier in coming home all bitte kein sterbenswort davon gut spul niemand hier weiß dass eine schreibmaschine verschwunden ist dann dann wurden die vier mit ihrem namen unterzeichneten briefe von einem bewohner dieses hauses getippt die briefe wurden hier getippt ja von wem das ist tatsächlich die frage ich habe einen verdacht aber mehr als das ist es noch nicht und ich kann nicht beweisen dass ich recht habe die gewissheit er seufzte auch nach so viel getaner harter arbeit will sie sich nicht einstellen haben sie nicht versprochen morgen nachmittag um zwei alles zu enthüllen erinnerte ich ihn doch allmählich wird die zeit knapp für puerot er lächelte als ob der gedanke ihn erfreute wird er sich zum gespött der leute machen nein das darf er nicht er muss an seinen ruf denken er muss seinen guten namen retten den ausgezeichneten namen er kühl poerot hallor es gibt nur einen einzigen weg das rätsel muss vormorgen nachmittag um zwei gelöst werden ich bin sehr nah dran mesami sehr nah ich kann es hier spüren er zeigt auf seinen kopf die kleinen grauen zellen sie sind fleißig am werk das knapp werden der zeit es ist belebend katschpul es inspiriert mich seien sie unbesorgt alles wird gut werden ich bin unbesorgt sagte ich zu ihm ich habe niemandem irgendwelche antworten versprochen ich wollte sie nur daran erinnern dass sie sich so langsam sorgen machen sollten sehr amüsant katschpul was ist in der braunen tüte fragte ich ah ja die tüte sagte poirot wir werden sie jetzt öffnen zuerst aber muss ich ein geständnis ablegen monsieur macrodden ich sehe dass sie noch immer außerstande sind zu sprechen also hören sie bitte auf das was ich zu sagen habe die geschichte über miss mason die ich ihnen erzählt habe dass sie ihre beiden beine verlieren wird sie war nicht wahr macrodden fiel die kinnlade herunter nicht nicht wahr nicht im mindesten soweit ich unterrichtet bin hat besagte junge frau keinerlei bedauerlichen unfall erlitten und ihre beiden beine sind noch immer wie fabrik neu aber sie sie sagten doch warum nur poirot ich fand es bemerkenswert dass macrodden nicht wütend wurde er schien sich vielmehr in einer komischen atrance zu befinden seine augen hatten einen glasigen glanz das mon ami werde ich nebst vielem anderem auf unserer morgigen zusammenkunft erklären ich bedauere ihnen mit meiner kleinen geschichte kummer bereitet zu haben zu meiner verteidigung kann ich auf 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 wenn ich es nur nicht vergessen hätte ja er sagte um zwei ob ich jetzt die notiz holen und sie ihm bringen soll wenn ich sie wäre würde ich schnurstracks zum salon verfügen im fall timothy er wartet darauf dass wir endlich alle erscheinen außerdem seid ihr nicht gespannt was er zu sagen hat ich ja wir werden gleich erfahren wer grandy ermordet hat glaubst du denn er wurde wirklich ermordet fragte freddie mutter sagt er starb eines absolut unverfänglichen todes und da würde nur jemand versuchen unfrieden zu stiften tja dann wollen wir hoffen dass sie sich irrt naja wenn menschen schon sterben müssen und wie es aussieht kommen sie nicht drum rum dann ist es weit besser wenn sie ermordet werden es ist viel interessanter pfui master timothy padelte kingsbury so etwas sagt man nicht es ist böse ist es nicht sagte timothy ehrlich freddie jedes mal wenn ich etwas wahres sage mäkelt sofort jemand daran herum manchmal habe ich das Gefühl dass die ganze welt sich dazu verschworen hat mich zu einem lügner zu erziehen 32 kapitel wo ist kingsbury endlich waren alle stühle im salon von comingham hall mit ausnahme von zweien besetzt da die anzahl der aufgestellten stühle von mir zum nicht geringen leidwesen meines rückens aufgestellt exakte anzahl der personen entsprach die sich zu poirots versammlung hätten einfinden sollen bestand kein zweifel dass die unbesetztheit eines dieser zwei stühle ein problem darstellte der andere stuhl gehörte poirot denn aufgrund seiner wachsenden ungeduld außerstande sitzen zu bleiben marschierte er unentwegt auf und ab um alle paar sekunden einen blick zur tür zu werfen dann auf den leeren stuhl der dem sein gegenüber stand dann auf die großvater uhr neben dem fenster das warum haben die menschen in diesem haus nur keinen begriff von der wichtigkeit pünktlich zu sein ich musste den ganzen weg nach london und wieder zurückfahren und trotzdem war ich rechtzeitig da monsieur poirot wir brauchen nicht auf kingsbury zu warten sagte lenore levington es kann nicht davon die rede sein dass er weh noch immer ermordet oder diese üblen briefe verschickt haben sollte könnten wir nicht schon ohne ihn anfangen vielleicht möchten sie uns allen erläutern warum wir uns hier versammelt haben besagte versammelte waren abgesehen von poirot und mir stanley mccrodden john mccrodden sylvia reagan mildred reagan eustace campbell brown lenore levington ivy levington annabelle tradway hugo dockerill jane dockerill timothy levington und freddie reagan und hob scotch leistete uns ebenfalls gesellschaft er lag auf dem teppich und hatte sich über annabelles füße drapiert non sagte poirot im ton grimmiger entschlossenheit wir warten ich habe dieses treffen einberufen und es wird nicht eher beginnen als ich es sage es ist unerlässlich dass alle zugegen sind es tut mir sehr leid monsieur poirot sagte ivy levington es war schrecklich unhöflich von uns allen sie warten normalerweise bin ich nie unpünktlich ebenso wenig kingsbury das sieht ihm überhaupt nicht ähnlich sie mademoiselle waren die erste die sich eingefunden hat zwanzig minuten nach zwei dürfte ich fragen was sie aufgehalten hat ich ich habe nachgedacht sagte ivy ich muss mich mehr in meinen gedanken verloren haben als mir bewusst war ich verstehe und die anderen poirots Augen bewegten sich langsam von einer Person zur nächsten was veranlasste sie alle um zwei uhr woanders zu sein während sie hätten hier sein sollen timothy und ich haben verstecken gespielt wir wir die zeit ganz vergessen sagte freddie ich habe hugo geholfen ein paar schuhe zu suchen die er wie er sich schließlich erinnerte zu hause gelassen hatte sagte jane dockeryl ich hätte schwören können dass ich sie eingepackt hatte liebling ist mir ein rätsel wie ich ein solcher schussel sein konnte ich habe mich um mildred gekümmert sagte sylvia raggan sie hatte einen höchst seltsamen anfall sie konnte längere zeit nicht aufhören zu singen zu singen madame sagte poirot mutter bitte murmelte mildred ja zu singen sagte sylvia raggan als justus und ich sie endlich zum aufhören bewegen konnten war sie in einem äußerst anormalen zustand und musste sich hinlegen ich war bei mildred erklärte justus ich bin begierig zu hören was sie uns zu sagen haben monsieur poirot und ich wäre garantiert schlag zwei hier gewesen aber mildred schien eine zeitlang unfähig zu sprechen oder sich zu rühren und ich fürchte das war alles woran ich in dem augenblick denken konnte dadurch ist mir unser kleines treffen entfallen wenn timothy nicht vorbeigeflitzt wäre und mich daran erinnert hätte hätte ich es vielleicht sogar endgültig vergessen gut dass du dich daran erinnert hast timmy ivy lächelte ihrem bruder zu habe ich gar nicht sagte er ich machte jagd auf freddy ich dachte ich versuche es mit dem salon obwohl ich da schon mal nachgesehen hatte freddy habe ich da zwar nicht gefunden aber er hat mich gefunden sagte poirot es war nach zwei und niemand war hier nur gut spuhl und ich also habe ich timothy auf die jagd nicht nur nach freddy sondern nach ihnen allen geschickt ich war auf der suche nach john sagte stanley mccrodden tatsächlich verließ ich mein schlafzimmer in der absicht mich geradewegs hierher zu begeben aber wie ich dann den oberen korridor entlang ging kam mir der gedanke dass ich gern zuerst meinen sohn unter vier augen gesprochen hätte bevor wir uns der größeren augen nieder wolltest du mir etwas bestimmtes sagen nein du musst doch einen grund gehabt haben beharrte john hickten sie möglicherweise die hoffnung sie und monsieur john könnten zusammen zur versammlung kommen monsieur mccrodden fragte poirot ja so ist es warum fragte john noch einmal weil du mein sohn bist brüllte stanley mccrodden sobald sich die schockwirkung seines ausbruchs gelegt hatte sagte john zu poirot falls sie jetzt nach dem grund meiner verspätung fragen möchten ich beschloss im letzten moment dass ich ihnen den gefallen vielleicht doch nicht tun würde vielleicht würde ich einfach nach hause zurückkehren ohne mir ihre ausführungen anzuhören sie kommen den ganzen weiten weg von london hierher nur um gleich wieder um zu kehren monsieur poirot hob eine augenbraue wie sie sehen können bin ich nicht umgekehrt ich spielte mit dem gedanken und dann habe ich mich dagegen entschieden was ist mit ihnen mademoiselle tradway und ihnen madame lavington warum haben sie sich verspätet ich war mit hoppy draußen sagte annabelle tradway wir haben mit seinem ball gespielt er hatte so viel spaß dabei dass ich ihn nicht enttäuschen wollte indem ich wieder ins haus ging ich naja als sie zwei uhr sagten habe ich wohl angenommen sie meinten oder so ungefähr ich habe mich doch nur ein ganz kleines bisschen verspätet oder nicht um fünfundzwanzig minuten mademoiselle ich war draußen auf der suche nach annabelle sagte lenore levington wie ich wusste bestand die gefahr dass sie die zeit völlig vergessen würde sie ist hopscotch gegenüber viel zu nachgiebig und ich wusste er würde stundenlang ball spielen wollen das ist immer so um zu verhindern dass ihre schwester sich verspätete haben sie sich also selbst verspätet tatsächlich habe ich als ich die kirchenuhr die stunde schlagen hörte einen blick durch das fenster da drüben geworfen lenore streckte den finger aus und all die leeren stühle gesehen und ansonsten nur sie und inspektor catchpool und da habe ich bei mir gedacht nun ja offensichtlich fängt die versammlung nicht pünktlich an was sie ja auch nicht getan hat ich habe also nichts verpasst so und könnten wir jetzt bitte hören was sie uns zu sagen haben monsieur poirot kingsbury liegt wahrscheinlich in seinem bett und schläft tief und fest er macht oft ein nickerchen um diese Zeit er er ist nicht in seinem cottage und schläft auch nicht sagte timothy freddy und ich haben gerade oben mit ihm gesprochen nicht war freddy ich habe ihm gesagt dass poirot nach ihm suchte und er sagte er hätte diese versammlung ganz vergessen aber als ich ihn daran erinnerte machte er sich sofort auf den weg hierher zum salon das stimmt bestätigte freddy dass er es vergessen hatte auf dem weg hierher war er sagte außerdem stopp freddy sei still sagte timothy unvermittelt er stand auf monsieur poirot dürfte ich sie kurz unter vier augen sprechen oui bien sûr sagte poirot sie verließen zusammen den salon und schlossen die tür hinter sich sobald poirot verschwunden war blickten alle auf mich als ob sie erwarteten dass ich die leitung übernahm ich hatte nicht die leiseste ahnung was ich sagen sollte also machte ich eine launige bemerkung über das kaminfeuer und dessen notwendigkeit an einem so kalten tag wie diesem ich hoffe es gibt genügend brennholz in comingham hall um es in gang zu halten schloss ich keiner reagierte zu meiner erleichterung kam poirot und timothy levington schon wenige augenblicke später wieder herein poirot hatte einen harten blick katschpul sagte er sie müssen jetzt bitte so schnell sie nur können jedes zimmer im haus überprüfen wir übrigen werden hier warten wonach suche ich fragte ich schon auf dem sprung in meinem schlafzimmer wissen sie wo es ist ich nickte in meinem schlafzimmer werden sie nach einer mitteilung suchen die kingsbury dort für mich hinterlassen hat da hörte ich einen laut ein abruptes verblüfftes atemholen es klang so als käme es von einer frau ja dachte ich eindeutig von einer frau aber es war unmöglich zu sagen von welcher vielleicht wenn ich mich in dem moment gerade im salon umgesehen hätte aber meine aufmerksamkeit hatte ausschließlich poirot gegolten außerdem dem dann dann wir uns alle auf die suche nach ihm machen sagte annabelle nein poirot stampfte mit dem fuß auf das verbiete ich nur gut pool sonst darf niemand diesen raum verlassen ich weiß nicht wie viele schlafzimmer es in comingham hall gibt und auf meine erinnerung an jene hektische haussuchung ist wahrscheinlich nur bedingt verlass aber ich wäre gar nicht überrascht wenn mir jemand sagte dass es dreißig oder sogar vierzig davon gibt ich hetzte von zimmer zu zimmer geschoss zu geschoss und hatte dabei das Gefühl als irrte ich durch eine unheimliche verlassene Stadt aus unbenutzten und fast verwahrlost wirkenden schlafzimmern bestand die teils nur nackte matratzen teils bettgestelle ohne matratzen enthielten ich erkannte schon bald dass ich offenbar doch nicht wusste wo poirot schlafzimmer lag es kam mir wie stunden vor bevor ich es erreichte aber dass es seines war wusste ich dann gleich in dem moment als ich eintrat und geometrisch exakt neben einem buch und einem zigaretten etui positioniert die bartbinde sah die mein belgischer freund zum schutz seines schnauzers beim schlafen trägt auf dem fußboden zwischen der tür und dem bett lag ein kuvert es war zugeklebt jemand vermutlich kingsbury hatte mit krakeliger handschrift darauf mr erkel porot vermerkt ich steckte es in meine hosentasche und setzte meine suche fort kingsbury schrie ich während ich korridor um korridor ablief und dabei nicht enden wollende reihen von türen aufstieß sind sie hier drin kingsbury ich erhielt keine antwort alles was ich hörte waren meine eigenen worte die zu mir zurück halten schließlich nach stunden wie es mir vorkam stieß ich eine tür auf und stellte fest dass ich das zimmer schon kannte es war das bad zu zeigen zu meiner erleichterung sah ich sofort dass die wanne leer war kein wasser und keine leiche ich hielt mir gerade vor wie absurd es war anzunehmen ich könnte kingsbury in derselben badewanne ertrunken vorfinden in der pandy gestorben war als ich etwas auf dem fußboden bemerkte es lag keinen schritt von mir entfernt in der nähe der tür es war ein handtuch weiß mit roten schlieren und flecken ich sah direkt dass es blut war als ich mich bückte um meinen fund gründlicher in augenschein zu nehmen sah ich zwischen den beinen der badewanne hindurch hinter derselben eine dunkle gestalt liegen die wanne hatte mir zunächst den blick darauf versperrt ich wusste sofort was es sein musste betete aber während ich um die wanne herum ging um mich zu vergewissern bis zum letzten moment darum ich möchte mich getäuscht haben es war kingsbury er lag zusammengerollt auf der seite seine augen waren offen sein kopf lag inmitten einer roten pfütze die fast vollkommen kreisförmig war sie ähnelte zumindest in dem moment und in meinen augen einem heiligen schein oder einer krone wovon keines dem armen kingsbury so recht gestanden hätte ein blick auf sein gesicht genügte um es mir zu verraten er war tot 33 kapitel die spuren am handtuch am folgenden tag wurde unsere versammlung im salon von coming hall wieder einberufen auch diesmal war zwei uhr die vereinbarte zeit aber anders als am vortag waren alle prompt zur stelle poirot vertraute mir später an ihre pünktlichkeit als affront empfunden zu haben in seinen augen war sie der schlagende beweis dafür dass sie alle absolut im stande waren zum richtigen zeitpunkt zu erscheinen wenn ihnen etwas daran lag dieses treffen war nicht nur von poirot sondern auch von einem vertreter der örtlichen polizei einem inspektor hubert thrubwell anberaumt worden wir behandeln den tod mr kingsbury aus einem sehr einfachen grunde als mord erklärte er uns allen auf dem fußboden des badezimmers in dem er tot aufgefunden wurde lag ein handtuch als inspector catchpool besagtes handtuch fand lag es weit ab von mr kingsbury's leichnam trifft trifft es nicht zu inspektor catchpool durchaus sagte ich das handtuch lag gleich hinter der schwelle am entgegengesetzten ende des zimmers ich wäre beim hineingehen fast drauf getreten thrubwell dankte mir und fuhr fort als das handtuch von unserem polizeiarzt untersucht wurde konnten zwei deutlich verschiedene blutsorten festgestellt werden blutsorten gibt es nicht mon ami sagte poirot nur blutgruppen aber wenn es sich um kingsbury's blut handelte muss es durchweg derselben blutgruppe angehört haben sie reden in wirklichkeit von den unterschiedlichen spuren die das blut auf dem handtuch hinterlassen hat nespa ja so ist es genau so ist es er schien erfreut korrigiert worden zu sein der polizeiarzt stellte fest dass mr kingsbury's tot die folge einer schweren kopfverletzung war er war entweder gestoßen worden oder von sich aus nach hinten gefallen und stieß mit dem kopf heftig gegen die ecke des einzigen im raum befindlichen schranks oh ohne das beweiskräftige handtuch das inspektor catchpool auffand wäre es unmöglich gewesen festzustellen ob mr kingsbury gestoßen wurde oder selbst stürzte dank dem handtuch können wir aber glaube ich sagen dass er mit hoher wahrscheinlichkeit gestoßen wurde und selbst er nicht so wurde er doch mit sicherheit von jemandem der ihn aus dem weg räumen wollte durch unterlassene Hilfeleistung zum Tod durch verbluten verurteilt und das ist meiner meinung nach nichts anderes als mord thrubwell sah poirot an der seinerseits beifällig nickte das verstehe ich nicht sagte leonor levington wie kann ein handtuch irgendetwas beweisen wegen der zwei unterschiedlichen arten von spuren die mr kingsbury blut darauf hinterließ sagte thrubwell auf der einen seite war ein ausgedehnter dicker dunkler fleck von blut diese stelle muss mr kingsbury demnach gegen seine kopfwunde gepresst haben um die blutung zu stillen und damit nach möglichkeit sein leben zu retten wenn er das also tat wie konnte das handtuch dann aber am anderen ende des zimmers jenseits der badewanne landen ich wüsste nicht wie mr kingsbury es geschafft haben sollte es so weit zu werfen das badezimmer ist groß er selbst befand sich in einem erheblich geschwächten zustand und selbst bevor er die kopfverletzung davontrug war er nicht gerade ein herkules gewesen und damit kommen wir zu den anderen blutspuren zusätzlich zu dem einen dicken dunklen blutfleck fanden sich auch an einer ganz anderen stelle des handtuchs fünf schmierspuren sie waren farblich heller als der größere fleck und eine von ihnen war kürzer als die anderen vier schmierspuren wiederholte ivy levington sie sah blass und ernst aus annabelle treadway die im sessel neben ihr saß weinte die ganze zeit lautlos vor sich hin hopscotch stand vor ihr eine pfote auf ihrem schoß und leckte ihr in abständen winselnd die wange den meisten der anderen anwesenden schien es die sprache verschlagen zu haben ja schmier oder streif spuren sagte inspector thrubwell mr poirot brauchte nicht lange um zu der erkenntnis zu gelangen dass es sich dabei um die spuren von fingern handelte die kürzere unterste wurde vom daumen verursacht vom daumen der person die mr kingsbury dem tod durch verbluten überließ fragte jane dockeryl nein ma'am sagte thrubwell diese person dürfte sich gehütet haben mit dem blut in berührung zu kommen die blutigen fingerspuren wurden vom mordopfer hinterlassen von mr kingsbury selbst folgendes muss ich nach unserer überzeugung zugetragen haben sagte er kürt poirot entweder versetzte der mörder kingsbury einen stoß sodass dieser stürzte und sich den kopf einschlug oder aber der sturz war ein unfall entscheiden wir in diesem einen zweifelsfalle zugunsten des angeklagten und sagen wir es war ein unfall unmittelbar nach seinem sturz erkennt kingsbury so stark blutet er ist außerdem alt und schwach und hat vor nicht allzu langer zeit den tragischen verlust seines lieben freundes monsieur pendy erlitten der mörder sieht dass kingsbury zu schwach ist um hilfe herbeirufen zu können und sofern nicht zu seiner rettung unternommen wird sein tod so gut wie gewiss ist das aber ist genau was der mörder will es gibt nur ein Problem im Fallen griff kingsbury instinktiv nach einem handtuch das über dem rand der badewanne gehangen haben muss einem handtuch das er jetzt in der hand hält und auf seine wunde presst dies überlegt sich der mörder könnte die blutung stillen und dem alten man das leben retten es erweist sich somit als notwendig kingsbury das handtuch zu entreißen als der verletzte merkt dass seine mit der bloßen hand zu stoppen jetzt hat er blut an den fingern der mörder sieht auf den liegenden hinab lässt ihn vielleicht zum hohen das handtuch über dem gesicht baumeln und kingsbury streckt die hand nach oben aus und versucht es wieder zu erhaschen es besteht für ihn keine Hoffnung es den klauen seines kräftigen und gesunden peinigers zu entreißen aber dieser gestattet ihm immerhin das handtuch kurz zu berühren bevor er es ihm wieder jetzt endgültig entreißt und beim verlassen des badezimmers in der nähe der tür fallen lässt wodurch er den hilflosen kingsbury zum verbluten verurteilt sie setzen ja ziemlich viel als erwiesen voraus sagte john mccrodden was wenn kingsbury schon bevor er nach dem handtuch griff blut an seine finger bekommen hätte was wenn er doch irgendwie geschafft hätte das handtuch ans andere ende des zimmers zu schleudern das nahen des todes kann einem menschen außergewöhnliche kraft verleihen er könnte nicht das handtuch so geworfen haben dass es dort landete wo inspektor catchpool es vorfand entgegnete inspektor thrubwell selbst für einen kräftigen mann ohne eine kopfverletzung wäre es nahezu unmöglich gewesen vielleicht wäre es das gewesen vielleicht auch nicht sagte poirot ich gebe zu dass es ohne alle sonstigen indizien schwierig sein könnte diese streitfrage mit gewissheit zu entscheiden sie dürfen aber eines nicht vergessen monsieur mccrodden ich weiß dass heute ein mörder unter uns ist ich habe beweise dafür beweise die kingsbury selbst mir hat zukommen lassen herrje sagte hugo dockerill ich weiß wer der mörder ist und ich weiß warum diese person kingsbury tot wollte fuhr poirot fort deswegen bin ich auch in der lage dem hier anwesenden inspektor thrubwell zu sagen dass ich ihm einige arbeit erspart habe ich hatte den mord an kingsbury bereits aufgeklärt bevor er in coming hall eintraf wofür ich ihnen auch sehr dankbar bin sir sagte inspector thrubwell was für beweise ließ kingsbury ihnen denn zukommen fragte stanley mccrodden wie kann er ihnen beweise in sachen seiner eigenen ermordung geliefert haben während er noch an leben war oder sprechen sie vom mord an barnabas pandy das ist eine gute frage sagte poirot wie sie wissen war kingsbury kurz bevor er starb auf der suche nach mir er wünschte mir etwas wichtiges mitzuteilen außer stande mich zu finden hinter ließ er in meinem schlafzimmer einen kurzen brief als ich ihn las brachte mir der brief gewisse fakten in erinnerung die mir bereits bekannt waren dies hatte zur folge dass ich als ich von kingsbury tot in kenntnis gesetzt wurde und ich von dem handtuch erfuhr und ich alle lassen ich wusste es ich weiß es ohne den schatten eines zweifels diese person ist ein eingefleischter kaltblütiger mörder ob er oder sie kingsbury nun aktiv stieß oder auch nicht denn als was sollte man jemanden sonst bezeichnen der einen menschen sterben lässt den er hätte retten können man darf vermuten dass dieselbe person noch Barnabas Pandy ermordete sagte Jane Dockerrill sie werden mir ja doch wohl hoffentlich nicht erzählen dass ich mit zwei mördern im selben raum sitze monsieur poirot das zu glauben dürfte mir schwer fallen nein madame es gibt nur einen mörder poirot holte ein blatt papier aus seiner tasche dies ist nicht die mitteilung die ich von kingsbury erhielt wohl aber eine exakte kopie davon obwohl sein gebrauch der verständlich zu machen in einer minute dürfen sie alle die kopie seines briefes in augenschein nehmen sie werden feststellen dass kingsbury mir berichtet er habe gerade ein gespräch zwischen ivy lovington und einer zweiten person mit angehört deren identität ihm nicht bekannt ist kingsbury hörte diese person weinen aber nicht sprechen er glaubte es könnte ebenso wohl ein Mann wie eine Frau gewesen sein wegen der verzweifeltheit und der unbeherrschtheit des weinens war es schwer zu erkennen das zwiegespräch wie ich es trotz seiner einseitigkeit nennen möchte das kingsbury mit anhörte fand in mademoiselle ivys schlafzimmer statt dessen tür zwar angelehnt aber nicht geschlossen war er hörte mademoiselle ivy sagen poirot unterbrach sich erreichte mir das blatt papier katschpul würden sie bitte die passage vorlesen die ich markiert habe mir fällt es zu schwer nicht die nötigen korrekturen vorzunehmen ich bin zu sehr perfektioniste ich nahm die kopie des briefes an mich und begann den bezeichneten abschnitt vorzulesen sie sagte dem sinn nach von wegen das so tun wie wenn man die gesetze nicht kennt wäre keine entschuldigung es gibt was man tun darf und es gibt die Dinge die wo es nicht erlaubt ist sie zu tun und so zu tun wie wenn man das eine von dem anderen nicht unterscheiden könnte das nimmt einem keiner ab keiner wird dir glauben und weil kein einzigster von uns allen außer dir diesen John Modden kennt ich hielt an dieser Stelle inne und fragte Poirot ob Kingsbury John McCrodden gemeint hatte Oui bien sûr sehen sie sich um Katschpool sehen sie hier etwa irgendwo einen John Modden und weil kein einzigster von uns allen außer dir diesen John Modden kennt solltest du Mr. Porrot die Wahrheit sagen die ganze Wahrheit so wie du sie mir gesagt hast er wird es verstehen und schließlich ist ja nichts passiert wenn du jetzt die Wahrheit sagst und wenn nicht dann tut er es Danke Katschpool Mesdames Messieurs Sie werden verstanden haben wie ich hoffe dass der größte Teil des soeben verlesenen Kingsburys Paraphrase dessen war was er Ivy Lovington sagen hörte er war nicht der sorgfältigste protokollant nein er achtete nicht auf die feineren details aber im wesentlichen hinsichtlich des zentralen kerns dessen was er mithörte ist er verlässlich wir erfahren also dass Kingsbury Ivy Lovington zu jemandem wem wissen wir nicht sprechen und ihn oder sie warnen hörte dem Sinn nach sagen hörte dass Unkenntnis des Gesetzes nicht vor Strafe schützt und dass niemand an diese Unkenntnis des Gesetzes glauben würde weil die Person zu der Ivy Lovington sprach als einzige mit John McRodden bekannt ist und wenn diese Person mir nicht die volle Wahrheit sagte dann warnte Mademoiselle Ivy würde John McRodden das möglicherweise tun das alles scheint darauf hinzudeuten dass Ivy Lovington zu Barnabas Pondys Mörder sprach nicht wahr oder zumindest zu dem Verfasser der vier mit meinem Namen unterzeichneten Briefe mir scheint es ganz einfach darauf hinzudeuten dass Ivy zu Stanley McCrodden gesprochen haben muss sagte Jane Dockerill wenn tatsächlich nur eine der hier anwesenden personen personen seinen sohn kennt dann kann es ja nur er sein ja das ist eine logische schlussfolgerung sagte Eustace Campbell Brown sie stimmt aber nicht meldete sich Ivy Levington zu Wort ich werde ihnen zwar nicht sagen zu wem ich da sprach aber ich kann ihnen schwören dass es nicht Stanley McCrodden war den ich im übrigen nie duzen würde selbstverständlich kennt er seinen Sohn ich meinte dass die von mir angesprochene Person die einzige von uns ist die John McCrodden angeblich nicht tatsächlich aber doch kennt ich konnte nicht ahnen dass Kingsbury an der Tür lauschte also habe ich mich nicht um besondere unmissverständlichkeit bemüht beiläufig gesagt ist Kingsburys Bericht nicht korrekt vieles hat er falsch verstanden was er schrieb das waren nicht meine Worte das war nicht das was ich sagte Poirot strahlte sie an eh bien mademoiselle ich bin entzückt sie das sagen zu hören ja Kingsbury verstand einige Worte falsch nichts desto weniger ermöglichte er es Hercule Poirot alles richtig zu verstehen in seinem Brief an mich schrieb Kingsbury außerdem während er vor mademoiselle la victons Tür lauschte habe eine Diele laut geknarrt Ursache war eine Bewegung die er machte er entfernte sich eilens und hörte dabei wie hinter ihm eine aufgestoßene Tür gegen die Wand knallte zumindest deutete Kingsbury so das Geräusch er befürchtete gesehen worden zu sein ich glaube so war es tatsächlich getötet oder seinem Schicksal überlassen wenn es ihnen lieber ist wurde Kingsbury wegen dem was er mitgehört hatte nicht lange nachdem er mit Timothy Lavington und Freddy Regan gesprochen hatte zwang ihn entweder oder folgte ihm jemand in das Badezimmer in dem er seinen Tod finden sollte natürlich wusste sein Mörder beziehungsweise seine Mörderin nicht dass Kingsbury kurz zuvor noch diese wertvolle Mitteilung an Poirot geschrieben hatte meine Damen und Herren hiermit kann ich enthüllen dass Kingsburys Mörder diejenige Person ist mit der Mademoiselle Ivy dieses heimliche Gespräch führte und und war das fragte John McCrodden schroff Ivy was meint er damit fragte Timothy Levington seine Schwester er scheint anzudeuten dass du in eine Verschwörung zur Ermordung Grandys verwickelt warst und dass dein Mitverschwörer dann auch noch Kingsbury tötete pas du tu widersprach Poirot dem Jungen du wirst bald begreifen inwiefern das nicht wahr ist Mademoiselle Ivy verraten sie bitte uns allen mit wem unterhielten sie sich gestern Nachmittag kurz vor zwei Uhr in ihrem Schlafzimmer das werde ich ihnen nicht verraten und es ist mir egal ob ich dafür bestraft werde sagte Ivy Levington Monsieur Poirot wenn sie wissen wer Kingsbury tötete oder ihn dem sicheren Tod überließ dann wissen sie auch dass ich es nicht war und wenn sie schon alles unter Tränen das war ich ich war als die Grandy tötete das habe ich Inspektor Catchpool bereits gesagt warum will mir bloß keiner glauben weil es nicht stimmt sagte ich Poirot fuhr fort 40 Minuten nach zwei waren wir vollzählig hier in diesem Zimmer alle mit Ausnahme von Kingsbury Catchpool und ich waren um zwei hier aber sonst niemand nachdem ich timothy lovington losgeschickt hatte damit er die übrigen aufstöberte und hierher führte was rund fünf Minuten nach zwei geschah ergab sich diese Reihenfolge der Eingänge als erste kam um 20 nach zwei Ivy Lovington Jane und Hugo Doqueril folgten ihr auf dem Fuße als nächste um 25 Minuten nach zwei kamen Annabelle Treadway Freddy Regan und Timothy Lovington dann John McCrodden und dann dessen Vater Stanley McCrodden als letzte trafen Mildred Regan Eustace Campbell Brown Sylvia Regan und Lenore Levington ein Ich muss leider sagen dass jede der von mir gerade genannten Personen diejenige gewesen sein könnte die Kingsbury das Handtuch entriss und ihn seinem Schicksal überließ Aus dem Kreis der Verdächtigen können wir lediglich vier der hier Anwesenden ausschließen Inspektor Thrabwell Katschpool mich selbst und der vierte im Bunde ist natürlich John McCrodden Ich wüsste nicht warum wir Mr. McCrodden ausnehmen sollten sagte Sylvia Reagan Für mich klingt es so als hätte er reichlich Zeit gehabt Kingsbury zu verletzen und ihn sterbend im Badezimmer zurückzulassen bevor er in den Salon kam Aber bedenken Sie Madame sagte Poirot wenn Kingsbury's Mörder mit der Person identisch ist zu der Ivy Lovington sagte sie sei als einzige mit John McCrodden bekannt Ach so ich verstehe sagte Jane Dockerill Ja sie haben recht die so angesprochene Person kann somit nicht Mr. McCrodden gewesen sein Wie ermutigend sagte John McCrodden Ich stehe nicht mehr unter Mordverdacht Stehst du doch sagte sein Vater Du wirst nicht verdächtigt Kingsbury ermordet zu haben aber der Fall Barnabas Pandy ist damit noch nicht aus der Welt Tatsächlich Mon Amie ist er es doch sagte Poirot Alle starrten ihn verblüfft an Barnabas Pandy kam durch einen Unfall zu Tode sagte er Mord Mord als den ersten da dieser Versuch bereits lange vor Kingsburys Tod begann Ein versuchter Mord sagte Lenor Levington An wem An ihrer Schwester antwortete ihr Poirot Sehen Sie Madame der Verfasser oder die Verfasserin der vierfälschlich mit meinem Namen unterschriebenen vier Briefe tat alles in seiner oder ihrer Macht stehende um zu erreichen dass obgleich wie ich bereits ausführte gar kein Mord vorlag Annabelle Shredway wegen des Mordes an Barnabas Pandy an den Galgen kommen würde 34. Kapitel Rebecca Grace Dürfte ich Ihnen eine Frage stellen Monsieur Poirot fragte Annabelle Shredway Oui Mademoiselle was möchten Sie wissen Der Mörder Kingsbury's der Verfasser der vier Briefe und derjenige der mich wegen des Mordes an Grandy an den Galgen bringen wollte handelt es sich dabei um drei verschiedene Personen Nein verantwortlich ist eine einzige Person Dann habe ich dieser Person unwissentlich geholfen sagte Annabelle sie hatte aufgehört zu weinen Ich habe mich am versuchten Justizmord an mir selbst mitschuldig gemacht indem ich zu Scotland Yard gegangen bin und gestanden habe Grandy in der Badeweine ertränkt zu haben Dann will jetzt ich Ihnen eine Frage stellen Haben Sie Ihren Großvater Barnabas Pondy ermordet? Nein 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 habe ich nicht Bien Jetzt sagen Sie die Wahrheit Exzellent Es ist höchste Zeit dass die Wahrheit gesagt wird Mademoiselle Ivy Sie glauben sehr fest an die Macht der Wahrheit Ist es nicht so? Ja sagte Ivy Hast du wirklich einen Mord gestanden den du nicht begangen hattest Tante Annabelle Einen Mord der nicht einmal ein Mord war Das war dumm von dir Poirot sagte zu Ivy Kingsbury's Mörder oder Mörderin sagte ihnen gestern die Wahrheit bezüglich seines oder ihres Versuchs Annabelle Shredway ihrer Tante den Mord an ihrem Urgroßvater in die Schuhe zu schieben Sie weigern sich den Namen dieser Person zu verraten Sie schützen eine reulose Kreatur Warum Ist es wegen der Macht der Wahrheit die diese Person ihnen geoffenbart hat Warum unterstellen sie dass die fragliche Person keine Reue empfindet fragte Ivy Ein wahrhaft reuiger Mensch würde hier und jetzt gestehen sagte Poirot indem er sich im Zimmer umsah Niemand meldete sich zu Wort bis Eustace Campbell Brown sagte Ist es nicht merkwürdig dass man in solchen Situationen versucht ist ein Geständnis abzulegen Ich bin unschuldig aber ich ertrage das Schweigen nicht Ich verspüre den Drang lautstark zu erklären dass ich es war der Kingsbury getötet hat Ich war es natürlich nicht Dann schweigen Sie bitte Er suchte ihn Poirot Was wenn die fragliche Person gar nicht treulos wäre sondern ganz einfach Angst hätte Eine Angst wie sie sie noch nie verspürt hat fragte Ivy Levington Poirot Ich finde es erfreulich Mademoiselle dass sie versuchen Kingsburys Mörder zu verteidigen Es bestätigt mir dass ich in jeglicher Hinsicht recht habe Die Wahrheit die diese Person ihnen anvertraute während Kingsbury vor der Tür lauschte sie rührte an ihr Herz Nespa Obwohl sie wissen welch unverzeihliche Taten diese Person verübt hat bringen sie es nicht über sich ihr Herz gegen sie zu verhärten Ivy Levington wandte den Blick ab Wie ich schon sagte Sie wissen alles Monsieur Poirot Es ist nicht erforderlich dass ich das was sie wissen bestätige Poirot richtete den Blick auf Sylvia Reagan Madame ist Ihnen abgesehen von Ihrem Sohn ihrer Tochter und ihrem zukünftigen Schwiegersohn eine der anwesenden Personen je zuvor begegnet Natürlich schnaubte sie Sie sind mir schon begegnet Monsieur Poirot Dann hätte ich hinzufügen sollen und abgesehen von Hercule Poirot gibt es sonst noch jemanden in diesem Raum den Sie wieder erkennen Sylvia Reagan senkte den Blick auf ihre Hände die in ihrem Schoß gefaltet lagen Nach einigen Sekunden sagte sie Ja Mrs. Levington ist mir schon früher begegnet Lenore Levington wenngleich ich zum damaligen Zeitpunkt ihren wirklichen Namen nicht kannte Das war vor 13 Jahren Sie sagte mir damals ihr Name sei Rebecca Sohnso Rebecca Gray oder nein Grace Rebecca Grace Was glauben Sie warum Madame Lovington es für nötig erachtete einen falschen Namen anzugeben Versuchen Sie bitte nicht die Wahrheit zu verbergen Poirot er weiß alles Mrs. Levington war in anderen Umständen und wollte es nicht sein sagte Sylvia Reagan In jüngeren Jahren da da half ich Frauen die sich in einer solchen Situation befanden Ich machte meine Sache gut Ich bot einen Dienst an der zugleich risikolos und diskret war Die sondern falsche Namen Madame Poirot wandte sich an Lenore Levington Es ist wahr sagte sie Cecil und ich waren unglücklich miteinander und ich dachte wenn ich ein weiteres Kind bekäme würde es die Sache nur noch verschlimmern Am Ende brachte ich es dann aber nicht über mich den Eingriff auch wirklich durchführen zu lassen Bei unserer ersten und einzigen Begegnung verriet mir Aber sie sagte sie könne sich sehr gut vorstellen welch eine Belastung es sei ein ungewolltes Kind austragen zu müssen Als ich diese Worte hörte ein ungewolltes Kind entschuldigte ich mich und ging Ich kehrte nie wieder zurück Mein Kind wurde mir bewusst war wohl doch nicht ungewollt Mit Sicherheit brachte ich es nicht über mich es weg machen zu lassen Lenore Levington warf einen versuchte Mrs. Reagan mich mit allen Mitteln umzustimmen nur um ja keine Kundin zu verlieren Timothy Levington stand mit unsicheren Bewegungen auf er hatte Tränen in den Augen Das Kind das du nicht wolltest war ich nicht Mutter sagte er sie hat es ja dann doch nicht gemacht Timmy sagte Ivy Ich wusste dass ich dich lieben und wollen würde sobald ich dich sehe Timmy sagte Lenore und so war es dann auch so war es wirklich Hast du Vater gesagt dass du dich mit dem Gedanken trugst dich meiner auf so barbarische Weise zu entledigen fragte Timothy mit vor Verachtung bebender Stimme Nein ich sagte es niemandem In der Tat warf Poirot ein Sie sagten es niemandem Das ist ein sehr wichtiger Punkt Er gab mir ein Zeichen Das war mein Auftritt Ich ging hinaus und kehrte wenige Augenblicke später mit einem kleinen Tisch zurück den ich mitten im Zimmer abstellte so dass jeder ihn sehen konnte Das Tischchen war mit einem weißen Tuch verhüllt Poirot hatte es abgelehnt mir zu verraten was sich darunter verbarg aber ich war mir ziemlich sicher zu wissen was mein Freund im Schilde führte Das Gleiche galt nach seiner Miene zu urteilen für Stanley McCrodden und tatsächlich als Poirot das Tuch lüftete erschienen ein kleiner Porzellanteller mit einem weiteren Stück Kirchenfenster Kuchen darauf und daneben ein Messer Wie viele Stücke von dem verflixten Kuchen fragte ich mich hatte er denn noch nach Comingham Hall mitgenommen Fee Spring musste hoch erfreut gewesen sein so viel davon an den Mann gebracht zu haben Haben sie sich eine Kleinigkeit zu essen mitgebracht Poirot sagte Hugo Dockerill oder wollten sie uns damit sagen dass die Lösung des Rätsels für sie eine Kleinigkeit gewesen ist der war gut wie er lachte wie seine Frau empfahl ihm zu schweigen und er verstummte mit angemessen betretener Miene und nun meine Damen und Herren werde ich Ihnen vorführen dass wir mit der Auflösung des Rätsels der Dreiviertel auf dem besten Weg sind den ganzen Fall zu lösen was ist das Rätsel der Dreiviertel Mr. Poirot fragte Inspektor Thrabwell ich werde es Ihnen erklären Inspektor wie Sie und wie wir alle sehen besteht dieses Stück Kuchen aus vier Vierteln in der oberen Reihe wenn wir sie so nennen dürfen haben wir das kleine gelbe Quadrat und dann das rosafarbene und in der unteren Reihe und dann das gelbe gleichzeitig haben wir aber auch da wir das Messer noch nicht eingesetzt haben das ganze ungeteilte Stück mit theatralischer Geste schnitt Poirot jetzt das Stück in zwei Hälften die er dann an die entgegengesetzten Ränder des Kuchentellers schob zu Beginn dachte ich die vier Personen die von jemandem der sich für mich ausgab Briefe erhalten hatte die sie des Mordes an Barnabas Pondy beschuldigten bildeten zwei Paare einmal Annabelle Shredway und Hugo Doqueril bei denen eine Verbindung zu Monsieur Pondy vorlag und dann Sylvia Regan und John McRodden bei denen dies zunächst nicht der Fall zu sein schien beide gaben mir gegenüber an von Barnabas Pondy noch nie etwas gehört zu haben dann erfuhr ich derselben Internatsschule die Timothy Lovington besucht so damit scheint sich die Sache für Poirot folgendermaßen zu verhalten er nahm das Messer und schnitt die eine Kuchenstück Hälfte abermals in zwei jetzt ordnete er die gelben und rosafarbenen Quadrate auf dem Teller neu an drei von ihnen dicht beieinander und eines allein für sich das ist Mesami was ich als das Rätsel der Dreiviertel bezeichnet habe warum stellt Monsieur Mecrodden die Ausnahme dar warum wurde er ein Mann der Barnabas Pondy nicht einmal dem Namen nachkennt und in keiner offensichtlichen Beziehung zu ihm steht warum wurde er ausgewählt wo die drei anderen Adressaten doch Menschen mit eindeutigen Verbindungen zu Monsieur Pondy oder dessen Familie waren warum sollte unser Verfasser hochstablerischer Briefe einerseits diese drei und andererseits diesen einen auswählen ich fragte mich ob der Briefschreiber vielleicht gewollt hatte dass ich auf Jean Mecrodden im Speziellen aufmerksam wurde dann ereignete sich etwas was mich verblüffte ich war zufällig anwesend als Mademoiselle Ivy ihrer Mutter gegenüber den Namen Fredi Regons erwähnte ich bemerkte dass Lenore Lavington entgeistert aussah bestürzt fast schreckensstarr warum fragte ich mich mag sie so heftig auf den Namen eines Mitschülers ihres Sohnes reagieren Poirot hatte wahrscheinlich die Frage selbst beantworten wollen aber ich konnte dem Impuls nicht widerstehen die Idee die mir da plötzlich kam laut auszusprechen weil sie bevor Miss Ivy diese Tatsache erwähnte nicht gewusst hatte dass Freddy Regan auf dem Turville College war sie hatte keine Ahnung gehabt dass Sylvia Regans Sohn dieselbe Schule besuchte wie ihr eigener Sohn sie wusste von einem Jungen den sie als den seltsamen einzelgängerischen Freddy bezeichnete doch dessen Nachnamen kannte sie nicht er war erst seit ein paar Monaten in Turville Lenore Lavington war nicht bewusst dass die Madame Regan deren Bekanntschaft sie 13 Jahre zuvor gemacht hatte die Mutter des seltsamen einzelgängerischen Freddy war bis ihre Tochter es ihr sagte um mich von der Spur abzubringen behauptete sie dann aus heuterem Himmel starke Vorbehalte gegen Freddy zu hegen und Timothy schon früher davor gewarnt zu haben mit ihm zu verkehren mir durfte nicht der Verdacht kommen dass es Reaktion bei ihr ausgelöst hatte später jedoch schien sie vergessen zu haben dass sie mir gegenüber behauptet hatte Freddy nicht zu mögen als ich ihn noch einmal erwähnte legte sie nicht die geringste animosität an den Tag und schien gar kein Bedürfnis zu verspüren ihn zu kritisieren sie hat auch keinerlei Einwände dagegen erhoben dass ihr Sohn hier in Comingham All mit ihm viel Zeit verbrachte Meine Damen und Herren ich würde sagen erst als ich zur Gewissheit gelangt war dass Lenore Lovington die Verfasserin der vier Briefe ist fügte sich dieses bestimmte Puzzleteilchen ein Moment mal sagte John McCrodden wenn sie glauben dass ein und dieselbe Person Kingsbury tötete und versuchte Miss Treadway an den Galgen zu bringen beschuldigen Sie Mrs. Levington etwa auch dieser zwei Straftaten Vorerst sage ich nur dass Madame Levington die Briefe verfasste die vier Personen darunter auch sie Monsieur des Mordes beschuldigten und sie mit Hercule Poirot unterzeichnete Madame Levington Sie waren deswegen so erschüttert als Freddy Regans Name fiel weil sie sich so sicher gewesen waren dass die Beziehung zwischen ihnen und Sylvia Regan niemals herauskommen oder erraten werden würde sie suchten sie vor 13 Jahren auf um einen verbotenen medizinischen Eingriff an sich vornehmen zu lassen natürlich war es in ihrer beider Interesse dies niemandem gegenüber zu erwähnen dann teilt ihre Tochter ihnen auf die beiläufigste und argloseste Weise mit dass Mrs. Regans Sohn Freddy ein Schulkamerad ihres eigenen Sohnes ist plötzlich ist eine Verbindung zwischen Sylvia Regan und Barnabas Pondy für jeden klar erkennbar für sie war es eine Katastrophe sie wollten die halbe halbe Version des Kuchenstücks ist es nicht so sie wollten den Eindruck erwecken dass die Empfänger ihrer Briefe je zwei Personen mit einer Beziehung zu ihrem Großvater und zwei ohne eine solche waren auf diese Weise wäre niemand herausgestochen unter diesen Umständen wäre es nahezu unmöglich gewesen die wahre Intention des Briefschreibers zu erschließen doch infolge des Missgeschicks dass Freddy Regan das Turville College besuchte hatten sie wie sie zu ihrer Bestürzung erkannten meine Aufmerksamkeit unbeabsichtigt auf John McRodden als den Besonderen den von allen anderen Verschiedenen gelenkt da wusste ich dass es nur zwei Möglichkeiten gab entweder war er der ausgeschlossene vierte oder aber es gab gar keinen solchen ausgeschlossenen vierten sondern nur das ganze ungeteilte Stück Kuchen Poirot schob den Kuchen wieder zusammen sodass alle vier Quadrate sich wieder berührten wenn ich vom ungeteilten Kuchen Stück spreche beziehe ich mich auf die Möglichkeit dass der Briefschreiber oder wie wir jetzt wissen die Briefschreiberin eine persönliche Beziehung zu allen vier Empfängern derselben haben könnte einschließlich John McRoddens sie beschlossen ihre Briefe mit meinem Namen zu unterschreiben Madame Lavington warum weil sie wissen dass ich der beste Aufklärer von Verbrechen bin Nespa es gibt keinen besseren und sie wollten meine Aufmerksamkeit sie wollten dass Hercule Poirot sobald er sich auf die Sache eingelassen hätte mit einem Encelophan eingeschlagenen übel riechenden Kleid und der Überzeugung dass ihre Schwester Amabel ihren Großvater ermordet haben musste bei der Polizei vorstellig wurde wer sonst hätte so überzeugend geklungen wenn er all die Dinge behauptet hätte die sie glaubten mir einflüstern zu können Madame ich bin noch nie von ein und derselben Person gleichzeitig so hoch gepriesen und so unterschätzt worden sie waren eine Närrin wenn sie glaubten sie könnten Hercule Poirot mit Hilfe eines in Wasser und Olivenöl eingeweichten Kleides von der Wahrheit ablenken Inspektor Thrubwell sagte Mr. Poirot ich bin leicht verwirrt wollen sie damit andeuten Mrs. Levington hätte in Wirklichkeit nicht gewollt dass sie Mr. John McCrodden für den ausgeschlossenen vierten wie sie ihn nennen hielten oui Monsieur sie wollte nicht dass ich mich fragte wie er in das Bild passen könnte sie wünschte nicht dass ich mich fragte wenn sich jetzt zeigt dass Sylvia Regan doch etwas mit Barnabas Pondys Familie zu tun hat könnte dann nicht das gleiche auch auf John McCrodden zu treffen denn mes amis Lennor Lavington ist die einzige Person in diesem Raum die eine Beziehung zu sämtlichen vier Empfängern der Briefe hat als sie ihren Plan ausarbeitete unterlief ihr ein fataler Fehler wäre es ihr darum gegangen völlig Fremde zu beschuldigen hätte sie ihre Namen einfach blind aus dem Telefonbuch herauspicken können stattdessen wählte sie zwei Personen zu denen sie eine lange zurückliegende Beziehung hat eine Beziehung von der sie glaubt sie sei geheim genug um ihr nicht gefährlich werden zu können wie sie glaubt wird Poirot schon bald herausfinden dass Sylvia Regan und John McCrodden Barnabas Pondy nicht ermordet haben konnten weil sie mit ihm und seiner Familie nicht das geringste zu tun hatten und weil sie an dem Tag als er starb nicht einmal in der Nähe von Comingham All waren sie hatten also weder Motiv noch werden die Namen Regan und McCrodden bald aus dem Kreis der Verdächtigen entfernt werden aber ach auch das gerät ihr daneben bald war für mich klar dass sowohl Madame Regan als auch Monsieur McCrodden am fraglichen Tag sehr wohl hätten hierher gekommen sein können desgleichen Hugo Doqueril sie hätten sich hereinschleichen können während der Rest des Haushalts damit beschäftigt war sich zu streiten oder in Kingsburys zu packen sie hätten durch die stets offene Haustür eindringen Monsieur Pondy töten und dann wieder verschwinden können ohne von jemandem beobachtet worden zu sein keiner der drei hatte ein starkes Alibi ein Weihnachtsmarkt von dem man sich leicht hätte für ein zwei Stunden entfernen können ohne dass es jemand bemerkte einen Brief von einer Spanierin die möglicherweise alles bezeugt hätte worum man sie bat Poirot fixierte John McCrodden er schien darauf zu warten dass dieser das wort ergriff endlich sagte McCrodden leise ich wusste ihren wirklichen Namen nicht bis ich in dieses Haus kam sie stellte sich mir als Rebecca Grace vor ebenso wie Mrs. Reagan gegenüber Lenore er sah sie über die Breite des Zimmers hinweg an das ist ein ungewöhnlicher Name ich bin froh deinen Namen zu wissen Lenore Monsieur McCrodden wären sie so liebenswürdig uns die Art ihrer Beziehung zu Lenore Levington zu erläutern sagte Poirot sie waren des Amants nicht wahr ja wir waren für eine kurze Zeit ein Liebespaar eine allzu kurze Zeit ich wusste dass sie verheiratet war wie ich das Schicksal verfluchte dass es mir gestattete ihr zu begegnen als es zu spät war und sie bereits einem anderen gehörte seine Stimme brach ich liebte sie von ganzem Herzen und tue es noch immer 35. Kapitel Familienbande ich schäme mich nicht dafür sagte John McCrodden ich bin schlechterdings nicht zu beschämen wie mein Vater ihnen gewiss mit Vergnügen bestätigen wird Rebecca Lenore ist die einzige Frau die ich je geliebt habe obwohl wir nur drei Tage füreinander hatten seither ist keine Stunde und kein Tag vergangen an dem ich mir nicht gewünscht hätte es hätten mehr sein können john bitte nicht sagte Lenore was sollte das jetzt noch nützen aber sie bestand darauf zu ihrem Mann zurück zurück kehren der dem vernehmen nach ein ziemlich langweiliger Typ war sie tat ihre Pflicht wie können sie es wagen so über meinen Vater zu reden empörte sich Timothy Levington an seine Mutter gewand fügte er kalt hinzu hast du ihm gesagt Vater sei ein langweiler was für Lügen hast du sonst noch über ihn erzählt Ivy berührte ihre Mutter am Arm und bat sie sag es ihm Mama du musst dein Vater ist tot Timmy sagte Lenore der Brief den du bekommen hast ich habe ihn geschrieben ich habe ihn dir geschickt was für ein Brief fragte Jane Dockerill Lenore Lavington schickte einen fünften Brief sagte Poirot einen Brief von dem die meisten von ihnen nichts wissen sie tippte ihn auf derselben Schreibmaschine die sie für die anderen vier verwendet hatte der mit dem schadhaften Buchstaben e dieser Brief enthielt allerdings keine Mordanschuldigung und Madame Lavington gab darin auch nicht vor Hercule Poirot zu sein stattdessen gab sie sich für ihren eigenen verstorbenen Ehemann aus Cecile Lavington der Zweck des Briefes war seinem Sohn Timothy mitzuteilen dass er anders war vielmehr arbeitete er für die Regierung in geheimer Mission Wie konntest du nur in einer solchen Sache lügen Mutter rief Timothy aus Ich habe wirklich geglaubt er sei am Leben Lenore Lavington wandte den Blick ab Ivy berührte wieder ihren Arm während sie Timothy gleichzeitig mit einem Blick zu schweigen befahl Poirot fuhr fort Als Timothy Lavington diesen vorgeblich von seinem Vater stammenden Brief Inspektor Katschpul zeigte fielen diesem die Es mit einem winzigen weißen Loch sofort ins Auge Er begriff dass derselbe Absender auch die vier mit dem Namen Erkül Poirot unterzeichneten Briefe verschickt haben musste weil sie alle auf derselben Schreibmaschine geschrieben worden waren Sie werden also alle gewiss verstehen warum wir so darauf erpicht waren diese ausfindig zu machen Als ich zum ersten Mal nach Comingham All kam fragte ich Madame Lavington ob ich die Schreibmaschine des Hauses ausprobieren dürfe Sie lehnte es ab Da nichts dafür spreche dass eine Straftat verübt worden war sei sie dazu nicht verpflichtet mir welche Form der Haussuchung auch immer zu gestatten Als ich dann zum zweiten Mal nach Comingham All kam stellte ich fest dass sie ihre Haltung geändert hatte und bereit war zu kooperieren Wir wollten Ihnen alle helfen Monsieur Poirot aber Sie haben uns getäuscht sagte Annabelle Treadway Sie ließen uns in dem glauben Sie könnten beweisen dass Grandy ermordet worden war Jetzt allerdings erklären Sie uns sein Tod sei ein Unfall gewesen genau wie wir immer geglaubt hatten Mademoiselle ich habe durchweg darauf geachtet kein Wort zu sagen das nicht wahr gewesen wäre ich sagte ihnen lediglich ich sei mir sicher dass es eine schuldige Person einen Mörder oder eine Mörderin zu fassen gelte und dass solange dies nicht geschehen sei unverändert große Gefahr bestehe ich sprach von der Gefahr in der sie schwebten Mademoiselle ihre Schwester wollte sie für den Mord an ihrem Großvater hängen sehen als sie dies Mademoiselle Ivy gegenüber zugab das von Kingsbury mitgehörte Gespräch hatte sie noch niemanden tatsächlich getötet hätte sie vielleicht sogar von ihrem Versuch abgelassen sie an den Galgen zu bringen ich weiß es nicht eines aber weiß ich sehr bald darauf verurteilte sie aus Angst vor Entdeckung und Bloßstellung Kingsbury zum Tod durch Verbluten Weder log ich Madame Levington noch verdrehte ich auch nur die Wahrheit als ich sie als eine Mörderin bezeichnete es ist eine Frage des Charakters sie wurden in dem Moment zu einer Mörderin als sie den Plan fassten den Tod ihrer Schwester herbeizuführen Lenor Lenor Levington erwiderte Poros Blick ohne eine Miene zu verziehen sie blieb stumm warum wollte Lenor überhaupt dass ihre Schwester an den Galgen käme fragte John McCrodden was war mit den drei anderen Briefen fragte Annabelle Treadway was auch immer meine Schwester in Bezug auf mich vorgehabt haben mag warum sollte sie den gleichen Brief auch an Mr. Dockerell Mrs. Reagan und Mr. McCrodden schicken Mademoiselle Monsieur bitte ich bin mit meinen Ausführungen noch nicht zu Ende da man nicht enden kann ohne irgendwo anzufangen gestatten sie mir bitte mit der Schreibmaschine den Anfang zu machen Lenor Lavington setzte ihre ganze List ein um Poirot zu täuschen aber sie scheiterte oh ja sie war sehr geschickt die Maschine die ich bei meinem ersten Besuch nicht hatte inspizieren dürfen sie war diejenige nach der ich suchte die mit dem fehlerhaften Buchstaben E zwischen meinem ersten und meinem zweiten Besuch in Comingham All entschied Lenor Lavington dass es klüger wäre sich mir gegenüber so hilfsbereit wie möglich zu zeigen gleich bei meinem Eintreffen wurde mir mitgeteilt ich dürfe jetzt die Schreibmaschine inspizieren allerdings sei kürzlich eine neue hinzuge gekauft worden die alte erklärte Lenor Lavington habe ihre beste Zeit schon hinter sich um hilfsbereit zu erscheinen erklärte mir Madame Lavington sie habe die alte noch behalten da sie ja diejenige sein müsse die ich untersuchen wollte denn natürlich kann die neue Schreibmaschine die als die vier Briefe geschrieben wurden ja noch immer im Geschäft stand kaum diejenige sei nach der ich suche Madame Lavington teilt mir mit sie habe Kingsbury angewiesen mir beide Maschinen herauszustellen die alte und die neue sodass ich beide ausprobieren könnte sie war gescheit aber nicht gescheit genug eine der Schreibmaschinen sieht neu aus die andere sieht ebenfalls neu aus wenn man von einem Sprung und einem Kratzer absieht und die sind leicht herbeizuführen alors Poirot er führt den Test durch und er bemerkt etwas höchst verblüffendes die Type E druckt bei beiden Schreibmaschinen genau so wie sie sollte folglich können beide aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen werden aber nicht nur das E ist in beiden Fällen tadellos alles funktioniert einwandfrei ich konnte keinerlei Qualitätsunterschied feststellen abgesehen von den Schramen an der einen hätten beide an demselben Morgen Fabrik neu angeliefert worden sein können also dachte ich bei mir was wenn Lenore Levington mich angelogen und mir statt einer neuen und einer alten Schreibmaschine zwei neue zu prüfen gegeben hätte aber warum sollte sie das tun das würde sie nur tun wenn sie nicht wollte dass sie sich die echte alte Schreibmaschine ansehen sagte Timothy Levington und das wollte sie nicht weil es sie belastet hätte sei still Timmy sagte Ivy du brauchst wirklich nicht derjenige zu sein der es ausspricht Familienbande sind momentan das letzte dem ich mich verpflichtet fühle entgegnete ihr Bruder ich habe recht nicht war ms poirot ja timothy du hast recht deine mutter war unvorsichtig sie glaubte mir zu erzählen dass die alte schreibmaschine nicht mehr richtig funktionierte würde genügen wegen der kratzer die sie der einen schreibmaschine beigebracht hatte befürchtete sie nicht dass ich beide ausprobieren und feststellen würde dass sie gleichermaßen neu zu sein schien fast wäre ich darauf hereingefallen ich fragte mich ist es möglich dass die alte schreibmaschine ganz einfach in einem sehr guten zustand ist und manchmal fehlerfrei funktioniert manchmal aber nicht ich stellte mir gerade diese frage als amabel redway erschien und zu mir sagte wie ich sehe haben sie mit ihrer schreibmaschinen prüfung begonnen lenor hat mir strenge anweisungen gegeben sie nicht abzulenken und sie ihre ermittlungsarbeit machen zu lassen warum sollte mademoiselle annabelle zwei schreibmaschinen und zwei mit maschine beschriebene seiten sehen und daraus folgern dass ich meine überprüfung der schreibmaschinen erst begonnen und nicht vielmehr gerade abgeschlossen hatte ich konnte mir nur einen einzigen grund dafür denken sie wusste dass es im haus tatsächlich drei schreibmaschinen gab die zwei neuen und die alte die lenore lovington irgendwo versteckt hatte und genau deswegen hatte mrs levington miss shredway eingeschärft sie nicht abzulenken sagte eustace campbell brown wenn miss shredway wusste dass kürzlich zwei schreibmaschinen angeschafft worden waren hätte sie sich verplappern können exakt und bedenken sie lenore lovington konnte ihre schwester kaum bitten zu lügen denn dann wäre mademoiselle annabelle sofort ein verdacht gekommen wer die vier briefe geschrieben und abgeschickt haben musste und begann annabelle shredway zögernd als sie mich aufforderten mir die zwei beschriebenen blätter genau anzusehen und ich keinen unterschied zwischen ihnen feststellen konnte hatten sie vollkommen recht erinnern sie sich dass ich ihnen sagte mir sei etwas bedeutsames aufgefallen es war das fehlen jeglicher verschiedenheit häufig ist das was man unbedingt erkennen muss etwas was nicht da ist ich wartete bis ich wusste dass madame lavington im parterre war und durchsuchte dann ihr schlafzimmer wie ich gehofft hatte fand ich die alte Schreibmaschine sie befand sich in einer tragetasche unter ihrem bett ein kurzer versuch ergab dass es die mit dem schadhaften e war timothy starrte seine mutter die ganze zeit wutend brand an Sie gab keine Antwort. Sie hatte schon seit geraumer Zeit keinerlei innere Regung verraten und lediglich dagesessen und ins Leere gestarrt. Am Ende der drei Tage konnte ich es nicht ertragen, sie gehen zu lassen, fuhr John McCrodden fort. Ich flehte sie an, ihren Mann zu verlassen und mit mir zusammenzuleben. Sie sagte, das könne sie nicht, aber sie würde zu mir nach Whitby kommen, wann immer es ihr möglich wäre. Sie wollte unsere geheime Liebesaffäre fortsetzen, aber die Aussicht war mir unerträglich. Die Vorstellung, dass sie beabsichtigte, bei einem Mann zu bleiben, den sie weder liebte noch begehrte, es wäre falsch gewesen. Und ich war nicht bereit, sie mit jemandem zu teilen. Während mit einer verheirateten Frau herumzutollen natürlich nicht falsch ist, murmelte Sylvia Regan. Schweigen Sie, befahl John McCrodden ihr. Sie wissen doch gar nichts von richtig oder falsch und es kümmert sie sogar noch weniger. »Also haben Sie, Madame Lovington, wie man sagt, den Revolver auf die Brust gesetzt?«, fragte Poirot McCrodden. »Die Pistole, ja. Er oder ich?« Sie entschied sich für ihn und nahm es mir übel. In ihren Augen hatte ich eine Liebesaffäre beendet, die durchaus hätte fortdauern können, die sie sehr gern hätte fortdauern lassen. »Und sie konnte Ihnen nicht verzeihen«, sagte Poirot, »ebenso wenig, wie sie Sylvia Regan verzeihen konnte, dass sie versucht hatte, sie zur Abtreibung des Kindes zu zwingen, das sie beschlossen hatte, doch auszutragen. Ebenso wenig konnte sie Hugo Doqueril verzeihen, dass er gelegentlich nicht umhin konnte, Timothy wegen schlechten Betragens zu bestrafen. Deswegen wurde Monsieur Doqueril als Empfänger eines der vier Briefe ausgewählt.« »Woher wussten Sie, dass Lenore und ich eine Liebesaffäre hatten?«, fragte John McCrodden. »Ich habe nie ein Sterbenswörtchen gesagt, zu keiner Menschen Seele. Ebenso wenig wie Sie, dessen bin ich mir absolut sicher. Sie konnten es unmöglich wissen.« »Ah, Monsieur, dieses Wissen war nicht schwer zu erlangen. Sie und Madame Lovington haben es mir selbst verraten, mit etwas Unterstützung von Mademoiselle Ivy.« »Das kann unmöglich stimmen«, sagte Ivy. »Ich habe es doch selbst erst gestern Nachmittag herausgefunden, als Mr. McCrodden durch die Haustür kam und Mama ihn wieder sah und sie dann so durcheinander war, dass ich es schaffte, sie dazu zu zwingen, mir alles zu beichten. Davor sagte mir der Name John McCrodden rein gar nichts. Und seitdem haben Sie und ich kaum ein Wort miteinander gewechselt, Monsieur Poirot.« »C'est vrai. Trotz allem haben Sie, Mademoiselle, mir unwissentlich geholfen, das Geheimnis zu durchschauen. Ich fügte Dinge, die Sie gesagt hatten, zu anderen Dingen, die ich von Ihrer Mutter und von Monsieur McCrodden erfahren hatte. »Hinzu und?« »Was für Dinge?«, fragte John McCrodden. »Ich schwanke noch immer, ob ich Ihnen auch nur ein einziges Wort glauben soll, Poirot.« »Wie Sie sich vielleicht erinnern, erzählten Sie mir, Ihr Vater missbillige Ihre Berufswahl. Sie erwähnten, irgendwo im Norden Englands an der Küste oder in der Nähe der Küste als Bergmann gearbeitet zu haben. Ihr Vater billigte diese Art von Arbeit nicht, bei der Sie sich die Hände schmutzig machten. Aber er billigte es ebenso wenig, als Sie, wie Sie es formulierten, zum sauberen Ende wechselten und den Flitter fertigten und verkauften. Es war ein seltsamer Ausdruck, dieses »zum sauberen Ende«. In dem Moment wusste ich nicht, was er bedeutete. Es kam mir allerdings nicht sonderlich wichtig vor, also hielt ich mich nicht weiter damit auf. Ebenso wenig begriff ich anfangs, was Sie mit dem Wort Flitter gemeint haben könnten. Ich hatte dieses Wort erst kurz zuvor gehört, aus dem Mund Ihres Vaters, um genau zu sein. Er bezeichnete damit, glaube ich, Weihnachtsschmuck. Aber das Wort Flitter wird auch in einem anderen Sinne verwendet. Es kann auch »billiger Schmuck« bedeuten. Was das saubere Ende betraf, gelangte ich zu dem Schluss, dass Sie damit das saubere Resultat des Bergbaus meinten. Denn das war ja unser Gesprächsthema gewesen. Was Sie mir zu sagen versuchten, Monsieur McCrodden, war, dass Sie von der Arbeit im Steinbruch, dem schmutzigen Ende, zur reinlicheren Beschäftigung übergingen, aus der Substanz, die Sie zuvor abgebaut hatten, Damenschmuck anzufertigen. Und diese Substanz war Whitby-Gagat, nicht wahr? Lenore Lavington erzählte mir, dass sie früher ein Trauerarmband aus Gagat besessen hatte und dieses ihrer Tochter Ivy schenkte. Sie beschrieb dieses Armband als Erinnerungsstück von großem, ideellem Wert. Ein Andenken, das sie selbst anlässlich eines Ferienaufenthalts an der See mit ihrem Ehemann Cecil geschenkt bekommen hatte. Von Ivy Lavington erfuhr ich, dass die Ehe der Lavingtons keine glückliche gewesen war, zumindest aus Lenores Sicht. Warum, fragte ich mich, sollte sie in dem Maß an etwas hängen, was ihr ein ungeliebter Ehemann gekauft hatte? Aber das tat sie auch nicht. Das Armband als Whitby-Gagat hatte ihr vielmehr ein Mann geschenkt, den sie leidenschaftlich liebte. John McRodden, der Liebhaber, den sie sich während des Urlaubs genommen hatte. Wie ich außerdem erfuhr, hatte Lenore Lavington ihrer Tochter zuvor auch ein anderes Geschenk gemacht, einen Fächer, einen weiteren Gegenstand, an dem sie nach eigenen Angaben sehr gehangen hatte. Der Fächer war mit dem Bild einer Tänzerin bemalt, welche dieselbe Haarfarbe wie Mademoiselle Ivy hatte. Einer Tänzerin in einem schwarz-roten Kleid. Dunkles Haar und ein schwarz-rotes Kleid? Ich habe solche Bildnisse auf Fächern gesehen, die als Andenken vom Kontinent mitgebracht worden waren. Ich wusste dank Stanley McRodden, dass sein Sohn John ein Haus in Spanien besaß, dass er das Land liebte und es häufig besuchte. Konnte John McRodden, fragte ich mich, diesen Fächer Lenore Lavington während dieser drei Tage geschenkt haben, die sie zusammen verbracht hatten? Ich entschied, dass dies nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich war. Wie sonst hätte ein gewöhnlicher Fächer zu einem kostbaren Besitz werden können? Lenore Lavington hatte John McRodden, wie wir wissen, nicht verziehen. Denn noch hing sie an diesen Dingen, die er ihr geschenkt hatte, wie an einem kostbaren Schatz. So kompliziert ist das Wesen der Liebe. Sie ist wirklich eine komplizierte Angelegenheit, pflichtete Inspektor Hubert Thrabwell ihm bei. Keiner von uns könnte das bestreiten, Mr. Poirot. Das Gagat-Armband, der spanische Fächer, fuhr Poirot fort. Diese Dinge hätten natürlich pure Zufälle sein können. Keines von ihnen war für sich genommen ein Beweis dafür, dass John McRodden und Lenore Lavington sich tatsächlich kannten. Doch dann dachte ich, Lenore Lavington kann zu Sylvia Regan in Beziehung gesetzt werden, zuallererst mittels Freddy, zu Annabelle, ihrer Schwester, und zu Hugo Doqueril, dem Hausvorsteher ihres Sohnes. Warum nicht auch zu John McRodden? Statt ihn weiterhin als den ausgeschlossenen Vierten zu betrachten, entschied ich, dass dies ein Fall von einem ganzen ungeteilten Kuchenstück war. Poirot deutete theatralisch auf den Kuchenteller auf dem Tisch. Ohne irgendwelche ausgeschlossenen Viertel. Lenore Lavington kannte Sie alle. Haben Sie zu alledem irgendetwas zu sagen, Mrs. Lavington? fragte Inspector Thruppwell. Sie blieb vollkommen reglos, sprach weiterhin kein Wort. John McRodden sagte erregt, ich werde nicht zulassen, dass die Frau, die ich liebe, wegen Mordes gehängt wird, was auch immer sie getan haben mag. Es ist mir egal, ob du nach all den Jahren noch immer böse auf mich bist, Lenore. Meine Liebe zu dir ist unverändert. Um Gottes Willen, so sag doch was. Poirot, mir ist nach wie vor völlig unklar, warum die vier Briefe nötig waren, sagte Stanley McRodden. Wenn Mrs. Lavington hoffte, dass Miss Treadway für den Mord an ihrem Großvater bestraft wurde, warum schickte sie dann nicht einfach nur ihr einen Brief? Weil, mon ami, sie die Tatsache zu verheimlichen wünschte, dass sie die Anklägerin war, diejenige, die angeblich einen Verdacht hatte. Lenore Lavington konnte nicht hundertprozentig sicher sein, dass ihr Plan aufgehen und Mademoiselle Annabelle tatsächlich an den Galgen geschickt werden würde. Sollte ihr Plan scheitern, wollte sie die Möglichkeit haben, etwas anderes zu versuchen, eine andere Form von Rache. Dazu würde sie besser in der Lage sein, wenn Mademoiselle Annabelle nicht wusste, dass sie eine zu fürchtende Feindin war. Fürchtet man jemanden, nimmt man sich augenblicklich in Acht. Lenore Lavington wollte vermeiden, dass irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Sie wollte ihre Schwester schutzlos wissen. Wäre sie die einzige des Mordes Beschuldigte gewesen, hätte Annabelle Shredway sich gefragt, wer könnte mir so etwas angetan haben und warum. Wenn sie hingegen von Hercule Poirot erfährt, dass vier Personen des Mordes an Barnabas Pondy beschuldigt werden, dann erscheint es ihr denkbar, dass der Ankläger durchaus auch jemand sein könnte, von dem sie noch nie etwas gehört hat. Dann sagt sich Mademoiselle Annabelle, dass die Beschuldigung unmöglich von ihrer Schwester kommen könnte, da diese doch weiß, dass sie ihren Großvater nicht getötet haben kann, weil sie zum Zeitpunkt seines Todes beide zusammen in einem anderen Zimmer waren. Eh bien, Lenore Lavington ist somit vom Verdacht reingewaschen, diejenige zu sein, die einen Verdacht äußert, diejenige, die die Anklage vorbringt. Ihr anvisiertes Opfer vertraut ihr weiter und ist dadurch verwundbar. Und genau so wollte Lenore Lavington sie haben. Einen Moment, sagte John McCrodden. Lenore und Annabelle waren zusammen in einem Zimmer, als ihr Großvater starb? Hat Lenore ihnen das gesagt? Er klang aufgeregt. Mir war nicht klar, warum. Oui, Monsieur, sagte Poirot. Alle drei Damen sagten mir das, und es ist wahr. Dann hat Lenore Annabelle aber ein Alibi gegeben, sagte McCrodden. Warum sollte sie das tun, wenn sie sie, wie sie behaupten, hängen sehen wollte? Poirot richtete den Blick auf Stanley McCrodden. Ich bin mir sicher, Sie können Ihren Sohn über diesen Punkt aufklären, mon ami. Der Schuldige versucht in der Regel den Eindruck zu erwecken, als ob er die Tat, die er verübt, deren er schuldig ist, gerade nicht verübte, sagte Stanley McCrodden. Wenn Mrs. Lavington hoffte, dafür sorgen zu können, dass ihre Schwester des Mordes für schuldig befunden würde, wie konnte sie dann besser den Eindruck erwecken, genau das Gegenteil zu tun, als dadurch, dass sie Miss Treadway leidenschaftlich in Schutz nahm und ihr ein Alibi lieferte? Stellt denn niemand die wichtigste Frage, sagte Jane Dockerell ungeduldig. Ich tue's, sagte Timothy Levington. Warum in aller Welt sollte Mutter den Wunsch haben, sich an Tante Annabelle zu rächen? Was hatte Tante Annabelle Mutter eigentlich so Schlimmes getan? 36. Kapitel Die wahre Schuldige Poirot wandte sich an Annabelle Treadway. Mademoiselle, sagte er, Sie kennen die Antwort auf die Frage Ihres Neffen nur zu gut. So ist es, sagte Annabelle Treadway. Es ist etwas, das ich niemals vergessen werde. In der Tat. Es ist ein Geheimnis, das sie über viele Jahre gehütet haben, und es hat einen Schatten auf ihr ganzes Leben geworfen, einen Schatten schrecklicher Schuld und Reue. Nein, Reue nicht, sagte sie. Es war ja nichts, was ich bewusst getan, wozu ich mich entschieden hätte. Es war etwas, das einfach geschah. Oh, ich weiß, dass ich diejenige war, die es geschehen ließ, aber wie könnte ich es bereuen, wenn ich mich gar nicht erinnern kann, die Entscheidung getroffen zu haben. Dann leiden Sie vielleicht noch, unter der zusätzlichen Schuld nicht zu wissen, ob Sie sich, in eine ähnliche Situation versetzt, heute anders verhalten würden. Könnte das bitte jemand näher erläutern, sagte Jane Dockerrill. Ja, bringen Sie es hinter sich, Monsieur Poirot, sagte Ivy Levington. Für viele von uns ist das Ganze hier keine angenehme Erfahrung. Ich sehe ein, dass es notwendig ist, aber schweifen Sie bitte so wenig wie möglich ab. Sehr wohl, Mademoiselle. Ich werde allen das Geheimnis erzählen, das ihre Mutter Ihnen gestern enthüllte, bevor Kingsbury anfing, an der Tür zu lauschen. Kurz bevor Barnabas Pondy starb, meine Damen und Herren, fand in diesem Haus ein denkwürdiges Abendessen statt. Am Tisch saßen Monsieur Pondy, Lenore und Ivy Lovington, sowie Annabelle Trudway. Madame Lovington rügte Mademoiselle Ivy, sie esse zu viel. Während eines Ausflugs an den Strand, mehrere Monate zuvor, hatte sie ihr bereits gesagt, ihre Beine ähnelten Baumstämmen. Und diese Episode referierte jetzt Ivy Lovington erzürnt darüber, nun zum zweiten Male von ihrer Mutter beleidigt worden zu sein. Die Mahlzeit nahm einen traurigen Ausgang. Die drei Damen verließen den Tisch in einem Zustand großer Betrübnis und auch Monsieur Pondy war unglücklich. Der verstorbene Kingsbury berichtete mir, als er den Speisesaal betrat, habe Monsieur Pondy allein am Tisch gesessen und geweint. Jetzt muss ich zu dem Tag zurückkehren, als Annabelle Trudway, Ivy Lovington, damals noch ein kleines Mädchen, auf einen Spaziergang an einem Fluss mitnahm. Fuhr Poirot fort. Skittel, der Hund, begleitete die beiden. Mademoiselle Ivy entschied, dass es unterhaltsam wäre, die Uferböschung hinunter zu rollen. Die Gefahr erkennend, jagte Skittel die Böschung hinunter, um sie zu retten, konnte sie aber nicht davor bewahren, ins Wasser zu fallen. Bei dem Versuch, sie aufzuhalten, zerkratzte er ihr das Gesicht, weshalb es bis zum heutigen Tag von Narben gezeichnet ist. Schon bald war Mademoiselle Ivy im Wasser versunken, wo sie beinahe ertrunken wäre. Annabelle Trudway musste in diese tödlichen Fluten springen und sie retten. Die Strömung war sehr stark. Mademoiselle Annabelle setzte ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Nichte zu retten. »Hallor, jetzt müssen wir in der Zeit wieder nach vorn springen, Mesami. Zu dem Ausflug an den Strand, den ich bereits erwähnt habe. Lenore und Ivy Lovington hatten den Hund, Hobscotch, mitgenommen, weil Annabelle Trudway mit Influenza das Bett hüten musste. Mademoiselle Ivy liebt es, im Meer zu schwimmen. Sie hat nicht zugelassen, dass ihr beinahe tödlicher Unfall eine bleibende Furcht vor dem Wasser bei ihr hinterließ. »Hobscotch«, sagte Eustace Campbell Brown. »Ich dachte, der Hund heiße Skittel.« »Das sind zwei verschiedene Hunde, Monsieur. Skittel weilt nicht mehr unter uns. Hobscotch, ein Hund derselben Rasse, hat ihn ersetzt.« »Ihn ersetzt?« Tränen schossen Annabelle Trudway in die Augen. »Niemand hätte Skittel ersetzen können. Ebenso wenig wie jemand wird Hobscotch jemals ersetzen können, wenn er... wenn er... Ach.« Sie vergrub ihr Gesicht in den Händen. »Tut mir leid, Mademoiselle. Ich sprach, ohne nachzudenken.« »Also schön. Es sind also zwei verschiedene Hunde,« sagte Stanley McCrodden. »Aber jetzt ist für uns wirklich nicht die Zeit, an irgendwelche Hunde zu denken.« »Sie irren sich,« belehrte ihn Poirot. »Hunde, oder um genau zu sein, der verstorbene Skittel, sind genau das, womit wir uns befassen müssen.« »Aber warum, um Himmels Willen?« »Ich will es gerade erklären.« Am Tag des Ausflugs an den Strand saßen Lenore und Ivy Lovington in der Nähe einer Baumgruppe. Bob Scotch kam auf sie zugerannt, nachdem er eine Zeit lang in den Wellen gespielt hatte. Beim Anblick der nassen Beine des Hundes, die jetzt viel dünner aussahen als im trockenen Zustand, fühlte sich Mademoiselle Ivy plötzlich an den Tag zurückversetzt, an dem sie beinahe ertrunken wäre. Erinnerungen stürzten auf sie ein, die ihr bis zu dem Moment nicht bewusst gewesen waren. Sie erzählte ihrer Mutter, dass sie, während sie sich im Zustand der Panik unter Wasser abkämpfte, die nassen Beine des Hundes für die Stämme der Bäume gehalten hatte, die entlang der Böschung wuchsen. Obwohl es nicht sein konnte, weil sie da zu viel zu dünn waren und nicht still standen, sondern sich bewegten. Dann kam Annabelle Treadway zu ihrer Rettung und Mademoiselle Ivy sah die wirklichen Baumstämme, dick und unverrückbar. Sie begriff, dass die länglichen Dinge, die sie zuvor gesehen hatte, keine Bäume, sondern Skittles Beine gewesen waren. Diese Erinnerung kehrte viele Jahre später an jenem Tag am Strand, dank der nassen Beine des Hundes Obscotch mit Urgewalt zu ihr zurück. Sie erzählte ihrer Mutter davon und als diese die Geschichte hörte, ging ihr etwas auf. Es war etwas, dessen Mademoiselle Ivy selbst sich überhaupt nicht bewusst war. Und dabei blieb es auch, bis ihre Mutter ihr im Verlauf des Gesprächs, das Kingsbury mithörte, alles gestand. Was ging Mrs. Levington auf? fragte Stanley McCrodden, mittlerweile außerstande, sein verzweifeltes Bedürfnis zu verstehen, noch weiter zu verbergen. Ich verspürte selbst eine ganz ähnliche Verzweiflung. Liegt es nicht auf der Hand? sagte Poirot. Skittles nasse Beine konnten sich nur dann auf dieser Uferböschung befunden haben, wo Mademoiselle Ivy sie sehen konnte, wenn Annabelle Shredway, bevor sie ihre Nichte rettete, zuerst Skittel aus dem Wasser gezogen hatte. Das ist der einzig mögliche, logische Schluss. Sie musste zuerst ihren Hund und erst anschließend Mademoiselle Ivy gerettet haben. Sobald Poirot das ausgesprochen hatte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wenn Skittel versuchte, Ivy Levington davor zu bewahren, ins Wasser zu fallen, und scheiterte, dann hat er bestimmt nicht aufgegeben und einfach am Ufer gewartet, sagte ich. Kein treuer Hund würde sich so verhalten. Er würde ins Wasser springen. Er würde unbeirrt weiter versuchen, das Familienmitglied zu retten, das in Lebensgefahr schwebt. Ich sagt, mon ami, sagte Poirot. Seinem Ton nach zu urteilen, war er ziemlich stolz auf mich, was mich freute. Obwohl wir beide wussten, dass ich es allein nie herausbekommen hätte. Und nachdem sein Frauchen, Mademoiselle Annabelle, ihrerseits ins Wasser gesprungen war, hätte Skittel erst recht nicht von seiner Rettungsaktion abgelassen. Freiwillig wäre er nie aus dem Wasser gestiegen, nicht, solange zwei Menschen, die er liebte, noch in Gefahr schwebten. Dadurch wäre, wegen der starken, reißenden Strömung, auch sein Leben in Gefahr gewesen. Am Ende hätten alle drei Eier trinken können. Und wenn Skittlens Beine nass und dünn waren, als Ivy Levington sie sich am Ufer bewegen sah, dann mussten sie zuvor im Wasser gewesen sein, sagte Stanley McCrodden. Sie haben recht, Poirot. Kein Hund würde in einer solchen Situation beschließen, nur seine eigene Haut zu retten und die Böschung wieder hinaufklettern. Jemand musste ihn aus dem Wasser gezogen und irgendwo angebunden haben. Ui! Annabelle Treadway band ihn so an, dass er keine Möglichkeit hatte, in den Fluss zurückzuspringen und sich erneut in Lebensgefahr zu begeben. Erst dann stieg sie wieder ins Wasser, um Mademoiselle Ivy zu retten. Ihnen war die Tragweite ihrer Erinnerung gar nicht bewusst, Mademoiselle, als sie sie ihrer Mutter schilderten. Wohl aber ihr. Sie begriff sofort. Sie stellte sich Skittls nasse Beine vor, die sich am Ufer gegen die Leine stemmten, die sein Frauchen ihm angelegt hatte. Sie erkannte genau, was dieses Bild bedeutete. Doch hier kommt das Dilemma. Fragte sich Lenore Lavington, ob ihre Schwester vielleicht nur deswegen zuerst den Hund herausgezogen und angebunden hatte, weil er im Wasser so heftig strampelte, dass er sie beim Versuch, ihre Nichte zu retten, behinderte? Wäre dies der Fall gewesen, hätte Mademoiselle Annabelle dann nicht wahrheitsgemäß davon erzählt? Das hätte sie wohl. Also musste es anders gewesen sein. Annabelle Shredway hatte das Leben ihres Hundes höher geschätzt als dasjenige ihrer Nichte und beschlossen, zuerst Skittel zu retten und hatte dadurch Mademoiselle zum ersten Mal begegneten Mademoiselle, sagten sie zu mir, niemand bedauere es, wenn sehr alte Menschen sterben, während der Tod eines Kindes immer als eine Tragödie angesehen werde. Das war ihr Schuldbewusstsein, das aus ihnen sprach. Es quälte sie, dass das Leben, dass das Leben, das sie aufs Spiel gesetzt hatten, das eines kleinen Kindes gewesen war, in dem so viel Potenzial steckte, das noch so viele Jahre vor sich hatte. Sie wussten, dass die Gesellschaft sie dafür umso strenger verurteilen würde. Das ist ein seltsamer Zufall. Als ich mit der Schwiegertochter von Vincent de Lerbe sprach, dem Mann, mit dem sich ihr Großvater nach langjähriger Feindschaft zuletzt auszusöhnen versucht hatte, da sagte sie zu mir, das Schlimmste sei, das Richtige zu spät zu tun. Und genau das haben sie getan, Mademoiselle. Sie retteten ihrer Nichte das Leben, aber sie taten es zu spät. Und ich habe seither ununterbrochen gelitten, schluchzte Annabelle. Während unseres allerersten Gesprächs erzählten sie mir, sie hätten Leben gerettet, was ich als eine Mehrzahl verstand. Anschließend korrigierten sie sich rasch, so sah es wenigstens aus, und plötzlich war es ein einziges Leben, das sie gerettet hatten, dasjenige Mademoiselle Ivis. Ich glaubte, sie genierten, sich übertrieben zu haben. Nahm an, sie bemühten sich um peinliche, strikteste Genauigkeit des Ausdrucks und wollten nicht mehr Lorbeeren beanspruchen, als ihnen rechtens zukamen. Erst viel später kam mir der Gedanke, dass es auch eine andere, gleichermaßen plausible Möglichkeit gab, dass sie tatsächlich mehr als nur ein Leben gerettet hatten, diese Tatsache aber verheimlichen wollten. Ihre erste Aussage, Leben als plural verstanden, hatte der Wahrheit entsprochen. Darauf kam ich im Verlauf eines Gesprächs mit Mademoiselle Ivi. Ich hatte von der Notwendigkeit gesprochen, Menschenleben zu retten. Ivi Lovington fragte mich, ob ich mehr als nur ein Menschenleben meinte, das gerettet werden müsse. Und ich glaubte damals tatsächlich, dass nur eines in Gefahr schwebte. Denn natürlich wusste ich damals noch nicht, dass Kingsbury getötet werden würde. Ich stellte fest, dass mein Gespräch mit Mademoiselle Ivi mich an irgendetwas erinnerte und fragte mich, was es wohl sein könnte. Ich brauchte anschließend nur wenige Sekunden, um auf des Rätsels Lösung zu kommen. Meine erste Begegnung mit Annabelle Treadway, daran hatte es mich erinnert und an unseren kurzen Dialog über das Retten von Menschenleben. Oder vielleicht auch nur eines einzigen Menschenlebens. Plötzlich, im Lichte dessen, was ich über den Tag, an dem Mademoiselle Ivi beinahe ertrunken wäre, erschlossen hatte, ergab Mademoiselle Annabelles anfängliche Behauptung, sie habe Leben in der Mehrzahl gerettet einen glasklaren Sinn. Ich konnte nicht umhin verwundert den Kopf zu schütteln und zu staunen, wie Poirots Gehirn funktionierte. Andere Anwesende sahen gleichermaßen beeindruckt aus. Wir saßen alle sprachlos da, während er mit seinem Bericht fortfuhr. Als wir uns zum ersten Mal begegneten, unmittelbar nachdem sie einen Brief erhalten hatte, der, wie sie glaubte, von mir stammte und sie des Mordes an Barnabas Pondy beschuldigte, sagte Annabelle Schwedwey noch etwas anderes, das mir ungewöhnlich erschien. Sie sagte, sie können nicht wissen und brach dann ab. Sie hatte nämlich das Gefühl, es moralisch durchaus zu verdienen, einen Brief erhalten zu haben, der sie des Mordes bezichtigte, obwohl sie niemanden ermordet hatte und Mademoiselle Levy an jenem Tag nicht im Fluss gestorben war. Aber eigentlich hatte sie sagen wollen, dass ich, Hercule Poirot, nicht wissen konnte, dass sie schuldig war. Es war unmöglich. Sie wird nie aufhören, sich schuldig zu fühlen, meine Damen und Herren. Sie hat sich alle Mühe gegeben, Buße zu tun. Sie, Monsieur Doqueril, erzählten mir, dass sie ihren Heiratsantrag ablehnte. Sie sagte, ihr würde die Eignung fehlen, sich um die Jungen des Törville College zu kümmern. Auch das wird jetzt besser verständlich. Sie glaubte nicht, dass es richtig wäre, ihr das Wohlergehen von Kindern anzuvertrauen. Und daher versagte sie es, sich auch zu heiraten und eigene großzuziehen. Gleichzeitig vergötterte sie die zwei Kinder ihrer Schwester und überschüttete sie mit all ihrer Liebe, um ihr Jahre zurückliegendes Versagen wieder gut zu machen. Angst muss auch eine beträchtliche Rolle gespielt haben, nicht lediglich Schuldbewusstsein, sagte Stanley McCrodden. Miss Levington hätte sich schließlich jederzeit daran erinnern können, was sich an dem Tag am Fluss tatsächlich abgespielt hatte. Allerdings pflichtete Poirot ihm bei. Und vor dieser Möglichkeit graute Annabelle Treadway. Schließlich nach vielen Jahren bewahrheiteten sich ihre schlimmsten Befürchtungen. Während des desaströsen Dinners erzählte Mademoiselle Aivy von dieser Monate zurückliegenden Bemerkung über Beine und Baumstämme. Und Annabelle Treadway konnte ihrer Schwester vom Gesicht ablesen, dass sie die Wahrheit kannte, dass sie sie seit jenem Tag am Strand gekannt hatte. Monsieur Pondy begriff ebenfalls rasch die Bedeutung von Mademoiselle Aivys verspäteter Erinnerung und Annabelle Treadway sah auch das. Poirot wandte sich zu Ivy Levington. Sie, Mademoiselle, waren an jenem Abend die Einzige am Tisch, die glaubte, die ganze Aufregung drehe sich ausschließlich um Beine und Kartoffeln und die Ansichten ihrer Mutter bezüglich ihrer Kleidergröße und Figur. Die drei anderen Personen am Tisch dachten an etwas ganz anderes. Ja, und ich hatte keine Ahnung, sagte Ivy. Nicht die blasseste. Tante Annabelle, du hättest mir die Wahrheit sagen müssen, sobald ich alt genug war, um zu verstehen. Ich hätte dir verziehen. Ich verzeihe dir. Bitte, hab keine Schuldgefühle mehr, ich könnte es nicht ertragen. Es ist eine solche Zeitverschwendung und du hast dich schon mehr als genug selbst dafür leiden lassen. Ich weiß, dass es dir leid tut und ich weiß, dass du das Schuldbewusstsein ihrer Tante wird sich, so ungern ich sage, nicht so leicht verscheuchen lassen, erklärte ihr Poirot. Ohne dieses Bewusstsein wäre sie, fürchte ich, vollkommen verloren. Sie würde sich nicht mehr wiedererkennen. Für die meisten Menschen ist dies eine unerträgliche Vorstellung. Du magst mir verzeihen, Ivy, aber Lenore wird das nie tun, sagte Annabelle. Und Grandy? Er konnte mir auch nicht verzeihen. Er hatte vor, mich aus seinem Testament zu streichen, mich zu enterben. Und das war für sie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, ist es nicht so, Mademoiselle? Das führte sie zu der Entscheidung, zu Scotland Yard zu gehen und den Mord an Monsieur Pondy zu gestehen, obwohl sie unschuldig waren. Annabelle nickte. Ich dachte, wenn Grandy beschlossen hat, mich so zu behandeln, wenn meine ganze seitherige Freundlichkeit und Anhänglichkeit nichts zählen, na dann kann ich auch ebenso gut wegen Mordes gehängt werden. Vielleicht ist es genau das, was ich verdiene. Aber Ivy, Liebes, ich möchte, dass du eines weißt. An dem Tag am Fluss war ich wie von Sinnen. Mir wurde erst klar, dass ich eine Wahl getroffen hatte, nachdem ich Skittle bereits mit seiner Leine an einen Pfosten angebunden hatte. Es war so, als erwachte ich aus einem Traum, einem Albtraum, und du strampeltest noch immer hilflos im Wasser. Und dann habe ich dich natürlich gerettet, aber ich konnte und kann mich nicht erinnern, mich entschieden zu haben, dich erst als Zweite zu retten. Ich kann es ehrlich nicht. Wie alt war Skittle damals? fragte Lenor Levington unvermittelt. Mehrere Anwesende sogen höher bei die Luft ein. Sie hatte schon lange keinen Ton mehr von sich gegeben. Er war fünf, nicht? Wenn es hochkommt, hätte er noch sieben, acht Jahre zu leben gehabt, und soweit ich mich erinnere, war er sogar erst zehn, als er starb. Du setztest das Leben meiner Tochter aufs Spiel, um einen und sagte Annabelle leise. Aber du brauchst nicht so zu tun, als wüsstest du nicht, was Liebe ist, Lenor, und wozu sie einen Menschen bringen kann. Schließlich haben wir alle von deinem Mr. McCrodden gehört, mit dem du sogar nur drei Tage verbracht hast, und dennoch liebtest du ihn leidenschaftlich, oder etwa nicht? Und ich sehe dir an, auch wenn ich die Einzige bin, weil dich niemand so gut kennt wie ich, dass du ihn nach wie vor liebst. Ich liebte Skittel, wie wenige Lebensjahre ihm auch vergönnt sein mochten. Die Liebe, Annabelle wandte sich zu Poirot, die Liebe ist die wahre Schuldige, Monsieur Poirot. Warum versuchte meine Schwester mir einen Mord in die Schuhe zu schieben? Weil sie fest entschlossen war, ein Unrecht zu rächen, das ihrer Tochter vor vielen Jahren angetan worden war, weil sie Ivy so sehr liebt. So viele Sünden und Verbrechen werden im Namen der Liebe begangen. Das mag wohl sein, sagte Stanley McCrden. Aber könnten wir unsere Erörterung seelischer Zustände vielleicht vertragen und uns noch eine Weile mit den Fakten aufhalten? In seiner an sie gerichteten Mitteilung Poirot schrieb Kingsbury, er habe mitgehört, wie Miss Levington ihrem Gesprächspartner und wir wissen inzwischen, dass diese Person ihre Mutter war, Mrs. Levington erklärte, Unkenntnis des Gesetzes schütze nicht vor Strafe. Inwiefern, wenn ich fragen darf, ist das für den Fall relevant? Zu welchem Zeitpunkt und in Bezug worauf sollte Mrs. Levington sich auf ihre Unkenntnis des Gesetzes berufen haben sollen? Ich bedauere es, wenn die Frage Fantisch sein sollte. Ah, mon ami, Poirot lächelte ihn an. Jetzt muss Hercule Poirot sogar ein noch größerer Pedant sein. Was Kingsbury in seiner Mitteilung an mich schrieb, war, dass er Mademoiselle Aivy dem Sinn nach sagen hörte, Unkenntnis des Gesetzes sei keine Entschuldigung. Das bedeutet doch wohl nicht wahr, dass diese Aussage auch mit anderen Worten getätigt worden sein könnte. Worten, die dieselbe Bedeutung vermittelten. Bedenken Sie, Kingsbury schrieb auch John Modden anstelle von John McRodden. Er war kein Mensch, der sich allzu sehr um Genauigkeit des Ausdrucks oder der Nomenklatur bekümmerte. Durchaus, durchaus, sagte Stanley McRodden. Aber gleichgültig wie Miss Levington es tatsächlich formuliert haben mag, muss sie doch gewusst haben, dass ihrer Mutter so gut wie jedem anderen in diesem Lande bekannt gewesen wäre, dass es gegen das Gesetz verstößt, jemanden fälschlich des Mordes zu beschuldigen und zu versuchen, ihn mit Hilfe untergeschobener falscher Beweismittel zu belasten. Es ist mit Sicherheit keine Handlungsweise, die man glaubhaft mit den Worten entschuldigen könnte. Tut mir leid, euer Ehren, mir war nicht bewusst, dass ein solches Verhalten nicht erlaubt ist und nicht von jedermann als absolut legitim betrachtet wird. Aber war es nicht genau das, was Kingsbury Miss Levington zu ihrer Mutter sagen hörte? fragte Jane Dockerill. Das Unkenntnis des Gesetzes von keinem Gericht als Entschuldigung akzeptiert werden würde. Ich kann nachvollziehen, was sie zu dieser Annahme verleitet, Madame Dockerill, ebenso wie ich den Scharfsinn der Ausführungen Monsieur McCroddens zu würdigen weiß. Jedoch sind ihre Argumente und Gegenargumente gleichermaßen irrelevant, da Lenore und Ivy Lovington keineswegs darüber diskutierten, ob Unkenntnis des Gesetzes in diesem speziellen Fall als entlastendes Moment angeführt werden könnte. Keinen Augenblick lang haben sie darüber diskutiert. Was wollen Sie damit sagen? Sie hätten nicht darüber diskutiert, Poirot? fragte Inspektor die eine Beziehung zu allen vier Empfängern des Briefes habe. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sinngemäß sagte, bald wird herauskommen, dass du und John McCrodden euch kennt und Sylvia Regans Sohn Freddy ist ein Schulkamerad von Timothy. Also wird es zwecklos sein, zu behaupten, du würdest die Regan nicht kennen. Damit wirst du gar nichts erreichen. Keiner würde dir Glauben schenken. Poirot hielt inne und zuckte die Achseln. Doch Kingsbury hatte die Regeln verstanden und gab das in seinem äußerst hilfreichen Sendschreiben dem Sinn nach mit die Gesetze nicht kennen Die Regan wiederholte ich im Flüsterton Ivy sprach nicht von Gesetzen oder Regeln sondern von der Familie Regan Ich verstehe sagte Stanley McCrodden Danke für die Klärung dieses Punktes Poirot Es war mir ein Vergnügen Mon Amie Und jetzt verbleibt nur noch eine weitere Sache die der Klärung bedarf Madame Lavington Es gäbe da etwas was ich ihnen sagen muss Es wird sie wie ich glaube sehr interessieren Sie haben geduldig dagesessen und zugehört wie ich allen anderen Dinge erläuterte die ihnen bereits nur zu gut bekannt waren Jetzt habe ich aber eine Überraschung für sie parat auf sein Verhalten seinem langjährigen Feind Vincent Loeb gegenüber zu verifizieren, habe ich Monsieur McRodden einen kleinen Streich gespielt. Ich erzählte ihm, Emerald Mason sei in einen schrecklichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und werde infolgedessen beide Beine verlieren. Dies entsprach nicht der Wahrheit, und ich enthüllte schon bald, dass ich mir diese kleine Geschichte nur ausgedacht hatte. Bevor ich das aber tat, entschuldigte sich Monsieur McRodden bei Katschpool dafür, dass er während ihrer gemeinsamen Heerfahrt aus London recht ungesellig gewesen war. Nachdem er sich während der ganzen Fahrt alles andere als liebenswürdig verhalten hatte, verwandelte sich Stanley McRodden, kaum dass er von der armen Mademoiselle Emerald und ihrem vorgeblichen Beinverlust erfahren hatte, in einen bescheidenen und zerknirschten Mann, der einsah, wie ungenießbar er bis zu diesem Augenblick gewesen war. Warum fand diese Metamorphose statt? Weil Stanley McRodden schreckliche Schuldgefühle hatte. Er erkannte, dass er sich gegenüber dieser relativ harmlosen Frau ungebührlich schroff verhalten hatte und dass ihr nun ein grausamer Schicksalsschlag widerfahren war. Er fühlte sich fast verantwortlich, als ob er ihr tragisches Schicksal selbst verschuldet hätte. Dies führte ihn sofort dazu, an weitere Menschen zu denken, die er möglicherweise ebenso unfreundlich behandelt hatte. Prompt kam ihm Katschpul in den Sinn. Und so entschuldigte sich Stanley McRodden bei ihm, was niemals geschehen wäre, wenn ich nicht das Märchen über Mademoiselle Emerald Masons Beine erfunden hätte. »Schon wieder Beine«, sagte Hugo Dockerill. »Herrje!« »Sie haben wahrscheinlich recht, Monsieur«, Poirot lächelte ihm zu. »Es muss ein unbewusster Einfluss am Werk gewesen sein.« Wie dem auch sei, als ich hörte, wie sich Stanley McRodden bei Katschpul entschuldigte, erkannte ich glasklar, was der Grund für Barnabas Pontis plötzliche Sanftmut war, die sein Rechtsanwalt Peter Ward beobachtet hatte. Ich wusste, sie musste dadurch herbeigeführt worden sein, dass er endlich das Leid der furchtsamen, traurigen Enkelin erkannte, die er schon so lange gewogen und für zu leicht befunden hatte. Plötzlich begreift er, wie sehr sie all die Jahre gelitten haben muss. Er bereut zutiefst, sie so mitleidlos beurteilt zu haben. Und er merkt, dass seine Abneigung gegen Vincent Loeb verflogen ist. Er kann nicht nur Annabelle Shredways, sondern auch Lobs Schwäche entschuldigen. Was er allerdings nicht tolerieren kann, ist das gnadenlose Urteil, das er in den Augen seiner anderen Enkelin Lenore Lovington sieht und aus ihrer Stimme heraushört. Dies erinnerte ihn an die, wenn ich so sagen darf, drakonische Welt sich, die er selbst erst in so fortgeschrittenem Alter überwinden konnte. Eh bien, er beschließt dafür zu sorgen, dass Lenore Lovington von seinem Tod nicht profitieren wird. Und er beschließt, Annabelle Shredway für die jahrelange Bevorzugung ihrer Schwester zu entschädigen, die Mademoiselle Annabelles Leiden erheblich verschlimmert haben muss. »Wovon reden Sie da?«, sagte Lenore Lovington. »Das ist Unsinn.« »Ich erkläre gerade, Madame, dass Sie diejenige waren, die Ihr Großvater, wäre er nicht früher gestorben, aus seinem Testament gestrichen hätte.« »Aber das kann doch nicht sein«, sagte Annabelle Shredway. Sie sah völlig verloren aus. »Ich war heute Vormittag in London«, sagte Poirot. »Ich habe Monsieur Peter Wout gefragt.« »Sagte Monsieur Pondy ausdrücklich, dass es Mademoiselle Annabelle war, die er von seinem Erbe auszuschließen plante?« Seine Antwort lautete, wie erwartet, »Nein, er habe nicht gesagt, welcher seiner Enkelinnen er dieses beklagenswerte Schicksal zugedacht hatte.« »Tatsächlich«, erfuhr ich von Monsieur Wout, »sei Monsieur Pondy untypisch vage gewesen, als er von seinem Neuen Testament sprach. Der Rechtsanwalt hatte lediglich angenommen, wie Lenore Lovington ja auch, als er ihr, ohne Namen zu nennen, von seiner Absicht erzählt hatte, dass Mademoiselle Annabelle diejenige war, die leer ausgehen würde, weil sie von jeher die weniger bevorzugte Enkelin gewesen war.« »Warum mag sich Mr. Pondy nur auf so bewusst irreführende Weise verhalten haben?« fragte Jane Dockeryl. »So würde doch wohl nur jemand handeln, der gewissermaßen vom Grabe aus eine überraschende Strafe verhängen wollte. Eine Strafe, die, weil unerwartet, umso vernichtender ausfallen würde.« »Präzisement, Madame.« »Natürlich zweifelte Lenore Lovington keinen Augenblick, dass sie diejenige war, die infolge des Neuen Testaments doppelt so reich werden würde, als es sonst der Fall gewesen wäre. Wie hätte es anders sein können?« »Hatte Monsieur Pondy nicht erst ein, zwei Tage zuvor erfahren, dass Annabelle Treadway seine Urenkelin hätte fast ertrinken lassen, während sie sich um die Rettung eines Hundes bemühte.« »Und ob er das hatte?« Und eben sie, Lenore Lovington, war schließlich heimlich zu ihm gerufen und darüber informiert worden, dass ihr Großvater sein Testament dahingehend zu ändern beabsichtigte. »Vermutlich«, sagte er ihr, um wieder Kingsburys Formulierung zu verwenden, dem Sinn nach, »nach meinem Tod wird jeder erhalten, was er verdient. Wer nichts verdient, wird auch nichts bekommen.« »Sie irren sich«, sagte Lenore Lovington. »Selbst wenn er fähig war, Annabelle und Vincent Lobb zu vergeben, so hatte Großvater doch keine Veranlassung, mich zu enterben.« »Ich glaube doch«, sagte Poirot. »Ich glaube, an dem Abend mit dem unseligen Ausgang bemerkte er bei Tisch ein grausames, unnachsichtiges Funkeln in ihren Augen, als sie erkannten, dass er die Wahrheit über Mademoiselle Aivys Unfall und die Handlungsweise ihrer Schwester erraten hatte. Er sah, dass sie ihn aufmerksam beobachteten und hofften, dieses neue Wissen würde bei ihm jegliche Zuneigung und jegliches Verantwortungsgefühl gegenüber ihrer Schwester ein für allemal auslöschen. Er sah in ihren Augen reinen, unerbittlichen Hass. Er schockierte ihn. Er fand ihn unerträglich. Soll ich Ihnen verraten, warum? Weil er ihn an sich selbst erinnerte. Plötzlich erkannte er, wie grausam seine Unversöhnlichkeit gegen seinen einstigen guten Freund Vincent Loeb gewesen war. Er begriff möglicherweise, dass die allerschlimmste Sünde die Unfähigkeit ist, anderen ihre Sünden zu vergeben. Eben deswegen, Madame Lovington, entschied er, dass Sie nichts verdienten. Das ist eine absolut schamlose Erfindung Ihrerseits, Poirot, sagte John McRodden. Es ist mir wirklich unbegreiflich, wie Sie behaupten können, das alles zu wissen. Ich ziehe Schlüsse aus den Fakten, die mir bekannt sind, Monsieur. Poirot wandte sich wieder Lenore Levington zu. Er sagte, nach dem desaströsen Abendessen beschloss Ihr Großvater, Sie auf die Probe zu stellen. Er wollte herausfinden, ob Sie, da Sie wussten, dass Schuldgefühle das Leben und die Seele Mademoiselle Annabels aufgefressen hatten und wussten, wie sehr Sie Mademoiselle Ivy liebte und wie leid ihr das alles tun musste, ihn bitten würden, es sich noch einmal zu überlegen und ihr zu vergeben. Deswegen erzählte er Ihnen von seinem Plan, ein neues Testament aufzusetzen. Das war der einzige Grund. Hätten Sie gesagt, bitte bestrafe Annabelle nicht, sie hat schon genug gelitten, dann wäre er bereit gewesen, sein existierendes Testament unangetastet zu lassen. Doch Sie taten nichts dergleichen. Vielmehr verrieten Sie eine diebische Freude über die Aussicht, dass Ihre Schwester zu einem Leben in Armut verdammt sein sollte. Sie bewiesen, dass Sie kein Erbarmen kannten. Monsieur Poirot, wenn ich Sie recht verstehe, sagen Sie gerade, dass Mutter durchaus ein starkes Motiv hatte, Grandy zu ermorden, warf Timothy Levington ein. Nur, dass er erstens nicht ermordet wurde und zweitens Mutter nicht wusste, dass sie ein solches Motiv hatte. Sie glaubte ja, Tante Annabelle wäre diejenige, die nach dem Neuen Testament vom Erbe ausgeschlossen werden würde, nicht sie. Das ist genau richtig, sagte Poirot. Barnabas Pondy wurde nicht ermordet. Doch sein tödlicher Badeunfall war die Ursache für den Mord an dem armen Kingsbury und den versuchten Justizmord an Mademoiselle Annabelle. Ich glaube nicht, dass Lenore Levington versucht hätte, den Tod ihrer Schwester herbeizuführen, wenn Monsieur Pondy nicht gestorben wäre. Er hätte sein Testament geändert und Lenore Levington hätte angenommen, die Änderung sei zu ihren Gunsten und zum Schaden ihrer Schwester ausgefallen. Das könnte ihr genügt haben, Mademoiselle Annabelle dadurch bestraft zu wissen, dass sie keinerlei Anteil am Familienvermögen haben würde. Zumindest bis Monsieur Pondy zu guter Letzt doch gestorben und die Wahrheit über das geänderte Testament ans Licht gekommen wäre. Tatsächlich aber starb ihr Großvater, bevor er die versprochene Modifikation seiner letztwilligen Verfügung vornehmen konnte. Das war mehr, als Madame Levington ertragen konnte. Mademoiselle Annabelle würde ihrer wohlverdienten Strafe der völligen Mittellosigkeit also doch noch entgehen. Da, meine Damen und Herren, beschloss Lenore Levington zu versuchen, ob sie ihre Schwester nicht für einen Mord, den sie nicht begangen hatte, an den Galgen bringen konnte. Letzteres ist natürlich eine bloße Vermutung. Beweisen kann ich es nicht. Weder das noch sonst etwas von dem, was Sie uns heute aufgetischt haben, sagte John McCrodden kalt. Wo ist Ihr Beweis dafür, dass Mr. Pondy Lenore, die, wie Sie selbst sagten, von jeher sein Liebling war, enterbt hätte? Ihr albernes Experiment beweist gar nichts. Glauben Sie, Monsieur, da bin ich anderer Ansicht. Ich glaube, jeder in diesem Zimmer, der nicht in Lenore Levington verliebt ist, kann die Logik meiner Ausführungen nachvollziehen. Ich will versuchen, sie durch ein weiteres Argument vielleicht doch noch zu überzeugen. Kingsbury erzählte mir, Am Abend des Dinnerdesasters habe er Monsieur Pondy, nachdem seine Enkelinnen und seine Urenkelin ihn allein gelassen hatten, am Tisch sitzen und weinen sehen. Eine einzelne, einsame Träne, sagte Kingsbury. Lässt dies etwa den Schluss zu, Barnabas Pondy habe Mademoiselle Annabelle gezürnt? Non, mes amis. Es ist denkbar, dass jemand aus Zorn weint, aber dann sähe man eine ganze Sturzflut von leidenschaftlichen Tränen, nespa? Er zürnte Mademoiselle Annabelle nicht. Er hatte Mitleid mit ihr. Er war traurig, traurig und von Reue erfüllt. Ohne zu ahnen, mit welch schrecklicher Schuld sie tagtäglich rang, hatte er immer nur Ungeduld für sie übrig gehabt. Doch plötzlich verstand er diese unbegreifliche Enkelin, die unsichtbare Aura von Tragik, die sie stets zu umgeben schien, ihre Weigerung, sich zu verheiraten und Kinder zu bekommen. Nun ist es leicht vorstellbar, dass solche Gedanken, solch ein erschütternder Wechsel der Perspektive, ihn dazu bewegt haben könnten, auch über den anderen Menschen zu reflektieren, den er mit unangemessener Härte behandelt hatte, seinen Feind Vincent Loeb. Die Analogie erwies sich bei näherer Betrachtung als absolut stichhaltig und überzeugte mich, dass ich recht hatte. Wie Annabelle Treadway hatte sich Vincent Loeb der Feigheit schuldig gemacht. Aus Angst vor den Auswirkungen, die eine Entscheidung für die richtige Vorgehensweise hätte nach sich ziehen können, entschied er sich für die falsche. Anschließend fühlte er sich schuldig bis an sein Lebensende, wieder wie Annabelle Treadway. Loeb beging, so wie Mademoiselle Annabelle, einen entsetzlichen Fehler, und beide litten schrecklich darunter. Beide wurden von da an ihres Lebens nicht mehr froh. In dem Augenblick, wo er allein bei Tisch saß, beschloss Barnabas Pondy, beiden zu verzeihen. Es war eine weise Entscheidung. Man kann leicht von verzeihen, Salbadan Poirot, wenn man selbst nicht derjenige ist, der etwas zu verzeihen hat, sagte John McRodden. Sie haben keine Kinder, nicht wahr? Ich auch nicht, aber ich besitze Vorstellungsvermögen. Glauben Sie, Sie könnten jemals einem Menschen verzeihen, der ihr ertrinkendes Kind seinem Schicksal überlassen hat, um stattdessen einen Hund zu retten? Ich weiß, dass ich das nicht könnte. Ich weiß, Monsieur, dass ich niemals ein nasses Kleid unter einem Bett verstecken würde, in der Hoffnung, dass es von Hercule Poirot entdeckt wird und dazu führt, dass die Person, der ich nicht verzeihen kann, wegen eines Mordes, den sie nicht begangen hat, zum Galgen verurteilt wird. So viel weiß ich. Sie, Madame, verrechneten sich fatal, sagte Poirot jetzt zu Lenore Levington. Die Auffindung des Kleides lieferte mir einen entscheidenden Hinweis. Ich erkannte dadurch, entweder hatte ihre Schwester Monsieur Pondy ermordet oder aber jemand wollte, dass ich das glaubte. Das war der Moment, wo ich begriff, dass es einen Mörder zu fassen galt. Entweder jemanden, der bereits getötet hatte oder jemanden, der Annabelle Shredways Tod herbeizuführen wünschte oder vielleicht auch beides. Ohne das nasse Kleid hätte ich meine Nachforschungen nicht so beharrlich vorangetrieben und die Welt hätte vielleicht nie von ihrer Schuld erfahren, Madame. Annabelle Shredway stand auf. Hobbsgott stieß einen laut aus, während er sich gleichfalls aus seiner sitzenden Position erhob und neben seinem Frauchen stehen blieb. Man hätte meinen können, er wüsste, dass sie etwas Wichtiges zu sagen hatte. Meine Schwester kann nicht des Mordes schuldig sein, Monsieur Poirot. Als Kingsbury getötet wurde, war sie bei mir. Stimmt's nicht, Lenore? Wir waren die ganze Zeit zusammen, von zwei Uhr bis wir beide in den Salon kamen. Sie sehen also, sie kann es nicht getan haben. Ich sehe, Mademoiselle, dass sie dem Beispiel ihres Großvaters folgen und Barmherzigkeit üben wollen. Sie beabsichtigen ihrer Schwester den Versuch, ihnen das Leben zu nehmen, zu verzeihen, n'est-ba? Sie können Hercule Poirot nicht hinter das Licht führen. Wenn sie und Madame Levington zwischen zwei Uhr und ihrem gemeinsamen Erscheinen im Salon zusammen gewesen wären, so hätten sie das schon viel früher erwähnt. Nein, das ist nicht wahr, entgegnete Annabelle. Lenore, sag du es ihm. Wir waren zusammen, weißt du nicht mehr? Lenore Levington nahm von ihrer Schwester keine Notiz. Sie blickte Poirot an und sagte, Ich bin eine Mutter, die ihre Kinder liebt, das ist alles. Lenore! John McCrodden kniete sich neben sie hin und ergriff mit beiden Händen ihre Hand. Du musst jetzt stark sein. Ich liebe dich, mein Herz. Er hat nicht den geringsten Beweis und ich glaube, das weiß er auch. Eine Träne entschlüpfte Lenores Augenwinkel und glitt langsam ihre Wange hinunter. Eine einzelne, einsame Träne, genau wie die eine, die Barnabas Pandy nach Kingsburys Schilderung vergossen hatte. Ich liebe dich, John, sagte sie. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Wie sich herausstellt, Madame, sind sie also doch imstande zu verzeihen, sagte Poirot. Das ist gut. Was auch sonst geschehen sein mag oder noch geschehen wird, das ist immer gut. 38. Kapitel Stanley ohne Strang Der Besucher, den sie erwarteten, ist soeben eingetroffen, Sir, sagte George eines Dienstagnachmittags zu Poirot. Fast zwei Wochen waren vergangen, seit Poirot und ich Comingham Hall verlassen hatten und nach London zurückgekehrt waren. Monsieur Stanley McCrodden? Ja, Sir, soll ich ihn hereinbitten? Seien Sie so gut, George. Kurz darauf trat Stanley McCrodden mit einer trotzigen Miene ins Zimmer, die allerdings leicht erschlaffte, sobald der Poirot erblickte und sein herzliches Willkommen vernahm. Sie brauchen sich nicht zu genieren, sagte Poirot. Ich weiß, was Sie mir eröffnen wollen. Ich hatte es erwartet. Es ist nur natürlich, dass es so gekommen ist. Sie haben also davon gehört? fragte McCrodden. Nichts habe ich gehört. Man hat mir nichts erzählt und trotzdem weiß ich es. Das ist nicht möglich. Sie sind hier, um mir zu sagen, dass Sie Lenore Lovingtons Verteidiger unterstützen werden. Ist es nicht so? Sie soll sich zu den Vorwürfen des vollendeten und des versuchten Mordes unschuldig bekennen. Man hat es Ihnen also doch erzählt. Sie haben offenbar mit John gesprochen. Mon Amie, ich habe mit niemandem gesprochen. Sie allerdings haben mit John gesprochen, und zwar sehr lange, nicht wahr? Seit unserer gemeinsamen Zeit in Coamingham Hall. Sie haben alles Unliebsame, das zwischen Ihnen beiden vorgefallen war, beiseite geräumt, wie den Schnee von gestern. No? Poirot? Nun ja, doch. Aber ich begreife nicht, wie Sie... Verraten Sie mir. Könnte es sein, dass John Ihnen jetzt doch, wie Sie immer gehofft hatten, in die Juristerei folgen wird? Tatsächlich, ja, er... Erst gestern bekundete er seinen Entschluss, sagte Stanley McCrodden argwöhnisch. Warum wollen Sie mir nicht endlich reinen Wein einschenken, Poirot? Es ist schlechterdings nicht vorstellbar, dass jemand etwas so genau erraten können soll, nicht einmal Sie. Es ist kein Raten. Es ist Kenntnis der menschlichen Natur, erklärte Poirot. Monsieur Jeune, er wünscht, er könnte die Frau, die er liebt, selbst verteidigen. So dankbar er Ihnen auch für alles ist, was Sie seinet und ihretwegen unternommen haben. Er zeigt seine Dankbarkeit, indem er anerkennt, dass es schließlich und endlich doch keine so dumme Idee wäre, sich als Anwalt zu betätigen. Besonders jetzt, wo sein Vater seine Ansichten bezüglich der angemessenen Bestrafung für des Mordes Schuldige geändert hat. Sie sprechen von meinen Ansichten und inwieweit Sie sich geändert haben, als ob Sie mehr über Sie wüssten als ich selbst, sagte McCrodden. Nicht mehr, nur genauso viel, sagte Poirot. Ich weiß, was wahr sein muss, immer. Und in diesem Fall war alles ganz leicht vorherzusehen. Ihr Sohn liebt Lenore Lovington und Sie, mon ami, Sie lieben, wie jeder gute Vater, Ihren Sohn. Und deswegen, und obwohl Sie glauben, dass Poirot recht hat und dass Madame Lovington schuldig ist, werden Sie helfen, Sie zu verteidigen. Sie wissen, dass, sollte Sie wegen Mordes gehängt werden, es Ihrem Sohn das Herz brechen würde. Jede Hoffnung auf ein zukünftiges Glück wäre für ihn auf immer dahin. Sie würden alles tun, um das zu verhindern, oder etwa nicht. Nachdem Sie ihn schon einmal, scheinbar unwiederbringlich und für so lange Zeit verloren hatten, werden Sie nicht riskieren, ihn jetzt erneut zu verlieren, weder aufgrund einer Meinungsverschiedenheit über das Gesetz und dessen moralische Grundlage noch infolge seines Kummers. Also helfen Sie Lenore Lovington und Sie ändern Ihre Ansichten über gewisse juristische und ethische Fragestellungen. Ich vermute, jetzt sind Sie der Überzeugung, dass überhaupt kein Mörder wegen seines Verbrechens gehängt werden sollte, ja? Sollen wir Sie von nun an Stanley Ohnesstrang nennen? Ich bin nicht gekommen, um darüber zu diskutieren, Poirot. Oder sind Sie weiterhin ein Befürworter der Todesstrafe und machen nur in diesem speziellen Fall eine Ausnahme? Dann wäre ich ein Heuchler, sagte McCrodden mit einem Seufzer. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Könnte es nicht sein, dass ich einfach an Lenore Levingtons Unschuld glaube? Nein, daran glauben Sie nicht. Die zwei Männer schwiegen sich ein paar Sekunden lang an. Dann sagte McCrodden, ich habe Sie aufgesucht, weil ich Sie persönlich davon in Kenntnis setzen wollte, dass ich Lenore helfen werde. Außerdem möchte ich Ihnen danken. Als ich damals erfuhr, dass John diesen abscheulichen Brief erhalten hatte, Sie sprechen von dem Brief, den Lenore Lovington ihm zugeschickt hatte? Die Frau, der Sie zu helfen beabsichtigen? Ich versuche Ihnen zu danken, Poirot. Ich bin Ihnen dafür dankbar, dass Sie meinen Sohn entlastet haben. Er ist kein Mörder. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, bleibt Miss Shredway bei Ihrer Darstellung der Ereignisse, sagte McCrodden. Sie meinen, sie behauptet weiterhin, sie sei zum Zeitpunkt von Kingsburys Tod mit Ihrer Schwester zusammen gewesen? Auch das hatte ich erwartet. Es ist das Werk Ihrer Schuldgefühle. Ein Werk im Dienst der Ungerechtigkeit. Madame Lovington kann wahrlich von Glück sagen, dass Mademoiselle Amabel und Sie und Ihr Sohn ihr So zur Seite stehen. Weniger Glück haben diejenigen, die Sie vielleicht noch in Zukunft töten könnte, falls Sie den Prozess gewinnen. Mit Sicherheit ist Ihnen bekannt, dass ein Mensch, der sich einmal hat dazu hinreißen lassen, einen Mord zu begehen, bei jedem weiteren Mal umso weniger Hemmungen kennen wird. Deswegen bete ich darum, dass Sie nicht gewinnen. Wie ich hoffe, werden die Geschworenen mir glauben, nicht aufgrund meines Rufes, sondern weil ich die Wahrheit sagen werde. Gegen Lenore liegen ausschließlich Indizien vor, sagte McCrodden. Sie haben nichts Konkretes in der Hand, Poirot. Keine unanfechtbaren Fakten. Lassen Sie uns nicht hier und jetzt darüber streiten, wer die besseren Beweise hat, Monami. Das hier ist kein Mordprozess. Bald werden wir uns im Gerichtssaal gegenübertreten. Und dann werden wir ja sehen, wem die Jury eher glaubt. McCrodden nickte knapp. Ich hege keinen Groll gegen Sie, Poirot, sagte er schon auf dem Weg zur Tür. Ganz im Gegenteil. Merci. Und ich? Poirot war sich unschlüssig, wie er fortfahren sollte. Schließlich sagte er, Ich bin erfreut zu hören, dass das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Sohn sich verbessert hat. Die Familie ist etwas sehr Wichtiges. Um Ihretwillen freut es mich, dass Sie den Preis dieser Aussöhnung nicht als zu hoch empfinden. Aber bitte tun Sie, Poirot, einen kleinen Gefallen. Fragen Sie sich jeden Tag, ob dies der Kurs ist, den Sie beizubehalten wünschen, und ob es der richtige Kurs ist. Kingsbury hatte keine lebenden Verwandten, sagte McCrodden. Und Annabelle Trenway ist nicht auf dem Weg zum Galgen wegen einer Straftat, die sie nicht verübt hat. Und so entsteht kein Schaden, wenn Lenore Lovington freigesprochen wird? Da bin ich anderer Meinung. Wenn das Recht gebeugt und die Gerechtigkeit pervertiert wird, entsteht durchaus ein Schaden. Sie, Ihr Sohn, Lenore Lovington und, ja, Annabelle Trenway mit Ihren Lügengeschichten. Wenn Sie Glück haben, werden Sie für Ihre Taten in diesem Leben nicht zu zahlen brauchen. Über eine höhere Gerechtigkeit zu spekulieren, steht Hercule Poirot nicht zu. Leben Sie wohl, Poirot. Danke für alles, was Sie für John getan haben. Mit diesen Worten wandte sich Stanley McCrodden ab und ging. 39. Kapitel Eine neue Schreibmaschine Ich schreibe diesen abschließenden Teil und habe Ihre Abneigung gegen die schadhaften E's entwickelt. Aber jetzt, wo Sie weg sind, fehlen Sie mir irgendwie. Die neue Schreibmaschine war ein Geschenk Poirots. Ein paar Wochen, nachdem der Prozess gegen Lenore Lovington zu Ende gegangen war und ich ihm keine weiteren Seiten zu lesen geschickt hatte, erschien Poirot bei Scotland Yard mit dem elegantesten Geschenkpaket, das ich je gesehen hatte. Er sagte, Sie haben das Schreiben aufgegeben? Ich gab einen unverbindlichen Laut von mir. Jede Geschichte braucht ein Ende, mon ami. Selbst wenn uns die Auflösung missfällt, ist es dennoch erforderlich, was wir angefangen haben, auch abzuschließen. Die losen Enden, sie müssen sauber vernäht werden. Er stellte das Paket auf meinem Schreibtisch ab. Dieses Geschenk wird sie, wie ich hoffe, dazu ermutigen, ihren Bericht zu vollenden. Wozu? fragte ich. Die Chancen stehen ziemlich gut, dass niemand mein Geschreibsel jemals lesen wird. Ich, Hercule Poirot, werde es lesen. Sobald er mein Büro verlassen hatte, öffnete ich das Paket und starrte die funkelnagelneue Schreibmaschine an. Dass die Sache ihm wichtig genug gewesen war, um mir ein solches Geschenk zu kaufen, berührte mich und ließ mich zugleich, wie so oft, über seine Klugheit staunen. Natürlich würde ich nach einer solchen Geste nicht umhinkönnen, die Geschichte abzuschließen. Und so sitze ich hier und schreibe sie zu Ende. Womit es meine Pflicht ist, zu berichten, dass der Prozess gegen Lenore Levington nicht so lief, wie ich es mir erhofft hatte. Sie wurde des Mordes an Kingsbury und des versuchten Mordes an Annabelle Treadway für schuldig befunden, aber dank Stanley McCroddens Eintretens für sie blieb ihr der Strang erspart. Wie ich zufällig weiß, wenngleich es mir lieber wäre, es nicht zu wissen, erhält Mrs. Levington im Zuchthaus regelmäßig Besuch von dem ihr treuergebenden John McCrodden, während der arme, loyale Kingsbury im Grabe ruht. »Glauben Sie, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde?« fragte ich Poirot, als wir erfuhren, dass Mrs. Levington für ihre Verbrechen nicht mit dem Leben bezahlen würde. »Eine Jury hat sie für schuldig befunden, mon ami,« sagte er, »sie wird den Rest ihres Lebens im Zuchthaus verbringen.« »Sie wissen ebenso gut wie ich, dass sie, während Stanley McCorddens fehlgeleitete Bemühungen nicht gewesen, gehangen hätte. Jeder Richter im Lande kennt ihn als leidenschaftlichen Befürworter der Todesstrafe und plötzlich bittet er um Mitleid mit einer verzweifelten Frau, die lediglich in einem Augenblick der Schwäche einen schrecklichen Fehler beging. Das mitreißende Schlussplädoyer von Lenore Levingtons Strafverteidiger stammte aus McCorddens Feder und das war dem Richter durchaus bewusst. Der Feder, desselben Stanley Strang, der schon Dutzende vom Glück weniger begünstigter Burschen an den Galgen gebracht hatte, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, wen sie möglicherweise liebten oder von wem sie geliebt wurden. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass keiner von ihnen sein Sohn war. »Das ist nicht richtig, Poirot. Das ist nicht gerecht.« Er lächelte mir zu. »Quälen Sie sich nicht, so mon ami. Mir geht es nur darum, die Fakten ans Licht zu bringen und den Schuldspruch zu ermöglichen, nicht um die folgende Strafbemessung. Derlei Erwägungen überlasse ich einer höheren Instanz. Die Wahrheit ist vor einem Strafgericht anerkannt worden. Das ist alles, was zählt.« Wir schwiegen uns ein paar Sekunden lang an. Dann sagte er, »Möglicherweise wissen Sie es nicht, aber es gibt jemanden, der seine Absicht erklärt hat, sich so zu verhalten, als wäre Lenore Lovington gestorben. Der gelobt hat, ihr nie zu schreiben und alle etwaigen Briefe von ihr zu verbrennen. Und das wäre?« »Ihr Sohn, Timothy.« »Das, glaube ich, wird eine zusätzliche Strafe für sie sein, von seinem eigenen Kind verstoßen zu werden. Was immer man auch getan haben mag, das ist entsetzlich.« Ich wusste nicht, ob Poirot mit dieser Bemerkung andeuten wollte, dass ich Stanley McCordon nicht allzu streng beurteilen sollte. Ich entschied das, wenn das Sinn und Zweck seiner Äußerung war, es unklug gewesen wäre, unsere Diskussion fortzusetzen, und so sagte ich nichts. Und jetzt, da ich das Ende dieses Berichts erreicht habe, sehe ich ein, dass Poirot absolut recht hatte. Festzuhalten, dass eine Geschichte einen unbefriedigenden Ausgang nahm, ist irgendwie immer noch erheblich befriedigender, als überhaupt keinen Abschluss zu liefern. Damit also endet das Rätsel der Dreiviertel. Edward mit einem makellosen E. Catchpool. Sie hörten? Das Geheimnis der vier Briefe. Ein neuer Fall für Hercule Poirot. Von Sophie Hanna. Basierend auf den Figuren von Agatha Christie. Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini. Gelesen von Vanya Müs. Produktion Der Hörverlag 2019. Auf Wiederhören bei Audible.